Ah, Dredge. Ihr werdet es lieben. Willkommen bei Menino Steve. Mein Name ist Steve und wir spielen heute Dredge für euch. Immer an Bord! Wir starten das neue Spiel. Stellenausschreibung. Angler gesucht. Oh, ein neuer Job für mich. Was ist das? Nebel zieht auf. Verdammt, wir sind auf einen Riff gelaufen. Das Morgenlicht blendet dich und du versuchst dich aufzurichten. Du liegst auf dem kalten nassen Dock, wo du in der Nacht zuvor zusammengebrochen bist. Ein kleiner Mann will eine Handvoll Arbeiter, die in der Nähe gerade von Bord eines Boots gehen, Befehle zu. Der Mann bemerkt dich. Willkommen in Großmark. Ich muss schon sagen, dein erster Auftritt war ganz schön dramatisch. Du hast also bereits Bekanntschaft mit den zerklüfteten Felsen entlang der Bucht gemacht. Hast du den Leuchtturm nicht gesehen? Er hat dich direkt angestrahlt. Aber egal. Ich freue mich, dass unser neuer Fischer noch am Leben ist. Dein Boot war total demoliert. Aber ich habe deine Sachen auf eines unserer alten Boote geschaffen lassen. Wir sehen uns später. Dann können wir die Einzelheiten besprechen. Ich werde dich zum Fischen rausschicken. Mal sehen, ob du den Frachtraum voll bekommst und dich orientieren kannst. Und zuletzt will ich dich noch daran erinnern, bei Sonnenuntergang zurückzukehren, bevor der Nebel aufzieht. Vergiss die Zeit nicht. Sonst wird es unangenehm. So, okay. Großmark. Das ist Großmark. Wir gucken mal. So, fahre vorwärts mal D. Drücke S, um rückwärts zu fahren. Und A und D. Oh, guckt euch da doch mal an. Dreh die Kamera mit der Maus. Wunderbar. Und hier könnten wir vielleicht angeln. Und Fische starten. Okay, es ist so ein bisschen Quicktime. Wir haben eine blaue Makrele gefunden. Und das meine ich schon. Oh, da könnte ich ja schon wieder. Da könnte ich mich ja schon wieder. Ach, so ein schönes Mon-Shit-Menü. So, okay. Also, wir sind Fischer. Und also, wir machen das, was ein Fischer macht. Wir fischen. So, Bestand ist niedrig. Dann würde ich jetzt mal sagen, gehen mit X. Okay, scheinbar sind diese Blasen hier am... Okay, ich muss einfach komplett mal rum. Gut, okay. Fahrer zu einem Fangplatz. Beobachte die Wasseroberfläche. Entdeckst du bewegtes Wasser. Drücke F, um zu fischen. Das haben wir gar nicht schon gemacht. Wir machen es also weiter. So, du hast für diesen Fangplatz nicht die richtige Ausrüstung. Flachwasser. Okay. Okay. Hier kann ich... Kann ich nur nichts fischen. So, dann düsen wir mal hier vorne hin. Vielleicht können wir hier was fischen. Und wir starten. Ein Kabeljau. Na, super. Oh, daneben. Ist Quicktime-lastig? Mal schauen, wie mir das von der Hand geht hier. Jetzt ist noch die Frage, kann ich jetzt Fischgründe auch komplett abfischen? Sind die denn für immer weg? So wie jetzt Fangplatz ist erschöpft. Okay, lass uns mal merken, ob hier nochmal irgendwie die Zeit läuft nur weiter, wenn du in Bewegung bist, fischst oder bestimmte Aktionen ausführst. Hm, okay. Und Zeit haben wir da oben. Zwölf Uhr. Oh, geht ja schön schnell rum. So, was haben wir hier? Und hier kann ich ebenfalls... Okay. Flachwasser kann ich noch nicht. Deswegen haben wir wahrscheinlich da so einen Querbalken drüber. Oh, was haben wir da vorne? Ja, krass. 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 Na, dann werden wir auch ein paar Makrinen hier an Bord holen. Nee, das ist gar kein Problem. So, was jetzt natürlich die Hintergrund-Story das ist, werden wir jetzt wahrscheinlich erst alles erfahren. Oh, das ist... Trophäe gefangen. 29,70. Frisch. 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 Schön. Schön, 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 schön. So, okay. Hier werden wir bestimmt noch nicht an Bord holen können. So ein Hai angeln ist ja mal krass. Nee, können wir nicht. So, Biko, Todteil dagegen. Haie zu angeln, aber wir reden hier von digitalen Fischen. Da ist es also... Da muss jetzt keine Ahnung wie schlecht die Wissen haben. So. Okay. Mit Scheinwerfer. Oh, warte mal. Scheinwerfer hält die Nacht. Stärkere Scheinwerfer mindern Panikeffekte. Oh, der ist schon an. Okay. Ui. Okay, ich bin voll. Und was, jetzt fahr ich zurück, oder was? Dann fahr mal zurück. Uiuiuiui. Ist ja wirklich sehr duster jetzt hier. Nebel und andere Dinge können deine Panik steigern. Reduzieren lässt sich dieser Wert durch hellen Scheinwerfer und ausreichend Schlaf. Okay. Anliegen mit F. Du gehst in den Großmarkt an Land. Der Bürgermeister wartet in der Nähe. Ah, ich sehe, du bist wohlbehaltend zurückgekehrt. Sehr gut. Bevor du in die Stadt gehst, sollten wir noch über dein Boot sprechen. Wie ich schon sagte, war dein altes Boot zu stark beschädigt, um es noch zu reparieren. Ich würde dir aber sehr gern dieses Ersatzboot veräußern. Es könnte bald dir gehören. Ich nehme an, dass es dir im Moment an nötigem Kleingeld fehlt. Also gehe ich dir ein Darlehen. Doch ich will es dir leicht machen. Bis deine Schulden getilgt sind, wird ein winziger Teil deines Fischfang-Einnahmen der Schuldenbegleichung dienen. Und ein kleiner Teil der Zinsen wird in Stadtverschönerungsmaßnahmen investiert. Also, um es noch einmal kurz zusammenzufassen. Du verkaufst Fisch auf dem Markt, um deine Schulden abzustottern und die Bevölkerung somit Nahrung zu versorgen. Kapiert? Der Fischverkauf hilft der Stadt und begleicht meine Schulden. Verstanden. Wo kann ich den Fisch verkaufen? Das interessiert mich tatsächlich mehr. Unser örtlicher Fischhändler wird dir gerne alles abkaufen, was du fängst. Er hat rund um die Uhr geöffnet. Also los jetzt. Und verkauf deinen Fisch. Salam und frisches. Fischhändler. Du betrittst eine schäbige Hütte am Rand des Marktplatzes. Der allgegenwärtige Geruch von Fisch erfüllt die Luft. Fliegen umschwirnen einen melancholisch wirkenden Mann, der hinter dem Tresen steht. Du bist also der neue Fischer, was überrascht mich man so schnell in Ersatz gefunden hat. Was ist mit dem anderen passiert? Hier. Hier draußen brauchst du einen bestimmten Menschenschlag. Das Leben hier ist nicht für jeden was. Kommen wir zum Geschäft. Ich bezahle dich für Fisch. Je größer und frischer, desto mehr Geld gibt es. Auch sind manche Art wertvoller als andere. Andere Städte auf anderen Inseln bezahlen dir vielleicht mehr. Aber da du hier noch Schulden hast, schlage ich vor, dass du die erste einmal abbezahlst. Also lass mal sehen, was du hast. So, alle Fische verkaufen für... Na, das ist nicht viel. Hammer. Und? That's it. Zurück zur Stadt. Der Bürgermeister steht vor dem Geschäft des Fischhändlers. Hervorragende Arbeit. Ich habe kein Zweifel daran, dass du diese Stadt von Nutzen sein wirst. Sieh mal, das habe ich unten bei den Docks gefunden. Ich bin sicher, jemand wie du weißt, was man damit anfängt. Warum nimmst du es nicht? Forschungsteil. Ein seltsam aussehendes Ding. Könnte zur Entwicklung neuer Ausrüstung dienen. Musste aber zuerst an Dock untersucht werden. Am Dock. Nodeln? Pack mal das mal hin. Oh, noch eine Sache. Unsere Schiffsbauerin erwähnte, dass sie in deinem Boot einige vorteilhafte Umbauten vornehmen könnte. Schau doch mal bei ihr vorbei. Die Schiffsbauerin. Als du die Werft betrittst, siehst du die Schiffsbauerin, die gerade einen kaputten Rumpf repariert. Sie sieht kurz zu dir hoch und wendet sich dann wieder ihrer Arbeit zu. Du musst der neue Fischer sein. Ich kann an einem Boot in der Werft einige Umbauten vornehmen. Allerdings mache ich das nicht aus Nächstenliebe. Bezahlt wird im Voraus. Und jeder dieser Arbeiten benötigt Zeit. Und sollte es Schäen am Boot gehen, wegen Felsen oder warum auch immer, ich kann das wieder flicken. Meistens. Sie zuckt mit den Schultern und beißt auf den Rumpf, den sie gerade repariert. Etliche der Planken sind zersplittert und zerkratzt, obwohl sie weit über der Wasserlinie liegen. Seh dich ruhig um, aber denk ja daran. Je größer das Ausrüstungsteil, desto länger dauert der Einbau. Also Plan ist sorgfältig. Ähm, okay, was haben wir denn? Was haben wir denn hier alles? Teilweise unscharf. Wie bitte? Achso. Uh, unscharf. What? Okay, wir haben hier Angeln. Einen einfachen Skimmer für Flachwasser und eine beschwerte Leine. Flachwasser. Dauert drei Stunden für den Einbau. Fanggeschwindigkeit 40%, 10%. Was habe ich hier? 35%. Ist eigentlich besser. Was haben wir noch? Motoren. Ah, könnt ihr jetzt noch einen Motor dazu? Kaufen? Bauen? Kaufen für 100. Könnt ich. Was haben wir noch? Netze. Lampen. Lampen ist eigentlich ganz geil. Aber bin ich zwar arm für. Ah, mhm. Die Angel, die du jetzt hast, ist für Küstennähe. Die sie verkauft, sind für Flachwasser. Ah, okay. Aha, 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 aha. Na ja, gut. Dann würde ich jetzt tatsächlich noch mal probieren. Ich gehe mal kurz zur Stadt zurück. So, hier kann... Oh, warte mal, was kann ich hier machen? Verwende Teile, um neue Ausrüstung zu erforschen. Erforschte Ausrüstung steht im Laden zu verkaufen. So. Okay, ich habe ein Forschungsteil. Und dann kann ich hier anscheinend benutzen. So, eine hydraulische Angelroute. Ozeanisch. Okay. Äh, die Brühle Design ermöglicht einen flexiblen Angelstil. Das ist eigentlich ganz geil. Dann würde ich mal probieren. So, was haben wir noch? Motoren. Oha, okay, alles klar. Körbe. Körbe und Netze sind noch nicht verfügbar. Liebe Community, ich habe mal eine Frage an euch. Ähm, das Spiel sieht vor, dass du hier, um deinen Wahnsinn runterzubekommen, schläfst. Ja, also nicht nachts unterwegs bist. Jetzt ist mal mein Vorschlag. Was haltet ihr davon, wenn wir uns das Spiel richtig schwer machen und nicht schlafen? Über das ganze Spiel hinweg, nicht schlafen. Das heißt, wir bekommen Wahnvorstellungen irgendwann. Und werden dann wahrscheinlich angegriffen. Nachts oder so. Also wir werden immer verrückter. Und damit passiert immer mehr irgendwie. Macht es vielleicht für den Kanal ein bisschen spannender. Und zum Zuschauen vielleicht auch. Was haltet ihr davon? Lieber Chat. Äh, lasst es euch mal entscheiden an der Stelle jetzt hier. Klingt spaßig. Wir könnten halt die Nacht durch machen. Uh, wir machen die Nacht durch. Also, ich lege jetzt erstmal ab. Ich würde jetzt mal nicht schlafen. Wir haben es jetzt 21.29 Uhr. Und. Wir gehen nochmal angeln. So, das ist natürlich, dann brauche ich auch sehr schnell irgendwie mal eine bessere Lampe. Weil mit der Funzel, die ich hier habe, irgendwie, das ist, das ist dann schwierig. So, okay. Dann würde ich jetzt hier, oha, Nebel. Und wir angeln los. So, schwuppli, schwupp. Weil als allererster braucht natürlich Cash. Und der Ort ist verschöpft. Okay, ich dusel mal weiter. Oh, da oben ist noch ein Nest. Oh, ist aber auch wirklich. Das ist ja die Hand vor Augen nicht. Mann, 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 Mann. Oh, Lampe. So, wo sind denn die Fanggründe? Hallo? Würde gerne angeln. Aber wo? Oh. Oh, krass. So, was leuchtet denn hier? Oh. Oh, ich muss mal richtig aufpassen, wie in der Riffe jetzt hier. Wo das denn ist? Kajüte. Ah, okay. Wir haben eine Nachricht gefunden. Es ist der Morgen des zweiten Tages unserer Flitterwochen und unser erster richtiger Urlaubstag. Heute wollen wir um die Inseln, um zu den Buchten auf der Rückseite von Großmark segeln. Ich liebe diese Felsen, ihre Farbenpracht und Struktur. Außerdem fängt man in diesen flachen Gewässern nicht viel. Also kann ich sicher sein, dass er die Hand am Steuer lässt, statt zu angeln. Er hat das Boot letzte Nacht umbenannt in Juli. Mit einer feierlichen Taufzeremonie und allem drum und dran. Er hat das ernster genommen als die Hochzeit. Wahrscheinlich ist es wichtig, alles korrekt durchzuführen, wenn man kein Unglück heraufbeschweren will. Ja, sie Männer sind ein sehr abergläubischer Völkchen. Er wollte alles wegwerfen, auf dem noch der alte Name stand. Aber ich habe die alte Schlüsselkette aufgehoben. Reichtum des Meeres war ein guter Name. Er hat bestimmt ein Überraschungspicknick vorbereitet. Ich kann in der Kajüte unter einer Decke einen Picknickkorb hervorher lupen sehen. Ich liebe es, wenn er versucht romantisch zu sein. Okay, wenn das eine Flaschenpost ist, dann weiß ich nicht, ob das so gut lief. So, Fanggründe. Alter, die Zeit geht ja relativ schnell um, na? Ja, das ist jetzt... Warte, wann nicht? Etwas schlüpft in den Frachtraum? What? Infiziert? Wegwerfen. Oh. 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 Oh, warte mal. Hier können wir, hier können wir. Können wir das schon angeln? Nee. Ah, Mist. Wir haben nicht richtig Ausrüstung. Gott, was kaufen wir denn jetzt zuerst hier? Wir brauchen so viel. Wir brauchen so viel. Oh, hier vorne ist noch was. Oh, die Sonne geht auf. Okay, also die Nächte sind auch echt kurz. Ah, ich kann nicht angeln. Mann! Na gut, dann werden wir erstmal kurz den, 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 den kleinen Tintenfisch verkaufen. Vielleicht kriegen wir dafür jetzt erstmal ein bisschen was. Oh, warte mal. So, dann holen wir uns noch ein paar Makrelen. What? Fallkamera wurde... What, 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 what? What? Hau ab! Mistviecher. Oh, die haben mich beklaut. Mann, oh! F. Aber scheinbar kann man die, die abgefischten Gründe auch wieder aber fischen. Das ist ganz geil. Scheinbar, ja. Dafür ist jetzt relativ schnell abgefischt. Okay. Oh, wow, wir sind so langsam, ey. Oh, oh, Mann, los, schnell! Okay, die verkaufen wir jetzt. Beim Fischhändler. Oh je, du siehst erschöpft aus. Du vergisst doch nicht etwa zu schlafen, oder? Ich sage ja immer, regelmäße Pausen sind das beste Garant für Produktivität. Ja, komm mal, der Schlafen ist für die, für die Schwachen hier. Ich habe eine Sonderbestellung reinbekommen. Wenn du sie erfüllst, kann ich dich besser als sonst bezahlen. Na, erzähl mir von der Bestellung. Der Kunde will eine Goldflunder und ein grauen Aal. Bringen sie mir einfach, wenn du sie hast. Okay. Um die zu fangen, brauchst du eine Anglerausrüstung für Flachwasserfische. Die Schiffsbauern können dir dann sicher weiterhelfen. Du musst mit deinen Kräften aushalten. Nur gut ausruhen, wirst du diese Stadt von Nutzen sein. Okay. So, und ich glaube, die Angler können wir uns immer noch nicht kaufen, oder? Kann das sein? Oder ich glaube, die waren noch zu teuer. Nee, oh, yeah. Drei Stunden. Oh, drei Stunden dauert der Unbau. Okay. Aber egal. Was war am Hammer? So, jetzt können wir Flachwasser befischen. Auf geht's! Da muss vor allem ein besserer Motor her. Absolut. Ah, das ist so wunderschön, dieses Spiel. Sieht so toll aus. So, was ist das hier vorne? Oder das? Eine treibende Boje soll einen sicheren Weg durch gefährliche Klippen und unsichtbare Hindernisse weisen. Okay. Das schwache Licht schenkt einen kurzen Moment des Trosts in der Düsternis der Nacht. Boah, das klingt aber... So, okay. Na denn, hier können wir jetzt hier ran. Ja, können wir. Wunderbar. Was haben wir hier? Flunder. Yeah. Haben wir schon mal eine Goldflunder? So, die holen wir natürlich raus. Da kennen wir nichts. So, wo kriegen wir jetzt hier so ein Aal her? Was ist das hier? Oh, man sieht doch so aalig aus. Jawoll, hallo. Oh. Okay. Graue Aal. Na, bitte. Läuft doch. So, warte mal. Kann ich hier noch irgendwie umsortieren? Kann ich hier noch irgendwie umsortieren? Nee. Tatsächlich Platzmanagement-mäßig. Kann ich nicht umbauen. Na gut, dann bringt das jetzt mal hier zurückschnell. Also, schnell ist relativ. So bedingt. Schöne Scheiße. Ach, na toll, Alter. So. Denn auf zum Fischladen und seine Speziallieferung abgeben. Hast du schon den Fisch für diese Bestellung? Ja. Hat er. Lass einfach hier, was du schon hast. Ich lege die Bestellung auf Eis. So. Yeah. 49. Der Fischhändler wickelt den Fisch ein und gibt dir ein wenig Geld. Gut, gut. Aber man sollte der Kunde zufrieden sein. Ich habe hier noch eine Bestellung. Diese ist ein wenig spezieller. Gewünscht. Und ein paar Kalamare. Kalmare. Und ein ganzer schwarzer Zackenbarsch. Heutzutage erfischt nicht viele nach Kalamaren. Und diese Art ist nachtaktiv. Und du weißt ja, was nachts hier los ist. Also viel Glück. Okay. Und den restlichen Fisch verkaufen wir auch noch. Ich hoffe, die Möben haben sich deinen Fang nicht geschnappt. Wir sind ja eine echte Plage. Ja, wer einmal ein Fischbrötchen am Strand gegessen hat, weiß das. So, weiter geht's. Krass, hier hat jeder gerade geantwortet. Jetzt nicht mehr. So, was haben wir denn hier? Der Leuchtturm ragt über den Himmel. Rückt über dir in den Himmel. Gegen die gefährlichen Klippen darunter schlagen endlos die Wellen. Alle Kreaturen, seien sie menschlich oder nicht, wurden zerschmetternd um ihn zu Füßen geworfen. Du sinnst über dieses Bauwerk innewohnende Macht nach. Diese steinene Säule von der zahllosen Leben abhängen. Wie lange wird er dort oben noch stehen? Wie lange noch, bis er einstürzt, seinen Zweck erfüllt hat? Der Leuchtturm ragt über dir in den Himmel. Ja, okay. So, hier, was ist das hier? Was haben wir hier? Was ist das? Was ist denn das? Schwarzer Zackenbarschneid, wollt ihr doch haben? Und schon welcher schöpft. So, was wollt ihr noch haben? Und einen Kalamar, oder was? Waren die nicht hier vorne? Il Kalamar. Okay, haben wir noch einen Aal. Holen wir uns noch ein paar Aale. Schnippdiwipp. Und alle. So, jetzt kann ich nur hoffen, dass hier vorne noch... Na, trummeln sich hier ein paar? Nein. Natürlich nicht. So, wo kriegt jetzt Kalamaris her? Ne! Rumpfbeschädigt. Oh, okay, alle klar. Also wir dürfen nicht irgendwo ran ditchen. Ansonsten verlieren wir unsere Ladung. Das ist nochmal ein Zackenbarsch. Aber vielleicht bringt die gut Kohle. Und schon wieder ist der Fanggrund erschöpft. Überfischt. Scheiß. So, Kalamari. Oh, alter, was? Oh, den hab ich jetzt nicht gesehen. Den hab ich jetzt nicht gesehen. Grauer Hals über Bord genommen. Ach du Scheiße. Ey, ich brauch unbedingt ne bessere Lampe. So, die Räuche sind... Oh, was ist das? Was ist das? Das ist mir noch vorhin schon was in den Bug gesprungen. Warte mal, ich fahr mal lieber zurück. Ich geb mir erstmal lieber das, ab was ich habe. So, hier fahr mal. Warte mal, kann ich hier? Ist hier Kalamari? Ja! Hurra. Sehr schön. Erschöpft. Super, wir haben die Spezialbestellung. Dann fahren wir mal wieder hin. Ist auch wieder Tag. Ich bin echt gespannt, wie lange ich das hier durchhalte, bevor der komplett irre wird. Sauber ins Auge, wird sauer. Oh. Hau ab! Mist, Viecher! Ich find, die Musik ist halt auch so mega entspannt. Irgendwie schwermütig. Genau, richtig, Junge. Eine gebeugte Frau kommt die Stufen des Leuchtturms herab. Auf dich zu. Sie bleibt in einiger Entfernung stehen und sieht dich besorgt und sich nicht beunruhigt an. Was willst du hier? Ich bin gekommen, um zu fischen. Ich wollte mir die Gegend ansehen. Ich wollte die Menschen hier kennenlernen. Ich bin halt so ein... Ich bin so viel Antrop. Ich wollte die Menschen hier kennenlernen. Für deinesgleichen gibt es ja nichts mehr zu holen. Also, tu dir selbst einen Gefallen und verschwinde. Sie dreht sich um und schlurft wieder den Fatin auf, der zum Leuchtturm führt. Nette Person hier. Hast du schon den Fisch für die Bestellung? Ja! Bitte! Er ist einfach hier, was du schon hast. Ich leg die Bestellung auf heiß, bis alles da ist. Okay. So, er will zwei Kalamarin, den soll er haben. Bitteschön, bitteschön. Hier haben wir wieder ein Trophäen, Fallkalamar. Und, bitteschön. Der Fischhändler wickelt den Fisch ein und gibt dir ein wenig Geld. 90 Takten. Uh, sehr schön. Jetzt können wir shoppen gehen. 2,5,7. Grüß dich! Haben wir da erlaubt, es ab Bord kommen zu dürfen? Ei, ei. Schon wieder den falschen Ding gedrückt haben. Eigentlich wollte ich den gedrücken. So, hätte nicht gedacht, dass du das schaffst. Nachts zu fischen ist schwierig. Ah, ich melde mich, wenn eine neue Bestellung reinkommt. Vorerst läuft es weiter wie gewohnt. Okay. So, den Rest möchtest du aber mit Roh verkaufen, ja. Du musst mit deinen Kräften aushalten. Nur gut aus. Ja, 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 ja. Weiß. Lass das mal meine Sorge sein. Schulden. Okay. Gut, ich zahle immer schön meine Schulden ab. Ich habe sogar ein Lager. Okay. Nice. Frischhasse, Mann. Was fehlt dir? Du siehst angegriffen aus. Setzt der Nebel dir etwas hoch? Das ist ja völlig normal. Und nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste. Schlaf dich mal ordentlich aus. Dann bist du mal wieder wie neu. Ha. Glaube nicht. So, okay. Wir gehen mal kurz zur Schiffsbauerin. Dein Boot sieht ein bisschen rapponierter aus. Ich kann das hier reparieren, wenn du möchtest. 60 Buletten, Alter. Hm. Na, was sollt. Oh, die Kohle geht raus. Kohle geht raus. So, ich würde mir eine Lampe kaufen. 180 Dinger. 180. Mann. So, die hat 500 Lumen. Die hat 750 Lumen. Ja, die hat auch... Nimm mal die. So, jetzt können wir hoffentlich ein bisschen besser in der Nacht sehen. 18 Tacken, ey. Ich bin schon wieder arm. Oh, Mann. So. Äh. Na dann. Nur wenn ich draußen bin, dann bringe ich auch ein bisschen Kohle rein. Also. Hau, wie geht's. Ja, das Auge sauer und es dreht wirklich da auch ein bisschen ab. So, warte mal. Wo waren die Haie jetzt? Da vorne. Kann ich die Haie schon... Kann ich die schon? Kann ich mich schon holen? How much is the fish? Oh, Alter. Echt. So, okay. Was haben wir denn hier? Ich denke mal, die großen Jungs bringen auch mehr, ne? Ah, kann ich nicht fangen. Was brauchen wir denn dafür? Ozeanisch. Schade. Schade eigentlich. So, das sind ja alles ozeanisch. Oh, ich bin so langsam. Ich bin so langsam. Ne, die kann ich mir holen. Holen wir mal ein paar. So, sehr schön. Zack. 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 Fangplatz schon wieder leer. Dann sag mal so. Vier holt man hier nicht raus, du. Vier holt man hier nicht raus. So, hier vorne blubbert noch irgendwas. Ducke, 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 ducke. Und das? Oh, das ist nicht. Du hast nicht... Okay, nicht richtig ausrüstet. Dann brauchen wir eine Trach für. Okay. Kann ich noch nicht. Kann hier nur eine Strauß holen. Was bin ich für ein armen Würstchen? So, düsen wir mal hier ran. So, tatsächlich muss man hier auch wirklich ein bisschen kicken, wie man das anordnet. Und das ist genau mein Spiel. Das ist genau mein Spiel. Benni würde das nicht gut finden, glaube ich. Keine automatische Ordnungsfunktion. Und leer gefischt, die Hütte. So, okay. Jetzt kann ich da mal hier vorne auch mal ran. Wird das nicht hier überhaupt finish? Was ist denn, jetzt sind's alle abgetaucht? Ach so, weil es 18 Uhr ist? Oder was? Äh. So, noch ein paar Mon Calamari hier ranholen. Zap. Ah, die ist jetzt aber blöd. Die ist jetzt aber blöd. Ja, ein paar Sachen kannst du halt nicht anders irgendwie positionieren, ne? Die Angeln sind fest, der Motor ist fest, die Lampe ist fest. Hm. Okay. Na gut, fahren wir mal hier an dieses Dorf. Kann ich hier auch meine Fische verkaufen? Das will ich toll finden. Kleinstadt. Pendler. Du betrittst einherleuchtendes Geschäft. Es ist vollgestopft mit Antiquitäten. In den Regalen lagen Schmuckstücke und andere Tant. Ein alter Mann sieht dich über den Rand seiner Brille hinweg an. Hallo. Ist das... Nein. Ich habe uns wohl noch... Nee, wir haben uns wohl noch nicht kennengelernt. Verzeih mir. Meine Augen sind nicht mehr die besten. Ich habe mich auf Antiquitäten und Schmuck spezialisiert. Ich kaufe alle besonderen Schmuckstücke, die du mir bringst. Hast du vielleicht... Hast du heute vielleicht etwas Schönes für mich? Kannst du Fische haben? Nee. Ich habe keine Schmuckstücke. So, mein Lager? Wird es mein Lager? Mein Lager ist nichts. Okay. Ich würde nicht... Müssen wir wieder ablegen. Also, wir finden anscheinend auch Schmuck. Und Tant. So, jetzt muss ich erstmal ganz genau gucken. Hier nicht, dass ich hier irgendeine Klippe ramme. Ah! Da wollte ich doch schon gerade was an Bord springen bei mir. So, aber der Nebel ist dicht. Hallo! Wir kommen rein! Was ist denn da hinten überhaupt? Sieht etwas unheimlich aus. So, zack! Und angelegt. Auf zum Fischhändler! Oh, das hat sich doch mal gelohnt hier. 143. Schönes Ding. Der Bürgermeister geht schnerftig zu. Er scheint gut aufgelegt zu sein. Seine Schritte sind federnd. Na, es gibt gute Neuigkeiten. Auch dank deiner Bemühungen wächst Großmark weiter. Sicher werden bald unzählige Besucher in unsere Stadt kommen. Tatsächlich habe ich zugestimmt, dass die Schiffsbauerin ihre Werkstatt erweitern darf. Das alte Trocken-Dock ist wieder funktionsfähig. Ich habe auch ein wenig Geld investiert, um dir die Dienste des Fischhändlers zu verbessern. Er wird sicher bald auf dich zukommen. Arbeite auch weiterhin so gut. Wir sind froh, dass du hier bist. Und wir haben eine Trocken-Dock freigeschaltet. Das ist das Trocken-Dock. Hier können wir dein Boot ein paar prägnante Verbesserungen verpassen. Ich spreche von mehr Platz, mehr Befestigungspunkten für Ausrüstung und sogar ein besserer Rumpf. Das würde ich gut finden. Für dieses Projekt brauchen wir einen ordentlichen Vorrang an Material. Bauholz, Metallschrott, solche Sachen. Wo bekomme ich... Wie komme ich an Material? Beschaffe ich Materialen? Kannst du meinen Boot verbessern? Verstehe. Wo bekomme ich die? An der Küste findet man jede Menge gutes Material. Vor allem die Schiffswracks sind eine Goldgrube. Ich bin sicher, du findest einen Weg, etwas zu besorgen. Materialien für Verbesserungen werden hingelagert. Mach dir also keine Sorgen, wenn du erstmal nur die Hälfte hast. Zwei Angelplätze mehr, schön. Netzplätze, Motor und Scheinwerfer. Neuer Rumpf. Ah, geil. Das können wir alles nachher aufbauen. Ah, ich freue mich. Ah, ich freue mich. Das wird geil. Das wird geil, Leute. Uh. So, wie viel Kohle haben wir? Können wir schon mal neu kaufen? Für die Shoppinglaune. So, Highland 161. Der kostet 100. Der macht 10 Knoten. Wollen wir uns den leisten? Eine andere Angel kann ich noch nicht. Netz gibt es noch nicht. Eine andere Lampe kann ich auch noch nicht. Also, der Motor ist quasi, ist eigentlich Dütte. Der Motor ist es. So, doppelt so schnell. Naja, nicht doppelt so schnell, aber fast. So. Okay. Na dann. Ablügen. Naja, guck mal. Als Tuckern war doch schon ein bisschen schneller hier. Ich muss mich wirklich aufpassen. Ich bin nicht irgendwo hin zu ballern, ey. Aber die ollen Felsen, die Kliffe, die kommen so plötzlich. Sind sie da. Auch wenn vorher keine da waren. Das ist echt fies. So, warte mal. Hier vorne gehen wir mal ran. Was haben wir denn hier? Hier sind wir noch eine Zackenbarsche, ma? Jawoll. Ach, unterschöpft. Schade. Was ist denn jetzt hier, wenn ich hier in den Kanal riechen, Düssel? Was ist denn hier schön, nicht? Oh, was haben wir da? Äh, was ist denn mit dem Licht? Oh, ach, das war der Baum. Okay. Nein. So, holen wir uns natürlich jetzt noch ein paar schöne Ahle. Ah, schade. Und erschöpft. Er hat so ein bisschen, oh, warte mal, was ist hier? Kann ich hier was finden? Oh, ja, ich kann hier was finden. Alles, was von diesem Boot übrig ist, ist die morsche Hülle. Zieh den Gegenstand näher zu dir heran. Zieh hinein. Oh. Nein, ich bin voll. Schmuck. Die Schmeide. Und ein Forschungsteil. Oh, geil. So, aber was ist jetzt hier mit dem Brettern? Mit dem Brettern. Moment, Moment. Ich muss rum sortieren. Ich muss, ich muss neu sortieren. Leg das doch mal hin. Nein, kann ich das hier nicht hinlegen? Ich brauche drei Dinger dafür. Ach, schade. Schade, schade, schade. Naja, aber ich weiß, wo es ist. Ich weiß, wo es ist. Da holen wir uns nochmal. Das letzte Stück. Das letzte Bret. Gut, so sieht es aus. So, okay. Holen wir uns nochmal eine kleine Makrele raus. Okay. Und dann zurück. Können wir außen rumfahren bestimmt, ne? Oh Gott, da hinten werden es eine Inseln, ey. Die werden wir alle befahren. Richtig? Jetzt wird aber einen schönen Umweg hier fahren. Wie soll ich denn da rinspringen? So, was für eine Zeitverschwendung hier. Scheiße. Na, weg mal lieber. Weg mal anders hier fahren. Aber ja. Nur so lernt man. So, ich kann jetzt natürlich auch keine anderen Fische mehr aufnehmen, weil halt Frachtum ist voll. So, aber lasst uns hier Fisch verkaufen. Verkaufen, verkaufen. Verkaufen. So, ich wollte eine neue Schiffsserie mit dir diskutieren. Es geht dabei um Krabbenkörbe. Ich habe hier tatsächlich einen für dich. Er ist ein bisschen verbeult, aber du könntest ihn bei der Schiffsspauung reparieren lassen. Ach schön, ich soll dein Scheißes reparieren oder was? Ich bin voll, kann mich nehmen. Fertig. Du willst ihn bestimmt später abholen. Also, kommen wir zum Tagesgeschäft. Ich habe dieses Buch hier gefunden. Das könnte dir nützlich sein. Ein Buch. Ruten, Rollen und Leinen. In der Költe hinzugefügt. Okay. Ach, okay, die kann nichts. 100 Dinger. Einer kostet 100. Der Griffhändler. Der Fischhändler greift unter den Tresen und zieht ein feuchtes, zerflättetes Buch hervor. Auf dem Einwand kleben ein paar glänzende Fischschuppen. So, das verkaufen wir jetzt erstmal. Moment mal, jetzt muss ich mal, wo ist der Ene Korb, den er mir schenken wollte? Da ist er. Den nehmen wir mit. Fertigkeit freigeschaltet. Krabbenkorb. Bring den Krabbenkörper aus. Standort nicht verheißen. Sollte unkompliziert sein. Wirf das Ding auf sie einfach irgendwo aus. Und nach ein bis zwei Tagen siehst du nach, ob du was gefangen hast. Okay. Ich habe da einen Kunden, der möchte eine Winkerkrabbe und eine gemeine Strandkrabbe. Beide Arten findet man hier in der Gegend. Na, die hole ich dir doch. So, okay, warte mal. Trockendock. Vergiss nicht, du musst nicht alle Materialien auf einmal beschaffen. Du kannst alles, was du schon hast, vorläufig in Trockendock lagern. Genau das hatte ich jetzt vor. Aha, okay, alles klar. So, das wird ein Brett sein und das ist, was ist das? Metallschrott. Okay. So, hier können wir, wir haben jetzt noch in Forschungsteil, was wir weitermachen können. Wir könnten uns jetzt... Die Insel... Oh, fang nochmal, ozeanisch. Wenn ich jetzt auf ozeanisch gehe, muss ich dir eine Angelwehr rausnehmen, ne? Scheiße. Ja. Umweg erhöhen die Ortskenntnis. Das ist ja recht, Junge. Ah, das ist aber schwierig jetzt. Ich meine, mit ozeanisch fang größere Fische. Größere Fische bringen mir Kohle. So kann ich nur Flachwasser... Das ist auch blöd. Ich hole erstmal die. Und danach hole ich ozeanisch. So, die müsste ich jetzt... Kann ich die jetzt mir kaufen? Deine Ausrüstung könnte eine Wartung vertragen. Wir können das hier reparieren. Alles reparieren. Achso, der Fischkorb. Für 7,30 Euro. Okay, warte mal. Und ich will die Angel haben. Wah, 460 Dinger. Ich hab die doch gerade freigeschaltet. Ach, jetzt hast du zum Kauf einfach nur freigeschaltet. Das ist aber auch schön. Nö, das ist aber Schau. Das ist toll, Alter. Okay. Ja. Gut. Ähm, okay. Denn, warte mal. Krabbenkorb. Bring einen Krabbenkorb aus. Mit der Zeit, was soll ich füllen? Hier sind viele. Okay. Na dann. So, das lasse ich erstmal... Ich düse mal erstmal kurz darüber. Nicht, dass der Fisch mir schlecht wird. Und verkaufe mir erstmal den Schatz, den ich gefunden habe. Den Ring. Danach wird hier gefischt wie ein Weltmeister. So. Also wir sind jetzt hier natürlich so in so einem Anfangsgebiet. Ich glaube, hier ist jetzt tatsächlich erstmal Spinnen und Krabben töten. Wie es in so einem normalen Rollenspiel ist, bevor wir hier auf die richtigen Monster gehen. So, alle Spuckstücke, FK, 32,50. Nicht viel, aber immerhin. 200 Dinger haben wir. Also ich muss doch sagen, der kleine... Die Motor-Erweiterung macht sich schon ein bisschen bemerkbar. So. Holen wir mal ein paar Flundern. Ich glaube, ich müsste mir mal einfach mal sehr schnell klar werden, welcher Fisch richtig Kohle bringt und welcher nicht. Irgendwie, wenn mir nur einfach nur den Platz hier wegnimmt im Frachtraum. Er schöpft. So, Punkt 18 Uhr verändern sich halt auch die Fanggebiete, ne? Irgendwie dann sind die, die tagsüber da sind, weg. So, hier sind auch noch die Bretter. Die kriegen ich raus. Hier vorne tummelt sich noch was. Dann werden wir mal was rausholen. Hier, mal gucken. Vielleicht finden wir hier was. Nein. Und ich bin echt gespannt, wann das wirklich zum krassen Problem wird, dass wir nicht schlafen werden. Wäre mal echt interessant, ob wir das Spiel schaffen. Ob wir mal gucken, ob wir überhaupt schaffen. Und dennoch ohne zu schlafen. Das wäre echt... Das wäre schon krass. Das wäre schon krass. Okay. 84 Dinger. Na, das war jetzt nicht schlecht. So, 12,84 haben wir. Können wir uns aber immer noch nicht die Angel kaufen. Ich meine, nachts ist es natürlich halt extrem gefährlich. Wir können halt extrem schnell unser Schiff kaputt machen, was wieder Kohle kostet. immer schön vorsichtig um die Ecken. Oh Mann. Oh, ein anderes Schiff. Kann ich dich rufen? Oh, ist weg. Okay. Okay, das ist bloß ne Boje. So, ich würde gerne was fangen. Aber hier ist nischt. Kann ich nur wie so ein Idiot-Hupend hier rumfahren. Oh, was ist das hier? Wo ist das? Kann man denn da? Eine Felsplatte ragt aus dem Wasser und trägt primitive Symbole von gekrümmten Fischen. An ihrem Sockel ist eine große Form eingemeißelt. So, kann ich jetzt die Fische reinpacken oder was? Du kannst später... Ja, sieht so aus. Seid ihr diese Gründen-Fische? Die wir schon... Warte mal hier vorne. War das Anfangbereich dafür, oder? Oh. Oh, genug. Ah, jetzt bin ich wohl. Ich muss weg. Was ist denn jetzt los? Hallo? Wer das sind, diese Augen? Oh, hier vorne? Nee, das ist nur... Was ist das hier? Oh, ah, Mann. Ich brauch so ne Dredge. Oh, und jetzt kommen die Fels-Formation. Sau und Minions. Hopp. Heieiei. Das ist mir vorhin auch schon fast da in den... in den Frachtraum gesprungen. Das sind eh nicht viel, was da jetzt gerade kam. Haben es echt... Oh, hier vorne ist was. Das sind bestimmt die... Und das wird schon mehr Tag. Mann, die Zeit rennt ja aber auch doch. Oh, was ist denn das? Oh, was ist denn das? Artdaten der Enzyklopädie hinzugefügt. Was ist denn das? Moment. Ich muss prüfen. Enzyklopädie. Küstenähe. Ein Brut-Kalamar. Tentakeln sprießen aus einem leuchtenden Kern, der in einer galatartigen Sack ruht. Daneben liegen weitere schlafende Kerne. Mäh. Das ist eine Anomalie der... des normalen Keil-Kalamars. Schön. Schön. So, Mission. Was ist hier Mission? Zeige ihm den Fischhändler. Grotesker Fisch. Das mach halt gleich gerne. Okay, meine Strangkramme und... ne Wingerkrammer. Haben wir auch. Machen wir. Und raus. So, hier wollte ich noch ein bisschen was fischen. So, ich nehm mal so. Haben wir. Nein. So, was haben wir hier vorne? Oh, was ist denn bitte? Ui, 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 ui. Manta. Na, für uns mit mir hier keinen Platz, ne? Dann weg mal... Den weg mal verkaufen. Oh, der wird doch hoffentlich Geld bringen. Der wird ja Kohle bringen, hoffentlich. Vielleicht nehmen wir noch zu dem Makrel mit. Müssen ja nicht umsonst fahren. Ne? Ist ja nur Platz. So, schön, schön, schön. So, diese Leerstellen da... Die fällt mir ja nicht. Ich möchte eigentlich alles schön komplett ausnutzen vom Platz her. Ne, da kann ich's noch nicht. So, warte mal. Hier sprudelst du an unserem Krabbenkörbchen. Was ist hier los? Oh, Alter, was ist denn das für ein Vieh? Das ist schon mal eine Winkerkrabbe. Sehr schön, aber der... Die kostet jetzt gerade ein bisschen viel Platz. Dann muss ich erst mal hier kurz die Fische verkaufen. So, Fischhändler, was willst du heute? Du übergibst dem Fischhändler den grotesken Fisch. Er grinst, hält sich dem Fisch direkt vor's Gesicht, nimmt einen tiefen Atemzug. Oh, das ist genau die Art von Kreatur, die mir den Tag versüßt. Hm, ich frage mich. Er lässt seine Finger über den Fisch gleiten, als wollte er etwas ertasten. Er drückt auf eine Seite hinein und etwas zeichnet sich unter dem sich aufwürmenden Schuppen ab. Er schneidet den Fisch auf. Sein Magen zieht er in ein kleines Stückchen Stoff, was er auf den Tresen vor sich ausbreitet. Es ist ein zart gemustertes Taschentuch. Ja, klar. Natürlich. Also, so etwas ist mir noch nie untergekommen. Ich überlasse dir dieses Ding. Und den Fisch bezahle ich dir natürlich auch. Es ist nicht der erste entstellte Fisch, den ich hier sehe. Ich bin sicher, du findest bald noch mehr davon. Und ich würde dich gut dafür bezahlen. Okay, entstellte Fische bringen also mehr Geld. So, das ist ein schönes Taschentuch. Aus den Innereien des grotesken Fisches gezogen. Verziert mit Popo und Steckereien. Schön. Ein Mann blickt dich durch das Fenster deiner Kajüte an. Sein Gesicht liegt im Schatten. Ich weiß, was du dem Fischhändler gebracht hast. Und damit wir uns richtig verstehen. Ich weiß auch, was er dem Fisch aus dem Bauch gezogen hat. Ich muss mir das ansehen. Aber nicht dir. Triff mich auf der Schwarzfelseninsel. Verlasse dafür die Bucht und fahr dann Richtung Süden. Ich habe dir ein Angebot zu machen. Ich werde warten. Suspekt. Suspekt. Bürgermeister hat irgendwas. Genau, dich wollte ich hier sehen. Fährst du zufällig nach Osten? Richtung Kleinmarkt? Könntest du dem Dockarbeiter dort bitte dieses Paket zustellen? Warte mal, Kleinmarkt waren wir schon. Das ist das Nestding über, ne? Machen wir. Der Bürgermeister übergibt dir ein kleines, feuchtes, zusammengeschnürtes Paket. Es tropft ein wenig. Der Dockarbeiter wird dich bei der Lieferung bezahlen. Bitte beeil dich. Ich will nicht, dass es verdirbt. Vergiss nicht, deinen Kompass und deine Karte zu benutzen, falls du dich verirrst. Alles klar. Kein Ding. So, warte mal. Ich düse ich mal schnell da rüber. Und gebe das Paket ab. Aber was für ein Dockarbeiter. Das ist kein Dockarbeiter gewesen. Da war doch bloß der Händler. Und, ach so, eh eine Sache würde ich noch mal schauen. Oh, Kajüte. Es ist wirklich cool. Die Zeit geht wirklich nur weiter, sobald wir uns bewegen oder angeln. Rollen und Routen. Das habe ich noch nicht gelesen. Als aktives Buch auswählen. Zeit vertreibt zum Lesen. Aha. Okay. Liest er das jetzt? Ach, 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 okay. Ach, 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 okay. Groß mal Kleinmark. Und das könnte wahrscheinlich hier die Schwarzfelsinsel sein oder was? Wahrscheinlich sind die roten Kreuze unsere Questmarker. Kann ich hier irgendwo zurück, bitte? Mission. Ja, da trifft sich das ja Schwarzfelseninsel. Okay, dann wird das Bude wieder vorne sein. So, der Inselklippe, die wurde auch noch was dann zugefügt. Ach so, die Winkelkrabbe. Die haben wir aber noch nicht rausgeholt. Die ist aber noch im Körbchen. Weißt also, da drüben ist dann die Schwarzfelseninsel oder was? Geht ja, geht ja vom Abstand. So, hier hol ich mir auf jeden Fall noch mal einen Rauchen raus. Der bringt auf jeden Fall richtig Zaster. So. Müssen wir mal gucken, wo jetzt hier so ein Hafenarbeiter ist. Da ist er. Hm, ist das eine Lieferung? Mal sehen. Er reißt ein kleines Loch ins Papier und blinzelt hinein. Er scheint das Päckchen von deinem Blick abschirmen zu wollen. Ja, schön frisch. Nee, er eignet es nicht bestens. Wie soll ich jetzt wohl bezahlen, was? Er gibt ja ein wenig Geld. Ich habe diese alte Schwarte vor einer Woche gekommen. Können aber noch nichts anfangen. Die würde es sicher nicht mehr nützen. Nachhaltes Fischen. Er zieht ein zerknautschtes Buch aus seiner Gesäßtasche und reicht es dir. Einige der Seiten sind zerknickt. Du wohnst deine Gehüte auf. Vielleicht kannst du es auf See lesen. Komm gerne auch mal plaudern vorher. Hier, hierher. Ich weiß, wie einsam ich sein kann. Alles klar. Kann ich jetzt, äh... Ah, 4%. Okay, alles klar. Und danach könnt ihr das nächste Buch lesen. Ist ja nicht schlecht. Okay, also liest ich von alleine. Äh, können wir... Nee, beim Händler können wir nichts verkaufen. Und dann, äh... Machen wir es mal so. Wir holen uns hier mal schnell... ...nochmal ein Rochen. Und damit hat sich der durchaus gerochend. Da vorne noch mal Brette. Warte mal, ach, Mist. Die Haie kann ich noch nicht jagen, weil... Ich habe noch keine ozeanische Angel. So, hier auch noch ein paar Makrelen. So, da ja von euch alle immer so ein bisschen nach My Aquarium schreien, kommt das tatsächlich erstmal dem am nächsten. Okay. So, vielleicht haben wir jetzt noch Platz für die große Wingerkrabbe. Das wäre gut. Achso, hier hinten. Da müssen wir noch schnell umstapeln. Irgendwie. Irgendwie. So. Hudi. Dann auf zum Fischer. Also, zum Fischhändler. Wir sind ja der Fischer. So, Fischhändler. Hast du die Krabben für die Bestellung? Ja. Also, noch nicht ganz. Eine. Und noch eine kleine. Hm. Die habe ich noch nicht. Denk daran, dass deine Krabbenkörper ein bisschen beschädigt sind. Dann kann der Schiffsbauerin sie reparieren. Okay, die muss ich also relativ häufig reparieren. In Ordnung. Kommt und zurück. Ja, genau. Will nur alle Tast. Alles klar. Ich hoffe, die Möwen haben mir die Fang nicht geschnappt. Ah, so viel Kohle hat der Rauchen jetzt auch nicht gebracht. Okay. Auf zur Schwarzfelseninsel. Wird ja auch gerade Nacht. Also, Zeit aufs offene Meer zu fahren. Best Timing ever. Schön, wie es jetzt noch neblich wird. Wunderbar. Großartig. So, was ist das hier? Ah, Mann. Dredge. Wir haben auch hier eine Dredge. So, ist das jetzt hier die... Schwarzfelseninsel. Sehr schön. Alles klar. Verfallen ist Anwesen. Der Mann steht in der Tür und wartet auf dich. In einer Hand hält er ein altes Buch. Der Einwand ist popofarbend. Die Bänder sind silber. Du bist gekommen. Gut. Ich will mich vorstellen. Ich bin Sammler. Ich sammle viele Dinge. Kunst, Artefakte, Schätze und Wahrheiten. Und Kurioses. Das seltsame Begehrlichkeiten zu wecken mag. Und du hast das etwas, was mich interessiert. Du hast etwas, was mich interessiert. Du gibst das Taschentuch dem Sammler. Er hält es ins flackernde Licht und betrachtet es genau. Dieses Musters unverwechselbar. Selbst nach so langer Zeit noch. Dieses Taschentuch stammt vor einem alten Schiff. Nachdem ich gesucht habe. Es ist vor vielen Jahren gesunken. Es hatte bedeutende Dinge geladen. Sie zu bergen wird eine echte Herausforderung sein. Und hier kommst du ins Spiel. Mein Vorschlag lautet. Ich starte dein Schiff mit den nötigen Ausrüstungen aus, um die Wracks und die dunklen Tiefen durchsuchen zu können. Finde diese verlorenen Relikte für mich und ich werde dich überreich belohnen. Nice! Mission aktualisiert. Du musst das Fischen dafür nicht aufgeben. Du musstest mir dein Schiff nur für ein paar Stunden ausleihen, um alles nötig einzubauen. Was meinst du? Ja, eigentlich, was kannst du verlieren, außer ein bisschen Zeit? Ich akzeptiere. Eine hervorragende Entscheidung. Ich bereite die Ausrüstung soweit vor. Sofort. Wir suchen nach einem Ring, einer Halskette, einer Uhr, einer Musiktruhe und einem Schlüssel. Ring, Halskette, Uhr, Musiktruhe und Schlüssel. Ich würde dir empfehlen, dich in den Städten umzuhören und nach Schiffwracks und ungewöhnlichen Vorkommens zu fragen. Du solltest jede Spur nachgehen. Komm zurück, sobald du etwas hast. Okay. Dann hier eine Werkstatt. Die Werkstatt sieht aus, als wäre sie schon seit Jahrzehnten nicht mehr benutzt worden. Geh hinein. Du trittst ein. Es dauert einen Moment, bis deine Augen sich an die Dunkelheit gewöhnt haben. Was möchtest du hier tun? Gegenstände nehmen. Im Gerümpel entdeckst du eine furchteinflößende Gerätschaften. Was ist das hier? Arterieller Motor. Aha. Die knochigen Blätter dieser grotesksten Motors wären von einem pulsierenden Herzen angetrieben, dessen Rhythmus sich dem Deinen angleicht. Okay. So, ins Lager gepackt. Und was steht hier? Zeichen des Untergangs. In diesem kleinen Tadesmann wurde ein Symbol der Tiefe eingraviert. Dem aufmerksamen Auge wird es nicht entgehen. Ah. Okay, das kann ich bei Angeln. Das kann ich bei Angeln einsetzen. Bringt mir das jetzt was? So, okay. Wir haben alles genommen. Okay. Cool. So, kurz mal tabben. So, Kajüte. 40% schon. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Such mal nach Erlikten. Ah, kurz mal hier mal einen Schluck hier aus der Pudel nehmen. Ringe hattest du doch, oder? Ja, ich glaube, das ist aber nur ein normaler Schatzring irgendwie. Also er sucht ja nach den Relikten. Und wenn die so aussehen wie das Taschentuch, dann leuchten die anscheinend violett. Also sind die so violett hinterlegt. Das andere war ja einfach nur grau hinterlegt. So, tatsächlich ist der Leuchtturm echt ne Oh, schakalacke, Alter. Kann ich nicht Oh, was ist das? Oh, Felsen. So, hier haben wir noch ein bisschen Kleinstadt. Was ist jetzt hier? Hier weht der Wind übers offene Meer. So, was schwimmt hier vorne rum? Wo ist das? Zack, ein Barsch. Also wir kommen natürlich nicht drum rum erstmal zu angeln wie die Wilden. Irgendwie, weil wir sind ja auch Fischer. Ist ja eigentlich nicht unser Beruf. Aber wir brauchen erstmal Hey, hey, hey. Und irgendwas schaltet hier immer die Lampe aus. Das mag ich nicht. So, und natürlich brauchen wir auch erstmal Kohle. Wir brauchen en masse Kohle. Für alles eigentlich. So, noch ein paar Kalamaris. Zack. So kann ich denn irgendwie eigentlich beeinflussen und mir so eine Mutter... Ja. Hakenkalamari, Alter. Tastende Zungen winden sich wild um vergilbtiefe eine Zahnreihe. Boah, wie geht, Alter. Die oberste Zahnreihe ist nahezu menschenähnlich. Ist ja toll, Alter. Kann ich irgendwie beeinflussen, äh, wie, wie die fangen kann? Also, mit bestimmten Ködern oder zur bestimmten Uhrzeit? Wie, 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 wann fangen die? So, noch ein paar Makrelen. Äh, bringt Platz hier. So. So, und schon bin ich wieder voll. Ey, ich muss... Ich brauche einen größeren Frachtraum. Ich brauche eine bessere Lampe. Ich brauche einen besseren Motor. Ich brauche eine bessere Angel. Angel. Mann. Wie viel Cola habe ich jetzt eigentlich? Könnt ihr denken, äh, ich zu jeder Uhrzeit auftauche. Manchmal leuchten die Angelstellen so rosalich. Okay. Hm. Oh, vorne hat sich unser Korb nochmal gefüllt. Vielleicht finden wir jetzt hier noch eine kleine Krabbe drin. Das wäre cool. Ja! Hurra! Neh, meine Strandkrabbe. Perfekt. Sehr gut. Körbchen lasse ich noch drin. Und wir können erstmal die Bestellung beim Fischernlern. Ab ihm. Fischer, du bist auf deinen Reisen zufällig einer Fotografin begegnet? Sie hat hier für ein paar Tage angelegt, um sich mit Vorrednern zu decken. Ich schlug dir vor, ein paar Bilder von der Stadt zu machen. Zu Werbezwecken. Aber, äh, sie schien nicht interessiert zu sein. Sie sagte, sie wolle Richtung Süden segeln. Vielleicht solltest du dich mit ihr bekannt machen. Okay, Fotografin. Ui, 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 ui. Was willst du? Weißt du etwas über das Schiffswrack in der Gegend? Weißt du von den seltsamen Vorfällen? Wer lebt aus der Schwarzfelseninsel? Dann fragen wir mal erstmal nach den Schiffswracks. Sie beäugt dich misstrauisch. Es gibt da diese Stelle auf der Rückseite von Großmark. Die Strömung spielt viele Wracks dorthin. An manchen Mächten sieht man unnatürliches Leuchten, das von den Tiefen des Wassers zu kommen scheint. Ich kann mir kaum vorstellen, was dort unten sein mag. Wenn du also das suchst, was ich glaube, dann wäre es besser, du würdest umkehren. Ja, weißt du was von den seltsamen Vorfällen? Ich sehe von der Spitze des Leuchtturms aus jede Menge merkwürdiger Dinge. Manchmal frage ich mich, ob ich meinen eigenen Augen noch trauen kann. Sie hält die Laterne hoch und leuchtet dir direkt ins Gesicht. Bist das wirklich du, der hier vor mir steht? Oder ist das wieder nur ein Trick des Nebels? Okay, wer lebt auf der Schwarzfelseninsel? Ich sehe von hier oben aus eine Menge. Ich sah dieses unglückselige Boot zurückkehren und ich habe weggesehen. Ich sah durch diese Fenster ein wieder natürliches flackern. Was immer du planst, ich hoffe du weißt, was du tust. Ich sollte gehen. Tschüss, folgte Frau. Architektin. Du gehst auf eine Frau zu, die schweigend am Dock sitzt und ins Wasser Start. Sie wendet sich dir zu. Wie ist das dort draußen? Raus. Ich will nicht darüber sprechen. Es ist friedlich. Doch, für mich ist sie friedlich. Auf jeden Fall besser als hier in dieser verdammten Stadt. Ich muss mal hier raus. Vielleicht komme ich dann nicht zurück. Zeug zu blöcken ist ein Fehler, oder? Man muss immer nach vorne schauen. Weiter gehen. So übel ist es hier nicht. Ich will nicht weiter gehen. Ich kann nicht zurück. So übel ist es hier nicht. Sie blickt wieder gedanken verloren hinaus aufs Meer. Sag mal, wenn du ein paar Materialien auftreiben könntest, würdest du mir helfen umzuziehen? Ich meine richtig umziehen. Es gibt eine Insel, von der ich gehört habe. Stahlspitz liegt nördlich von hier. Zwei einhalten Holz und zwei einhalten Metallschrott. Das ist alles, was ich brauche. Ich könnte mir dort draußen ein neues Heim bauen. Du dürftest mich auch besuchen. Wenn du das findest, dann bringen die Sachen einfach nach Stahlspitz. Ich bezahle, wenn der Job erledigt ist. Okay. Hashtag macht's absolut richtig. So, warte mal, Fischhänder. Ja, ich habe die Krabbe. Denk heran, wenn eine Krabbe körper, ja, weiß ich. Okay. Der Fischhänder wicklert die Krabbe ein und gibt dir ein wenig Geld. 59 Tacken. Das sollte reichen. Schön, dass du mit dem alten Korb was anfangen konntest. Du kannst dir noch mehr davon kaufen. Ich habe eine letzte Bitte. Wie du gesehen hast, können einige Fischarten hier seltsame Deformationen ausbilden. Was denkst du, was mit dem Menschen geschieht, der das Fleisch dieser Fische verzehrt? Ja, man wird krank, alter. Also, ich würde es nicht machen. Aber ich will sicher sein. Bring mir einen mutierten Fisch. Irgendeinen. Aber das muss unter uns bleiben. Was? Ich das? Könntest du einen dieser Mutanten fangen? Ja, hab ich so. Vergiss nicht, jeder dieser normalen Fische ist geeignet. Ich glaube, sie sind letztendlich alle gleich. Der Fischhänder nimmt den mutierten Fisch von dir entgegen, presst ihn gegen die Brust und drückt das schleimige Ding fest zusammen. Ja, das sollte sich gut eignen. Hier, dein Lohn. Und warum nimmst du den nicht auch gleich? Für mich sind sie ohne Nutzen. Yeah! Hörst du das? Das klingt wie ein leises Gewisper. Du lauscht. Stille. In der Stille des Raums beginnt die Hand des Fischhänders zu zittern. Sein Gesicht verzerrt sich für Angst. Bitte, verkaufe was nötig ist und dann geh. Ich muss mich um diese Kreatur kümmern. Schnell jetzt! Ja, na dann schnell verkaufen. Und dann Schlesikowski. Die Tür des Fischhänders knallt hinter dir zu. Du hörst wie eine große Metallregel vorgeschoben wird. What? Die Tür des Fischhänders von Infra regelt. Nein, ist der jetzt zu? Oh nö! So, aber warte mal. Lass wir erstmal ozeanisch kaufen. Ozeanisch. Sehr schön. Die haben wir. Ist das vulkanisch und flach Wasser? Mangroven Küsten Nähe. Ach du Scheiße. Oh, die hat alles. So, was haben wir? Motoren. Verbesserte Außenmotor. 15 Knoten. Körbe. Oh, wir können noch bessere Körbe bauen. Aber Motor ist eigentlich ganz geil. So, verbesserte Außenborder. So, was sagt die Schissbauerin? Wenn du ein bisschen mehr auf deine Motoren herausholen willst, dann liest das hier. Geht aufs Haus. Korrekte Motorenbedienung. Mehr Köte hinzugefügt. Schön. 410 Dinger, Alter, ey. Was ist denn? Wir haben 800. Wir können uns beide zusammen nicht kaufen. Hm. Ach, schusss. Wenn ich jetzt nur das Ding kaufe. Na, warte mal. Okay, wir machen es mal so. Ich hole das. Dann gehe ich hier vorne auf Haijagd. Auf alles vorbereitet. Ähm. Kann ich hier jetzt verkaufen? Ich heb es nochmal erstmal auf. Dann hole ich mir den Hai. Hoffentlich. Und dann hole ich mir die Angel. so der Plan. Mal gucken, ob es funktioniert. Ah. So, ablegen. So, nach vorne. Ich bin gespannt, wenn es so ein Hai bringt. So. Jawohl. Okay. Machen wir mal so. Oh, scheiße. Das erschöpft. Weil mir vorne war auch noch einer. Dann peilen wir den mal schnell an. Und mit viel Glück können wir uns die neue Angel jetzt noch zusätzlich kaufen und können dann wieder in Flachwasser und in Küstennähe fischen. Also wir hätten also keinen Verlust, außer dass wir jetzt noch ozeanisch zusätzlich fischen können. Durch die Seilwinde. So, schnell die Hände machen, bevor es 18 Minuten ist. Yes. Okay, Merde würde wahrscheinlich jetzt nicht gehen. Doch unten kriegen wir ihn hin, Ja, unten kriegen wir ihn hin, aber ist sowieso abgeangelt hier. Naja, egal. Okay. Okay, let's go. Schnee bei dir mit. Oh, nee, ich habe noch nicht das andere Buch. Danke für den Tipp, Herr Hörer. So, lesen wir mal das. Seid ihr das durchgelesen? Routen, Rollen und Leinen haben wir gelesen. Okay, als nächstes korrekte Motorenbedienung. Hilft uns das tatsächlich, dass unsere Sachen weniger werden? Oder das war die, dass die nicht so schnell kaputt sind? Nein, ich kann den Fisch ja nicht verkaufen. Ich kann den Fisch ja nicht verkaufen, der Typ ist ja nicht da. Ja, das ist aber schön. Wo ist denn jetzt hier noch ein Fischhändler? Das ist ja nicht so gut. Oh, warte, was ist denn da vorne? Leuchtet denn da? Ist in der Falle? Das ist Trap. Wo kann ich denn jetzt meinen Fisch verkaufen? das ist schon wieder so ein mutierter Vieh. Nur weil der Typ sich jetzt mutierte Fischereien verhäuft, hat er jetzt dazu gemacht, oder was? So, was ist denn da vorne? Füße ich da mal hin. Nehmen wir noch die Bretter, kann ich nichts mit machen. Ach, das ist ein, das ist ein, das ist ein Kreuz. Nein. Kajüte. Eine Nachricht. Wir hatten in den seichten Gewässern hinter Großmark gestern einen kleinen Unfall. Wie aus dem Nichts tauchte plötzlich ein Felsen vor uns auf, das kenne ich. Und das Boot rammte ihn. Der Rumpf wurde nicht durchschlagen, aber wir wurden ordentlich durchgeschüttelt und ein paar Sachen gingen über Bord. Wir haben nicht gesehen, was es war, aber wir glauben, es war nichts Wichtiges. Er brütete später noch über diesen, über den Notizen zur Umbenennungszeremonie. Er fürchtete, er könnte dabei etwas falsch gemacht haben. Ich wusste gar nicht, dass er so abergläubisch ist. Ja, das ist bestimmt, weil du noch das ehene Ding aufgeroben hast. Deswegen ist es bestimmt schief gelaufen. Warte mal. Und hier ist anscheinend, hier ist das gesunken, oder was? Können wir, machen wir da mal hin, oder was? So, warte mal. Warte mal mit. Okay, also auf nach Westen. Go West! Ja, Fischen, das kann ich mir jetzt alle sparen hier, weil ich kann den Fisch nicht verkaufen. Ich bin dann einfach nur voll, das ist blöd. Ich zeig hier zwei Haie an Bord, dann kann ich den verkaufen. Das ist doch nicht wahr. Mann, oh. Ein Boot! Ein weiteres Boot! Wo ist sie? Was war das? Nein, das ist so ein Anglerfisch. Das ist so ein Anglerfisch. Ah! Ah! Nein, stell weg! Ah! Kommt der hier rein in die Bucht? Ja! Oh nein! Lass mich! Alter! Etwas schlüpft in den Frachtraum. Oh, na klar, schön, den Hai an, na wunderbar. Toll. Alter, das Vieh hat ein Boot imitiert, damit wir da ranfahren. Oh, nee! Oh, was ist das? Tüte! Ja, schön. Großartig. Ganz, schau. So, Forschungsteller haben wir keine. Kann man am Trockendock noch irgendwann, vergiss nicht, du musst nicht, ja, okay, alles klar, weiß ich, danke. Wir haben auch nichts. Ah, der ist so verdorben. Warum ist der verdorben? Ab wann verderben die Fische? Weißt du, deiner? Ja, toll, ey. Dann kann ich ihn rausschmeißen. Kann ich, achso, warte mal, kann ich denn eigentlich, ähm, nee, nee, kann ich den ins Lager packen bei mir? Bleibt der im Lager frisch? Habe ich so ein Eislager? Vielleicht? Hm? Dann erst mal ins Lager damit. Okay. So, wo ist denn diese komische Steilspitzinsel? Wahrscheinlich hier, nördlich, hat sie gesagt. Aber ich würde erst mal hier zu dem Schatz mal hindüsen, holen. Also da, wo das Schiff gekentert ist. Okay, ab 6 Uhr, das ist halt wirklich immer 12 Stunden, ne? Von 6 bis 6. und dann, wo ist denn da vorne so rot? Was ist denn das? So, warte. Oh, 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 guck mal. Relikte gefunden. Oh, wir haben Relikte gefunden. Ach so, der Typ hat uns jetzt eine Dredge eingebaut vorhin. Auf der Schwarzfelseninsel. Ah, okay, okay, okay. Muss man ruhig erst mal wissen. Hat er ja nicht gesagt. Susan, grüß dich, hi. Schön, dass du da bist. Na, dann würde ich mal kurz hier vorne zur Schwarzkopfinsel düsen. Warte mal, hier kann ich immer noch, warum kann ich das jetzt nicht machen? Wieso, wieso geht das nicht? Flachwasser. Ach, ja, weil ich die Angi rausgenommen habe. Ja klar, kann ja nicht in Flachwasser. Okay, dann erst mal zur Insel und er wollte einen Schlüssel haben. Das sieht man aus wie ein Schlüssel. Jetzt können wir natürlich auch die anderen Teile holen für die Architekten. Und das sah ja so aus wie Bretter, irgendwie. Der Haufen da in der Bucht. Ich frage es nur, wo kriegt Metallteile her? Ja. So, jetzt mal gucken, ob er den Schlüssel haben will. So, und verfallen ist Anwesen. Du betrittst das Haus des Sammlers. Es steht im hinteren Teil des Zimmers. Und er hält immer noch das überpupende Buch in den Händen. Er wirkt ungeduldig. Nun, du hast doch was für mich, oder? Zeig es mir. Mission erfüllt. Du gibst ihn den Schlüssel. Das kalte Metall hat in seinen Händen einen seltsamen Glanz. Die Form des Schlüssels, der Bart, der Kopf sehen irgendwie verändert aus. Irgendwie kleiner. War das schon immer so? Ist das alles? Wo ist das Schloss? Der Sammler wirkt unruhig. Die Teile, nach denen wir gesucht haben, sind wohl weiter fortgetragen worden als angenommen. Sehr viel weiter. In diesem Fall würde ich dir gerne helfen. Er blättert ein paar Seiten in seinem Buch um und murmelt vor sich hin. Ein Lichtblitz blendet dich und du gerätst kurz ins Taumeln. Fertigkeit freigeschaltet. Eile. enorme Geschwindigkeit. Die einen Preis hat. Geh nun. Du musst noch mehr Relikte finden. Mein Gefühl sagt mir, dass die Strömung Wrackteile Richtung Südosten getragen haben könnte. Zu den Sturmklippen. Sieh dort zuerst nach. Und markiert eine Stelle auf deiner Karte, wo du mit der Suche beginnen kannst. Noch etwas. Die Worte, die du mir vorgelesen hast. Was haben sie mit mir gemacht? Wie lange lebst du schon hier? Weißt du, wem die Relikte gehören? Wo soll ich nach Relikten suchen? Das Buch birgt die Macht der Tiefe in sich. Ich habe seine Kräfte lediglich auf dich erweitert. Gibt es eine Kraft, die dich besonders interessiert? Ja, Eile. Was du gerade gemacht hast. Die Eileform ist gerausam und wirkt instantant. Instantant. Was ist instantant? Instantant. Ja, dann merkt man erstmal, wie er im geschreckten Wortschatz ist. Sie verleiht dein Boot schreckliche Geschwindigkeit. Sei jedoch gewarnt. Deine Motoren werden dabei extrem Belastung ausgesetzt. Gibt es noch andere Kräfte, über die du gerne erfahren würdest? Ne, hab ich nicht. Also scheinbar jedes Mal, wenn wir ein Relikt abgehen, kriegen wir eine Kraft von ihm oder was? Wie lange lebst du schon hier? Vor langer Zeit war ich ein Fischer, so wie mein Vater vor mir. Aber vor 20 Jahren ließ ich mich hier nieder. Ich musste mich auf andere Projekte konzentrieren. Ich bemerkte, dass diese Insel eine besondere Kraft inne wohnt. Diese dunkle Basaltsäulen, die sich weit in die Tiefe strecken. Noch etwas. Weißt du, wem ihr Relikt gehört? Ja. Tolle Antwort. Er sieht dich an. Für einen Moment flackert so etwas wie Bedauern an seinen Augen auf. Einem alten Freund. Noch etwas. Ja, wo soll ich suchen? Das haben wir glaube ich schon. Mein Gefühl sagt mir, dass die Strömhoffraktelle nach Südosten getragen haben könnte. Zu den Sturmklippen. Sieht doch zuerst nach. Ich habe schon eine Stelle auf deiner Karte markiert, wo du mit der Suche übergehen kannst. Noch etwas. Äh, nein, brech jetzt auf. So, wir haben also Spitzengeschwindigkeit. Überdimensionale Geschwindigkeit. Überdimensionale Geschwindigkeit. So. Wo in Wien? Hier. Oh yeah. Ah, aber okay, okay, okay. Ich muss tatsächlich ein bisschen Obacht geben. Motor überhitzt. Oh, was hier? Ach du Schande. Ach du Schande. So, warte mal. Hier vorne. Da vorne ist glaube ich. Ist das hier Stahlspitz? Steht doch nicht da, ne? Ich würde mal erstmal vielleicht probieren. Hier vorne war ja noch so ein Haufen mit Kladatsch irgendwie. Vielleicht können wir hier erstmal was aus dem Wasser holen mit der Dredge. Fische kann ich jetzt erstmal alle komplett sein lassen. Das ist... Das ist... Was ist denn los? Wo ist das vor Neues? Hallo? Äh... Okay. Also klar. Also beim Dredgen müssen wir anscheinend wie so ein Klemini-Spiel machen. Ah, ach schön. Ich dachte hier kriegt Bretter. Aber hier kriegt anscheinend so eine... So eine Motorenteile. So eine Forschungsteile. Cool. Oder auch... Bretter. Das war's. Ein Brett. Yay. So, die korrekte Motorenbedienung haben wir durchgelesen. Dann wird's natürlich Zeit für den nächsten Kracher. Nachhaltiges Fischen. Ich fand das schon den ersten Band total toll. Mal schauen wie der zweite ist. So, auf nach... Tafelspitz. Huh. Oh ne, das ist ein Brot schon wieder. Huh. Das ist so mies, ey. Echt so ein Anglerfisch, ey. Fiese Kiste. Fiese Kiste. Aber cool gemacht. Cool gemacht. Weil wie gesagt... Nein! Ich muss weg. Oh Gott. Er ist ja super schnell. Oh, jetzt ist ja nicht alles. Oh, hier kann ich schön dredgen. Oh. Ist er da? Ne, er ist wieder weg. Hurra. Okay, dann lass mich mal hier... Was ist das hier? Oh, warte mal, das sieht so ja nach Metallteilen aus Okay, weiter Juhu Haben wir noch ins, ja auch können wir So, die wollte zwei Bretter und zwei Metallteile, ne Wenn ich mich recht entsinne, die gute Architekten Für ihr super Sommerhaus Jetzt wäre auch mal die Frage So, was ist das hier vorne? Oh, ein Schatz Das ist ja geil Warum wird alle zu rot um mich rum? Ein Kelch Schade, der nimmt natürlich Der nimmt aber blöde Platz weg Okay, gut, dann muss ich jetzt erstmal Ah, hier vorne sind die Bretter Also, ich hab wirklich ganz schön mit Wahnsinn zu tun Wie mir das Auge da oben sagt So Sind wir jetzt da? Ist das Stahlspitz? Ja, sehr schön Hier muss der Materialhaufen Sehr gut Okay Dies ist die Insel Auf die du die Materialien für die Architekten liefern sollst Alles klar Okay Gut, dann hol ich hier vorne jetzt noch das ehene Stück Holz einfach Und dann Ist ja die Hütte eigentlich fertig Für Madame Architektin Das ist echt so hammergeil Ja, so schön, dass ich Forschungsteile kriege Find ich geil So Das Heckenbrett Können wir auch ein bisschen weitermachen Sehr schön Und erschöpft leider Wollen wir mal hier vorne Muss man Metallteile mitnehmen? Ja, ne? Nehmen wir uns noch ein paar Metallteile mit Was wir haben, haben So Sehr schön Ist sowieso leer Perfekt Passt Ab dafür Ja, was ist das jetzt hier? Was ist das? Oh, oh Ein bisschen schneller Ola, ola Okay Jetzt muss man jetzt schon auf Zack sein Ballenstoff Okay Das ist irgendwie ungünstig Alles Schnee gut positioniert hier Aber ich kann doch nichts anderes machen Ich hab so einen blöden kleinen Frachtraum Ich muss erst erweitern Ich muss erst erweitern So Materialhaufen Abgeben, bitte Und Zack Zack Du hast alle nötigen Materialien geliefert Du solltest die Architektin informieren Ach, die ist ja nicht hier Die ist ja noch drüben in Großmark Okay Gut, na dann Warte mal Wenn wir jetzt das noch haben Nehmen wir uns jetzt hier in unsere Stoffrolle mit Ist ja noch Platz da Und wenn jetzt zurück Na Großmark Und es ist erschöpft So Wird doch langsam wieder dunkel Oh, da muss ich hin Fast in die falsche Richtung Wir fahren hier Ich würde mal gerne wissen Was das für einen Preis hat Irgendwie Also weil Ich seht's mal Okay Wir überhitzen den Motor Oh nein Mann Ähm Aber was ich Irritierender finde Ist, dass der Dass der Rand rot wird Was eigentlich Ein viel schlimmere Zeichen ist Das war für Wahnsinn Oh, wir haben nachhaltet Fischen gelesen Und Damit haben wir erstmal Alle Bücher gelesen Schade Wir haben kein weiteres Buch zu lesen So Und der Junge hat geschrieben Es ist Passiver Buff Der hinzugefügt wird Vielen Dank dafür Sehr schön So Könnte jetzt aber auch Alle als Alle Ah, okay Gut Die Leuchtturmwärterin Will jetzt erst mit uns reden Die Leuchtturmwärterin Kommt Aus dem dunklen Wald Wo die Stapfen gibt Sie kommt auf die Docks Und sie sieht irgendwie Verwirrt aus Tja, wen hattest du erwartet Deine Motoren Klingen wie Es tut mir leid Ich habe dein Boot Mit dem Meines alten Freundes Verwechselt Niedergeschlagen Drägt sie sich um Und geht zum Leuchtturm zurück Oh, es tut mir ein bisschen leid So, warte mal Bevor ich hier weiterhebe Mit der Architektin Jetzt habe ich zwei Forschungsteile Lieferieren kann 26,3 Das ist natürlich Aber ich habe auch keine Kohle Was machen wir nicht vor Irgendwie Ich habe keine Kohle Ich habe gar keine Kohle 36,8 Okay Warte mal Der nimmt drei Plätze ein Der nimmt vier Plätze ein Ja, der ist halt schneller Ne? So was heute Nehmen wir den So, okay Zurück Ist jetzt der Fischländer wieder da? Ach, er ist wieder da Na, gute Nacht Ach, ich habe schreckliche Kopfschmerzen Warst du gestern hier? Ja, war ich Mit Top Beute, Alter Und du warst nicht da Kann mich nicht erinnern Was kann ich für dich tun? Na, jetzt gar nichts Danke, Alter Aber er ist erstmal wieder da Das ist ja schon mal ganz gut Trockenblock Ja, ich weiß Ich kann die Sachen Auch einfach erstmal hier lassen Okay, gut Hier können wir jetzt erstmal Das hinlegen Das hinlegen Für 100 Eine Verbesserung für 100 Modifiziert Zwei Frachtplätze Ja, geil Dann halt zwei Plätze mehr Sehr cool So, warte mal Was haben wir noch? Ja, nie, zurück Angelplätze wären ganz geil So, dann Okay, hier brauchen wir auch den Stoff Dann packe ich dich mal ins Lager Was denn bitte? Ah, nee Ach Gott Da war noch der mutierte Fisch drin Und der ist jetzt zu totaler Fäulnis geworden Ist Fäulnis etwas, was ich brauche? Oder kann ich's wegschmeißen? Weil so, sag mal Ich muss jetzt natürlich hier Kein Gammel Scheiß aufheben, ne? So, okay So, okay Der Architekt Du hast es geschafft Nun, dann sollte ich wohl keine Zeit verlieren Es muss weitergehen Okay, cool Ach, das ist ja cool Alles klar, ne? Wir brauchen natürlich noch Platz für Architekten Aber Ich lege mal hin So Lebe wohl, Großmark Ich verlasse dich Ja, aber wir müssen erstmal zu klein, Mark Weil wir haben ja hier noch Einen schönen Kelch gefunden Ich könnte jetzt natürlich nochmal probieren Ein paar Haie zu finden Das wäre eine geile Kiste Irgendwie Wenn ich jetzt wieder Haie verkaufen könnte Aber ich zeige die Architekten an Bord Ah, die liegt so viel Nein, die nimmt so viel Platz weg So Oh, hoppala Verkaufe 35 Itakten Naja, immerhin So Müssen wir mal eine Etage tieferlegen Wir kommen Du hast ja Ja, ich habe was Interessantes gefunden Oh, warte mal Trauernder Vater Wo are you? Hallo Alles in Ordnung? Weißt du etwas über die Schiffsdruck in der Gegend? Nun Als mein einziger Sohn Ist vor einigen Jahren auf See umgekommen Er Er ist immer noch irgendwo da draußen In einem dieser Wracks Ganz allein Im eisigen Wasser Der Mann ringt sichtlich um Fassung Doch sein ganzer Körper bebt vor Komma Ich habe mich gefragt Mir ist aufgefallen, dass du an Bord deines Bootes eine Dredging-Ausrüstung hast Wenn du vielleicht einige seiner persönlichen Sachen bergen könntest Mit einem Andenken an ihn könnte ich vielleicht wohl leichter Frieden wenden Er trug eine Bronze-Gürteschnalle mit einer speziellen Gravur Ich würde es wohl überall erkennen Wenn du die für mich findest Stimm mich tief in deiner Schuld Kann ich dir sonst noch mit irgendetwas helfen? Na, was weißt du über die seltsamen Vorfälle? Ich gehe kaum mehr vor die Tür Ich bekomme also nie viel mit Aber ich kann mich noch in die letzten Tage des alten Bürgermeisters erinnern Kein schöner Anblick Rüttel rum War Saffen und's mehr Wirf es zurück Schwer wieder und wieder Flehte jeden an Heulte es in den Wind Heute kann ich ihn beinahe verstehen Kann ich dir sonst noch mit irgendetwas helfen? Ich sollte besser kriegen Ähm, okay Einmal ablegen, bitte So, hier vorne waren auch noch mal Bretter oder irgendwas, wa? Äh, hier, jawoll Wenn wir Glück haben, ist da hier ein Forschungsteil dabei Es ist ein Bratt Brattpitt Es ist ein anderer Brattpitt Und das war's dann auch So, schauen wir kurz Ob ich jetzt hier vorne ein Hai finde Äh, oh ja, 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 ja Das war ja hart Oh, noch Special Okay, warte mal Ich schau mal kurz Wie kann ich den jetzt positionieren Dass ich eventuell Das Brett noch mitnehmen kann Das ist alles, das ist alles irgendwie morx Tja, dann muss ich leider jetzt hier die Architekte noch schmeißen Tut mir leid, das geht nicht anders Probieren wir mal so Ah, nein, schade Tja, geht leider nicht Geht leider nicht Muss ein, einmal Brett hier lassen Schade, aber so ist es Könnte jetzt natürlich auch die Architektin hier vorne auf den Felsen setzen Soll ich mal die so haben Ne In der Nacht Bisschen Wasser Ist ja auch schon 5. Uhr Ist doch schon hell Verändert sich eigentlich die Stadt Nachdem wir hier Onmaskuleren pumpen Countkommando Was ist denn da los? Grüßt euch Na? Der Bürgermeister taucht vor dir auf den Docks auf Sein Gesicht verschwimmt vor deinen Augen Seine Worte gehen im Rauschen der Brandung unter Geht erst Gut Meistalten Nebel Ausruhen Vorsicht Alle Träume Du stolperst dann nicht vorbei in die Stadt Frischhändler Jetzt 116 Dinger für den Hai Das ist natürlich geil Das ist natürlich da Jitiko Das ist Das ist doch mein Preis Auf Zur Schiffsbauerin Und her mit der Angel Nein Kann doch nicht genug Ach verdammte Axt ey So ein Shit Gruß Gruß ist aber auch schön Begrüßung So na gut Okay Dann werfen wir jetzt erstmal die Architekten dann drüben ab Die nimmt mir hier auch 6 Plätze weg an Bord So Das ist ja hier kein Kreuzfahrtschiff Was ist denn das? Was ist denn das? Ich muss weg Schweineart Es ist direkt hinter mir, oder? Ja Okay Das ist bestimmt Weil ich langsam wahnsinnig werde Ja Macht das eigentlich Macht das eigentlich auch Schaden Wenn ich hier vor Ort Oh Vor Ankerliege Oh Schweineart Alter Mein lieber Herr Die Sanktfein Ja ja Das sollte genügen Ich danke dir Gib mir ein bisschen Zeit Bis ich hier alles aufgebaut habe Dann bist du jederzeit willkommen Sie greift in ihre Werkzeugkiste Und holt eine Handvoll Teiler heraus Nimm die hier Yay Dankeschön Dankeschön Oh Ich kann mich ja nicht lesen Egal Yes So Bei Motoren Hurra Okay Wir können Forschung abschlossen Der Zwillingspropellormotor Ist jetzt Im Handel erhältlich Werden die wissen Wie teuer der ist So Bei der Angel Also die ist natürlich Oh Gott Die ist natürlich Total geil hier Aber für die Müsste ich glaube ich Erstmal die Behen freischalten Um die zu bekommen Na gut What else Okay Magrofen Küsten hier Vulkanisch Flachwasser Ist eigentlich Ich dachte Irgendwie Die kann er ja alle Das ist eigentlich Die die wir haben wollen Dann nehmen wir die Behen Hier Und dann machen wir das So Okay Äh Was ist denn jetzt Hier die Mission What is Darmischen Ich finde die Gürtelschnalle In der Nähe von Kleinmark Okay Alles klar Dann sind die Vögel Wieso hören die sich so komisch an So Okay In der Nähe von Kleinmark Liegt ein Schiff auf kühlem Grund Und der tote Sohn hat Wasser im Mund So okay Schauen wir mal Achso siehst du Hier wollten wir ja noch Warte mal Hier wollten wir die Fische Hier ist noch die Sachen mit den Fischen Warte mal sind das vielleicht Ne das sind Flundern Wo finde ich denn jetzt hier so ne 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 Buckel Spreizlinge Wie hier wollen wir heißen Gucken wir mal ob das vielleicht sind die das Ne das sind Makrele Die blieb nicht Hier war noch ein Brett Können wir eigentlich noch mitnehmen ne Das hatte ich ja vorhin hier gelassen So ja Hier sind sie hinein Und hier haben wir noch The bread Mitgenommen Wunderbar Wir haben ihn verkommen lassen Hier vorne Was haben wir hier Wo das ist das Also das sind die Aale Ne Immer noch nicht Flachwasser Kann ich immer noch nicht Flachwasser So mal kurz auf die Karte geschaut Hinter Kleinmark Ich bin hinter Großmark Das macht natürlich überhaupt keinen Sinn Denn auf nach Kleinmark So Was ist das hier Wo ist das Oh Stahl Metallschrott 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 So Dann könnte ich ja wahrscheinlich auch mal so ein bisschen Man Jetzt ist aber auch alle Bescheiden hier bei mir aus Alter Wie das hier stapelt ist Schnee gut Ich Ist ich nicht Aber ja Wie ich es mache Ich würde jetzt hier keinen Zweier noch hinkriegen Ich bin das jetzt eh voll Aber Also eh leer Aber Naja Gut Okay Ich gebe mal erstmal kurz meine Bauteile drin ab Hey 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 Ja geht nicht Geht nicht Geht nicht Weil theoretisch Könnte ich so Ja glaube ich jetzt schon wieder Ein Motorteil bauen Ne Und Wie Eine Erweiterung Kann das sein Die Bauteile habe ich auf jeden Fall Wir schauen mal kurz ins Trockenblock Jawohl Jawohl Ja 95 Haben wir Zwei Angelplätze mehr Licht That's it Okay Alles klar So Schiffsbauerin Du meine Oh Was haben wir denn hier Was haben wir denn da Hallo gehen Scheinwerfer Ich hatte doch Ich hatte doch Moment mal Ich hatte doch Ach nein Hatte ich nicht Ja schön Ja schön Hier habe ich jetzt gekruft Ohne die einbauen zu können Das ist mal richtig doof Gerade gewesen Ach Mist Na gut Egal Beim nächsten Mal So Wir könnten jetzt versuchen Den Schatz zu bergen Also quasi halt Die Gürtelschnalle zu holen Hinter Kleinmark Oh da hinten ist das Boot Schon mehr die Augen Saurons Scheiße Also sag was du willst Diese Boote finde ich So weit von unheimlich da So immer schön hier Mal Ufern hierbleiben Und irgendwo dahinter War das doch Oder Ja Hallo Hier Okay Ist ein Schatzstück Alter Und wir haben die Gürtelschnalle Schön Nice So weit Ich habe es ja noch hier schön Die nehme ich natürlich Ebenfalls mit Brauchen wir alles Alles Was ist jetzt So Ist der Stein Da vorne Plötzlich Ich bin wirklich gespannt Ob wir es echt schaffen Irgendwie das ohne Schlafen Ihnen durchzukriegen Irgendwie Das wäre Das wäre schon krass Kann man das überhaupt schaffen Ich würde es wirklich feiern Ich würde es wirklich feiern Ah cool Forschungsteil bekommen So ein Stück Stoff So ein Stück Stoff Noch ein Stück Stoff Und Jetzt hat es sich ausgestofft Vorne ist noch was Oh ein Schatz Okay wir müssen ja sowieso Zu einem trauernden Mann Da können wir natürlich Einen Schatz abgehen Das ist natürlich perfekt Von der Location Eine Kette Okay Wunderbar Na dann Auf nach Nach hier So Zack Ran an Bord Händler erstmal Für 57 Ich habe 57 dafür bekommen Ist ja eine Frechheit Ist ja eine Frechheit Trauernder Vater Hallo Alles in Ordnung Wegen dieser Gürtelschnalle Dem Mann die Gürtelschnalle geben Ja Du gibst die Gürtelschnalle Dem Mann Das Ist das Das Ist wirklich seine Oh ich danke dir Du hast ihn mir zurückgebracht Bitte Nimm dies Ich habe kein Geld Um dich zu bezahlen Aber das hier Könnte wertvoll für dich sein Nimm weg Danke dir Kann ich dir sonst noch Mit irgendwas helfen Ich sollte besser gehen So Hat der Dockarbeiter noch irgendwas Okay Übernimmst du auch Lieferungen Zur Schwarzfelseninsel Diese alte Ruine Achso Ja Die alte Ruine Das bezweifle ich Noch mal sehen Er blättert in einem großen Buch Es scheint eine Liste mit Ladungsverzeichnissen zu sein Das habe ich mir gedacht Es gibt nicht einmal eine Lieferadresse Soweit ich weiß Lebt auch niemand Was kann ich noch für dich tun Weißt du etwas über Schusswachs in dieser Gegend? Ein paar haben sich in den östlichen Teilen der Insel gewagt Die dürften jetzt alle auf den Grund des Meeres vor sich hin verrotten Die Boote diese armen Seelen zerschälen im Nebel an den Felsen Dort gibt es einen toten Winkel Wenn man den aus dem Leuchtturm nicht sehen kann Was kann ich denn für dich tun? Du weißt das, dass du es über die seltsamen Vorfälle Vor vielen Jahren Habe ich in der Kneipe eine Geschichte gehört Klang ziemlich aussträubend Vor etwa 20 Jahren Sollen Fische aus der Gegend eine verschollene Truhe Am Meeresgrund geborgen haben Sie hebelte sie auf und nahm sich, was drin war In dieser Nacht zog zum ersten Mal der Nebel auf Und seitdem hüllte das Meer jede Nacht ein Was in dieser verfluchten Truhe war, weiß niemand Aber alle, die hineingesehen haben, wurden verrückt Oder Schlimmeres Truhe und Mannschaften sind daraufhin spurlos verschwunden Doch der Nebel blieb zurück Verrückt, was? Was kann ich noch für dich tun? Na, wie ist das so, an den Docks zu arbeiten? So, wechsel auf wieder das Wetter Ha, und die meisten Tage ist es ziemlich ruhig Die Bezahlung ist nicht besonders Aber die Arbeit ist einfach, das passt mir gut Es ist schön, die frische Brise genießen zu können Ohne aufs Wasser zu müssen Ist schon gut Aber ich wollte da nicht jeden Tag raus Was kann ich für dich tun? Ich sollte gehen Schön So, wie sieht denn jetzt mein... Oh Gott, da bin ich voll Oh, bin ich voll Gut, okay, dann bringt das erstmal schon einer Großmark Und dann, Freunde, dann holen wir uns jetzt hier mal ein paar Haie Weil wir brauchen Kohle Cash Schmotte, Zaster, Penunsen, Knete Mücken Kies Und so weiter So, okay Zack Und Trockendock Ähm, und zwar hier So, ich habe kein Holz Zum Mist Hier brauche ich zweimal Stoff Wunderbar No, no Zwombos Äh, ich kann hier noch gar nichts machen Schade Schade, schade, schade Lager Dann packe ich hier erstmal ins Lager Kann ich Nee, nee, nee. Lasst ja immer alles zum, als erst mal. So, geh raus. Und jetzt wird hier angelt. Jetzt wird hier... Gehe angelt, Freunde. Jetzt holen wir uns hier, hei. So, das passt mal ganz gut. Es wird nämlich gerade dunkel. Dann wird wieder Jagd auf mich gemacht hier. So. Eins, zwei, drei. Ah, Mann. Was ist denn das für ein Biest, Alter? Bluthai. Bluthautei. Seen und Bänder überziehen die Flossen dieses blutigen Jägers. Die machtvollen Kiefer sind mit offenliegenden Muskelsträngen umspannt. Yikes. What? Echt jetzt? Oh, das darf doch nicht wahr sein, Alter. No. Ich kann hier noch niemandem umpacken, oder? Wir haben noch mal keinen Tee, irgendwie anders. Doch, jetzt müsste es gehen. So. Holy moly. So. Mich würde noch mal interessieren, ab wann verderben die Fische? Oh, was haben wir hier vorne? Ah, schöne Mutation. Wunderbar. Und Tschüss, Sikowski. Mutation bringen immer mehr Kohle, von daher nehm ich. Ah, so, was haben wir hier noch? Oh, zwei Kramen, komm, nehmen wir noch mit. Bumm, fertig. Ich glaube, den Korb muss ich nur wieder reparieren, bevor der überhaupt was bringt. Aber noch nicht. So, Fischhändler, komm. 373, jawoll. Nein. Nein, Alter. Nein. Jetzt fehlen mir wirklich zwei Dollar. Das darf doch nicht wahr sein. Für die gute Angel. Okay. So, aber wir können erstmal die neuen, ähm, Dinger setzen. Alles klar. Hier und da. Wunderbar. Jetzt geht's nochmal raus. Schau doch nochmal an deine Kramenkiste. Uah. Bop, 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 bop. Und benötigt Reparatur, ja. Soll ich die mitnehmen? Ich nehm die mal mit. Aber kostet halt jedes Mal irgendwie, was, 100 oder was? Reparatur? Das fing schon ziemlich heftig. Oh, neue Trophäe. 32,90 lang das Ding. So, Platz ist leer gefangen. So, ich freu mich schon, ob ich die neue Lampe einbauen kann. Das würde ich gut finden. Oh, da ist das Schiff wieder. Ich weiß, ich habe schon mal erwähnt, dass ich das Schiff sehr unheimlich finde, aber es ist, ich finde es wirklich ja unheimlich. Ei, 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 ei. Oh, ich brauche eine bessere, oh, ich brauche eine bessere Lampe. So, hier ist doch hier nichts mehr irgendwie zum Angeln. Was ist denn los hier? Ob die Menschen sind oder ne, maybe hier überhaupt ein Zeichen. Egal. Oh. Alter, wie viel hebt das von diesen Anglerfischen? Oder sind, oder bilden mir nur bloß ein? Sind die nur in meinem Kopf? Wenn ja, habe ich echt ein Problem. So, soweit gewesen war da hinten doch noch. Was ist denn das? Was ist denn das? Oh. Alter. Was? Was? Bitte, was war? Hallo? Ich glaube, ich spinne. voll der weiße Hai. Ha. Warte mal, wie sieht's? Oh. Kaputt. Alles kaputt. Hm. Ja, das ist natürlich, äh, sind alle die, die folgenden Schlafmangels, ne? Verfatzt euch. Und dadurch kommt das natürlich dann zu solchen Übergriffen. Ne? Was aber natürlich halt, finde ich, für den Kanal halt viel cooler ist und ein bisschen spannender. Anstatt hier ständig. Oh, ne, ich muss jetzt mal schlafen. 75 Dinger, ey. So wird das hier nicht. So wird das hier nicht. Verdammt. So, jetzt ein paar schöne Haie. Das würde ich gut finden. Das, da würde mich freuen drüber jetzt. So, warte mal, hinten war doch was. Kurz vor Stahlspitz. Eigentlich ist es auch schon, die Tage sind doch schon um, ne? Vielleicht hat die Architektin jetzt mal langsam hier eine Belohnung für uns. Oder haben wir die schon bekommen? Die hat uns ein Buch hier eben? Ach nee, die hat uns die, die hat uns die Forschungsteile hier eben. War es... Wie? Ich muss weg. Ich muss weg, Alter. Rumpf beschädigt. Das ist ja super, ey. Ständig... Oh, Mann. Alter. Ja, es macht sich bemerkbar, nicht zu schlafen. Es macht sich bemerkbar. So, Frau Architektin, das Haus steht, wie ich sehe. Hey, danke, dass du mir hilfst, wegzuziehen. Ich habe es geschafft, mich hier einzurichten. Wunderbar. Das habe ich beim Auspacken gefunden. Nimm du es doch, bitte. Oh, Grundwissen der Ingenieure. Für Ingenieure. Sie gibt dir ein Buch. Der Einwand ist staubig, sonst ist es einen sehr guten Zustand. Wenn du hier andockt oder etwas lagern willst, dann komm zu mir. Cool. Ah, schön. Jetzt kann ich wo bei dir lagern. Wunderbar. Oh, das ist... Gleich hier wieder einen Knaller gekriegt hier von dem Teufelsfisch. So, Grundwissen der Ingenieure müssen wir natürlich erst mal lesen. Okay. Ich brauche ja noch Bretter. Für die große Lampe. Vielleicht wird mit einer größeren Lampe alles besser. Vielleicht fängt er nicht so häufig angegriffen. Oh, was ist da vorne? Und da ist eine Holzhütte. Oh, Haie, Alter. Schönes Ding. Hier sagen wir nochmal Hallo. Ach, jetzt zeigt den Korb bei. Ja, das ist natürlich nicht so cool. Warte mal. So, kann ich den hier irgendwie ein bisschen besser hinpacken. Jetzt krieg den anderen dann nicht hin. Guck mal ganz kurz. Oh, der ist besser. Der ist besser. Oh, ich werde irre. Ich werde irre. Nein. Nein. Das ist doch nicht fair. Das ist halt nicht fair. So, da vorne sehe ich Bretter. Das ist schon mal sehr gut. Oh, ich bin gerettet. Gerettet. Oh, wie sehr ich mich freue, dich zu sehen. Was passiert? Du siehst furchtbar aus, als du in Ordnung. Ich wurde hier an Land gespielt. Du musst jetzt ungefähr zwei Wochen hier an sein. Wir fuhren über Raue See und als zeitlich eine Welle traf, ging es über Bord. Ich dachte, dass meine Mannschaft nach mir suchen würde. Aber deins ist das erste Schiff, das ich hier sehe. Haben die Jungs dich geschickt und nach mir zu suchen? Ja. Klar. Ich freue mich, das zu hören. Ich dachte, die Mistkerle würden mit meinem Boot und über alle Berge sein. Könntest du mich nach Kleinmark bringen, Fremder? Dort könnte ich wieder zu ihnen stoßen, wenn sie das nächste Mal anlegen. Äh, ja, ich nehme dich mit nach Kleinmark. Personenbeförderung fühle ich schon ein bisschen witzig. Der Schiff wird sich hier klettert an Bord. Ach, das ist ein SOS-Zeichen. SOS, das erkenne ich es erst mal. So, warte mal, das Retschig geht noch mal schnell aus dem Wasser, weil das ist Holz. Das ist natürlich sehr geil, das brauche ich. Okay. Ich muss mich tatsächlich sputen, bevor mir der schöne Hei da oben schlecht wird. So. Auf, nach, ich fahre jetzt trotzdem erst mal nach Großmark. Boah. Irgendwie hat das so das Gefühl für mich irgendwie, als wenn es mir jedes Mal wenn ich es benutze, ein Stück meiner Seele raubt. Ich arme Fischer. So, also, okay, ich könnte jetzt erst mal kurz an Kleinmarkrand düsen irgendwie, aber ich will tatsächlich nicht, dass der Fisch gamlig wird. Deshalb, schleunigst zum Schleunigst und freundlichst zum Frischhänder. So, für den maximalen Profit. Der ist noch frisch. Sehr schön. 237. Na, so muss das laufen, Freunde. So muss das laufen. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay, die kommt da hin und jetzt könnt ihr nämlich die freischalten, die ist eigentlich die, die kamen will. Das ist eigentlich die, die kamen will. Dafür bräuchte ich vier so eine Forschungsteile. Vier, vier Stück. Okay, wollen wir erstmal kurz ins Trockendock und hier war die Lampe. Die Lampe, jawohl. Für 50 nehmen wir natürlich den Scheinwerferplatz und können jetzt bei der Schiffsbauerin die Lampe uns verbauen lassen und damit haben wir jetzt mehr Licht. Das ist geil. So, reparieren. 30 Dinger, Alter. Haben wir. Sehr schön. Also könnte mir jetzt... Ah, das ist schon... So, okay. Jetzt hat er natürlich den, okay, den, den einfachen Krabbenkorb hat es auch gleich repariert. Das ist ganz cool. Den schmeißen wir hier vorne gleich wieder ans Wasser. Ich bin eigentlich nicht gewählt, ja, für die, für den Preis ist es ja zu bezahlen irgendwie, wenn ich gleich tatsächlich die wesentlich bessere Angel bekommen könnte. Aber der Motor, hallo, Alter. Der Motor lacht mich an. 36 Knoten. Jetzt mache ich gerade mal 24. 25. Der wäre schon, der wäre, der ist merklich. Irgendwie der ist, der wäre merklich. Hm, 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 hm. Wann wäre denn der nächste, lalalalalala, der nächste Perk wäre hier. Nee, der in die Motorteile. Hier muss man ja hin zu Motoren. Der würde 52 Knoten machen, Alter. 52 Dinger, das ist natürlich Hammer. Würde ich vielleicht erst mal kurz auf den sparen. Oder, was würdet ihr sagen? Der nächste Passagier wird dann... Ja! Jetzt ist Grundregel hier bei mir an Bord. Hier wird jeder flach gelegt. Oh, wenn es zahnlose alte Penner sind. Oh, das ist... Das ist so ziemlich alles falsch an diesem Satz. Okay, nehmen wir mal erst mal den alten Mann da drüben ab. Der freut sich. So, willkommen zu Kleinmark. Der süße Gestank der Zivilisation. Ich... Ich dachte nicht, dass ich das... Das mal vermissen würde. Er wendet sich zu dir. Für jemanden, der gerade gerettet wurde, ist er ziemlich schlecht aufgelegt. Ja, aber nicht viel bei mir. Wie du dir vorstellen kannst. Und dieses Ding ist für mich nicht viel mehr wert. Aber vielleicht, ja, für dich. Er zieht einen Siegelring mit einem Finger der linken Hand und gibt ihn dir von der linken Hand. Was? Ich hab's heute mit lesen, das ist heute richtig kacke, ey. Er ist mit dem Symbol eines Steuerrades verziert. Ja, damit. Dankeschön. Auf zu neuen Hohenzonten, mein Freund. Leipol! Mach's gut. 90. Das ist natürlich... Das ist ein guter Preis. Das ist ein guter Preis. So, okay. Alles klar. Haben die anderen noch was zu sagen? Alles in Ordnung? Nein. Man hat nichts zu sagen. Und gut, okay. Und sonst würde wahrscheinlich da halt auch so ein... So ein Sternchen daneben stehen. Äh... Oh, das ist das Boot dahinten. Ist das jetzt merklich heller? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ja. Ja, ich... So. So, okay. Drei Meter... Viele Krabben. Aus damit. So, okay. Lass mich mal kurz auf die Missionsliste schauen. Suche nach den Relikten. Das ist jetzt die einzige aktive Quest. Und die bringt uns relativ weit weg. Ziemlich weit weg sogar. Okay. Lass uns mal schauen. Nach Sturmklippen. Ach du Schande, Alter. Tja, aber das bringt ja alles nichts. Das bringt ja alles nichts. Wir müssen, wir müssen ja. So, na dann. Oh, aber vielleicht holen wir uns noch ein bisschen finanziellen Proviant unterwegs. Oh, was ist denn bitte? Schwarz-Spitzenhai. Jetzt krieg ich hier schwer den nächsten Hai nicht hin, Alter. Ich kann echt nur ein Hai fangen? Das darf nicht wahr sein, ey. Ich habe keinen Platz. Ich brauche mehr Frachtraum. So, naja. Das frisst natürlich Zeit jetzt hier, ne? Tut mir jetzt leid, dass ich jetzt hier so ein bisschen hin und her eiern muss. So, hier vorne nimm ich natürlich noch ein paar Flunder mit. Geht das überhaupt? Nein. Natürlich nicht. Oh! Ey, ist nicht dein Ernst, Alter. Ist nicht dein Ernst. Der hat mir jetzt den Hai infiziert? Verkauf ich trotzdem. Mal gucken, ob er den nimmt. Oh, das ist doch ne Sauerei. Jetzt nimmt er nur noch 42 dafür. Stöhne Krawatte kriegst er. Stöhne Krawatte. Na toll, ey. Wo kommen denn diese Viecher her? Naja, wo wird es heiß, wo sie denn herkommen, ne? Das ist halt wegen dem Schlafentzug. Ja, machen wir uns. Da haben wir uns. Das Spiel jetzt hier ein bisschen schwerer. Ich mache da durch. So, okay. Das. Du sie mal los. So, jetzt habe ich die Richtung gemacht. Ach Gott, es ist weit weg, Alter. So, was haben wir hier? Könnte ich die fangen? Moment mal. Eins wollte ich kurz mal testen wollen. Und zwar, wir hatten ja diesen Schrein gefunden, wo wir die Fische irgendwie drin machen können. Ihr erinnert euch? Und das waren alles um die grunden Fische. Und das waren genau diese. Kabeljau. So. Die würde ich tatsächlich mal gerne... Und wir haben Grundwissen. Der Ingenieur haben wir gelernt. Oh, und ein Säbelzahnkabeljau. Na bitte. So, mal schauen, ob das reicht. Koffe schon. Der war hier hinten um die Ecke, ne? Warte mal, ich fahre mal am besten hier durch die kleine Bucht durch. Ah ja, eine Abkürzung. Hm, Coca-Cola Light. Grüße euch mit frische Durchzug aus dem Mittelalter. Und, war schön, Jojo. Hat Spaß gemacht. Was war das Highlight? Auf dem Mittelalterfest. Coca-Cola nochmal. War echt nice. Ja, du Bruder. Wenn ich eins mag, dann ist es dann da hin. Aber zum Detail. Feed the screen. Ah, okay. Schön. So, wann war er da vorne? Wo war er? War er hier? Nee, er war hier, ne? Ja, da vorne ist er. Jetzt kommen wir noch ein bisschen zundener hier. Nee, das ist er nicht. Was ist das jetzt hier? Der Stein summt leise und lässt dir dich umgebende Luft vibrieren. Auf seiner Oberfläche kratzten zarte Formen, flackern zarte Formen, die verschwinden, sobald du sie näher betrachten willst. Leg deine Hand auf den Stein. Der kalte Stein reagiert nicht auf deine Berührung. Ja, okay. Schade. Wo ist der, ach, da vorne ist der Stein. Oh, ich hab sogar extra für euch Milch getrunken. Hat sogar geschmeckt. Sehr geil. Schön, Jojo. Freut mich. Schön zum Alkohol verführt. Nach dem dritten Becher. Das ist meistens so. So, okay, dann lass uns noch mal schauen. Eine Felsplatte Ragnas im Wasser trägt primitive Symbole. So, dann lass uns hier mal ein paar Fischer reinpacken. Eine Welle spürt über die Fische hinweg und trägt sie davon. Als das Wasser zurückweicht, siehst du, dass etwas am Felsen hängen geblieben ist. Eine Sehnenrolle. Oh, eine Handrolle, die mit dehnbarer Sehne umwickelt ist. Ein Ende mit einem großen Knochenhaken verbunden. Das ist aber schön. Das ist aber toll. Ja, danke. Nimm ich. Schön. Okay, alles klar. Cool. Dann haben wir den ersten Schrein gelöst. Wunderbar. So, ich fahr mal hier kurz hin. Ich kann ich hier angeln. So. Ja, leider nicht, weil ich hier... Ich hab keinen feinen... Ich hab keinen freien Slot. Ich hab leider keinen freien Slot. So, okay. Dann hab ich nur die anderen wie ein Fischer ab. Einer davon ist ja mutiert. Müsst er ja in Südien. Doch, da war Platz. Warte mal kurz den Fischer ab. Nicht, dass der mir verortet. Ah, okay, okay, okay. Erzähl, was du meinst. Okay. Ah, sehr schön. Jetzt können wir natürlich auch Flachwasser fischen damit. Das ist natürlich cool. Bis wir die große haben. Das ist sehr schön. Gut gesehen, Jojo. Vielen, äh, vielen, Jojo. Hey, Jungen, vielen, vielen herzlichen Dank. Was war das gerade? Achso. Ich muss sagen, ich hab ein bisschen Angst jetzt irgendwie. Das jetzt... Ach Gott, ich hab... Nee, 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 nee. Du doch nicht. So, warte mal. Wo muss ich hin? Da muss ich hin. Oh, je, je. Jetzt einfach so nachts aufs offene Meer raus. Das ist doch so eine bescheuerte Idee. Ja, das ist so richtig doof. Aber egal, komm. Was ist denn da in der Stadt, ne? Sind wir da? Ist das die Richtung? Ja, das ist die Richtung. Ah, okay. Cool. Das sind zwei neue Dörfer anscheinend. Ich steuere mal erst mal kurz jetzt Linke an. Jetzt mal ne Kleine. Oh, schön, ne? Ah. Also, ich mag halt auch diesen Comics-Stil irgendwie. Er ist halt so ein bisschen... Auch wieder so klassisch schrullig. Oh, was haben wir denn hier in Marlin? Alles klar, Dicker. Alles du aus Vorfahrt. Oh Gott, Alter. Oh nein. Und er passt nicht? Doch. Ich wollte gerade sagen. Ja, das war mal... Der war groß. Der war groß. So, jetzt überlegt man, du bist wirklich mit so einer Nussschale mitten auf dem Meer unterwegs und dann kreuzen so was. So ein Leviathan nahe den Weg, ey. Da ist doch... Also, da ist doch vorbei. So, was sind jetzt hier für ein kleines Badefloß? Was haben wir denn da? Ahoi, ein neues Gesicht. Einen Fischer nehme ich an. Perfekt. Na, wir werden uns sicher gut verstehen. Ha, 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 ha. Ich bin Reisende und Händlerin, alles im Einen. Solltest du deinen Fisch verkaufen wollen, ich nehme ihn gerne ab. Und verkaufe ihn in der nächsten Stadt. Ich handel zudem mit einer kleinen Auswahl an Ausrüstungen. Du kannst dir meine Sachen gerne durchsehen. Vielleicht ist ja was für dich dabei. Cool, eine fahrene Händlerin. Komm zu mir, wenn du handeln willst. Ich will, erst mal, was bringt der Marlin? 107. Sehr schön. Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. So, okay. Kammkörbe verkauft sie, alles klar. Was hat sie denn noch? Sag mal, hast du die Fotografin gesehen? Sie war vor kurzem an meinem Ponton. Sie hat eine tolle Fotoausrüstung dabei, um Bilder von der örtlichen Fauna zu machen. Sie seufzt voller Bedauern. Ich wünschte, ich hätte eine eigene Kamera. Wäre es nicht toll, wenn man alles dokumentieren könnte, was man so macht? Ja, total toll. Man würde nie wieder etwas vergessen. Ja, oder immer, sieht jeder, was du isst. Will ihm auch sei. Sie sagte, sie wolle zu einer dieser kleinen Insensionen. Marktstätte. Oder Marktstätte. Wenn du in der Gegend bist, dann zieh doch mal nach ihr. Ja, okay, alles klar. So, was hat denn die Werft? Was ist das? Oh, guck mal. Sie verkauft auch noch so eine Forschungsteile. Ein Himmig. Das nehme ich doch. Das nehme ich doch. So, wie sieht es denn? Motortechnisch können wir auch... Wir könnten tatsächlich noch einen Motor einbauen. So, jetzt machen wir gerade 37. Fahr nochmal Winnic jetzt. Und wenn wir uns jetzt diesen Motor noch dazu kaufen. Winnicum einiges ärmer. Aber wir machen dafür 51,5 Knoten. Das ist ziemlich cool. Schön. So, okay. Na dann können wir hier jetzt noch... In unseren superneuen Angel investieren. Und... Ja, was hat denn die Fahrer... Hallo, willst du ein bisschen plaudern? Ja, okay. Brauchst du vielleicht Hilfe? Und Unterstützung? Sehr gerne. Ich habe Aufzeichnungen gesammelt, wo sich welche Fischarten aufhalten. Die meisten konnte ich auf meiner Reise finden. Aber es gibt da ein paar seltene Arten, die ich bisher vergeblich gesucht habe. Würdest du deine Informationen mit mir teilen? Klar. Ich kann dir gerne helfen. Großartig. Die Fische, die mir noch fehlen, heißen Riemfisch. Pelikan, Aal, Riesen, Tiger, Salmer, Salmler und Quastenflosser. Ich weiß schon ein wenig über diese Arten. Also kann ich dir vielleicht die Richtung weisen. Was willst du wissen? Ja, dann erzähl mir mal heute über den Riemfisch. Da der Riemfisch einen langen und empfindlichen Körper hat, nehme ich an, dass er in tiefen oder ruhigen Wasser lebt. Warte nur. Vielleicht die anderen Nähe der Sturmklippen. Okay. Was ist mit den anderen Fischen? Erzähl mir mal etwas vom Pelikan-Aal. Ich weiß, dass Pelikan-Aale in den tiefsten Tiefen des Ozeans leben. Um die zu fangen, benötigst du eine ganz spezielle Ausrüstung. Die haben wir natürlich noch nicht. Okay. Erzähl mir etwas über den Riesentiger, Salmler. Diese Fische sind wirklich ganz schön unheimlich. Sie gehen in trüben, schlammigen Wässer auf die Jagd und verbergen sich im Schatten der Bäume. Was ist mit den anderen? Und der Quastenflossler. Tatsächlich, ich habe keine Ahnung von dem Klassienflossler. Ähm, Quastenflossler. Flot- Meine Fresse. Quastenflosser. Finden könnte. Aber die haben doch irgendwie etwas Urzeitliches an sich. Findest du nicht auch? Ja. Okay. Gibt es noch was? Was weißt du über Sturmklippen? Also da drüben liegt Unfail. Gleich gegenüber der Bucht. Eine trostlose kleine Walfängerstadt. Die Leute da brauchen immer etwas... Ähm, ja... Gut für mein Geschäft. Die Einwohner sprechen immerzu über die Klippen. Die meisten fürchten sich. Ehrlich, ich verstehe nicht, warum sie hierbleiben. Manchmal dringt aus der Tiefe ein fernes Grollen. Ich bleibe hier nie länger als nötig. Gibt es noch was? Ja, bist du immer draußen auf dem Wasser? Ja, immer. Ich mag es, unterwegs zu sein. Die Reise ist mir sozusagen wichtiger als das Handeln. Ich bin also eher sowas wie eine handelnde Reisende. Ich komme viel herum, was sehr schön ist. Und ich treffe eine Menge Menschen. Was aber nur manchmal schön ist. Gibt es noch etwas? Siehst du auch sehen manchmal seltsame Dinge? Seltsame Dinge? Jede Menge. Aber ich versuche nicht allzu viel darüber nachzudenken. Sonst wird man ja irre, weißt du. Hahaha. Aber hey. Wenn man etwas seltsames sieht, dann sieht man es vielleicht nicht richtig an. Denn dann wäre es vielleicht überhaupt nicht mehr so seltsam. Oder vielleicht doch. Und noch dazu noch unglaublich gefährlich. Besser kann man das gut angehen. So, okay. Wegen dieser seltsamen Fische, die ich für dich fangen soll. Achso, da habe ich leider noch einen Stör. Ist klar. Okay. Und ansonsten habe ich alles mit dir besprochen. Dankeschön. Ja. Kleine und süße Mädels sind immer die gefährlichen. Ja, ja. Ist sie überhaupt ein Mädchen? Ja, würde ich sagen. Würde ich sagen. Die fahrende Händlerin. Okay. Oh, warte mal. Hier haben wir. Was haben wir da? Ist das mal eine Flaschenpost? Nein. Hin fort. So. Hui. Schnee weg. Kajüte. Und Nachrichten. Okay. Äh, Musiktrue aus Eichenholz. Zu einem Schnäppchenpreis erworben von einem Antiquitätenhändler in Kleinmark. Vorher geborgen aus einem unbekannten Schiffswrack. Auf der Unterseite wurde der Buchstabe J angeritzt. Davon abgesehen, dass das Stück im tadellosen Zustand wurde bisher nicht geöffnet. Aus Sorge, die Mechanismus zu beschädigen. Muss noch vom Schlosser begutachtet werden. Halt an der Maske. Geschnitzte exotische Holzmaske. Soll angeblich Glück bringen, sowie Fruchtbarkeit, gute Gesundheit, Reichtum, Regen und Schutz vor bösen Geistern. Eingetauscht gegen ein paar Socken. Und eine Kette einer Uhr. Ein paar Socken. Ah, mein Humor. Zwölfteiliges Teserviesen. Da dritt ist doch der Kracher hier draußen. Porzellanern, sechs Tassen, sechs Untertassen. Erworen bei einem asiatischen Händler. Nicht benutzen. Glas mit Erde. Ein Einmalglas gefüllt mit Erde von einem Meteoritenabschutzstelle. Angeblich. Aha. Okay. Gut. Na dann, lass uns doch mal nach, ähm, nach, ähm, hier. Nach Unfällen. Die alte Walfängerstadt. Wen haben wir denn hier? Okay, der passionierte Walfänger und Einwohnerin von Unfällen. Wen wir erst mal hier? Aha. Was willst du? Brauchst du vielleicht Hilfe? Ich wollte für meinen Freund ein besonderes Essen zubereiten. Aber es gab da ein Problem. In dieser Gegend gilt Reifer mehr als besondere Delikatesse. Du würdest sie wahrscheinlich als verdorben bezeichnen. Aber wenn man ihn richtig zubereitet, schmeckt das köstlich. Normalerweise vergraben wir den Meerall in der Erde, um ihn reifen zu lassen. Aber unser Hund buddelt ihn dann aus und fressen ihn. Achso, die Hunde. Ich kann das Thema nicht ansprechen, dann würde ich die Überraschung verderben. Kannst du mir also einen reifen Meer einbeschaffen? Ja, ich kann dir einen reifen Meer einbesorgen. Danke. Du wirst großzügig entlohnt. Cool. Was noch? Äh, was kannst du mir über Klippen erzählen? Vor vielen Jahren versteckten sich bei den Klippen oft Schmuggler und Piraten. Das Sprechen mit vielen Zungen geht ganz schön aufs Kehlköpfchen. Die Legenden berichten von zwei Piraten-Kapitänen, die die Sturmklippen als Verstecke nutzten. Es kam zu Zwistigkeiten und in der Folge zu einer blutigen Schlacht im Süden der Klippen. Sicher liegen dort immer noch eine Menge Wracks auf dem Meeresgrund. Beide Parteien gingen in der Schlacht zugrunde. Ihre Schätze sind bis heute nicht gebaugen. Ich nehme an, dass sie ein Vermögen wert sind. Wenn man, äh, wenn, äh, man muss nur wissen, wo man suchen muss. Ach, noch so viele Fragen. Wunderbar. Weißt du etwas über die seltsamen, äh, Typen hier in der Gegend? Hm. Hast du die Geschichte von Magran schon gehört? Das war ein älterer, der alte Warnfänger aus der Gegend. Als die Wale langsam rar wurden, mussten die Mannschaften immer länger auf dem See bleiben, um zu, äh, um sie zu finden. Magran war dafür nicht geschaffen. Er entwickelte eine wieder natürliche Faszination für eine Schriftrolle, die er auf einer dieser Fahrten fand. Er sagte, die Rolle habe ihn verraten, wie man unsterblich wird, indem man mutierte Fische verzehrte. Man begann ihn, Magran den Fischmann zu nennen. Eines Tages wachten die Leute in der Stadt morgens auf und stellten fest, dass in der Nacht sämtliche Leinen und Netzen aller Boote zerstört worden waren. Und der alte Magran war nirgends zu finden. Und er tauchte auch nie wieder auf. Ja, wo kann ich hier mein Fisch verkaufen? Wir fangen unseren Fisch hier selber. Man muss keinen Fisch kaufen. Aber es gibt eine Fahne, Herr Händlerin. Ihr Boot liegt jenseits der Bucht vor Anker. Sie kauft und verkauft beinahe alles. Und sie macht auch Reparaturen. Ja, wo kann ich das finden? Oh, es ist nicht einfach mehr zu finden. Ich hörte, er verbuckt sich gerne in den Feldspalten der Klippen. Die leichter zugängliche Stellen sind wohl bereits leer gefischt. Du musst dich also zwischen den Klippen wagen, um welche zu finden. Oh, ich habe schon erwähnt, dass er nur nachts herauskommt. Na toll, wird immer besser. Immer besser. Ja, ich glaube, er versteckt sich tagsüber. Ja, viel Glück. Noch was? Nein, denn deine Stimme strengt mich an. So, persönlicher Walfänger. Wann willst du denn? Gibt es eine Idee, Schusswax? Na, es ist eigentlich aber keiner, die sich lohnt, ich habe bei Stummklippen. Mein Bruder hat uns nicht stich gelassen, sondern ich habe mir fremde Klippen gesorgt. Nein, Johannes ist mir nicht eigentlich in den Bericht. Wegen dem Bart. Weißt du, was von den seltsamen Vorfällen in der Gegend? Von was her, was ich mir in meiner Lütze nachher von mir war? Was ist denn der Presse hier so, wie ein Stummklipp meint? Hm. Da ist ein Schiff vergangen vorbei. Schöne Fax. Ich bin doch hier in Ordnung. Ja, ihr winken, das ist dann am Boden. Heizung riefen, ey, das. Aber ich kann nicht verstehen. Da ist immer nichts mehr von hier her. Ja, was kannst du mir über Unfair erzählen? Unfair, ja, einfach in der Stadt. Aber so lange, äh, in den frühen Jahren, was da geht, die Tiere machten sich ja rechts ins Werk. Ja, da, äh, dann, äh, man sieht sich. Okay. So, dann, äh, wollen wir erstmal Meeraal hier besorgen, hier, für die gute Dame. So, was ist, das sieht nicht nach Meeraal aus. Vor allem kommt er erst nachts los. Das ist ja nur noch beschissen, aber wo ist das denn hier vorne? Was haben wir denn hier? Ein alter Mann taucht aus einem verfallenen Gebäude auf und tumpelt auf dich zu. Ah, sei gerücht. Ich bekomme hier einen Staffbesuch. Was ist dein Begehr? Hier scheint es nicht sicher zu sein. Warum lebst du hier? Hey, hab ich ja wohl lange ausgehalten, um ehrlich zu sein. Aber ich war die Situation noch überdacht. Aber ich war lange noch glücklich. Meine Frau und ich hatten ein wunderbares Leben. Bis zum Zusammenbau. Jetzt bin ich allein. Und habe ich nicht durch Wasser und Land. Und geben von zitternden Welten. Ich könnte dir helfen, Hohenfeld zu ziehen. Ja, so einfach ist das nicht. Mein Bruder wurde niemals. Ich habe früher mal mit meinem Bruder ein Hohenfeld erlebt. Damals war er Wahlfänger. Es lief nicht gut. Haben uns oft gestritten. Weil sie sich nicht verstanden haben. Komm nicht dazu. Wir waren um das Erbe unserer Eltern und dessen gerechte Aufteilung. Wir waren jung und dumm. Weißt du? Als meine Frau und ich beschlossen, sie nahm ich das Familienwappen einfach mit. Ich habe es ihnen gestohlen. Und jetzt, nach all der Zeit, kann ich ohne es nicht zurückkommen. Ja, wo ist sie denn? Da ist alles Problem. Nach dem Zusammenbruch hat diese Kreatur den Schock der Häuser an dem Boot in ihrem Boot hat. Und das Familienwappen war da runter. Es ist aussichtslos. Ich weiß, aber wenn du es finden würdest, ist es ziemlich groß. Es ist zweifelig genug. Ich würde mir enorm viel bedeuten. Naja, okay. Ich will mal nicht so sagen. Ich suche danach. Danke. Aber bitte sehr vorsichtig. Aber weiter nie. So, was leuchtet hier hinter so schön? Was ist das denn? Ein haufenloser Trümmer. Um sie wegzuschaffen, bräuchte man eine sehr starke Sprengladung. Ja, die habe ich nicht. Flump. So, okay. Ein Blick auf die Karte. Zeigt mir. Okay, hier ist was drin. Und hier ist wahrscheinlich entweder hier ist der Aal zu finden oder ein Familienwappen. Entweder oder. Wir probieren es mal. Gondeln noch mal rein. Heicht ist Winther. Warten. Oh. Oh. Nö, nö, nö. No. Oh. 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 Was ist das? Boah, war das doch so ein Hunsfisch? So ein großer? Oh Mann. Was ist denn hier los? Ziemlich schön hier ein Sturmkliff. Wie man es umheißen mag. So, er rumfahrt ein paar Löcher. Ja, wir werden ihn flicken. Ah, 60 Dinger. Hm. Er könnte natürlich auch um die Insel herum und dann von hinten rinnen. Das werden wir mal machen. In der Hoffnung, dass ich jetzt hier nicht irgendwie fertig gemacht werde. In der Nacht. Schlafen wird immer attraktiver. Ja, gewesen, gewesen, gewesen. Aber jetzt haben wir es gesagt. Jetzt ziehen wir durch. Jetzt ziehen wir durch. Was ist denn jetzt schon mehr für eine Scheiße? Was ist denn jetzt schon mehr? Warum wäre ich hier von jeder Scheiße irgendwie belästigt? Kommt, Axt. So, wenn ich hier jetzt rinnen fahren würde, dann könnte ich dann jetzt mir irgendwie noch alles ein bisschen... Hey, 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 hey. Immer noch ein bisschen Holz. So tun wir uns mal. Wood is good. Beautiful. Nochmal so. Und... Oh, nochmal schön. Forschungsteil. So, nochmal, das reicht doch erstmal, weil wir müssen ja auch irgendwie diesen Familienwappen noch mitbekommen. Wenn der so groß ist. Was ist das hier? Ist das hier so ein Aal? Mehr Aal? Na bitte. Ena? Reicht Ena? Wollt ihr die Ena und am Ehre haben? Na, passt alles nicht. Es passt alles nicht. Ich hab keinen Platz. Reicht das, wenn ich dir eh ein Aal mitbringe? Wollt mal hinter. Kann ich das irgendwie umlagern? Ja, dann halt geht halt was verloren, was sollt. Ich kann's nicht ändern. Ich kann's ja auch nicht ändern. So, warte mal. Bring ich erstmal den Fisch zurück. Oh, auf jeden Fall eine Menge, was man nicht finden kann. schon mal merken. So. So, ihr Lieben. Wie gefällt euch denn das Spiel bis jetzt? Also, ich muss sagen, ich bin sehr geflasht. Ich find das sehr, sehr cool. Wie ist das so ein bisschen eigentlich nicht das unbedingt, was wir sonst hier so spielen? Aber. Ach, das ist doch falsche Ecke. Falsche. Jetzt hängt den Ralfast verkauft hier. So, Einwohnerin von Unfällen. Ich habe ein Meeral. Hm, lass mich mal sehen. Hm, das ist zwar ein Meeral. Ja. Aber er ist noch nicht reif genug. Wenn ich ihn jetzt mitnehme, würde der Hund ihn wieder schnappen, bevor es so weit ist. Bitte kommt zurück, wenn er sich da ein wenig... Oh, was warten, bis er vergammelt ist, Alter? Echt jetzt? Oh, Mann! Er ist noch zu frisch. Ich glaube, ich spinne, ey. Okay, dann gucken wir mal hier die andere Ecke an. Was finden wir noch so? So, was haben wir da? Nee, hat keinen Platz für. Hat auch keinen Platz für. Vielleicht hol ich mir mal hier so einen Fisch. So, dann bin wir ja auch zu angeln. Okay. Ja, super. Ganz schau. Gut, dann muss ich doch erstmal wieder zu der Kleinen drüben. Zu der fahrenden Händlerin. Und muss mal irgendwie erstmal das Holz loswerden. Und das ist eh eine Forschungsteile. Bist ihr ja noch nicht so meins. Aber ich bin auch nur im Hallen dabei. Ist das? Es gibt nur noch vier zu tun. Von der ersten Stunde hinzukommen. Ja. Da ist er nicht. Äh, so. Wollen wir mal hier erstmal verbauen. Zurück. Wir gehen auf das Schiff-Dock. Dort können wir das Holz noch verbasteln. 125. Und damit ist alle bereit für den nächsten Rumpf. Sehr schön. Wo ist denn das? Veredelt das Metall. Wo ist denn das zu finden? 500 Dinger, Alter. Boah. Kannst doch... Ja, aber... Ja, kann ich. Kann ich. Kann ich. Aber nur, wenn ich unterwegs bin. Dann kann ich das jetzt ins Lager packen. Wenn ich jetzt so draußen bin, kann ich nicht... ...den A ins Lager packen. Leider. So. So, okay. Denn, aber jetzt mach ich mal los. Vielleicht 12 Uhr noch weit. Vielleicht schaffe ich das von mir in Wappen zu holen. Das hat jetzt noch ein YouTube. Das ist das Warte. Bei den meisten PCs kann man das ja nager zu greifen. Okay. Gut. Das lasse ich jetzt hier mal alles kurz mal links liegen, was hier alles liegt. Das werden wir nachher alles abluten. Jetzt muss ich erstmal... ...zu dem Familienwappen. Oh, Mann, Alter. Es sind überall fette Schätze, ey. So, okay. Hier vorne noch rum. Und dann müsste eigentlich der Eingang perfekt sein. Na toll. Aber auch nicht. Eine Mauer. Dann sagen wir mir nicht, dass es auf der anderen Seite ohne Mauer ist. Okay. Noch besser. Was haben wir hier? Ist der Fußtag? Ja, okay. Haben wir schon. Haben wir schon. Dreier krabbiger Kreaturen. Ach du Scheiße, ich muss mal Krabben einfügen. Aha, okay. Verstehe, verstehe, verstehe. Hm, cool, cool. Aber schön, wir kommen hinten nicht rein. Ah. Hier muss ich jetzt wirklich komplett um das Ganze gedöhnen. Sie jetzt hier rum? Oh, nee. Hier haben wir können. Nein. Falsch. Glaub ich jetzt mal. No, 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 no. Es greif dich an. Nein, was mag du denn hier von Mist. Der Druck ist so hoch. Wir haben die Familienwappen. Wunderbar. Warum ist sie zu düster? Oh, und? Können wir hinterher in den Wasserfall? Können wir dahinter? Ja! Wie geil! Cool! Nice! Oh, wir haben hier eine Schatztruhe. Hinteren Teil der Höhle liegt auf einem Haufen Schott eine verrottete Truhe. Sieh allein! Da haben wir das Edelmetall. Sehr cool. Und ein Sack voll Gold. Nehmen wir. Schönes Ding. Warte mal, das ist doch ein Riemenfisch, oder? Ah, na aber. Das ist doch ein Riemenfisch. So, jetzt müssen wir erstmal irgendwie rauskommen. Mit heiler Haut. So, schönes Ding. Schönes Ding. Wir haben einen Familienwappen. Wir sind die Geilsten. Juuuut. Jetzt muss ich aber los ein bisschen aufpassen. Nicht, dass mir jetzt hier irgendwie der Loop flöten geht. Dann nehme ich hier irgendwelche Klippendüse. Plötzlich was ist denn mehr hinausschauen. Hier ist es eigentlich besser, die Lampe anzuhaben oder auszuhaben? Irgendwie. Irgendwie. Oh, ne. Das hat sich schon angelegt, die Frage. Wenn ich jetzt hier irgendwo jeden Ballere, dann hat sich das ja schon angelegt. Oh, ja. Nö, ist klar. Super. Läuft. Schön. Oh, Mann, Alter. Krieg ich hier so auf den Arsch. So, wird's wie... Wat... 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 90 Dinger, Alter. Ey, hier fühlt ihr mich hier nur gerade Kohle für Reparaturen aus. On-Mass Reparaturen. So, warte mal, was ist hier mit dem ekligen Ei jetzt hier? Ist der jetzt schon gut, oder was? So, warte mal. Äh, mein Lager. Verrottet. Ja, das sieht doch gut aus. Dann machen wir halt mal so. Du kommst da hin. Du kommst da hin. Oh, 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 oh. Dann krieg ich mich hier auf die eigene Ohren nicht. Wahrscheinlich nicht. Oder? Ach. Nee. Gut. Dann werde ich mal erstmal kurz in die Stadt zurück. Also, nicht in die Stadt zurück, sondern erstmal schnell zu Captain Nuschel Kaspar nach hinten. Und werde ich ihm seinen Familienwarten wieder nehmen. Ich glaube tatsächlich, es hat immerhin zu gut, das Ding drin zu haben, um schnell irgendwie wegzukommen. Also, ein bisschen ein gutes Boost. So, mein Kleiner. Der Eremit. Na jo. Kann ich für dich tun. Ja, weißt du, wie ich die Trümmer von dir wegschaffen könnte? Ja, das will ich als nächstes wissen. Ist das dein Familienwappen? Du hast dich gefunden. Das hat er noch niemals geglaubt. Was für ein wunderschöner Anblick. Aber nun, muss ich dich um ein Weihring gefallen bitten. Würdest du, dass mein Bruder ein Unfall bringen? Sag ihm, dass es dein Bruder leidut. Und dass ich gerne nach Hause kommen würde. Na ja, ist das... Ja, ne, doch. Ja, ne, doch. Was soll ich nur für dich tun? So, weißt du, wie ich die Trümmer hier wegschaffen könnte? Ja, du wirst wahrscheinlich Sprengladung für diese Felsen brauchen. Mein Bruder ein Unfall hat früher welche hergestellt. Für den Weihring, verstehst du, Alter. Ein dreckiges Geschäft. Aber nun, da die Walle war voll, ist er wohl nicht mehr im Geschäft. Okay, alles klar. Also werden wir wahrscheinlich von dem Bruder Sprengladung erhalten. Denn auf nach Unfällen. Mein Auge da oben wuppt leicht dezent gestresst. Ganz dezent. Okay, so, zack. Angelegt. So, hier ist dein Verrotatral. Perfekt. Er ist wunderbar. Ich kann dir zum Dank eine kleine Summe bezahlen. 150. Gute Fahrt. Super, alles klar. Ich glaube, dieses Wappen gehört dir. Weiter. Es tut deinem Bruder leid. Lässt du ihn zurück nach Hause kommen? Es geht ihm natürlich gut. Dein Bruder muss wieder hierher kommen. Na, komm. Hm, ich weiß nicht. Aber... was er ging. Na gut. In Ordnung. Ich kann ja in meiner Eingewerkschaft wohnen. Nächsten vorerst. Aber ich brauche ja wenig Zeit, um noch auszuhören. In der Zwischenzeit, wenn sie vielleicht etwas für mich tun. Na, versuchst du deine Haare in der Zwischen der Kippe Trümmer zu seiten, um seine Art die Abgehörigung zu schaffen. Sprengstoff. Sprengstoff. Das heißt, ich springe da ein paar Zieren, aber die Kippen war selten, nur besonders instabil zu sehen. Na, man weiß nicht, sie zu finden. Du musstest nur in ein paar Sekunden, bis ich weiß. Ich habe ja keine Sprengladung. Man könnte ihn verfehlen. Na dann. Dann nimmt man her, den Stoff. Hab ich jetzt. Hab ich jetzt. Ich habe ja keine Sprengladung. Wie kriegt der eine Sprengladung? Ja, Sprengladung, Kuppel. Sie kommt nicht zum... Hallo? Hä? Ja, ich glaube, der Bruder muss gleich transportiert werden. Keine Frage. Und zwar senkrecht. So, was ist jetzt? Warte mal kurz. Hier vorne ist das Ding mit der Abkürzung. Aber ich habe keine Sprengladung. Hier, verstehe ich nicht. Warte mal. Also, er sagt, er hat gelbe Fahnen positioniert. Ein auf, ein loser Trümmer. Um sie wegzuschaffen, brauche ich eine starke Sprengladung. Ja, ich weiß. Okay, ich fall jetzt mal rein und... ...tu mal so, als hätte ich eine Sprengladung dabei. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt so random passiert. Ja, immer schön. Ah, so. Und Spreng, bitte. Du zündest die Lunte. Okay. Alles klar. Trümmer zerbröseln. Du solltest dem Beifänger Bescheid geben. Ah, schnell weg. So, haben wir. So, jetzt kann ich dem alten Zhausebart sagen, irgendwie, der Durchgang ist frei. Und jetzt wird er bestimmt sagen, okay, meine Werkstatt ist sauber, dann kannst du dazu rüberholen. So, denke ich, dass es jetzt offen wird. Alles geschafft! Ja, jetzt muss er, als Gott, dieses Echo. Ihr wisst mir, dass ihr die Klippen nicht auch in den Kopf übernimmt. Ihr seid bereit. Will gehen, dass mein Bruder heute kommen kann. Alles klar. So, wie sieht denn überhaupt mein Bruder aus? Oh, die Lampen sind am Arsch. Jetzt aber schnell. Du, aber flieg. So, kleiner Eremitenbruder. Komm schnell mit. Na ja. Dein Bruder vergibt dir. Er hat eine Bleibepflicht gefunden. Ja, so bestimmt. Es fällt mir ein riesiger Stein von der Brust. Der sonst so lange dort liegt, dass ich ihn fast vergessen hatte. Na gut. Ich habe gepackt. Ich bin abreiswertig. Jetzt einfach einfach aufs Prinzip. Der Eremit kommt mit seinen wenigen Habsätigkeiten an Bord. So, knipp, 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 knipp. So, ab nach Unfell. Und flach erlegt, genau. So, zack. Nun, da wären wir. Der Eremit sieht den alten Walfänger, der am Dock steht und auf ihn wartet. Kleiner Bruder. Was ist jetzt zu Hause? Ah, es tut mir leid. Ich war so dumm. Was haben wir bei der? Komm mal rein. Lass mich gerne doch schon nehmen. Die beiden Brüder gehen gemeinsam das Dock hinunter. Einer von den beiden zögert kurz und wendet sich dann zu dir um. Oh, Fremder. Willst du noch mehr Trümmer finden, die über den wir müssen? Ich stelle gerade weitere Sprengladungen her. Komm mal einfach zu meiner Walfängerstation. Oh. Hier, sieh das Haus für deine Hilfe. Ah, schön. Sie haben eine Sprengladung bekommen. Ich habe das Verwinden dafür, weil er massenlich ist. 40 Dinger dafür. 40 Tacken will er dafür haben. Okay. Ja, damit können wir natürlich auch bei unserer alten Inselnmengel erstmal frei machen. Aber als allererster, bevor ich jetzt hier massiv in Sprengladung investiere, repariere ich erstmal schnell den Schiff. Weil ich glaube, ich bin auch in Ditcher und ich bin platt. Denn muss ich unbedingt angeln. Ich brauche Kohle. 60 Dinger. So. Denn auf geht's angeln. Okay, cool. Was, krass. Mann, was für ein Schauspiel hier, ey. Oh, Lachs. Nein. Der sieht gut aus. Oh, und... Und, Fangplatz ist leer. So, Sophia, du's da. Okay, alles klar. Jetzt mal kurz Wege hier. Fahr mal gleich ran. Lachs verkauft. Gibt's natürlich in der Ecke auch eine Menge Baumaterialien, mit denen man... Nein, hier wollte ich gar nicht hin. Hier wollte ich ja nicht hin. Ähm, mit denen man natürlich jetzt seine Sachen aufrüsten kann. Vielleicht einen stärkeren Bughofen. Das wäre natürlich auch eine coole Sache. 83 Dinger. Viel ist nicht. Viel ist nicht. Okay, lass mal losdüsen. Hier vorne war nämlich... Oh, was da vorne leuchtet's? Da düsen wir hin. Das heißt... Vielleicht Mutantenfisch. Ach Gott. Schwarzer Sägebarsch. Oh, okay. Ein Schlafbarsch. Wirbeln und formen ein Wulstig-Milch in Augenäpfeln. Mh, ein dichtscheuer Geselle. Perfekt gerüstet für die Jagd unter Wasser. Sehr schön. Okay, haben wir noch irgendwo was, wo man... mal kurz einen kleinen Abstüpper machen kann? Gefährlich, gefährlich, gefährlich. Vielleicht bringe ich auch erstmal kurz mal meine Ware wieder zurück. Und ich möchte betonen, dass wir bis jetzt immer noch nicht einmal schlafen haben. 86? Mann, Alter. Da muss ich oft... Da muss ich viel hin und her fahren. Verdammt. Hoi. Plötzlich ist so eine Felsformation vor mir hier. So, warte mal. Wir waren da nämlich... Oh, was haben wir denn hier vorne? Was ist das? Das ist doch ein Forschungsteil, oder? Jawohl. Forschungsteil von... Wunderbar. Sehr schön. So, das könnten wir wegsprengen. Könnten wir. Machen wir jetzt aber noch nicht. So, jetzt in da hin. So, jetzt... Steinfisch. Das ist aber ein hessier Biest, Alter. Nein. Nein. Oh, da kommt er, da kommt er, da kommt er, da kommt er, da kommt er. Nüscht wie weg. Mann. Und schon wieder hat er mich erwischt. Das darf doch nicht wahr sein, ey. Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt? Schon noch mal? Was hat mich denn jetzt erwischt? Achso, ich hab den Motor überheizt, ne? Ah, das ist doch... Mann. 90 Dinger, ey. Schöne Ausbeute von 66. Das ist so... Ah. Das ist ein bisschen wittrig. So, wir bauen jetzt mal ein paar große Fische hier. Müssen wir mal ein paar Marline oder ein paar Haie finden jetzt. Was ist denn jetzt das kleine Poplie Piranha ist oder was? So, was haben wir hier? Wo ist das? Ach, schon wieder so ein hessier Viecher. Die bringen irgendwie aber auch nicht so viel, glaube ich. So, was haben wir hier? Kleiner Fisch. Kleine Fische. Wir wollen die Großen haben. Die Großen. Nirgends, wa? Na, ja, war klar. Das war so klar. Wenn Stiefmann ein paar Fische braucht. Oh. Und die wenige Beute, die wir haben, die wurden nur infiziert. Oh, warte mal, wir könnten hier vorne, könnten wir mal die Barriere wegsprengen, weil da leuchtet das ja so schön. Was haben wir denn da? Ein Schiffswrack. So, ein Haufen loser Trümmer, die lassen uns mal wegrollen, benutzen wir zur Sprengladung und Zündes ziehen. Die Trümmer zerbröseln. Oh, ein Schatz, sehr schön, den holen wir uns. Ein paar Ohrringe. Na, wie schön. Sehr schön. Ah, ist so die Spieluhr. Das zweite Relikt, meine Damen und Herren. Wir haben das zweite Relikt gefunden. Sehr schön. Oh, ein schöner Teter Lachs. Und die Dunkelheit kommt. Und wie viel bekommen wir? Okay, gut, dann lasst uns doch mal hier nochmal schnell. Okay, wir können also nicht, dass wir finanziell überhaupt in der Lage sind, uns jetzt eine neue Ange kaufen zu können. Aber wir sind tatsächlich nur noch ein Forschungsteil davon entfernt, sie überhaupt freizuschalten. Das ist schon mal ganz cool. So, die Motoren, das ist natürlich alles so in einer offenen Kiste noch. Ah, warte mal, in einer Werft. Also wir könnten, wir könnten uns jetzt mit diesem Forschungsteil, könnten wir uns die Jute Angel kaufen. Die wir aber auch noch nicht platzieren können tatsächlich, weil da fehlt uns ein, ein Angler. Ein Ansatzpunkt. So, was wir aber mal machen. Wir können mal kurz in den Schwimm-Dock. Hier, zack. Da haben wir nämlich die. Wunderbar. Fertig. Neuer Rumpf wäre natürlich schon cool, weil dann halt wahrscheinlich unser Schiff ein bisschen länger. So, wie viel Platz haben wir? Wie viel Platz haben wir? Nicht viel. Ich würde fast tatsächlich sagen, wir machen zurück zur Schwarzfelseninsel, um das Relikt abzuziehen. Weil das sind sechs Punkte, die jetzt halt mal entsetzt sind. Also sechs Plätze und das ist schon eine Menge irgendwie. Das ist zu viel eigentlich. So, drücken wir mal zurück. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich bedeutet ein neuer Rumpf halt einfach nur irgendwie, vielleicht nicht mehr Platz, aber mehr Robustheit. Mehr Zähigkeit vielleicht irgendwie. Vielleicht kannst du immer mehr angegriffen werden. Warte mal hier vorne. Oh, Schiffswrack. Schön. Da schauen wir mal nach. Auf dieser Insel liegt ein verrotterter Mast, halb bedeckt von Laub. Darunter ein in zwei Teile gebrochener alter Rumpf. Sieh, nein. Hey. Alles klar, schön. Das gibt es umsonst. Das nehmen wir natürlich mit. Wunderbar. Wo sind wir? Ja, noch nicht so ganz an der Schwarzfelseninsel. So, aber die Richtung ist schon mal grob richtig. Da vorne müssen wir hin. Heißt aber auch, dass wir eine zweite Fertigkeit bekommen. Das wäre natürlich auch geil. Was ist denn hier eigentlich? Das ist mir da wurscht. Oh, was war das gerade? Ein Fernglas. Okay. 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 So, warum ist hier? Das ist ein bisschen Smart dringend. Eine verstörende Vision drängt sich dir auf. Dunkle Felsen brechen aus der Erde. Sie bohren sich durch Gebäude und Bäume. Durch Sand und brechende Wellen. Durch die Basaltpfeiler dieser Insel. Die neugeborenen Strukturen knistern vor unbekannter Energie. Zwischen ihnen spannen sich purpurne Bögen elektrischer Spannung. Die Erde behebt einmal mehr, dann liegen die Steine still. Aha. Okay, wird's. Okay, nochmal genau das gleiche. Verstehen. Gut. Ja, ist vielleicht. Also man merkt halt schon, dieser Sammler hier. Mit dem ist irgendwas nicht ganz koscher. Du bist zurückgekehrt. Ich war nicht sicher, ob ich dich wiedersehen würde. Du zerrst die große Musiktruhe in den Raum, die so schwer ist, dass die Bohnendielen unter die Älzen. Den Sammler scheint das nicht zu kümmern. Er ist ganz von der Truhe auf die Truhe konzentriert. Und das hast du an den Klippen gefunden? Ja. Ah. Hervorragend. Dies sollte zukünftige Reisen ein wenig verkürzen, wenn du erlaubst. Er wählt eines der Sammler Bände aus, die aus den Popern und Büchern Buch hängen und schlägt es auf. Er wendet sich in den schwachen Lichtschein und liest flüstern vor. Nach ein paar Sekunden fühlst du, wie dein Magen absackt. Als würdest du von einer Welle hochgehoben. Schließt das Buch und wendet sich dir wieder zu. Fertigkeit, Manifestation. Kehre sofort zur Schwarzfelseninsel zurück. Oh cool. Also, es gibt noch keine Relikte da draußen. Mach dich auf die Suche. Es gibt noch mehr Relikte. Am Riff beim Sternenbecken könnten sich Wrackteile gesammelt haben. Suche zuerst diesen Bereich ab. Ich markiere eine Stelle auf deiner Karte, wo du mit der Suche beginnen kannst. Noch etwas. Äh, das Wort, was du mir vorgelesen hast. Äh, das Buch, die macht der Dinger. Genau, Manifestation. Der Gebrauch dieser Formel löst einen Trance-ähnlichen Zustand aus. In diesem Zustand vergeht die Zeit rasend schnell. Wenn es vorbei ist, findest du dich hier wieder. Wie immer rate ich auch hier von exzessivem Gebrauch ab. Setze sie nur ein, wenn es wirklich nötig ist. Hm. Gibt es noch andere Kräfte, über die du gerne mehr erfahren würdest? Nee, eigentlich nicht. Wir haben ja nicht mehr. So, hatten wir das schon? Ja, wir sind das, wir sind das, wir sind das. Oh Mann. Das Meer will nicht länger kooperieren. Da die Wellen nicht mehr sicher für mich sind, wirst du mein Stellvertreter sein. Was hast du mit dir direkt vor? Nun, sie sammeln natürlich, als Investition in die Zukunft. Noch etwas? Sieh dir diese Schmuckstücke an. Held ich mich nicht mehr so gern, Plunder. So etwas kannst du vielleicht dem Händler in Kleinmark andrehen. Ah, meinen schönen Schmand will er nicht haben. Okay. Cool. Aber das ist natürlich ein geiles Ding, ne? Irgendwie egal, wo wir auf der Karte sind. Wir werden immer quasi genau in das Zentrum hierhin teleportiert. Das ist cool. Also wenn es mal wirklich enge wird, ist das ein geiles Ding. Finde ich gut. So, wir müssen da hin. Oh. Jawoll. Nooo. Nein. Mann, wieso denn? Wieso? Oh nur. So, dann gucken wir mal. Vielleicht können wir das irgendwie anders packen. Das ist halt scheiße. Das dringt halt nichts. So, warte mal. So, aber jetzt kann ich nämlich. Jawoll. So, reicht aber anscheinend eher. Nee, ich nicht. Oh. Oh. So, natürlich wieder zuerst. Oh, die können wir noch die drei mitnehmen. Äh, zurück nach Großmark. Und frische Beute verkaufen. Then we need cash. Also, kann ich nur die Teile abgeben? Die Leuchtturmwärterin wartet am Doktor auf dich. Sie sieht verärgert aus. Ah, okay. Sie wird uns wahrscheinlich immer ansprechen, sobald wir Kontakt mit dem Sammler hatten. Ich habe dich weit herausfahren sehen. Du hast die Tiefen überquert. Hältst du das wirklich für klug? Was ist das Problem? Es fühlt sich ein wenig an, wie das Schicksal herauszufordern, oder? Die Situation hier ist auch ohne deine Provokationen schon schwierig genug. Sie dreht sich abrupt um und geht. Ihre Augen suchen das Wasser ab, während sie am Dok entlang geht. So, wir haben Forschung abgeschlossen für die Vielzweck-Angelroute. So, die braucht aber wirklich, die braucht, braucht die fünf oder sechs? Ich weiß nicht, ob der hier noch mit zählt, hier, der letzte. Aber auf jeden Fall können wir noch mit Küstengehe, Flachwasser, Mangroven und vulkanisch angeln. Mit der Rolle haben wir noch ozeanisch und haben wir eigentlich alle da bedeckt. Uh. Also nicht, dass wir es uns leisten könnten. Das können wir bei Weitem nicht. Was soll ich nochmal erstmal hier? So ein Fischhändler. 115. 512 haben wir jetzt, okay. So, ins Trockendock. Du bekommst das hier. Haben wir noch irgendwas, was ich reinpacken kann? So, das geht rüber. Nee, der Rest bleibt erstmal alles im Lager. Okay, jetzt für die Goldsäcke können wir noch verkaufen und die Ohrringe. Dann haben wir auf jeden Fall schon erstmal ein bisschen Cash. Tatsächlich, ja, also bei der Angel brauchen wir anscheinend nur 5, Gott sei Dank. Für 600. Wenn wir Glück haben, haben wir mit dem Gold zusammen 600. Aber dann geht natürlich auch das hier alles weg. Die Sehnenrolle geht weg und die andere geht weg. Ich könnte eigentlich auch, warte mal, die kann ja verkaufen. Oh, kann ich ja verkaufen. Das mache ich. So, was ist hier eigentlich mit den vergangenen Resten hier? Warte mal. Okay, gut. Also, ich düse mal erstmal schnell rüber nach Kleinmark. Wieder einfach weg. Wollt ihr wirklich jetzt hier ein bisschen warten, bis die Zeit vergeht, oder was? So, Schulterblick ist ja schön. Ich sehe ihn aber leider nicht. Aber man hört... Oh! Es ist schnell. Es ist schnell. Mann, ey. Mein treuer Kunde, bitte in dem Diesel zeige ich meine Wertschätzung. Ich bin sicher, du wirst es nützlich finden. Oh, ein neues Buch. Der entspannte Geist. Cool. Er zieht ein Buch. Es ist ein Stapel auf seinem Tisch und reicht es dir. Es ist voller Staub bedeckt. Aber abgesehen davon in gutem Zustand. Und 245. Wuuuuh. Das ist geil. Das finde ich gut. Schönes Ding. So, denn Kajüte und... Der entspannte Geist. Okay, Relikte. Fangesettende Fische. Das sind jetzt die beiden Missionen, die wir gerade noch offen haben. Okay. Kohletechnisch würd ich mir mal ganz kurz hier vorne nochmal... Oh, hier ist jetzt nochmal ein Hai. Sehr gut. Jetzt eigentlich hier mit den anderen. Können wir uns noch ein paar mehr holen? Ist das auch ein Schatz oder was? Oder? Ja. Ein Schatz. Ist das ein Ring? Abgetragener Goldring. Naja, der würde vielleicht nicht so viel bringen. Aber Kleinvieh macht ja bekanntlich auch Mist. So. Wo wir gerade dabei sind. Makrelen. Denn wir wollen uns ne neue Angel kaufen. Und jeder weiß, der angelt. So was ist teuer. Ist doch wirklich... Oh, was ist das? Groteske Makrele. Schön. Bist du nicht, aber... Wir nehmen dich mit. Schön. Wir holen uns jetzt die Angel. Wir holen uns jetzt die Angel. Die verkaufen wir. Die verkaufen wir. Die bauen wir aus. Und packen es ins Lager. Und du wirst gekauft. Ach nee. Wir haben ja hier noch... Ach shit. Die müssen wir noch ausbauen. Oh, komm. Oh, das ist jetzt nicht geil. Oh, das ist nicht geil. Was soll das denn jetzt? Ach. Können wir noch mal. Kann ich das auf der anderen Seite einbauen? Also das ist scheiße. Das ist scheiße. Also es sind fünf. Aber sie sind falsch angeordnet. Und ich habe jetzt natürlich auch gleich meine Angel verkauft. Ganz geil. Ja, leider sind die Plätze vorgegeben. Hier und hier. Ist das zum Kotzen. Alter, das ist so scheiße. Ja, was soll ich jetzt machen? Das Kalk hier bloß so ein... Die kann ich nicht kaufen. Die kann ich nicht kaufen. Jetzt hat mich das Spiel richtig verarscht gerade noch mal. Richtig schön verarscht. Sag mal, ich hätte ich jetzt ja nicht kaufen müssen. Weil ich hätte das einfach mit der Seenrolle machen können. Ach, ich bin so dumm, Alter. Ach, der tut weh. Ich bin so dumm. Ja. So, na gut. Dann müssen wir jetzt hier erstmal auf eine kleine Angel-Session nehmen. Um diesen Verlust wieder rauszuholen. So, und falls diejenigen, die gerade jetzt frisch dazugekommen sind, sich fragen, irgendwie, äh, was ich hier mache. Bei den Angeln, äh, muss man tatsächlich immer in die entweder grünen oder gelben Bereiche treffen. Ja, wie so ein Quick-Teil, das war die ganze Zeit gerade so episch verkacke. Um halt den Fisch rauszuholen. Ah. Das ist schön, wie viel fett hätte die Grundsie hier. 90. Oh, ich weiß, die ganze Zeit, wo wir jetzt hier abstottern, ey. Oh, Mann. Mal gucken, ob es hier noch irgendwo Haie gibt, hier an der Seite. Hier bringt es hier ein bisschen Kohle. Na, wo sind meine kleinen Haie? Wo sind meine kleinen Haie? Kutsch, kutsch, kuh. Hier sind sie. Okay, dann kann ich exakt mir einen einpacken. Dann schauen wir mal hier hin. Hier waren noch so ein paar schöne und da muss ich mal gleich gucken, ob sich meine Theorie eventuell bestätigt. Wenn jetzt nämlich die Bauteile wieder da sind, ähm, dann kann es durchaus sein, also, das kann es sein, denn refreshen die sich, was ziemlich cool ist. Heißt, du musst eigentlich bloß warten und dann wären halt wieder meine Ressourcen da. Zwar nicht mehr so viel, wie gesehen, aber, ja, sind wir da. Das ist natürlich cool. So, natürlich kann ich hier, gerade nicht so richtig hier brauchen. Brett, kriegt ein Brett noch unter? Jeden Brett kriegt noch unter. Ja, klein Vieh, ne? Boah, mit der Angel ärgert mich wirklich. Das ist, das ist, äh, tatsächlich ein bisschen unfair vom Spiel. So, okay, ich tüße mal schnell rüber. Oh, 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 ho, ho, ho. Ey, Schwein ihr habt. Richtig Schwein gerade ihr habt. Wer hat es auf mich abgesehen? 141. Trockendock. Okay, also ich brauche Stoff und ich brauche nur noch Bretter eigentlich. Und 500 Dinger für den neuen Rumpf. Das ist ganz schön viel. Das ist ganz schön. Das sieht dort aus hier. Das ist ja fürchterlich. Das muss aber nochmal groß sein, ne? Mal eins kurz hier mal aufräumen. Im Lager, das kann ich so jetzt... Das ist nicht das Lager. Hier. Das geht ja gar nicht. So, schon besser. Die Frage ist, wozu braucht diese Vollnüß die Lumpe noch? Kufen tut es auch keiner? So, der entspannte Geist wurde gelesen. Wunderbar. Schön. So, hier hinten waren noch auch... Hier vorne waren noch auch Bretter, ne? Ja. Bestens. Hier holen wir uns. Vielleicht gehen wir mal drei raus. Das war nicht. Nein, es ist exakt eins. Nein, es ist exakt eins. Hier holen wir uns. Vielleicht gehen wir mal drei raus. Die sind 20. Nein, es ist exakt eins. Und das war das? Ach, der viele? Ach, das ist aber süß. Okay, das sind Metallteile. Die kann man jetzt nicht gebrauchen. Und warum muss hier vielleicht nochmal... Kann man auch nicht. Reicht nicht. Schnapp enough. Schnapp enough, please. Es mangelt an meinem Schiff... Einfach an allem. Und wie? An Platz. An Motorleistung. An Licht. An Angeln. An allem. Einfach an allem. Stattdessen muss ich kleine Peilkalamare fangen. Die nüscht einbringen. Nüscht, sag ich. Nüscht. So. Trockendock. Ah, Eimerstoff noch. Gerade gelesen hast du natürlich vollkommen recht. Jojo. Eimerstoff hätten wir noch reinpacken können. So. Könnt ihr den kleinen Ring da oben verkaufen? In dem Kleinmark. Und dann einfach mal schauen, was vielleicht oben in der Ecke noch zu finden ist. Da, wo die Rochen gefunden haben. Vielleicht finden ich ja noch mal 1,2 Rochen. Schwerst du? Jawoll. Kleider Meeres. Flip, flap. Du kannst doch nicht irgendwie hinkriegen, dass ich 2-Jährigen kriege, oder? Nein. Okay. Nehme mal einen. Späder zu den Nachfingen. Davon kann man auch noch ein paar mitnehmen. Stachelbarsch. So, mal schauen, was wir für den alten, abgetragenen Gold drin bekommen. 15. Das ist ja eine Beleidigung. So. Eine Beleidigung. So. Eine Beleidigung. So. Squiddies. Gehen wir noch mit. Machen wir alle voll. Also, 2 noch. Und dann gehen wir Fische verkaufen. So. Ja, 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 ja. So. Also, sobald er immer noch über ein 100er ist, ist das in Ordnung. Irgendwie. Also, ein Kleinvieh macht halt auch Mist. Mit der Zeit. Aber man macht halt keine exorbitanten großen Sprünge hier, ne? Das ist halt ein bisschen schwierig. Noch. Mal gucken, wann hier irgendwann der Gamechanger kommt. Ob der überhaupt kommt. Oder ob ich nicht einfach einen fatalen Fehler gemacht habe, niemals schlafen zu ihnen hier. Oh. So. Der würde richtig einbringen. Gold. Kann ich bloß hoffen, dass der jetzt hier nicht irgendein Scheiß mehr an Bord springt. So. Okay. Bretter. I need the Bretter. Oh, ne. Oh. Das Licht darf nicht ausgehen. So. Fische, Fische, Fische. Okay. Ach. Wann mal da vorne? Wann mal was? Hier hatten wir ja den Alten gerettet. Hatten wir das hier abgegrast, ja? Hm. Schade, schade, schade. Okay. Verstehe. Na gut. Wann mal abgegrast. So. So. Was haben wir hier noch? Oh. Kabeljau. Why not. Gut. Die kriegt man jeweils schön unter. So. Oh. Schade, schade, schade. Hier wurden mutierte Haie hier. Das müssen wir mal merken, die Stelle. So. Bei Gewitter draußen auf dem Meer zu sein, ist jetzt auch nicht so clever, muss ich sagen. So. Schnups. Die Wupps sind wir da. 182. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Und so, wenn ich viel Glück habe, zieht da jetzt wirklich einen mutierten Hai raus und dafür gibt es richtig Kohle. So. Das würde ich gut finden. Aber an meinem Glück. Boah. Hätte ich da vorne eigentlich einen Wracker noch mit? Oder nicht angesteuert, wa? So. Hier vorne haben wir Ohr noch was. Sieht so ein bisschen nach Schatz aus. Mal schauen, was es wird. Ohrringe. Hier. Mantas haben wir hier vorne. Okay. Oh, ja. Hier waren wir noch nicht dran. Schön. Der einst solide Rumpf liegt nun zerschmettert am Strand. Das Hekt ist komplett eingedäubt. Versuche ins Hekt zu gelangen. Du ziehst dich ein bisschen näher ran und kannst dann in den hinteren Teil des Wracksleitern. Du siehst dich um. Uh. Sehr schön. Nochmal Ohrringe. Hier. Ein Forschungsteil. Das ist ja cool. So. Damit ist aber auch schon die. Der Platz für den Hai einfach weg. Jetzt. Mein hübscher. Da. Der ist. Gone. So. Nein. Jetzt mal kurz mal schauen. Naja. Kannst vergessen. Irgendwie krieg ich hier nicht mehr unter. Den krieg ich hier nicht mehr unter. Jetzt noch vielleicht irgendwelche Bergungsstellen für Baumaterial. Wäre halt echt geil. Das würde ich gut finden. Mann mal hier vorne. Ah. Da sind Bretter. Hier ist ein Bretter. Schnell. 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 Wahrscheinlich werden wir bloß eins kriegen. Oh. Sonst. Der Meeresgott wirklich holt. Zwei. Und damit. Können wir. Oh. Da hat schon wieder was gehüpft. Äh. Damit könnten wir. Den neuen Rumpf kaufen. Hm. Nice. So. Föhr. Wo geh ich ja nicht hin? Hab ja nichts. Wenn ich einfisch. So. Äh. Das haben wir gekauft. Das haben wir gekauft. Hier müssten wir jetzt mal motortechnisch ein bisschen aus der Pusche kommen. Hm. 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 Also. Le Rumpf. Zack. Kostet 500. Verbessert dein Boot auf eine Stufe 2. Und fügt neue. Oh. Fünf neue Frachtplätze hinzu. Das ist geil. Und hält einen zusätzlichen Zusammenfall aus. Das ist das was wir haben wollen. Sehr geil. Mehr Platz im Frachtraum. So. Und hier geht's jetzt auch los mit den nächsten Sachen die wir aufwerten könnten. Motor. Ah. Wisst du was? Haben wir ja da. Flack geht erstmal hin. Was wir haben? Haben wir. Frachtraum. Uh. Frachtraumverbesserung ist auch sehr sehr schön. Super cool. Super cool. Super cool. Super cool. So. Wie sieht's jetzt hier aus? So sieht jetzt unser Lager aus. Ja, hier hat sich tatsächlich jemand ein Schild haben. Wir haben jetzt einfach nur mehr Frachtraum. Was aber cool ist. Wir haben mehr Frachtraum. Immerhin. Erstmal die Angel. Wir können sie immer noch nicht holen. Uns fehlt quasi der nächste Angelpunkt. Es sei denn, du meintest jetzt gerade das hier. Weil ansonsten nehmen wir das dann. Genau. Gute Idee. Dann machen wir das so. Dann nehmen wir das hier alles raus. Und machen als nächstes erstmal den Angelpunkt. So. Immer Stoff. Immer Brett. Und wir könnten uns für 100 dann quasi den neuen Angelpunkt kaufen und könnten dann endlich entweder hier oder hier drüben die neue Angelrin setzen. Das ist ziemlich cool. So. Ja, was wir bis jetzt noch echt stiefmütterlich gemacht haben, sind quasi Netze. Wir haben noch mit keinen Netzen gearbeitet. Lebensdauer. Zwei Tage. Das heißt, wir müssen nicht alle Furznase reparieren, ey. Hm. Ich bin ja kein Freund von Körbe. Drei Tage. Sechs Tage. Aber die werden dementsprechend kosten. Also wir haben mit Körben und Netzen immer Dauerkosten. Wahrscheinlich werden wir mehr fangen damit. Aber eigentlich auch nicht. Zweimal stand er gerade da. Ausbeute. Zweimal pro Tag. Zwei bis dreimal pro Tag. Naja. Ist jetzt halt die Frage, ne? Wie viel kommt mit so ein paar Krabben rum? Luxus-Außen-Border. Hm. Strahlenantrieb. Okay, also auf dem müssen wir perspektivisch inarbeiten. Das heißt, wir müssen die erstmal alle haben. Wir müssen uns die alle holen. Catch them all. Okay. Ablegen. Ist ein schöner Lärm hier. ein schöner Gedröhne hier. Überall. Was denn hier nun schon wieder los? Steve ist voll im Shoppingrausch. Ja, absolut. Warte mal. Jetzt können wir hier erstmal ran. Die sammeln wir ein. Ja, den Korb könnten wir jetzt auch mitnehmen tatsächlich. Oder müssten wir es ja mitnehmen. Den reparieren. Aber es ist halt immer die Frage, was kommt bei rum, ne? Irgendwie. Bin ein bisschen skeptisch. 43. Reparatur war, glaube ich, also einer kostet 100. Reparatur war, glaube ich, ein Viertel davon. Kann man es sein? Also auch ein bisschen unverhältnismäßig. So, das nächste Ding ist quasi hier im Sternenbecken. Da ist das nächste Relikt zu finden. Oh, das ist ja nicht der Teufelsgrad. Oh, nee. Windstrang. Na dann hin da. Okay. Let's go. Suche unser Sternenbecken. No. In the middle of the night. Vielleicht hole ich mir aber jetzt erstmal hier nochmal ein Hai. Jetzt muss ich ja gerade sehen. Sorry, dass ich hier ein bisschen greedy bin. Können wir jetzt vielleicht zwei Haie. Können wir. Können wir. Jawohl, Alter. Wir können zwei Haie jetzt lagern. Das ist geil. Ash ist super. So, verkaufen wir erstmal nochmal schnell jetzt ein Tant hier drüben. Und mit zwei Haie kriegen wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen Kohle zusammen jetzt hier. Machen wir mal. Dann haben wir auch Tageslicht, wenn wir mal rüber düsen. 50. Also beim Händler ist wirklich echt die Ausbauung das Mau. Das eine Mal war recht gut, tatsächlich, wo wir da 240 hatten. Aber ansonsten ist das halt Saphitis ist eine Maukiste. Ist eine Maukiste. Aber unser Boot sieht schon ein bisschen besser aus, kann das sein? Vorher war das so eine Klitsche. Jetzt haben wir schon eine richtige Metallverbordung an der Seite. Bam, Alter. 231 Dinger, ey. So muss das laufen. Jawohl. Supergeil. Na dann, auf zum Sternenbecken. So, irgendwo da hinten. Oh, warte mal. Da vorne ist noch so ein Schiff. Da können wir mal vorbei. Hey, haja. So voll greedy, Alter. Komm hier nirgendwo hin. Weckst du in die Haie jagen. Mann, 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 Mann. So, ich hab immer noch den Korb ausgewählt. Dann kommen wir natürlich nicht so weit. Oh, schöne, schöne Materialien. Wunderbar. Na bitte. Hallo, hallo. 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 So, ihr dredgedt wie ein großer. Tatsächlich, ich glaube, auf D-Max war das irgendwie, irgendwie so Typen Holzfäller in Alaska irgendwie, wie sie denn da wirklich mit so einer Dredge die ganze Baum rein, die ganze Schonung platt machen irgendwie mit ihm. Sieht doch so krass aus, ey. Also schon, schon beeindruckend irgendwie, was du für ein Typ, für ein Typ Kerl sein musst irgendwie, um das durchzuziehen. Ist natürlich auch trotzdem halt totale Scheiße, was wir da machen irgendwie. So halt diese Massenabholzung. Oh, sag mal da, Silberschmuck. Schön. Aber die arbeiten halt auch so mit so einer Dredge. So, das ist, glaube ich, ein Metallteil, ne? Das ist jetzt ein bisschen... Obwohl, ich nehme eins mit. Wenn ich Glück habe, treffe ich ja da oben auch irgendwie einen Händler oder irgend so wird. Ich weiß, ich bin jetzt sehr, sehr optimistisch. Es sind 16 Uhr. Uh. Nun aber flink. Oh, und das ist schon wieder nächstes Mal. Oh, witz, ne? Wo ist das? Das sieht doch aber so geil aus, oder? So Sonnenuntergang dabei. Oh, Mann. Warum hat der denn jetzt schon wieder auf den Korb gewechselt? Ich fange mal auf die Festung zu. Oh, krass. Komm mal hin. Die luminisieren Fische jetzt überall. Cool. So, hier vorne haben wir nochmal eine Flasche. Aber ich würde jetzt erstmal reinkommen, wenn es mal... Machen wir den Weg. Nehmen wir die extra Meile. So, zack, haben wir. Dägen wir mal das Ding da vorne durch erstmal. Aber hier können wir noch nicht fischen. Forscherin. Oh, hallo. Ich hatte nicht mit Besuchern gerechnet. Wer bist du? Ich bin Fischer. Ich bin Toast. Ja, das dachte ich mir schon. Aber ein Fischer so weit draußen? Das ist seltsam. Nun, es ist mir jedenfalls ein Vergnügen, dich kennenzulernen. Ich habe seit Monaten keine Menschenseele gesehen. Tatsächlich könnte ich ein bisschen Hilfe gebrauchen, falls du Zeit hast. Wobei brauchst du Hilfe? Ich brauche Hilfe bei der Beschaffung von Proben für meine Studien. Ursprünglich war ich auf dem Forschungsaußenposten im Inneren des Beckens tätig. Aber der wurde angegriffen. Eine riesige Kreatur tauchte aus der Tiefe auf und zerstörte den Außenposten. Nun ruht sie im Zentrum des Beckens. Ich bin hier geflohen und habe so gut es ging improvisiert. Aber ich musste den größten Teil meiner Ausrüstung zurücklassen. Meine Forschungen liegen deswegen auf Eis. Wirf doch einen Blick auf die Liste der Exemplare. Du kannst sie dann hier abliefern. Okay. Wahrscheinlich wirst du mit unterschiedlichen Techniken experimentieren müssen, um sie alle beschaffen zu können. Okay, gut. Das ist halt Leuchtener Oktopus. Auroraqualle. Ach du Schande, ey. Leuchtkeimer. Noch etwas? Wegen der Proben, die du suchst. Ja. Achso, okay. Alles klar. Geht's einfach nur raus. Erzähl mir etwas über dich. Na gut. Da gibt es aber nicht viel zu erzählen. Ich habe die Biologie an der Universität von Erzhafen studiert. Es war eine harte Zeit. In dem Jahr gab es dort keine einzige Studentin. Was auch für das Jahr davor galt. Und für das Jahr vor diesem Jahr. In einer solchen Situation ist es schwer, sich nicht wie eine Außenseiterin zu fühlen. Verstehst du das? Ach, wahrscheinlich nicht. Nach meinem Abschluss bekam ich einen Jog bei der arktischen Biologischen Forschungsgesellschaft. Und dann wurde ich hierher versetzt. Ganz allein. Ich dachte, ich würde die Ruhe und den Frieden schätzen. Aber ich vermisse Gesellschaft. Ich hatte immer Freunde oder wenigstens ein Haustier. Da draußen gibt es nur Maschinen. Noch etwas? Was für eine Kreatur war das, die dich angegriffen hat? Also ich hatte den Eindruck, dass es eigentlich die Forschungsaußenposten angreifen wollte und gar nicht mich. Ich nehme an, es fühlt sich von meiner Forschungsaußen ausrüstung gestört. Dutzende von Maschinen, alle von einem lärmenden Generator angetrieben. Er war riesig. Größer als jedes andere Meereslebewesen, das ich je studiert habe. Es griff mit seinen Tentakeln an. Es handelte sich wohl um eine Art Kalmar oder Oktopus oder einen Seeanemone. Ich hatte eines meiner Forschungsboote auf der Rückseite der Station verteut. So konnte ich flüchten, während die Kreatur an der Vorderseite wütete. Ich musste dort wertvolle Daten und auch Ausrüstung zurücklassen. Aber ich gehe nicht weiter, wieder dahin. Ich kann nicht. Ich kann mich dem nicht noch einmal stellen. Ist dir etwas Ungewöhnliches aufgefallen, seit du hier angekommen bist? Jetzt, wo du es erwähnst, ich war so beschäftigt mit den Angriffen und damit mich hier nur einzurichten, dass ich das beinahe vergessen hätte. Ich habe diesen Brief gefunden. Die sind von meiner Schwester. Sie hat sie mir während meines Studiums geschickt, bevor sie... Die Forscherin schweigt einen Moment lang und starrt ins Leere. Jedenfalls habe ich sie immer wieder zwischen meinen Papieren gefunden. Ich kann mich gar nicht erinnern, sie eingepackt zu haben. Dann tauchte sie immer häufiger an den seltsamsten Stellen auf. In meinen Netzen, in meinen Proberöhrchen. Ich hatte diese Briefe noch nie zuvor gesehen, aber es war ihre Handschrift, ihr Name auf dem Umschlag. Sie erzählten von Dingen, die sich erst nach ihrem Tod zugetragen hatten. Ich kann es mir nicht erklären. Hm, okay. Spannend. So, mein Lager. Und zwar, wir hatten ja ebenfalls nochmal einen Brief gefunden. Wir sind jetzt verlobt. Wir sind jetzt verlobt. Es ist mit mir in der Nähe, in der Mitte des Sternenbeckens gesegelt. Er ist mit mir in die Mitte des Sternenbeckens gesegelt, um von dort aus die Lichter zu betrachten. Wir haben stundenlang geredet, was wir schon so lange nicht mehr gemacht haben. Und wir warteten und hofften. Nach Mitternacht. Wir waren schon ganz aufgekratzt und fast hysterisch von Müdigkeit. Erschienen die Aurora dann am Himmel. Als ich ihn erblickte, um seine Reaktion zu sehen, knete er schon vor mir. Ich weiß nicht einmal mehr, was er dann genau gesagt habe, aber ich weiß, ich habe ja gesagt. Der Ring ist wunderschön und rund und mit Engelstein besetzt. Ich kann die Augen davon, ich kann die Augen nicht davon abwenden. PS, ich war mir nicht sicher, unter welchem Datum ich diesen Eintrag ablegen soll. Gestern oder heute. Schließlich ist es zwischen den Tagen passiert. Aber die Sache ist sicher bedeutsam genug, um noch mehrere Einträge darüber zu verfassen. Ja, bestimmt. So, ach nee, wir haben ja noch nichts weiter gefunden. Können wir, doch, warte mal, wir haben, wir können, wir machen das mal so. Rennenslager, damit wir Platz haben. Zack. Und Ablegung. So voll bescheuert sich so eine, oh nee, 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 dich will ich gar nicht andocken, du, geh mal weg. Ich muss weg. So, wo sind wir denn hier jetzt genau? Das Ding ist in der Mitte. Aber, ich glaube, der große Monster ist in der Mitte, wie sie gerade sagte. Ich möchte jetzt eigentlich nicht hin. Hinten ist noch eine Stadt. Ich möchte da hin. so, Mitternacht. Oh, was ist denn hier? Ah, Oktopusse. Oktopusse. Das ist aber doof. Mann. Verschwendet so viel Platz. Ja, ist nicht schön. Ist nicht schön. So, warte mal. Einen Oktopus haben wir jetzt also gefunden. Den können wir hier eigentlich gleich instant geben. krass, wie man so die Leuchtturm sieht, ne? Ist halt echt cool. Ah, was schlifft in den Frachtraum? Danke. Ich denke mal, wenn ich jetzt warten würde, wurde er immer... Oh, noch ein Brett. Schön. Wurde er wahrscheinlich immer mehr infizieren. Kann natürlich auch sein, dass irgendjemand von mir infiziert hat, Fischgelumpe haben will. Kann natürlich auch sein. Warte mal, ich bringe erst mal das Zeug zurück hier. Gibt es ja eine Menge zu holen, Wegsehe. Uh, gibt es Haie. Nice. Oh, nein. Schweinjahrt. So. Wegen dieser Proben. Das passt. Sehr schön. Das haben wir doch schon mal. Wunderbar. Noch etwas? Nein. Ich breche auf. Bye, bye. Okay, das kann man hier hinten nicht angeln. So, schauen wir mal kurz hier vorne. Jetzt haben wir hier haben wir Fische. Und hier vorne waren die Bretter und drüber noch ein Schatz allerweil. was? Ja, genau, genau, genau. So, holen wir uns erstmal noch die restlichen Bretter. Die Bretter, Denver, denn wir bauen sie für die neue Angel aus Rostock. Genau, so, so. Oder mal. So. Nehmen wir natürlich auch ein Forschungsteil immer gerne an. so, drei Stück. Supergeil. Schatz, oh, ho, 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 ho. Ein Ring. Okay. So, dann lass mich mal schauen. Hier vorne war nämlich auch noch mal eine kleine Insel. Wenn ich mich nicht recht irre, ist es eine Händerin. Eine Reisende, oder? Sieht so aus. Das wäre natürlich cool. Wäre perfekt. So. Okay. Jawoll. So. Verkaufen. 81 Buletten. Schön. Dann ran an das Schwimm-Doc. Wir wollten nie angeln. Und wir können... Nein, wir können... Nein. Wir brauchen noch einmal Stoff. Scheiße. So ein Mox. Haben wir noch? Ja, haben wir. Na? Also wenn wir jetzt einen Stoff aller finden, das wäre super. Das wäre sehr, 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 sehr gut. Also mit den Lampen hier oben ist aber auch... Wo sind denn jetzt drin? Achso, das ist Rumpf, ne? Ja, das ist Rumpf. Okay. Ich wollte gerade sagen, die Lampen... ...teile da links und rechts oben. Das ist ja Quatsch. Das ist ja... ...golos. So, H... Oh, was ist das hier vorne? Fische? So ist das... Ist das hier auch ja so ein... ...so ein Fisch-Ding? Oh, nee, nee, nee. Ist das nicht, ist das nicht, ist das nicht? Oh, so ein Mimik, Alter! Oh! Mann! Oh, er rastet voll aus. Oh, hier müsst ihr wirklich wie Schweins aufpassen hier, ey. Ah, nein, hau... Ach, scheiße, hier brauche ich eine Sprengladung für. Die ich natürlich nicht habe. Schade. Schade, 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 schade. Und das ist, glaube ich, ganz schön mit weg. Joop. Naja, so wird jetzt auch nicht, aber wird's auch nicht, wo man mal schnell hindüst. So, was haben wir hier? Oh! Im flachen Wasser springt ein dünner, brauner Hund herum. Von Zeit zu Zeit versucht er, sich einen der kleinen Silbienfische zu schnacken. Seine Technik ist wenig effektiv. Geh an Bord. Oh! Du springst von Bord, das überschaukelte Oberschenkeltiefe Wasser. Der Hund unterbricht seine erfolglose Jagd und sieht zu mir hier rüber. Rufe den Hund, wirf den Hund ein wenig Fisch zu. Du wirfst ein paar Essensreste in die Nähe des Hundes ins Wasser. Er stürzt sich darauf und schluckt dabei mehr Wasser. Oh, Mann. Nähere dich langsam. Du wartest auf das Ufer zu. Als du näher kommst, weicht der Hund ein wenig zurück. Dann setzt er sich. Du wirf jetzt dem Hund ein bisschen Essen zu. Du wirfst ihm noch ein bisschen Essensreste zu und frisst dabei auch Sand mit. Alter, was ist denn? Warte mal. Nähere dich langsam. Er läuft nervös weg und versteckt sich in einem Busch. Ein Moment später taucht er wieder auf. Rufe den Hund. Du lockst den Hund mit sanften, ermutigenden Worten. Er nähert sich vorsichtig und bleibt dann knapp außer Reichweite stehen. Halt ihm einige Fischreste hin. Du bietest ihm an der Handfläche einige Fischreste an. Der Hund nähert sich zögerlich, beginnt dann aber daran zu schlecken. Streichel den Hund. Du streckst die Hand aus und tätschest den Hund sanft. Er scheint zu verstehen, dass du keine Bedrohung bist. Ja. Er scheint ihm zu gefallen. Mhhh. Ach schön. Wir haben Hundi. Du gehst zum Boot zurück. Während du durchs Wasser wartest, hörst du das plätschende Geräusch von vier Beinen, die das Wasser durchflügen. Du hältst an und drehst dich um. Der Hund steht ein paar Schritte hinter dir. Er hebt Frank den Kopf. Na, ist natürlich klar. Wir verscheuchen ihn nicht. Wir nehmen ihn natürlich mit. Du gehst weiter. Jetzt ist der Hund mit an deiner Seite. Er wedelt so begeistert mit dem Schwanz, dass das Wasser hinter ihm auch scheint. Oh. Ja. Oh Schnursepesel. Er liegt schon von alleine. Oh. Du hebst den Hund an Bord. Er sieht sich kurz um. Dann rollt er sich zusammen und sie zu dir hoch. Vielleicht findest du ja ein richtiges Hause für ihn. Äh. Na, die Wissenschaftlerin hat ihm nicht gesagt, dass sie, dass sie weniges Haustier oder was haben will? Hat sie doch gesagt? Hat sie doch. Hat sie doch. Hat sie doch, oder? Gute Wissenschaftlerin. Die ist doch so allein. Brad. Brad picked. So. Erstmal dredgen wir hier mal ein bisschen. So. Wenn wir jetzt hier noch Stoff finden würden, dann werdet ihr ja fast nichts am Aushalten. Noch mehr Bretter. Fuck. Naja. Was haben wir? Haben wir. Es wird die Zeit kommen. Da wird Holz ein knappes Gut sein. Uh. Verkackt. Jetzt hab ich auch wieder wie so ein, wie so ein auf den Kopf vier Fallen eingestapelt hier. Also man kann es ja nicht anders sagen. So. Kann ich das dann irgendwie ein bisschen eleganter hinbekommen? Nein. Es ist tatsächlich schwierig dadurch, dass du halt immer vier Fixpunkte hast irgendwie. Und den Rest musst du irgendwie drumrum schrauben. Sch. Sch. Geht alles nit. Sch. Geht alles nit Gut. Dann bleibselt da. Oh, was ist das? Jaaah. Jawoll. Stoff. Es ist Stoff. Das was wir brauchen. Das was wir brauchen für die neue Angel. Klasse aus. Einmal? Wong. Magic. Nein! Oh! Ah! Okay. So, wir haben zweimal Stoff. Und können nochmal zurückkehren. Das ist ein kleines lustiges Dorf. So, lass mich raten. Hier haben wir noch einen kleinen Schatz. Oh ne, ein Wirtschaftsteil. Ein Forschungsteil. Das ist der Wirtschaftsteil. Sehr, sehr schön. Na dann, zurück. Kommen wir jetzt hier durch. So, und hier in der Mitte? Oh je, ja, da sieht man schon die Tentakel, oder? Ja, da schwimmen wir mal nicht drüber. Aber das lassen wir mal schön sein. So, bollern wir erstmal hier rüber. Zur Händlerin. Da können wir uns die neue Angel kaufen. Aber ich freu mich. Endlich. Endlich. Schlumpf die Wumpf. Lalalala. Habe ich geholt einen Fisch. Ich habe ja keinen Fisch gefangen. Das ist schon so aus. Nimmst du auch Hund? Nein. So, okay. Wir wollten, wir wollten angeln. So, für 100. Kauf ich für 100. Drei Angelplätze. Yes. Und wir haben auch gleichzeitig. Für 300. Mehr Laderaum. Yes. So, hier können wir schon mal ein bisschen was hinpacken. Habe ich nicht auch was? Ne. Wunderbar. Wunderbar. So, den Ring packen wir mal auch ins Lager. So, dann können wir jetzt erstmal nochmal schnell die beiden, ähm, die Wirtschaftsteile, die Forschungsteile verbasteln. Beim Motor, habe ich gesagt. Genau, hier packen wir einen hin. Den wollen wir haben. Den wollen wir haben. Weil selbst wenn ich den jetzt kaufe, der macht 52,5 Knoten, hat aber tatsächlich 5 Teile, die er wegnimmt. Jetzt mache ich, ich glaube 51 Knoten. Und habe auch 6 Teile. Naja, also ich würde tatsächlich, wenn ich den jetzt kaufen würde, nicht viel dazu gewinnen. Den Knoten. Da warte ich lieber auf den nächsten. Der hoffentlich wesentlich mehr sein wird. Weil wie gesagt, ich muss halt tatsächlich eh alle Punkte vergeben, um da überhaupt hinzukommen. Wie das ja aussieht. So. Okay. Aber lass uns mal schauen, vielleicht, ähm, dass wir jetzt den Hund abbeben können. Ich fahr mal außen lang. Vielleicht entdeckt man da was schöne Pläne da vorne. Was ist denn das? Ach geil. Eine Kiste an der, an der Kette. Inspizieren. Lalalala. Komm, wir drehen uns einfach da mal hin. Das ist super. Schön. Knapp unter der Wasser- und Oberfläche treibt eine Truhe. Gehalten von einer Kette. Tief. Die Tiefe in die Tiefe führt. Die, die in die Tiefe. Äh. Lol. Hallo. Checkpots. Checkpots, Baby. Der Teller. Schön. Krass. Ein Walhai, ne? Cool. Also. Ich meine, kein Kopf mehr machen. Aber alles, was jetzt irgendwie so groß war und plötzlich irgendwie auftaucht. Hier ist ganz schön Verkehr. Ich mach mich mal vom Acker hier. Das ist mir ganz schön, hier ist ganz schön was los. Oh, wir kriegen total Bock Monkey Island zu spielen, wenn ich jetzt so sehe und höre. Oh, na mal. Schaust aus. Den hol ich mir nachher auf der Rücktue. Den hol ich mir auf der Rücktue. Außer jetzt kann ich den Hund jetzt hier abbiegen. So. Okay. Gucken wir mal an. Forscherin. Oh, du bist es. Was kann ich für dich tun? Dieser Hund hat kein Zuhause. Willst du ihn vielleicht? Ein Hund? Oh, ähm. Lass mich mal sehen. Der Hund springt auf die Forscherin zu. Sie geht in die Hocke, um ihn zu streicheln. Der Hund schlägt ihr das Kinn ab. Ich würde ihn dir gerne abnehmen. Ich würde mich sehr über die Gesellschaft freuen. Bist du sicher? Ja, du sollst dir den Hund nehmen? Ich glaube, ich würde den Hund doch lieber behalten. Na, ist halt schwierig. Natürlich will ich den Hund behalten. Aber wir wollen ja einen schönen Zuhause für ihn finden. Ich glaube, bei ihr ist gut auf ihr rum. Du kannst den Hund haben. Oh. Gut, gut, gut. Ja, ich danke dir. Oh, wir werden uns gut verstehen. Er kann mein Assistent werden. Plötzlich richtet sich der Hund auf und beginnt zu wirken. Das ist sehr gut. Schön. Vielleicht verlasse ich mich vollkommen unkommentiert jetzt mal. Sekunden später bricht er sich auf den Boden. Etwas glitzern und ein Schleim ist in der Masse. Oh, äh, das ist ja interessant. Das gehört von dir. Wenn du es willst. Noch ein Ring. Meine Fassi. Ich kann den Rest sauber machen. Keine Sorgen. Schön, schön, schön. So, Hammerhai, komme. So, wie sieht überhaupt mein Inventar aus? Oh. Männchen voll. Ihr kriegt ja kein Hammerhai unter. Denk ich mal. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Den normalen Hai? Ja, ne? Den dürft ihr kriegen. Oh, hier ist doch ein Hammerhai. Oh, shit. Ja, nee. Alter. Der blöde Teller. Das ist der Teller. Jetzt ist mal die Frage. Was bringt so ein oller Teller? Matte Silberplatte. Aber selbst wenn, würde ich nicht hin, was? Nee. Deswegen den Teller weghau jetzt nicht. Oh, scheiße. Ja, das ist ja Schau. Das ist ja total scheiße. Oh, warte mal. Kann ich den hier irgendwie anders positionieren? Hochkant. Ja, ja. Ich überlege gerade. Ganz kurz hier mal ein bisschen beiseite gepackt. Das ist alles nicht optimal. Das ist alles nicht optimal. Aber es geht. Hooray. Got it. So, gut. Den verkaufen wir. Wo bin ich überhaupt? Du bist doch arschduster. Kein Plan, nur keine Düse. Das ist nicht überhaupt. Oh, warte mal. Das sind doch hier. Die müssen wir auch haben. Hallen. Also, um zu wissen, hier sind sie. Was sind diese roten Leuchtsäulen? Was ist das? Wo ist das? Oh, warte mal. Hier vorne haben wir auch noch was. Der kann zwar jetzt nicht nehmen, aber ich schau mal rin. Die Wellen schlagen gegen das sich am Ufer sammelnde Strandgut. Schau hinein. Oh, Schatzkarte. Schau mal. Schau, schau. Da schauen wir noch mal vorbei. Na ja. Hier haben wir noch ein bisschen Holz. Oh nein. Und hier findet es auch noch so... Egal. Komm. Wir verkaufen jetzt erstmal den Hai. Wir haben jetzt auch gerade eine Menge Kohle aussehen. Müssen wir erstmal ein bisschen Geld in die Kasse spülen. Ist ja nicht so weiter. Bleibt so kaputt. Ja, genau. Da vorne auch. Ah, überall Mutationen. Ach, sag mal. Der zeigt... Der zeigt die Relikte an. Kann nicht sein? Weil vorhin hatten wir... Oh, hoppala. Vorhin hatten wir ebenfalls so ein... Auslanding zu sehen. Da war ein Relikt. Das heißt, da ist umgeregt. Also klar. Loadkarte. Frischmarkt. So. Was kriegst? 171. Cool. Nehm ich. So, dann kann ich das nämlich auch schön erstmal... Wegpacken. Ins Lager. So, durch Verbastel bauen wir noch. So, hier vorne habe ich doch noch irgendwas. Hier ist da eine Mutation. Im Start. Bei den Krakis. Und jetzt setzen sie erstmal sehr normal aus. Oh. Medusen-Oktopus. Ja, der ist ein bisschen special. Der ist special. Die nehmen wir. So. Okay. Ja, cool. Okay. Verkaufen wir gleich. Sind wir leer. Ich denke mal die... 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 Die Oktopoden. Die werden wahrscheinlich nicht so viel bringen. Bis vielleicht auf die Mutanten. Oh. Das ist 250. Immerhin. Ja, man muss das einfach mal frisch auf den Tisch bringen. Das ist das ja eines. So. Lass mich raten. Das sind doch auch hier so ne... Genau. Davon nehmen wir mal einen mit. Magst du jetzt die neue Angel einbauen? Oh. Jawoll, jawoll, jawoll. Danke, dass du das erwähnst, der Junge. Schon wieder fast vergessen hier. Die neue Angel. Now it's time. Hab ich die Kohle überhaupt dafür? Ja, warte mal. Die Angel hab ich schon. Die Angel ist schon da. So. Das heißt, das kommt raus. Ausbauen. Ausbauen. Das muss man noch nicht verkaufen. Und dafür kommst du Schmuckstück jetzt hierher. Wir können jetzt auch wieder diese Zeichen mit einbauen. Wieso? Ob der Junge oder schlecht ist tatsächlich. So. Und hier haben wir auch nochmal zwei Dinger. Könnten wir eigentlich das hier auch nochmal drinsetzen? Ah, nee. Kann ich bloß ein Angelstück hinsetzen. Ne, dann lass ich das lieber irgendwie. Aber wir haben jetzt quasi, wir können alles, wir können alles angeln. Küstennähe, Flachwasser, ozeanisch, vulkanisch, mangerufen und Dredge. Äh, warte mal. Stopp mal. Ah. Bin ich jetzt einfach nur besendet? Ähm. Da, 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 da. Tangeln. Abyss und Hadal gibt's noch. Abyss und Hadal. Ja, wahrscheinlich sollte ich die auch erstmal freisetzen, irgendwie, damit ich die angeln kann, ne? Weil die normalen können, die normale Angel kann die nicht angeln. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Ja, die nächsten Dinger setzen wir mal da hin. Könnt ihr mal ganz kurz schauen. Warte mal. Werft. Ozeanisch? Brauch ich auch. Ozeanisch? Brauch ich. Brauch ich. Brauch ich. Brauch ich. Die macht aber nur da, äh. Na egal. Auf jeden Fall setze ich die erstmal rein. Mach doch mal. Warum macht er die nicht? Wieso setzt er die nicht? Ich hab doch ihn, äh. Hä? Okay. Wieso macht er das jetzt nicht? Muss ich dafür irgendwas kaufen? Zähle zu netzen wird. Ist noch nicht freigeschaltet. Ist nicht mit Linien aneinander verbunden. Ja. Ist vielleicht Storytash freigeschaltet. Kann sein. Kann, kann sein tatsächlich. Okay. Gut. Dann, ähm. Ganz kurz. Oh Gott. So, ja. Also, ich weiß nicht, was mit diesen beschissenen Stream-Elements heute los ist. Irgendwie. Ich hab vorhin ein Update gezogen und jetzt kacktet mir alle Furznase ab hier. Irgendwie. Das ist doch zum Kotzen, ey. So, ja. Wie die anderen dreimal vorher heute einfach bitte irgendwie F5 drücken und dann seid ihr wieder direkt bei mir. Ihr Lieben. Sorry dafür, wenn die Technik hier wieder abkackt. aufhört. So. Dann das ist ja einfach nicht mal glücklich. Das ist ja gar nichts davon. Oh. Oh. Oh, komm mal da an. Oh, komm mal da. 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 So, was tun wir da vorne? Können wir da? Also die sind groß, glaube ich. Schauen wir mal hier, ob wir uns die hier schnappen. Barracuda. Barracuda. No, 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 no. No, 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 no. 173. Nice. So, okay. Also die Squids sind tatsächlich... Ah, warte mal. Der zeigt den Squid auf Verkauf. Warte mal, er in die Karte. Ja, leider Auto verkauft. Mit allem zusammen. Okay, ärgerlich, aber so ist es. Okay, es wird ja schon mehr dunkel. Das ist ganz gut. Warte ich einfach mal kurz. Ich blüse mal außen lang. Ah, da sind es sehr schön. Sehr schön. Sehr gut. So, den bringen wir natürlich der Wissenschafterin. Können wir mal kicken, wird die anderen so bringen. Fangplatz leer. Hier vorne hat es auch nochmal so ein bisschen geleuchtet. So, vielleicht kriegen wir hier eine Mutation. Jawohl. Strahler Kalmar. Das ist schön. Ah, vielleicht noch eine? Nee. 23 Tage ohne Schlaf, Alter. Ach, da geht die, Alter. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. So, schnell an der Hand ging. Und na, war. So, Vorstellung. Alles klar, passt. So, jetzt brauchen wir bloß noch eine Qualle. Fangtechnik. Ah, nein. Wir brauchen jetzt ein Netz. Schaut mal, bei Fangtechnik ist ein Netz abgebildet. Wir müssen uns ein Netz kaufen. Okay, kein Problem. Das machen wir. Also, wie möglich sieht es hier nicht aus, Leute. Sagt ihr das? Das ist ja schön. So viele Kopfhüßler. Ja. Alles kleine Cthulhus. So. So, den Rest verkaufen wir nach vorne. Hoffentlich sehr winnbringend. Das würde mich sehr freuen. Guck mal, hier haben wir schon so Quallen. Oh, boh, 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 boh. Wir nehmen doch schon wieder irgendwas in den Frachtraum hüpfen. Irgendwas Ektiges. So. Fischmarkt. Ah, okay. 112 ist jetzt nicht so dicke. Aber immerhin. So. Jetzt müsste ich bloß mal schauen. Netze. Müssen wir machen. Müssen wir machen. Kommen wir nicht drum herum. Ist doch irrelevant. Denn in die Werft. Weil wir müssen natürlich das Netz kaufen. Okay. Zwei Tage, ein Tag. 300 Dinger. Dafür geben wir das Ozeanische jetzt erstmal auf. In der Hoffnung, dass wir die Quallen relativ schnell rankriegen. Okay. So, wir haben jetzt ein Netz hinten dran. Wie ihr marktet? Will er das Schleppnetz mit E aus und lasse es ins Wasser. Okay, wie gut. Müssen wir jetzt einfach so rumdüseln hier oder? Ah, hurra. Roter Schnapper. Oh, wie schön. So. Na, sag mal. Ich möchte jetzt ein Stil ins Netz oder was? Los. Oh, schön. Ein zweiter. So, und die sind. Das ist ja wahrscheinlich, die sind Abisal, ne? Oder was? Also Tiefsee. Und dann war da das andere. Was ist das? Hadal? Ne, ist egal. Klingt irgendwie wie Essen. So, was haben wir hier vorne? Achso. Ach, das sind hier die. Was ich gerade gefangen habe. Ich wüsste schon nicht mehr. Das ist schon komplett aus jetzt. Ein dritter Fisch. Okay. Aber das ist eigentlich ganz geil, weil sie natürlich jetzt nicht so in meinem Inventar sind. Alter, der Tentake hier vorne gehört er mit dazu? Oh, Gott. Oh, ne, 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 ne. Ja, fahren wir mal nicht hin. So, was haben wir hier? Der Loot? Der Loot reizt mich hier an die Kante. Oh, ne, 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 ne. Oh, ne, ne, ne. Der mächtige Zarlacc. So, da seht ihr, ich hab einfach zu sehr, zu oft habe ich Benni zugeschaut, wie er Dark Souls spielt. Irgendwie. Das ist mal einfach der Loot. Ich lasse mich alle hier voran vergessen. So, es wird Nacht. Sehr schön. Wo sind die Quallen? Ach man, das sieht auch geil aus. Irgendwie Licht-Effekte hier. Ich meine, das ist halt alles relativ... ...günstig. Also, was günstig? Das ist ja bescheuert irgendwie. Die Grafik ist jetzt halt nicht so mega dicke, ne? Irgendwie. Sehr grob. Aber dafür trotzdem unheimlich schön. Finde ich. So, weil der Mike Blake ruhig mal am besten im Becken. Aber da war vorne eine Qualle drin. Außen, wie sieht es ja nicht, ob da ein paar Quallen filmet. Da vorne sieht doch schon eine. Oh, wir haben sie ja eine. Na dann. Auf geht's, auf geht's, auf geht's zur Wissenschaftlerin. Da, 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 da. Oh, schön, 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 schön. Cool. Ist natürlich sehr schön. Damit haben wir auch gleichzeitig ihre Aufgabe erfüllt. Mal schauen, ob das jetzt storytechnisch irgendwas robbt. Willen wir proben? Yes. Mission erfüllt. Danke. Sieht so aus, als hättest du alle Oberflächenexemplare beschafft, die ich brauche. Aber, ähm, ich brauche auch noch einige aus tieferen Schichten. Und das ist das Problem. Warum ist das ein Problem? Ich habe ein Gerät entwickelt, um Proben aus dem Abysal-Zone zu beschaffen. Es ist im anderen Forschungsaußenposten zurückgeblieben. Vor dem Angriff. Ich habe eine Idee, wie du die Kreatur lang genug im Schach halten kannst, könnte, um solche Exemplare zu sammeln. Aber während ich daran arbeite, müsstest du mir einige Prototypen-Teile besorgen. Kein Problem. Vorsicht, ich schlage vor, du gehst tagsüber. Nachts hält man sich besser nicht am Riff auf. Noch etwas? Äh. So, das packen wir mal hin. So, Netz, Netz, Netz. Roter Schnapper. Oh, warte mal, wir haben ja hier noch. Hey, wir können auch ein Buch lesen. Zwischendurch. Mensch. So. So beknackt, ey. Aber es macht uns was Spaß. Wie schön ist, du kannst ja hier quasi, ne, du kannst ja hier rüber hupen. Aber ich habe noch was auf Soundbote gelegen. Bin Idioten. Einfach die Fanfare der Deppen, Alter. So, ich habe noch einen kleinen Schatz gehabt. Den holen wir uns jetzt erstmal. Den holen wir. Da war eine Schatztruhe, ne? Eine Schatzkarte. Ein großes Stück Papier. Verdammt großes Stück Papier. Und Gold. Nehmen wir. So, hier haben wir noch Holz. Holz ist auch dankbar. Komm, wir sind gerade leer. Nehmen wir alles mit. Wohl ist gut. Oh. Sehr schön. Forschungsteil. Sehr schön. Drei Bretter. Wundervoll. Oh, was haben wir da vorne? Was haben wir da vorne? Was haben wir da vorne? Es ist eine Mutation. Es ist eine Mutation für uns. Ah, wieder ein Schnapper. Ah, sieht normal aus. Sieht erstmal alles sehr normal aus. Und der letzte war das. Igitt, Alter. Schnappender, schnappender Schnepper. Naja, ist aber bei der Namensgebung sehr kreativ gewesen. Das ist ein schnappender Schnepper. Ist natürlich sehr cool. Mr. Mudda. Mr. Mudda, vielen Dank für dein Prime-Abo. Sieht leider jetzt erst. Der Alert ist leider bei mir deaktiviert. Vielen Dank dafür. Dafür gibt es erstmal den. Und Dave ist mit am Start. Schön, dass ihr da seid, ihr Lieben. So, zack. Hier mal schnell ran. Und das Gute ist beim Netz jetzt irgendwie, wir haben eigentlich doppelte Sache, die wir verkaufen können. Wir haben zum einen natürlich die Fische, die im Netz sind und die, die an Bord sind. Das ist eigentlich ganz geil. So, warte mal. Das kommt ins Lager. Das kommt ins Lager. Und hier schauen wir nochmal kurz in den Schwimm-Dock, wo wir... Wir brauchen nur so mehr Bretter, ne? Erstmal. Bis wir hier sind. Und hier sind wir noch nicht, weil hier brauchen wir noch... Wir brauchen noch Eisenteile. Okay, verstehe. Verstehe, verstehe. Mui, mui, Lager. So, okay. So. Okay, also wir können mal einfach... Hier können wir nichts machen. Wahrscheinlich kriegen wir das erst von der Wissenschaftlerin. Wenn die sagt, die hat da so ein tolles Teil gebaut. So, aber erstmal, warte mal. Wo sind jetzt... Wir müssen jetzt erstmal zu der anderen Forschungseinrichtung oder was, oder wie. Und wir machen das Task über, wie sie gesagt hat. Easy peasy, lemon squeezy. Slow and steady wins the race. Ihr könnt jetzt noch weiter so eine Benni-Flossgel raushauen. Weg machst nicht. So. Okay. Ah, jawoll. Hier haben wir noch ein bisschen... Hier haben wir noch einen Schatz. Den bergeln wir. Oh nein, ist das ein Forschungsteil? So. Für alle, die jetzt neu dazugestoßen sind. Wir spielen Dredge. Und wir spielen Dredge mit der eigenen Herausforderung, nicht zu schlafen. Was wir jetzt seit 25 Tagen nicht gemacht haben. Also seit Anfang des Spiels Labor. Das Labor liegt in Trümmern. Ausrüstungen und Forschungsunterlagen liegen überall verstreut herum. Wo möchtest du suchen? Öffne die Schränke. Du durchsuchst die Schränke. Den Forschungsunterlagen. Du leerst die Schränke. Okay. Wo möchtest du suchen? Inspeziere die Ausrüstung auf dem Tisch. Nachdem du eine Weile gesucht hast, findest du die Prototypen-Teile, die du... Was ist nicht hier? Aha. Die die Forscherin braucht, um das Gerät zur Probeentnahme zu bauen. Na, das sieht doch schon mal irgendwie komisch aus. Was möchtest du jetzt tun? Jetzt suche ich den Boden ab. Du lässt den Blick über den Boden wandern. Du entdeckst dort feine Risse, die sich bis zu den Wänden hochziehen. Und dabei langsam immer breiter werden. Etwas extrem Starkes und Großes muss diese Löcher gerissen haben. Ganz vorsichtig greifst du in eins hinein. Na, wenn's läuft, läuft's aber. Du ziehst dein Gegenstand aus dem Riss im Boden. Wo möchtest du suchen? Wir möchten gehen. Generator. Ein alter Generator stottert und spotzt vor sich hin. Okay, alles klar? Ähm... Sie, bumm, sie, bumm, sie, warte mal. So, und damit haben wir den... Könnten wir den neuen Motor freischalten? Also, wir können noch nicht freischalten, aber wir können ihn jetzt soweit freikaufen. Okay, 67,2 Knoten macht er. Das ist schon... Das ist schon schön. Das ist schon schön. Ich glaube, da kommen wir bald hin. Das haben wir bald. So, wir düsen mal... Warte mal, hier vorne ist noch ein Schatz. Den nehmen wir natürlich noch mit. So. Und dann aufs Verwissenschaftlerin. Wir haben ihr Prototypen teilgefunden. Eine Brille? Das ist aber ein toller Schatz. Oh, warte mal, hier vorne. Wo ist das? Message in the bottom. Yeah. Ich habe seit ein paar Tagen nicht mehr geschrieben. Mich quält ein seltsames Frösteln, das mir den Verstand vernebelt. Egal, was ich tue, will wir einfach nicht warm werden. Die Tinte ist hier an einigen Stellen zerlaufen. Die Zeilen sind unleserlich. Das meiste, was sie hier rausgefischt haben, war Müll. Aber schließlich förderten sie eine große, sagähnliche Truhe zu Tage. Angesichts des faszinierenden Fundes war die Mannschaft wie gebannt. In dem Moment, in dem sie darauf folgte, kann ich mich nicht... Was? Kann ich mich mit quälender Klarheit erinnern. Er konnte das Ding mühelos aufhebeln. Das Holz knirschte, als ob es zerbarst. Über das Deck quoll pupufhabender Stoff. Der Lärm der brechenden Wellen erfüllte meinen Kopf. Ich kann sie jetzt noch hören. Er starrte auf die offene Truhe. Dann wandte er sich zu mir. In seinen Augen sah ich gähnende Leere. Die Seite ist dann in dieser Seite abgerissen. An dieser Stelle. Also, man merkt das schon sehr deutlich irgendwie, dass die Nachrichten, die in diesen Flaschen sind, die handeln quasi von einem Paar. Also, irgendwie sind die auf irgendetwas gestoßen. Also, der Mann war anscheinend sehr, sehr... Naja, abergläubisch möchte ich es mal vorsichtig nennen. Er hat sein Schiff umtaufen lassen irgendwie. Die Frau hatte irgendetwas zurückgehalten. Und daraufhin ist irgendetwas geschehen. Die Frage ist, was ist da... Was ist geschehen? Ja, schon. Also, mal gucken. So, jetzt haben sie auch noch eine Truhe gefunden. Das ist auch irgendwie eine Hose gegangen. Es ist doch alles... Es ist doch... Es ist doch vermurkst. Es ist doch der Wurm drin. So, und hier haben wir direkt vor uns. Aber da kommen wir auch noch nicht ran. In der Tiefsee und der Mutation. Aber, naja. Wir kommen nicht ran. So, mal schauen. Wenn wir ihr jetzt den Prototypen geben. Oh, du bist das... Was kann ich für dich tun? Ich habe dir diese Prototypen-Teile, um die du mich gebeten hast. Hervorragend. Ich werde dir ein Gerät zusammenbauen. Damit kannst du jetzt aus Exemplar auch sehr... Viel tieferen Wässerschichten sammeln. Ist ein bisschen langsam, aber du kannst das Gerät noch weiter verbessern. Das war der Grund. Ich bin voll. Ja, ich bin voll. Ja, da muss leider Captain Krake einfach gehen. Sorry. Nee, es... Da kann ich... Das wird nichts. Captain Krake muss gehen. Achso. Ich hätte es ja auch einfach ins Lager packen können. Pack es ins Lager. Ach, jetzt lese ich es. Also, ich habe eine Abschreckungsmaschine entwickelt, die ein grelles Licht und zugleich einen hohen Pfeifton erzeugt. Das wird die Kreatur hoffentlich vor einem Angriff abhalten. Oder sie noch mehr reizen. Schließe sie an den Generator der Forschungsaußenposten an. Du musst dann aber alle Stunde... Alle Stunde zurückkommen und sie wieder anwerfen. Ansonsten läuft sie automatisch. Gut, dass ich den Kraken entsorgt habe. Gut, dann wirf nochmal einen Blick auf diese Liste mit Exemplaren. Denk bitte daran, die Maschine zu installieren und anzustellen, bevor du dich in die Suche machst. Wahrscheinlich musst du dafür auch die Ausrüstung noch ein wenig verbessern, die ich dir gegeben habe. Oha, das sind auf jeden Fall alle Tiefseefiecher. Alles klar. Noch was? Nope. Ich breche auf. Oh, wann ist das jetzt? Jetzt kann ich es freischalten. Jetzt, jetzt erst. Okay, alles klar. Ah, ist aber spannend. Ist aber spannend. So. So, ich würde tatsächlich erstmal, kann ich die Maschine, ich muss die Maschine erstmal installieren lassen. Oder ich würde sie erstmal installieren lassen. Von der Händlerin und dann erst rüber gehen. Und hoffen, dass dann auch erstmal Tag ist, weil nachts würde ich es tatsächlich nicht zu Ende machen. Hier so mitten über den großen, über den großen Krater segeln und da mal was runterlassen. War da gerade schon wieder, wollt ihr da gerade was in meinen Frachtraum? Ekelhaft. Ja, vielen Dank, Herr Junger, für Blue Knees. So, okay. Warte mal. Du sollst mir installieren. Da würde ich einfach sagen, ich nehme das Netz raus. So, die Maschine bringe ich rüber. Schatz, das Ding kann auch rein. Oh, Alter, da ist ein bisschen voll. Holla, holla, holla. Holla, holla, holla. Warte mal, kann ich mich auch bei der Werft jetzt einfach nochmal sagen, komm? Ja, kann ich. Die kaufe ich. Bei denen kann ich ja hier wenigstens einmal ganz kurz sagen, bitte das Ding. Kaufen. Das Problem ist ozeanisch. Ich kann jetzt nicht ozeanisch angeln. Dazu bräuchte ich tatsächlich das Ding hier. Und ich glaube, das sind dann auch nachher die finalen Sachen, die ich benutzen würde. Die Angeln. Weil mit der, gut, ich meine, ich habe hier eine ultra krasse Fanggeschwindigkeit von 132%. Die hat gerade mal 82. Gerade mal. Aber dafür irgendwie hier eine Menge flöten, ne? Hier ist kein Mangrove mit bei und kein Vulkanisch. Und mit den beiden hätte ich quasi alles abgedeckt. Daraufhin würde ich spekulieren. So, aber jetzt lassen wir uns mal erstmal kurz mal eine kleine Maschine installieren. Und erstmal nehmen wir den Kragen an, damit er in den Arsch latschen. Habe ich jetzt schon... Warte mal einen Moment. Ja, hat er. Und damit kann ich abysal, kann ich, okay. Ja, sie hat ja selber auch gesagt, ne? Um alle Exemplare zu finden, brauchst du auf jeden Fall ein kleines Update. Was ja so nicht schlimm ist, aber... Brauchen wir hier ein paar Punkte. Ein paar Punkte heißt, wir müssen eventuell ein paar Forschungsteile kaufen. Ergo, wir müssen angeln. So, aber als allererstes rennen wir die Forschungsstation und dann erstmal hier das Maschinchen angeschlossen. So, Generator. Die Abschreckungsmaschine der Forscherin konnte an den Generatoren aus dem Potsdons angeschlossen werden. So, hin den Tröterich. Ein kleines, von getrocknen Salz umhülltes Objekt rollt unter dem Generator hervor. Hey, cool. Maschine aktivieren. Ja. Die Abschreckungsmaschine erwacht, warum man zum Leben. Wenige Sekunden später strahlt ein grelles Licht und ein Alarmton heult los. Die Forscherin sagt, dass diese Kreatur für eine Weile fernhalten wird. Vorerst. Na dann. Das ist meine Chance. So, weil letztendlich ist ja das, was ich hier haben will, natürlich das Relikt. Die Frage ist, wo ist das? Hier könnte das sein. Das ist extant. Okay. Cool. Aber das ist nicht das Relikt. Ja, wahrscheinlich hier, wo die roten Orbs hochkommen. Das wird das... Nein! Und dafür braucht Hadal. Oh! Dafür braucht das Update. Ach so, so ein Schmuh. So, na gut. Das ist ja nicht wahr, oder? Kann ich überhaupt was angeln hier? Nee. Ja, das ist schon wirklich ein ganz schöner, ein schöner Krater. Ey, was für eine Scheiße. Wie kann hier, wie kann hier ja nicht angeln, oder was? Was mit euch? Auch nicht. Was kann ich denn mit der Plimpe überhaupt angeln? Nein, ich glaube ich spinne. Ah, eine Duplone. Ja, das ist ja total schau. Das ist ja, das ist ja eine totale Nullnummer, das Ding. Nein. Na gut. Dann hilft mir jetzt, durch andere... Außer... Oh, nee, fisch. Außer mir jetzt mit Forschungspunkten irgendwie das Upgrade zu gönnen. Weil ansonsten... Kann ich ja nichts machen hier. Ich kann weder das Artefakt heben, noch kann ich sonst noch gerade machen. Ach so, eigentlich würde ich den ja nicht haben. Weil die Kleinen Oktopoden, die bringen ja nicht so viel. So ein Hai wäre mal wieder ins Geil hier irgendwo. So ein Marky Shark. Okay, verkaufen wir erstmal die paar, die wir haben. Den Ehen. So, hab ich... So, werft. Oh, 24. So, einen brauchen wir noch. Ich glaube, das geht ganz gut. Irgendwie, wenn wir jetzt halt einfach irgendwie ein paar Fische sammeln, irgendwie, und einfach wiederkommen. Dann resettet sich tatsächlich bei der Verkäuferin meistens so das Angebot. Und wir können wieder... Was ist denn mit denen jetzt hier vorne? Kann ich dich... Kann ich die angeln? Ja, die kann ich angeln. Iiii. Ja, die Ternfische. Das sind doch wirklich ein paar hässliche Viecher, Alter. Mal gehen die da her, die haben das verändert. So, ich bin der Meinung, Ehen muss ich abheben. Ehener war glücklich bei ihr auf der Liste drauf. So, das sind ja die Klingkalmare. Schlüpft was in meinen Frachtraum? Das darf nicht wahr sein, Alter. Infiziert. Wie gesagt, den Salat habe ich echt nur irgendwie wegen dem Nicht-Schlafen. Aber wir wollten es. Und ich finde es auch irgendwie ganz geil, weil das natürlich irgendwie... Ich habe zusätzlich halt nur eine kleine Challenge. Und tatsächlich der Grusel- oder Horror-Aspekt steigert sich so ein bisschen innerhalb des Spiels. Was tue ich denn hier wie so ein Idiot? Nöööö, das ist... Und ich kriege da einen an... Ey. Oh, da kommt schon wieder einer. So, Forscherin. Und du bekommst erstmal hier den Anglerfisch. Wunderbar. Apisal, frisch. Mann, Alter. Auch nur aus Kiefer und Szenen bestehen diese Viecher. Echt eklig. So, gucken, ob ich hier vorne noch irgendwas finde. Hm, jetzt rausparken hier. So, was ist mit dir hier? Was ist das hier? Ja, das geht. Ah, schön. Ist das so lächerlich unproportioniert, diese Vieh, ey. Oh, oh, da kommt gelb. Nehmen wir. Sehr schön. Du kriegst du natürlich erstmal deinen Probefisch. Nööö, Name. Und der Rest wird verkauft. Oh, 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 oh. Schwein gehabt. Gibt es da eine Kausalität mit den Angriffen? Also, wenn dieser Fisch mich angreift. Ich weiß nicht, ist das jemand aufgefallen? Bin ich da voll beladen? Dass der quasi allein von der Beute angezogen wird? Oder wird er einfach nur durch meinen Geisteszustand angezogen? Oh, was war denn das? Was war denn das? Kann ich das nochmal aus der Nähe sehen? Was meinst du? Meinst du jetzt gerade den Angriff? Ah, Holz. Ne, ich brauche kein Holz. Ich brauche Metall. Ich brauche jetzt. Ich brauche das Metall. Das ist großartig, wenn der Wasser fiel. Aber schwer, warte mal. Haut's ab! Tiefsee-Wartelfisch wurde von Vogelohäu. Ihr Penner! Na, sag mal. Ich habe extra gehupt. Die einen interessiert. Ach so, ich. Ich bin echt voll. Das ist ja nicht geil, Alter. Das ist ja nicht geil. Ich würde vielleicht sagen, dass wir sogar zurückgehen. Ich verkaufe mein ganze Giraffe hier irgendwie. Also diese ganze... Warte mal. Stopp, 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 stopp. Das war jetzt für schreckliche Musik gerade. Welche Kohle haben wir denn jetzt eigentlich gerade gemacht? Ah, 321 reicht wahrscheinlich nicht. Der letzte wäre noch da. Aber würde auch nicht reichen tatsächlich, weil wir müssten ihn ja kaufen. Aber tatsächlich lassen wir uns doch kaufen, indem wir jetzt einfach sagen, die ozeanische Seilwände, die würde ich verkaufen. Die ich nehme weg dafür. Und mit viel Hoffnung reicht es, wenn ich quasi einen Großmarkt oder einen Kleinmarkt, besser gesagt, die ganzen Schatzteile verkaufe, um mir diese Seilwände zu kaufen. Die jetzt wie viel kostet? Das ist mal ein bisschen ordentlich, Alter. Das ist, äh, der ist amtlich. 57. Könnte sein. Könnten wir, könnten wir hinkriegen. So, dazu will ich jetzt nämlich mal einfach mal diesen Manifestations-Schlagbombs mal benutzen. Wow. Okay, das war krass. Das war nicht schlecht. Und das war wahrscheinlich gleich die Quittung dafür, Alter. So, Kleinmark. Auf zum Händler. Gib mal an, doch 60 Dinger, der Teller. Wer hätte es gedacht? Hölle, hölle, hölle. Und das hat tatsächlich erreicht, wäre ich jetzt ja fast nicht gedacht. Cool. Sehr geil. So, wir können uns also jetzt die fette Rute kaufen. So, aber ich gehe natürlich nicht ohne ein Hai rein. Hier kommen jetzt natürlich noch zwei Haier. Die bringen noch ein bisschen extra Kohle. Für die Reparatur. Was ist denn jetzt schon wieder? Ja, nochmal, spinnt jetzt alle hier? Was soll das? Ich möchte nicht, dass ich hier kaufe. Äh, dass ich hier hier verkaufe und andere. Schwein. So, hier wollte ich, hier wollte ich, ich wollte zwar Schiss bauen. Und du baust mir bitte, was soll ich, ich muss erstmal reparieren für 60. Knappe Kiste. Aber es reicht noch. Es reicht noch. So, das bitte ausbauen. Ich bin ja schon mal froh, dass der Ausbau nicht noch irgendwie Geld kostet. So, und damit durfte ich alles befischen können. Abisal, Hadal, da oben steht ja auch alles. Ja, jetzt kann ich alles befischen. Sehr geil. Sehr, 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 sehr. Ah, oh, meine Arsch. Sehr, sehr geil. So, okay. Gut. Äh, Trocken-Dock. Okay, man könnte jetzt nochmal ganz kurz probieren, tatsächlich hier nochmal als allerletztes für die heutige Session hier nochmal schnell Stahlteile ranzukriegen, um den letzten Ausbau zu machen. Da hätte ich noch ein bisschen Bock zu. Da fühle ich mich noch motiviert für. So, und soweit ich mich erinnern kann, waren nach hinten welche. So, tollt mir den Hai. So, warte mal. Ich weiß nicht, dass die Stahlteile eigentlich, die kamen wollten, aber tatsächlich sind die auch wichtig. Ja, und wie er so mal ist, ne? Manchmal fehlt's an dem, manchmal fehlt's an dem, manchmal fehlt's an dem. So, und ich glaube, das raubt mir ganz drastisch immer die Sanity hier irgendwie. So, da haben wir's. Bitte zwei Stück, das wär total geil. Bitte zwei Stück. Woll. Und wir haben die Kunst der Silberner Zunge gelesen. Das ist krass. Nein. Oh, das war knapp. Zwei Forschungsteile. Das ist schon kein schlechter Schnitt hier eigentlich. Wir sind immer noch nicht fertig. Krass. So, anders. So. Schöne Sache. Unglaublich, ich kann mir schon wieder den Hai nicht mitnehmen. Es ist doch, es ist doch verflucht. Ich sage mal. Warte, zur Grundlinie. Also, diese Geräusche sind schon echt immer hart. Die man hier so hört. Die so kreucht und fleucht. Ähm. Ich glaube, das ist leider eine zugrunde liegende Problembundseinheit, dass ich nicht noch Kohle für den Ausbau habe. 75 Dinger. Ich hab... Tja, da muss ich mir jetzt die Hai holen. Tut mir leid, es geht da nicht anders. So, das kommt jetzt hier alles in die Truhe. So, das haben wir, das haben wir. Das ist mir eigentlich... Total, ja, eigentlich Fischerei-Plattform. Eine Fischerei-Plattform. Das ist aber auch krass. Motoren. Ja, wir haben ja die ganze Zeit auch hingearbeitet. Achso, ist es enttieb? Das ist leer. Ah, Bianca. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. It's late, aber wir sind gleich fertig. Aber schön, dass du so lange durchhalten hast. So, jetzt nur noch Hai holen. Hai-Happen, hua-ha. Done. So, boom, schlamalabalabum. So, der ist jetzt erschöpft. Vorne war einer. Gut, es ist nichts, Libianca. Nee, da waren keine Hai. Hier vorne sind Hai. Nein! Achts nur! Ah! Nein! So, was ist da vorne? Ah, da vorne ist dafür. Und sogar Mutant, eventuell. Jetzt viel Glück. Klafraken. Klafraken. Hai. Oh Gott, ich kann es ja nicht aussprechen. Das sieht ja mal fies aus, das Vieh. So, kriege ich den noch irgendwo untergebeutelt hier? Nee, das sieht schlecht aus. Wäre zu schön. Aber man will ja auch nicht so creepy sein. Nein, ich kenne gar nicht. Der Bro hier, Alter. Oh! Oh, da kommt der olle Anglerfisch. Boah, ist das ekelhaft, ey. Finde ich echt ekelhaft. Ne? So, Fischhändler. 356. So muss das laufen. Schöne Dinge. Und wir können uns das verdiente Upgrade zum Schluss kaufen. Trocken-Dock. Trocken-Dock. Kling in die Tangen. Bestens. Hier können wir noch ein bisschen was reinsetzen. Das hätten wir wohl fast. Nicht schlecht. So, nochmal ein bisschen aufräumen. Achso. Nicht hier von mir auch nicht. Nein. Nein. So, ist jetzt halt nicht die schönste Ordnung. Gebe zu. Schande. Aber hätte ich es wollen, please. So, Dali, wir sind in Großmark vor Ankerjang, nachdem ich nochmal fünfmal in Hotel fahren bin und wir auf dem Abend. Wir haben es 22.45 Uhr. Lass mich mal ganz kurz mal auf die Map schauen. Okay, also. Ah, ja, jetzt alles klar. Es fällt mir wie Schuppen von den Haaren. Und zwar, hier haben wir noch das eine Relikt, was wir noch bergen müssen. Dafür brauchen wir aber die Erweiterung für die, ähm, für die Seilwände. Wir können, glaube ich, bloß... Ne, wir können. Ne, wir haben sie jetzt sogar. Jetzt können wir Hadal fischen. Wir konnten vorher nur Abisal fischen. Hey, Mama, hey, grüß dich. Du bist noch da, wie schön. Hey. Ich habe gerade gesagt, irgendwie, dass ich sowas von, 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 nein, ich bin geworden, als du mir erzählt hattest, dass du jetzt hier Dredge zockst und weiter bist. Und ich wollte unbedingt weiterspielen. Aber ich wollte jetzt auch nicht ohne euch weiterspielen, deswegen. Heute ist spontaner Stream. Weil ihr es dann ausgefallen. Weil ihr es dann ausgefallen. Ähm, achso, ja. Und Xane natürlich. Xane. So, wir machen jetzt einfach jetzt hier eine halbe Stunde weiter. Okay. Ich wechsle mal die Zähne. Warte mal, das dürfte die richtige sein hier? Nein. Spaß. Spaß. Ähm, also, wir haben jetzt quasi das Update gezogen. Noch gemacht. Und zwar, wir können mit der Seilwände jetzt beide Tiefenfischern machen. Also, Ema Abiza und Ema Hardal. Und könnten jetzt theoretisch das Relikt bergen. Nice. So, Steuerung ist schon wieder komplett raus. Weil sind ja auch schon wieder vier Tage bis dahin verjangen. Toll. So, wir haben es immer noch 22.45 Uhr. Ich habe ein bisschen Angst, jetzt rauszufahren. Äh, wir sind hier leer. Ähm, hier haben wir nichts, 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 nichts. Okay, dann würde ich sagen, wir gondeln wieder zum Archipel. Und gucken, ob wir das da rausbekommen. Yay. So, was haben wir eigentlich drin? Wir werden mal das hier anmachen. Speed. Oh, ho, 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 ho. Lampe anmachen wir auch geil, wa? So, komm. Aber, und wir machen nur den Speed. Speed. U's noch rein. Weil wir dann eventuell auch so heilen. Nee, wir können sie jetzt nicht fischen. Und nachts raus ist ja immer so eine Sache. Nachts raus ist immer so eine Sache. Ja, nee, nee. Immer noch sehen wir? Nee, sehen wir ist ja zu gut, oder? Sehen wir ist gut. Oh, no, 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 no. So schnell wegdürmern. Oh, no, 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 no. Und fort mit uns. Ist ja noch hinter uns, das Ding, wa? Oh, der Anglerfisch kommt auch hoch. Schön, der Rumpf ist beschädigt. Ich freue mich. Das ist ja toll. Das ist ja toll. Oh, nein, er verfolgt uns. Der Anglerfisch ist genau hinter uns, ja. Wir wissen mal, der knackte Idee war, das nachts rauszufahren. Meine. Yay. Ganz, ganz toll. Okay, der Anglerfisch ist Gott sei Dank weg. Und es wird... Oh, Moment. Was haben wir da? Es wird wieder etwas heller. Hier haben wir noch... Hier haben wir noch... Ein merkwürdig aussehende Truhe. Halb vom Sand bedeckt. Sieh, nein. Oh, ein Taler und ein weiteres Stück für die Karte, die wir schon haben. Das ist doch cool. So, okay. Okay, let's go. Und jetzt fischen wir Abisal. Oh, und wir holen gleich einen gelben. Den holen wir uns. Sehr schön. So, für die, die vielleicht letztens nicht mehr wissen, wenn wir etwas gelb rausfischen, ist das quasi wie eine Atrophäe. Also der Fisch ist größer und wir bekommen halt mehr Geld dafür. Es sei denn, wir lassen ihn vergammeln oder irgend sowas. Dann kriegen wir nicht mehr Kohle für. So, reicht erst mal. Oh, okay. Oh Gott. Ich muss jetzt wirklich erst mal nochmal wegen der Steuerung geschauen. Bei dem Boot waren wir auch noch nie, wa? Ach nee, warte mal. Haut ab, haut ab. Na klar. Jetzt kann ich auch noch nicht mal mehr die Fische vertreiben, äh, die Vögel vertreiben. Wenn er... Hat er... Oh, und der hat sich auch noch einen Newton geklaut. Hey! Mann! So ein Scheiß. Oh, ein bisschen lauter. So. Okay, gut. Hier können wir noch ein bisschen dredgen. Let's go! Ein paar Stahlteile, die holen wir uns natürlich. Das nächste Update wartet. So. Also können wir vorne auch erstmal zur fahrenden Händlerin und dort erstmal alles nochmal irgendwie umpacken oder irgend sowas in der Richtung. Äh, das ist nicht so schön. Weil das Relikt werde ich jetzt wahrscheinlich nicht bergen können. Weil wohl. So. Alter, ach, hier nehmen wir hier ohne was. Aber ist ein Schatz, wa? Ja, ein Schatz. Holla, 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 holla. Oh, Stress, Stress, Stress hier. Hey, 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 hey. Okay. Nein, Säckchen Gold. Das nehme ich gern. Schön, ja, das hat sich da gelohnt. So, okay. Dann mal ganz außen lang. Ah, ich bin ein bisschen versucht jetzt irgendwie, eventuell zu sagen. Aber das würde uns nicht bekommen. Ich glaube, das... Wir sind... Wir haben... Unser Rumpf ist ja schon angeschossen irgendwie. Ich glaube, wir wenden uns jetzt mal hier nicht nur auf... Irgend so ein... Kampf mit dem Tentakel wieder unten einlassen. Was eh viel zu groß ist. Oh, was ist das? Oh. Alter, der Tentakel. Der Tentakel. Day of the Tentakel. Ah, ein paar Ohrringe. Schön dran vorbei. Oh, die schweren Nacht. Mann, Mann, Mann. Für die Wissenschaftler müssen wir auch noch ein paar Sachen bergen. Dafür brauchen wir noch ein Netz. Die Frage ist, ob das überhaupt mit der Update-Stufe oder Upgrade-Stufe vom Netz geht. Was wir überhaupt haben. Oh, Stammeln. Also, sorry, ne. Stammeln ist halt heute Pflicht. So, erstmal auf den Fischmarkt. So, setzt du ein Schleppnetz ein. Achte darauf, wie tief das Wasser ist. Nicht alle Fischarten mögen tiefes Wasser. Sieh in deiner Enzyklopädie nach, wenn du nicht sicher bist. Alles klar. Ah, 22, Alter. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. So, wir wollen... Warte mal. Ich nehme eine Welt. Geh nochmal in die Werft. Und Lager, Lager, Lager. Ähm, Lager. Lager, Lager, Lager. Hier brauche ich jetzt genug, erstmal Arme zu kaufen. Hier würde ich nochmal schauen. Jawohl. Das würdet ihr kaufen? Oh. Ich habe keine Kohle mehr, Alter. 15 Dollar. Ah, ich bin so am Arsch. Okay, rein ins Schwimmblock. Ah, okay. Wir brauchen noch ein veredeltes Metall und noch einmal Stoff. Und dann könnten wir uns den neuen Rumpf kaufen. Warum bin ich denn eigentlich doof? Warum repariert der nicht erstmal mein Boot? Mann. Warum? Wieso? Scheiße. Ich kann doch nicht mal irgendwas drin packen. Okay. So. Klassisch. Wieder verkalkuliert hier. Kann ich es dann wirklich ein bisschen... reparieren noch irgendwie. Nein. Weil es kostet 30. Gut, dann muss ich mal kurz hier irgendwo einen Fisch fangen. Fischi, Fisch. So, hier vorne haben wir, glaube ich, Oktopusse. Ne? Oktopussis. Holen wir mal schnell. Die sind ja nah dran. Hello. Hello. Voila. Okay. Sieht erstmal ganz gut aus. Erstmal ein bisschen was. Hallo. Süß. Dein Boden ist ja noch so klein. Ja, Herr Junge. Ich weiß. Du bist schon etwas weiter. Das ist bestimmt schon voll den Megakreuzer. Okay. So. Rein in die Werft. Und nochmal schnell. Alles reparieren, bitte. Sehr gut. So, und wir können nochmal hier in die Forschung gehen. So, hier haben wir das bis auf das Ding. Auf das plädiere ich eigentlich gar nicht so wirklich. Bei den Motoren. Oh, warte mal. Jetzt können wir uns den Power-Motor kaufen. Aber wir haben ja schon letztens, glaube ich, festgestellt. Bringt der Typ auch was? Stimmt, den wollten wir überspringen. Um den dann zu kaufen, ne? So, how much is the Motor? 675 Dinger. So, wir machen jetzt 51,5 Knoten. Ja, mit denen machen wir... Ja, 67,2 Knoten. So, die Frage stellt sich also nicht. Den nehmen wir definitiv. Aber nicht jetzt. Nicht jetzt. So, würde ich sagen. Legen wir mal ab und... Düseln wir mal hier einmal durch die Bucht durch. Und holen uns das Relikt in der Mitte. Aber vorher müssen wir erstmal nochmal kurz das Warnsignal anstalten. Äh. Ey, das muss so... Oh, nein. Oh, nein. Da drüben ist halt der olle Anglerfisch. Tschüss, Anglerfisch. Fieses Ding, ey. Du bist jetzt einfach bloß hier in die Bucht gefahren. Ne, Gott sei Dank nicht. Jetzt ist es schön um die Ecke. Ehe wartet hier auf mich. So. Einmal ran mit uns. Generator schnell anschmeißen. Ja, möchten wir. So, und damit verjagen wir quasi diesen... Dieses gigantische Oktopuswesen aus der Mitte. Und wir können in die Mitte schwimmen. Ohne Schaden zu bekommen. Und hier muss irgendetwas sein. Und das Relikt... Da vorne wahrscheinlich. Ne. Da, aber ich komm mit dir erstmal. Mhm. Schön. Ein Riesenflusskrebs. Oder Flossenkrebs. Ich hab's gerade nicht so schnell lesen können. So, und hier ist jetzt... Das sieht mir nach dem Relikt aus. Das ist das... Das ist ein ziemlich großes Relikt. Juwelenbeschmücktes Band. Wunderbar. Schön, wir haben's. Leute, wir haben das dritte Relikt. Das dritte von fünf. Ihr Penner! Was schon wieder jetzt... Was soll das? Na, ja, danke. Oh, und ein mutiertes Vieh. Das nächste mutierte Vieh... Und ich hau mal gleich ab. Haben sie mir gekloppt? Ne, haben sie nicht. Wunderbar. Wenigstens haben sie mir nicht die Mutierten weggenommen. Die Mutierten bringen ja mal mehr Geld. So, was haben wir hier vorne noch? Hier vorne noch ein paar große Fische. Die sacken wir uns natürlich auch noch mit ein. Oh. 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 Sieht da toll aus. So, auf zum Verkaufen. Und, äh, ja, von einem Satz abgestorben. Für, die, die von letztem Mal wissen es bestimmt noch, ähm, die, die nicht mit dabei waren. Wenn wir ein Relikt abgeben, bekommen wir einen, äh, neunst, ja, kriegen wir eine neue Fertigkeit irgendwie, die wir beim Boot einsetzen können. Sehr, sehr, sehr cool. So, alles verkaufen für 2, 5, 7. Wir können es für 2, 5, 7 verkaufen. Schön. Wunderbar. Ich plädiere noch auf den Motor. Wollen wir, äh, ich würde noch gerne so lange jetzt hier schnell was fischen, bis wir uns den Motor kaufen können. Haben wir hier vorne irgendwas Größeres? Was hier so rum fluktuiert. Und, äh, die konnten wir ja abis sein. Die konnten wir schon. Nein! Nein! Ich muss sagen, die Mucke ist echt großartig. Einfach großartig. So schön, dass sie nicht immer da ist, sondern immer nur irgendwie an bestimmten Stellen im Spiel einsetzt. Aber dafür umso mehr Tragweite wir da durchkriegen, finde ich. Also umso mehr emotionalen Impact. Auf zum Fischmarkt. So, wir haben 666 Dollar und 13 Cent. Das ist natürlich auch cool. Let's get into the world. Und wir holen uns den Motor. So, dazu bauen wir den erstmal aus. Und verkaufen erstmal einen Motor. Den in der Mitte können wir gar nicht verkaufen. Machen wir mal den hier. Zack. Und her damit. So, und damit sind wir etwas schneller geworden. Yay! Ah, schade. Ich kaufe aus einem Arm. So, einen hätte ich noch frei. Ähm. Tatsächlich habe ich vorhin gesehen, beim Ausbau, dass wir so eine Einzelturbine kaufen können doch. Na, die 9,5 Knoten machen. Ich glaube, davon würde ich mir dann ganz gerne noch eine kaufen. Also, wenn wir die freigeschaltet haben. Und die würde ich dann mit einsetzen. So, okay. Aber, wir haben ja das Perk Manifestation bekommen. Und damit können wir uns sofort zu dem Relikte-Sammler teleportieren. Über die Hälfte der Karte. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Weil genau hier müssen wir... Was ist denn das? Was war denn das gerade? Was ist denn das? Nein! Irgendwie so. Was ist denn das für eine Insel? Ist das für eine Falle? Könnte eine Falle sein. Oh, Mann. Okay, trumpelt. Oh, das ist ja fies, Alter. Ah! Oh! Okay, okay, okay. Trumpelt. Nein! Oh, komm. Was ist denn der Power-Motor? Das ist im Arsch. Na, jetzt habe ich ja 100 Punkte hier. Yay! Scheiße! Nein! Oh Gott, wo ist denn der letzte Speicherpunkt jetzt gewesen? Ah! Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gut. Auch zum verfallenen Anwesen. Äh, okay. Du gehst hinein und legst dem Sammler den Juwelen geschmückten Ring auf den Tisch. Seine Augen weiten sich. Wir machen gerade große Fortschritte und ich weiß, was du denkst. Ein solches Objekt würde in jeder Auktion Höchstpreise erzielen. Aber für uns hat es auch einen ideellen Wert. Wie dem auch sei, du hast dir eine Belohnung verdient. Eröffnet das purpurne Buch. Der Bücherrücken knackt hörbar. Vorsichtig wählt er eine Seite aus und beginnt laut vorzulesen. Die Worte klingen gedämpft, als würden sie durch einen dichten Nebel dringen. Fertigkeit, Bann, Feuer, ein gleißendes Licht, das dich vor, was, Unfällen schützt? Du hörst dein Grollen, dann ein Knistern in dein Ohr und plötzlich verzerrt sich deine Sicht und in deinen Ohren knallt es. Er schließt das Buch. Wir müssen weitersuchen. Ich habe darüber nachgedacht, wo wir noch fündig werden könnten. Ich kann mir vorstellen, dass der Schlick von Windstrang allerhand Dinge verschluckt. Wäre sich ein Versuch wert. Ich markiere eine Stelle auf deiner Karte, wo du mit der Suche beginnen kannst. Noch etwas? So, das Wort, was du mir vorgelesen hast. Was, was macht das? Ja, das Buch der Tiefe, das haben wir schon ein paar Mal gelesen. Hier. Die Bannformel schenkt dir vorübergehend Schutz vor eigentlich fast allem. Sprichst du sie schnell genug aus, kannst du dich auch damit verteidigen. Oh, schön. Wähle in den richtigen Moment sorgfältig. Je öfter man sie ausspricht, desto besser werden sie verstanden. What? Was heißt denn, umso besser werden sie verstanden? Gibt es noch eine Kräfte, über die du gerne mehr erfahren wurdest? Nein, das wissen wir jetzt schon alles. So, was willst du tun, wenn du alle Relikte hast? Er denkt einen Moment lang nach. Es ist überraschend, nicht wahr? Die Eigenschaften, die wir simpel in Objekten zuschreiben. Aber sie sind nur oberflächlich betrachtet, simpel und stumm. Sie können auf vielfältige Weise mit uns kommunizieren. Würde ich dir ein Kinderspielzeug zeigen, würdest du plötzlich von Erinnerungen überwältigt werden. Sie haben die Macht verloren, es wieder lebendig werden zu lassen. Noch etwas? Was weißt du über den alten Bürgermeister von Kleinmark? Dieser stotterner Altenar? Ja, ich kannte ihn. Er hat sich uns auf dem Wasser manchmal angeschlossen. Aber er war mehr Last als Hilfe. Er scheint nie so ganz bei der Sache zu sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es mit ihm in der Zwischenzeit gut ergangen ist. Noch was? Nein, ich brechte mal auf. Yeah! So, mal ein bisschen vorsichtiger. So. Das ist also Bann. Die Bannformel kann Böses fernhalten, vorübergehen. Das ist ja geil. Ich würde es jetzt mal benutzen, um einfach mal... Ja, geil! Ja, da was soll sein. Ich bin der König der Welt jetzt. So. Ja, wir brauchen immer noch das Metall. Scheiße. Wir brauchen noch der Metall. Und Stoff. Stoff machen wir auch noch. Haben wir eigentlich jetzt irgendwo noch eine Möglichkeit, Metall zu finden? Ja. Oh, da hinten. Also, wie gesagt, dieser blöde Anglerfisch, den finde ich wirklich... Den finde ich sehr unheimlich. Der sich da hinten als Bohn tarnt. Das ist halt eine Falle. So. Nee! Oh, er mutiert da. Sehr schön. So, ich muss mal sagen, merken wir jetzt tatsächlich, ob wir schneller sind? Also, er ist schon unterwegs jetzt, unser kleine Boot. Das ist schon gut. So, das ist... Ah, das ist... Nee, kann ich das ja nicht mitnehmen. Wo sind denn jetzt die Haie alle hin hier, sag mal? Sag mal. Haben wir noch ein Rochen? Na, das wird nix. Oh, jetzt, jetzt komm. Nein, jetzt hat ein Cooldown. Boah, scheiße. Okay, es hat einen Cooldown. Okay, das, äh, ja. Hier im mittelnden Gebiet konnte man auch eine Sprengladung verwenden. Da gab es Metall. Ah, cool. Vielen Dank. Aber ich hab, äh, keine Sprengladung mehr. Scheiße. Müsste ich ja also mal wieder... Wann, warum drück ich denn hier mal die falsche Taste? Oh, dann muss ich nochmal umpacken. Oh, dann notiert er. Sehr schön. Ähm, komm raus. So, leider kann ich bloß einen einpacken. Äh, dann müsste ich nochmal zu dem alten Walfänger. Aber ich muss sagen, das ist schon merkbar, besserer Speed jetzt irgendwie. Dem High konnten wir jetzt auch relativ... Oh, ja, die Leuchtturmwärterin wieder. Die Leuchtturmwärterin. Die Leuchtturmwärterin kommt an Doc auf dich zu. Sie sieht dich fragend an. Du musst jetzt schon fast alle Inseln einmal besucht haben. Hast du gefunden, wonach du suchst? Ich fühl's dir nur. Beinahe. Sie verlagert das Gewicht und stützt sich auf ihren Stock. Wie kannst du so sicher sein? Das dachtest du beim letzten Mal auch. Und was ist dann passiert? Sie wendet sich von ihr ab, schüttelt den Kopf und murmelt etwas in sich hinein. Dann geht sie zurück zum Leuchtturm. Also die hat irgendwas mit dem Reliktesammler zu tun. Jedes Mal, wenn wir beim Reliktesammler eine Fähigkeit erhalten, haben wir hier einen Dialog mit ihr. Jedes Mal. 314, sehr schön. Nice. So, eingepackt, eingepackt, eingepackt. Zurück zur Stadt. So, dann lass mal einen Blick auf die Karte werfen. Oh, okay. Hier in den Mangroven finden wir das nächste Relikt. Wir müssen aber erstmal nach Unfällen für die, ähm, 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 für das, ähm, na sag mal. Liegt mir auf der Zunge. Wirkt ja bescheuert. Ich meine, mein Gott, womit man Sachen explodieren lassen kann. Holy moly. Wie heißt der Scheiß? Benni würde sagen, ich bin heute mal wieder so richtig schön Brain-AfK. Oh, man, oh, man kann ja hier hoch. Ach, guck mal. Das war schön. So, äh, Dynamit. Vielen herzlichen Dank. Xey. Meine Güte. So, warte mal, dann müssen wir hier hoch, ne? Genau, hier geht's lang. Na, dann nehmen wir hier vorne noch ein Heimit. Da vorne ist ja nämlich auch eine Fahnenhändlerin. Und verkaufen wir ihn da gleich. Jetzt sind wir grad leer. Perfekt. Und leer. Okay. So, speed ihn up. So, die Inselkette hier vorne haben wir uns aber gar nicht angesehen, ne? So direkt vor uns eigentlich. Und wir haben nie vorbeigeschaut. Das haben wir hier vorne. Wer ist er? Wo bist du? Oh. Du näherst dich einer gestaltenden Kapuze. Ihr Gewand ist nachtblau. Das Gesicht kaum zu erkennen. Fischers Mann. Bitte hilf. Das raue Flüstern ist neben Wind und Seegang kaum zu hören. Stille. Den Hunger. Die gestaltende Kapuze entrollt ein altes Dokument. Und sie zeigt auf ein Bild ganz oben auf dem Platz, es scheint sich um eine blaue Makrele zu handeln. Okay, er will eine Makrele. Na, das kriegen wir doch hin. Das kriegen wir doch hin. Haben wir hier, ne? In die Wochen. Was ist das hier? Oh, warte mal. Das könnte so ja... Ist doch nicht wahr, ey. Mann. Infiziert. Ach, schisch. Gewab. Ja, dann haben wir jetzt auch keinen Zeitdruck mehr. Ja, jetzt sieht er schön aus dem blauen Akrele. Oh, schön. Gut. Jetzt. So, die geben wir ihm jetzt da und dann kriegen wir was von ihm. Ist das die blaue Kutte vielleicht? Könnt ihr es be? Stimme hat den Hunger. So, ja. Die entrollt ein Dokument und wir packen ihm die Makrele hin. Mit gekonnten Griff stößt er die Hand in die Speiserühre des Fisches und reißt ihm das Herz heraus. Sie stopft es sich kurzerhand in den Mund. Sie zeigt auf ein Bild auf einer zweiten Schriftrolle. Dieses sieht aus wie eine Tigermakrele. Was? So, Hölle, wo? Eine Tigermakrele? Ja, da weiß ich jetzt nicht, wo die ist. Mein Freund. Da muss sie jetzt mal weiter garben. So, wir machen erstmal... Oh, hier. Nochmal Hai. Ah, schöne Mutation. Wunderbar. Mehr Cash. Und dann in mir angelt. Yee. Komm mal. Kriegt der noch hier irgendwie? Ne, ne, ne. Ciao. Okay, dann lassen wir den Rest stehen. Und machen auf zur Händlerin. Yeah. Erkennt ihr das, wenn ihr auf Worte nicht kommt? Dynamit. Ne, also ein völlig simpel, schon tausendmal im Leben benutztes Wort. Und jetzt komme ich nicht drauf. Es ist so fürchterlich. Und dann nachts um halb vier fällt es einen ein. Und dann wächst da deine Partnerin neben dir. Guckensalat. Was? So, Fischmarkt. 3,71. Wunderbar. Und. Ach nee. Kann der... Oh, warte mal. Stopp, 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 stopp. Also ich kann zwar jetzt nichts kaufen. Guck mal an. Sie verkauft auch Metall. Für 4,50. Kann man auch machen. Machen wir so. Ja. Ja. Doch, wird. Ich hole sie von mir Armen. Ich kann zwar jetzt keine Dynamiten mehr kurven, habe aber jetzt dafür Metall. So, jetzt hole ich mir hier vorne noch ein paar Fische. Dem passt das. Dann geht das gut. Na, 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 na. Warte mal, ich wollte ja nicht in die Werft. Äh, wo wollte ich kennen? Ich wollte denn schwimmen. Hier, warte ich. So, das Metall können wir hier schon bunkern. Wir brauchen noch einmal Stoff. Einmal. Und dann für 800. Ein neuer Rumpf. Es wäre so schön. Verbessert dein Boot auf eine Stufe 3 Rumpf und fügt neue Fragplätze hinzu. Yes. Der Rumpf hält einen zusätzlichen Zusammenprall aus. Das ist auch geil. Das ist geil. Das brauchen wir. Das, das will Steve haben. Ähm, wir noch hier hin und setzen bei dem Motor mal noch das eine Forschungsteil ein. Und segeln davon. Und schauen noch mal ein bisschen nach. Was haben wir denn hier? Was sind das eigentlich hier für Fische? Was seid ihr für Fische? Ah, ihr seid für diese Lachse. Wo muss man ein paar davon? Nein. Nein. Sag mal, wenn du denkst, irgendwie, ah, jetzt kommt er da. Du musst dir schnell drücken, dann bist du wieder dran. Daneben. Einfach daneben. Ne, schmeckt mir auch. Ah, da hinten ist schon wieder diese, diese Trugbild, ne? Schweinerei, ey. So, wo war denn die High-Hate-Stelle? High-Hoppen? War doch hier vorne, ne? In dem Durchhahn. Games, Dean haut einen raus. Er subbt rein hier. Hör mal. Acht Monate in Feuer, du geiler Typ. Na, warst du schon mal hier auf dem Kanal? Hi, Benny. Grüß dich. Hey, Steve. Hey, Chat. Beste Grüße auf den Ohren. Von was muss ich hier sehen? Steve ist unter die Angleihang. Ja. Ja. Er hat die Watthose an und hat den Ölhut auf. Treibt sich in die Arme. Cthulhus. Dafür auch das perfekte T-Shirt an. Ich zeige euch mal nachher, wenn ich hier nicht gerade nachts unterwegs bin. So. Was haben wir hier? Nochmal Lachs. Wenn ihr mir wisst, ich bin erstaunt, dass du überhaupt noch schreiben kannst irgendwie. Dass du dich schon wieder komplett voll mit Uso bist. Seid heute früh um 8. Wie ist Wetter? Egal. Ja, lieber Chat, ich hatte euch ja am Montag mal ein Bild von Benny gezeigt, was er mir geschickt hat. So schön vom Strand aus. Mit Blick aufs Meer. Wir hassen ihn alle. Aber vor allem war das ja auch so eine Zitterpartie. Weil eigentlich hieß das irgendwie, da wo er hin ist, ist richtig krass mit Unwetter und alles überschwemmt und alles scheiße. Und also nicht da direkt, wo er hin ist, aber halt quasi das Land, wo er hin ist. Und dann war erstmal die große Frage, scheiße findet das jetzt überhaupt statt? Und so wie aber die Bilder aussahen, Wetter ist mega, danke. Ja, naja. Oh yeah. What is this? Hast du denn jetzt schon mal einen Regentag gehabt oder ist es bis jetzt wirklich erstmal nur komplett Sonne pur? Oh, hier ist Stoff. Hier haben wir Stoff. Yeah. Leute, und ihr wisst, was das heißt. Jetzt hätten wir theoretisch alle Ingredienzien, alle Teile, die wir brauchen für die Verbesserung. Wir haben zwar noch keine 800 Taler dafür, aber die können wir demnächst bald haben. Mit viel Glück. Mit viel Zuversicht. Mit viel Petri Heil. So. Platz ist erschöpft. Hier habe ich doch noch was gesehen. Jawohl, Alter, das ist ja hier. Totale von Grube hier. So. Kriegen wir auch noch ein paar unter. Erständs. So. Und die Drinks kommen und gehen. Nee, hatte bis jetzt nur puren Sonnenschein. Ach, geil. Ich freue mich für dich. Ich freue mich für dich, mein Großer. Schön. Hoffentlich hast du auch keinen Sonnenbrand. Und was ja total cool ist. Benni war quasi, der ist in die Ecke gefahren, wo er als Kind mit seinen Eltern immer hin ist. Naja. Also, klau doch mal kurz ein bisschen durchs Mähkästchen. Ohne zu viel jetzt zu verraten. No way. Ja, 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 ja. Und er ist jetzt quasi nach, ich weiß ja nicht, 21 Jahren wieder da. Und hat den, hat wirklich noch Menschen von damals wieder getroffen, mit denen er da sehr, sehr lange unterwegs war irgendwie. Und das ist halt so total cool irgendwie. Und ich freue mich so für ihn. Weil der Scheißtyp hat so, hat einfach den Urlaub so verdient. Irgendwie, muss man ganz klar sagen. Das ist. Umso geiler ist es wirklich, dass das Wetter cool ist irgendwie. Und das einfach alles so gerade läuft da bei dir. Nein, ich bin voll. Ich bin voll. Oh damn. Hm. Ich habe auch keine 800 Dinger. Also das heißt, äh, das ist halt schlecht jetzt so. Das ist halt schlecht. Das ist halt schlecht. Ich habe keine 800. Warte mal. Verkauf. Was? Kann ich mir denn nicht verkaufen? Oh, kann ich die nicht verkaufen? Achso, weil ich sie wahrscheinlich nicht hier verkaufen kann. Also man hier in der Werft. Schwumms die Bums. So, den verkaufen wir. Und den können wir nicht verkaufen. Können wir auch nicht verkaufen. Ah, würde ich noch nicht verkaufen. Willen schnall, ich verkaufen. So, okay. Dann können wir vielleicht hier noch ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Ordnung machen. Ja, sieht ja nämlich ein bisschen aus wie Krauterbrünen. Kann ich es überhaupt noch ein bisschen ordentlicher machen? Nein. Nein. Warte. Kann ich dich hier zwischenparken? Nein. Das geht nicht. So, tut mir leid, dass ich hier mal kurz zwischendurch räumen muss. Aber es muss sein. Geht es sonst ja nicht. Ja, das kann man schon so machen. Das kann man schon so machen. Das kann man schon so anbieten. So, warte mal. Hier haben wir noch noch... Hier haben wir die Karte noch. Hier, warte mal. Ich habe auch noch nicht mal Platz, um die hier vernünftig zusammenzulegen. Das ist doch doof. Das ist doch doof. Aber dafür kann ich dann eh ein Maschinenteil noch rüberlegen und wahrscheinlich... Nee. Gehen es davon. So, ich habe also jetzt wenigstens noch mal ein bisschen Platz, um zu fischen. Weil ansonsten werde ich jetzt wirklich gerade ein bisschen nach dem Arsch gewesen. Da hätten wir auch keine Kohle bekommen. Fischis! Fischi, 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 fischi. So, oh, leider doch. Hat mir den Rücken leicht verbrannt. Aber jetzt erstmal... Ich wechsle jetzt komplett braun. Ach, stimmt ja. Du bist ja auch noch so ein... So ein Sack, der immer braun wurde. So ja noch irgendwie in der Sonne. Du altes Sonnenkind. So, warte mal. Was ist das hier? So, hier haben wir wieder Steine, wo wir die Hand auflegen können. Summt leise und lässt sich umgehend Luft... Ja, lässt sich die Luft vibrieren. Auf seiner Oberfläche flackert zart die Formen. Aber es wird nichts passieren. Genau, reagiert nicht auf deine Berührung. Schade eigentlich. Ich weiß ja nicht, was wir da noch für... Was wir da noch brauchen. Ob wir da einen Special-Handschuh brauchen oder so. Schauen wir mal. Ja, Betty, bei mir ist... Ey, schon mehr so ein Vieh. Bei mir ist gestern alles komplett ins Wasser gefallen, war. Aber so richtig. Also, es ist halt so... Äh... Alter. Ich bin da gestern... Ich bin um halb neun zu Hause gewesen. Ne, um halb neun bin ich von da los. Und um neun war ich zu Hause. Und dann war ich nur noch mal... Einfach kurz mal an der Waagerechten. Und das war's dann. Dann war ich weg. Dann war ich weg. Vorher noch erstmal allen abgesagt. Das ist so zum Kotzen gewesen. Ich bin da nicht weg. Ich bin da weg. Plump. Hat kein Mutierter dabei? Nö. dafür wirklich reichlich so ok das lasse ich jetzt mal es wird rot um mich bei den handhoffigen steine glaube ich braucht man wenn man so eine große wolke fährt kann man dort dann visionen ansehen so das sind immer noch keine 800 sondern nur 400 und ein paar zerquetscht stellen so hier vorne habe ich noch was da vorne mutierend blinken gesehen da werden wir sofort hindüsen aber sofort da haben wir schon mal hin sehr schön in die märche fischte schon mal hier vorne Okay, okay, warte mal, ich brauche Fische, ich brauche Fische. Ist aber cool, dass wir hier lauter, lauter Bauteile fischen können. Ist das so ein großer, oder? Joa, okay, haben wir. Oh, habe es leider gesehen, hoffe du konzentriert, nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht, ich habe allen abgesagt, ich habe alle abgesagt. War quasi eine Nullnummer, aber dafür sitze ich ja heute mit euch hier im Chat zusammen, ist ja auch schön, also was heißt es so schön, das ist tatsächlich jetzt so mein lange Rede kurzer Sinn, ich habe gestern den Botschaft gehabt und wie ich es gerade schon sagte, wurde das alles irgendwie durch Arbeit komplett verhindert durch den Scheiß Rohrbruch und wir es dann sollten hier alle vorbeikommen irgendwie, äh, Familie, Freunde, Pipapo, wir haben richtig viel zu essen da gehabt und, äh, Tiger-Makrele, ah, das wird doch hier der, der olle Typ, naja, mussten wir halt leider alles absagen irgendwie und, ähm, ja, deswegen seid ihr jetzt quasi, ist jetzt hier unsere kleine private Ersatz-Party, die ich jetzt hier durchmache. So, wir starten. Nein! Nein! Wie will der Typ, reicht das, wenn ich ihm eh liebe, wa? so, Fangplatz ist erschöpft. So, denn auf zum, äh, zu dem Typen. So, die, sie ist auch schon ganz schön hier rau, ne? Okay. Ah, bueno. Hm, heil. So. Ja, er zeigt auf sein Bild auf der zweiten Schriftrolle. Dieses sieht aus wie eine Tiger-Makrele. Da haste! Wieder reißt sie den Fisch brutal das Herz heraus. Er wird ebenso schnell verschlungen wie der erste. Beinahe steht. Das zeigt doch das Bild eines Fisches auf einer dritten Schriftrolle. Diesmal ist es eine Schlangen-Makrele. Na so, ein kleiner Makrelen-Freund hier. So, kleine Braukote. So, schubbidi-bopp, schubbidi-bopp, schubbidi-bopp. So, was ich mir jetzt erstmal hole, dieses beautiful Shark hier. Denn dafür jetzt richtig schmotteln. Klatsch. Was natürlich total cool war. Ähm, gestern ist mein Vater noch bei mir auf Arbeit vorbeigekommen. Hehehehe. Der hat, oh nein, Marlin! Na! Und der ist sowieso weg. Und, äh, mein Cousin ist nachher auch noch nachgekommen irgendwie. Und, äh, es war so... Kleine Trostpflaster war es schon. Kleine Trostpflaster. Aber man muss jetzt auch ganz klar sagen, irgendwie so ärgerlich wie es halt ist. Man ist jetzt auch keine... Acht Jahre mehr irgendwie, wenn halt die eigene Bootsersparty halt... Aus, äh, äh... Aus... Gründen ausfällt. Irgendwie... Ist... Höherer macht, denn... Ist das halt so. Irgendwie... Von der Welt jetzt irgendwie unter. Ja, wir haben uns fehlen noch 50. Uns fehlen noch 50. Piepen. Dann haben wir das Update. So. Zeigt euch. Ihr Fischschwärme. So... 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 So nah wäre es geil eigentlich. Wenn man unsere Fischschwärme aufspüren könnte. Das würde ich gut finden. Warte mal. Wir haben hier nicht so... Äh... Hier Fernglas. Was? Ach geil! Das geht... Das geht so ja! Aber... Warte... Aber das ist natürlich alles ein bisschen unpräzise. Schade, schade, schade. Nee. Okay. Gut. Aber irgendwo werden wir jetzt hier schon Fisch finden. Wir brauchen nur noch 50 Takten. Fischis. Sie verstecken sich von mir. Sie wissen es. Ich komme mal. So... Auf der Tag hat mir natürlich nicht so Bock. Oh, warte mal hier weg. Mal nicht hier düsen. Hier ist ja dieser... Hier ist ja dieser... Riesenvieh drin. Äh... Schnell weg. So. Ein Orl. Wir holen uns mal ein paar Orle. Die sind ja... Die sind ja sperrig. Aber tatsächlich hatten wir ja schon mal so ein A geholt. Für die nette Nachbarstfrau. So. Und Schaltbomb hatten wir jetzt auf Krabbenkorb geschaltet. So. Alright. So, das wird jetzt hoffentlich reichen. Hm. Ja. Das tut es. Jetzt holen wir uns das Update. Tadam! Verbesserung auf Stufe 3 Rumpf. Nice! Schön, schön, schön. So. Dann können wir hier erstmal ordentlich reinpacken. Äh... B-b-b-b-b-ba-ba... Motorleistung eigentlich. Ganz geil. Für einen Platz mehr. Weil wir haben jetzt natürlich sehr viel schon im Lager. Und das heißt, wir können... Oh, warte mal. Können wir das schon machen? Nein, können wir nicht. Weil wir haben keine 80. Aber egal. Wir können trotzdem schon erstmal vorkacken. Um unser Lager erstmal... Wir haben es hier leer zu bekommen. Ähm... Fertig. Licht. Dann gucken wir hier bei den Plätzen. Oh, die Plätze sind natürlich wieder... Da wollen sie wieder üppig haben. Hier wollen sie wieder üppig haben. Hier wollen sie wieder üppig haben. Aber ist ja ganz gut. Kriegen wir das Lager leer. Alles muss raus. Wir können noch hier, ne? Ja, wunderbar. Cool. So, das heißt... Wird hier noch... Zasta? Zusätzlicher Angelplatz. Hm... Bringen wir etwas? Maybe? Egal. Wir fangen uns erstmal rein. Das war am Hammer. So. Sehr schön. Fertig. Bestens. So. Wie viel kostet das Dynamit? Äh... Bei dem netten Onkel da drüben? Eieiei. 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 Eieieiei. Eieieieieie. 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 Eieieieie. 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 Eieieieieieie. Ach Gott, das ist der Pazifischer Rotbarsch. So, der Piranha hier. Der ist ja süß. Der ist ja gerade mal für so ein Fischstäbchen. Oh. Knirscherbarsche. So, egal. Nehmen wir alle? Nehmen wir alle. Wir brauchen Cash. We need the Cash. Und der letzte passt noch. Wunderbar. Gut, gut. Mutierter wären wir zwar lieber gewesen, aber egal. Ah, ist nur noch so ein Bauteil. Ey, man kann sich immer so aufhalten, so ewig lang. Mann, 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 Mann. Ja, aber so langsam macht das Schiff schon ein bisschen was her, ne? So, alles verkaufen. 2,52 nur. Ist aber mau. Ich, aber disch mau. Disch mau. Sausch. So, die Wop. Haben wir denn hier vorne? Wackbarsch. Oh, ist aber ein Riesenteil. Na, schade. Und erschöpft. So, dann holen wir noch ein paar Bauteile drin hier. Brauchen wir für die nächsten Stufe. So einen ollen Aal, äh, für den, für den, für den Typen mit der blauen Maske, äh, den finden wir eigentlich bei uns da, äh, in dem, in dem Anfangsbecken, ne? Bin ich der Meinung. Äh, machen wir mal so. Zack. Großfelsbrück. So. When the night comes. So, und verkaufe ich, holen wir Dynamit. Und dann machen wir mal hier los aus dem Gebiet. Obwohl hier noch eine Menge Schätze auf uns warten würden. Und mal abgrasen könnten. Aber naja, guck mal. So, wenn du jetzt Abisar oder Hadal fischen kannst, kannst du dir auch den Riemenfisch noch holen. Ah, stimmt, stimmt, stimmt. Der war ja, der war ja Hadal-Glut, ja, oder? Guter Tippchen, dann käme ich mal. Dann verkaufen. Drücke in die Stadt. Let's get back in town. Bring. So, rüber zu dem alten Fischer. So, ach nee, 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 nee. Muss ich jetzt bei der Walfangstation, ne? Was ja auch blödsinn ist. Da konnte ich ja so anklicken vom... Ach, ich sag ja, manchmal ist das schon hier. Bin alt. So, Walfangstation. Ja, Sprengladung. 4,36. Das ist ja ein adäquater Preis. Kann man ja machen. Machen wir mal so. Kann ich... Ja, kann ich das Lager packen. Dann würde ich die nämlich auch ins Lager packen. Mal so mit. So, hab ich zwei bei und im Lager hab ich dann noch drei Stück. Das glaube ich ganz gut. So. Gut. Ja, jetzt könnte ich natürlich... Jetzt könnte ich risikoyen und könnte hier vorne durch. Durch den... Warte mal, die müsste ich so einer freisprengen, wa? Oder? Ja, genau. Soll ich so einer freisprengen. Die Abkürzung. Ein haufenloser Trümmer. Man könnte sie wegräumen, um so eine Abkürzung zu schaffen. Beginnen wir zur Sprengladung. Let's do it. Und zünden. Wadadadabum. Haben wir. Ah, guck mal, Metall. Wunderbar. Oh, 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 oh. Sehr schön. Bup. Sie fehlt mir alles hier nicht von der Anordnung. Ist mir alles hier gerade da drüben. So, hier kommen wir ja durch, wa? Nein, hier ist ja noch eine. Nö. Nö. Knallen wir die Huf weg. Ja, komm, was sollt. Was sollt. Geradezu war ja, soweit ich mich hier entsinnen kann, wenn wir nämlich jetzt schnell machen, ja, nicht die Optik ändern. Das war hier hinter der Riemenfisch. So. Na, den Angeln war nicht mal, wa? Riemenfisch. Ein hässliches Vieh. Ein hässliches Vieh. So, Abisal. So, schauen wir uns kurz mal um. Die Truhe, die hier war, die haben wir ja schon weg. Okay. So, und die Händlerin wollte doch die Fische haben, ne? Ganz kurz mal. Karüte Missionen. Fange eine Schlangenakrele, seltene Fische. Die fahrende Händlerin. Okay. Sollten wir jetzt einfach nur sagen, wo das ist, oder sollten wir auch ihn fangen? Da muss ich gar nur fangen. Ja, na schön. Erstmal Licht ausmachen, das ist natürlich auch geil. Okay. Nein. Mensch. Ist wirklich auch ein relativ gefährliches Empfanggebiet jetzt hier gerade. Sollten wir noch mal weiter. Kurz mal zur Händlerin. Sie möchte nur wissen, wo es den gibt. Dann kannst du ihn dann auch verkaufen. Schön. Ohne Schatz. Den nehmen wir noch mit. Eine Dublone. Sehr schön. So, liebe Händlerin. Oh. 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 Okay, alles klar. Der Portfolio hat es wieder erklärt. Die Nummer. Pony war da. So. Okay. Wo? Ja. Fischmarkt? Nee. Wo spreche ich denn mit dir darüber? Hey Junge, wo kann ich denn mit dir darüber sprechen? Unten links im Bildschirm? Ah, alles klar. Dankeschön. So, ich habe den Riemen und Fisch gefangen. Das sind gute Nachrichten. Das ist wohl ein neuer Eintrag fällig. Ihr. Für dich. Das könnte dir von Nutzen sein. Jawohl. Nehme ich. Dankeschön. Was mit den anderen Fischen? Hab ich noch nicht. Riesen-Tigen-Salmler. Und der Quastenflossler. Okay, ich breche jetzt mal auf. So, vorher verkaufe ich natürlich noch solche Schlumpfe. Für 309. So, könnte ich mir noch mal schnell was gönnen? Jawohl. Sehr schön. Ah, hier fehlt's noch. Hier fehlt's noch an Dingen, die ich nicht habe. Fertig. Okay. So, ähm. Ich würde erstmal... Was? Ding. Mal kurz hier vorne zu der Insel. Das sieht so aus, als wenn hier vielleicht irgendwas wäre. Das sieht so aus, als wenn hier vielleicht irgendwas wäre. Das sieht so aus, als wenn hier vielleicht irgendwas wäre. Ansonsten würde ich mal kurz an unser Anfangsgebiet zurück in der Hoffnung, dass ich da eventuell ähm diese lange Flachmakrele da finde. Wunderbar. Das ist aber auch schön gescheuert. So. Okay, auf der Insel ist nichts. Oh nein, nein, da sind ja Haie. Egal. Gut zu wissen. So, da müssen wir hin. Also jetzt macht das Boot jetzt aber schon einen schönen Speed. Finde ich gut. Auf die Mane. So, dann. Dann kommt mal doch sowas ganz auf die Locke. Highway to the danger zone! Äh. Aja, da ist die. Aja, ja, 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 ja. Hohohohohohohohoho. So ein Pennerwurbel. So, waren das jetzt hier nicht... Ne, waren nicht so eine Viecher, ne? Schade. Hier haben wir noch ein paar Schriftrollen. Ich hole mal uns... Schriftrollen. Stoff, mein ich. Stoff. So, okay. Haben wir. Haben wir. Wunderbar. Ist auch leer. Super. Kann auch sein, dass die nachts aktiv waren, ne? Gut, okay. Aber ich kann auf jeden Fall erstmal auch die Schätze abgeben. Das ist auch ganz gut. Beim Händler. Willkommen, hast du etwas Interessantes gefunden? Ja, habe ich. So, im Lager können wir auch nochmal ein bisschen alles rausholen. So, die Ohrringe auch noch verkaufen. Gutes. Wunderbar. Schönes Ding. Noch mehr rochen. Also, ich bin der Meinung, hier vorne irgendwo. Ja, das sind die Dinger doch, ne? Davon würde ich alleine haben. Jawohl. Sehr schön. Gut. Also, wir sind so. Ich werde mal ganz schnell die Rochen verkaufen. Wenn ich Platz habe. Oh, du Leichtmeister hochsehen. So, Fischhörner. So, okay. So, zwei Stück brauchen wir noch. Wuhu. Ah, egal. Komm. Erstmal raus. Und erstmal hier vorne holen wir uns jetzt hier die Orelonokrele. Grauer Aal. Nee, das ist jetzt nicht. Das ist jetzt nicht. Das ist ein grauer Aal. Oder ist das jetzt irgendein Special? Der Grau. Nee, das ist kein Special. Hm, wo finden wir denn die eulen Langmakrelen? So, hier vorne war da ohne was drinne. Ein Kanal, irgendwas. Hier, genau. Hallo, Bäume. Stachelaal. Ach, das heißt ja Biest. Aber auch halt ein Aal, ne? Ja. Scheiße. Wo finden wir jetzt diese eulen Langmakrelen? Uah. Ach, echt jetzt. Das muss da nicht sein, Leute. Dann holen wir jetzt noch ein paar mehr. In der Hoffnung, dass da irgendwie Mutanten rausziehen. Vor so Kohle. Wenn ich den Rumpf wieder reparieren kann, den ich gerade kaputt gemacht habe. An! Aha. Da ist er. Pure Aggression wächst in mir. Okay, mal gucken, was wir jetzt infiziert. Krieg sechs Dinger für. Okay, egal. Weg damit. Viel Spaß mit dem infizierten Zeug. So, schnell Rumpf reparieren. Hoppilihopp. Okay. Ablegen. Ja, dann würde ich jetzt mal sagen, machen wir mal hier hoch zu den Mangroven. Ne? Zu Windstrangen. Oh. Auf jeden Fall ein Jüterweg, ey. Oh, ein bisschen Gras gehen. Im Teufelsgrad? Teufelsgrad. Okay, dann schauen wir noch mal. Oh, was ich das? No, 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 no. Fin nachdem aber hier. so vielleicht hier ist ja auch natürlich nicht teufelsgrad wir müssen ja hier noch durch hier noch einen schatzenkorn mitnehmen so sendet ein teller so ein teller muss ja jetzt nur wirklich nicht sein ist ja mit nächster noch ein gummistiefel oder ein fahrrad was ich rausholen oh da hinten das ist aber das ist aber um die entfernt jetzt teufelsgrad so da vorne sieht aus wie eine hinderin da wird jetzt erst mal ansteuern ich weiß nicht teufelsgrad sieht jetzt nicht einladen aus irgendwie was haben wir hier wie viel viecher aha schön record gemacht wunderbar nehmen wir trophäe fangen alter sieht doch mal überhaupt ja nicht mal diabolisch hier aus killerwale hau ab ja 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 ich sehe jetzt immer mehr videos irgendwie wie du wirklich siehst wie killerwale wirklich so verdammt clever sind und dann boote angreifen boote kajak versenkt bums bums die sind schon echt sowas von krass clever diese viecher so verkauften verkauften wir können noch mal hier die schnell mal weg ist schon ein bisschen unheimlich und wie er sohn oder wie die wie die vögel jagen jetzt ist auch krass denn legen sie den so ein fisch hin bis zum vogel reinkommt und dann zack holen sich den vogel wenn der nach dem fisch greift das ist schon krass was wer seid ihr wer seid ihr junger war das jetzt hier war das hast du mich jetzt hier ein bisschen hast du mich hierhin gebetet jetzt oder was und was ist das für ein geräusch um gottes willen gibt jetzt hier kein laut mehr von mir wo ist das wo ist das naaach was machen die da was machen die greifen die mich an verschwindet was ist das tragenhai das ist ja mal hässlich das ist ja mal alles klar kurder udo hier drüber in du eine ganz schöne dicke Suppe hier heute ok hier haben wir noch ein paar Sachen die wir raus dredgen können hier können wir anlegen machen wir das mal Okay. Ein Mann erwartet dich am Dock. Er stemmt sich gegen Wind und Gischt. Oh, welch wunderbarer Tag. Ein neuer Jünger wird an meine Gestale getrieben. Komm mal an, schwaches Menschlein, und droht deine müde Seele aus. Äh, ich bin nur auf der Durchreise. Na gut. Deine Ankunft ist eine wahre Fügung. Ich habe gerufen und jetzt kommst du als Antwort. Der Ritus der Läuterung steht kurz bevor und du wirst mein Nachfolger sein. Was? Was? Ich mache mich mal auf. Oh nein. Nein. Ich höre zu. Deine Prüfung beginnt sofort. Sag mir, was sucht deine Seele. Ja, Glück, Trauer oder Leere. Äh, ja, natürlich Glück. Also, weder Trauer noch... Ha! Nichts als fäule Ausrede und nicht nach Höheren streben zu müssen. Das Glück ist per Definitionem ein Kompromiss. Und dein Fleisch, wonach verlangt es? die Kälte des Wassers, der Biss des Salzes oder die Wärme der Sonne. Also, gibt es denn Leute, die jetzt sagen, ja, der Biss des Salzes. Was ist das? Nein, natürlich die Wärme der Sonne. Und dennoch meidet sie dich. Über diesen, über den Rest deiner Tage liegt ein Schatten. Denn, endlich, was verdient die Welt? Alles oder nichts? Naja, natürlich. Ich bin ja ein positiver Mensch. Alles. In gewisser Weise sie verdient, was an Land geschwöbelt wird. Was die Tiefe freiwillig her schenkt. Aber nicht mehr. Die Prüfung ist abgeschlossen. Du hast noch viel zu lernen, mein junger Padawan. Aber dieses Wissen wird dir bei Zeiten zuteil. Nun dann, deine Aufgabe als Mannjünger ist es, als Botschafter der Läuterung zu agieren. Genau, wie ich es früher tat. In den nahen Spitzen lodert ein ewiges Feuer. Doch die Herdstätten der drei Idole liegen leer und unfruchtbar da. Beschaffe drei unergründliche Flammen von den Felsen hinter uns und entzünde die Tiegel. Mission hinzugefügt. Besuche die Schreine der Tiefe. Sie werden, ich werde sie markieren. Achso, besuche die Schreine der Tiefe. Ich werde sie markieren. Sie werden dir weiteren Rat bieten und ich bin aus der Verantwortung entlassen. Hahaha. Schön. Schön hier. Ey, junger. Schön hier. Tolle Ecke. Ne. Statuen. Welches Statuen willst du ansehen? Fangen wir mal mit der rechten an. Statue hält einen Steintiegel in der Hand. Er ist leer. Ja, okay. Hier muss man also irgendwas einfügen. Ja, wir haben wahrscheinlich alle. Na, okay. Alles klar. Ähm, ja, rechts. Fanatiker. Steinsäulen. 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 Die steinernen Säulen des Tempels sind mit Texturen und Bildern gespuckt. Was davon willst du dir ansehen? Den Schwarm kleiner Kreaturen. Die Zeichnung zeigt einen Schwarm kleiner Fische, die ein Boot umbringen. Die gefräßigen Kinder. Alleine vermögen sie nichts. Zusammen beschwören sie sie. Unter diesen Worten hat jemand eine Nachricht hingekritzelt. Lass dich nicht von ihnen ergreifen. Verbrennen sie. Die steinernen Säulen sind, ja, okay, okay. Die große augenlose, das große augenlose Biest? Säulen überhaupt ja keine Säule mit irgendeiner Einschrift. Die Zeichnung zeigt einen großen Fisch mit ausgekreuzten Augen da. Die sich sehende Mutter. Wenn die Hungernden nicht essen können, naht sie. Unter diesen Worten hat jemand eine Nachricht hingekritzelt. Blind, doch sie kann ihre Kinder hören. Um jeden Preis meiden. Sind diese Fische, diese Piranhas, die jetzt da um nicht rumgedüst sind? Sind das ihre Kinder? Die haben auch so geschrien. So, und der blubbernde Schlot. Die Zeichnung zeigt einen blubbernden Tiefsee-Schlot. Der Atem der Erlösung. Er verbrennt jeden, jene, die Böse im Böses im Sinn haben, nur die Reinen überleben. Aha, toll. So, unter den Worten steht folgendes Sekretzeit. Schutz, folge dem Magma, finde sie. Um zu Kitzingung zum Vulkan, oder was? Oh, Wurde hier auch Tag? Ist der Tag? Ne, ist nicht, weil das Gruselding ist ja hier. So, schön, warte mal, gucken wir nochmal, ach, okay, gut, na, dann wollen wir da mal hin. Denn haben wir jetzt erstmal gerade eine andere Mission. Wo ist mein Kumpel, der Potwal? So, glaube ich, muss ich erwähnen, dass es total für den Arsch ist, dass wir halt einfach jetzt 37 Tage noch nicht geschlafen haben und der Schritt immer krasser wird. Bartmännchen. Okay. Ein Bartmännchen. Infernal. Cool. Okay, das scheint jetzt Tag zu sein. Dann fahren wir erstmal kurz ran, verkauf ich den Fisch, bevor der vergannelt. So, bums, weiter. 2, 7, 2. Schön, ich hab tatsächlich ein bisschen Kohle, das heißt, kann ich eigentlich schon und quatsch ich auch pimpen, nee, ich hab noch nichts. Hab noch nichts, hab noch nichts. Hab noch nichts. Achso, Mann, egal. So, achso. Nehmen wir das hier erstmal raus und machen mal hier erstmal um den Angelhacken, fertig. Aber wir können auch nichts machen, egal. So, die Schlote will ich immer meinen. Hab ich jetzt hier vertan. Das sind die doch. Die soll ich unbedingt meinen, ja? Das ist ja schön. so, aber die Gier nach Loot ist größer. Greifen die mich an? Also, bis jetzt waren sie mir kein Schaden. Teller, hau da ab mit dem Teller an, ey. Seck da mit den Teller an. So, hier nochmal Stoff. Brauche den Stoff, den guten Stoff. Los, komm mit Ja. So, die schwimmen jetzt. Ja, scheiße. Die schwimmen jetzt da um mich rum. Und das wartet oder was? Egal, zurück mir erstmal die andere Loot hier. hier ne Menge Geräusche. Und alle sind nicht besonders beruhigend. Kelch, schön, schön. So, lass mich raten, kann ich hier die Mauer eindremmeln? Sein Haufen loser Trümmer, könnt ihr wegräumen, Abkürzung schaffen. Oh, 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 Scheiße. Oh, krass, die hat meinen Motor in den Arsch gemacht. Oh, no. Okay, gut, dann muss ich was anderes machen. Oh, fuck. Das ist ja nicht geil. Das ist ja nicht geil. Ja, der Weg ist jetzt auch nicht unbedingt kürzer, ne? Oh, okay, also die haben also diesen großen Fische gerufen, oder was? So war ungefähr die Geschwindigkeit am Anfang, was den Mond hatte. Zieh! Warte mal, kling den Boost ein. Ich gebe alles. Jetzt sieht doch noch dicht aus. Aber ach, ach, du Scheiße. Das ist ja alle ein Arsch. Ach, krass, jetzt kannst du noch nicht mal angeln. Das ist ja heftig. Du siehst nichts mehr. Das ist ja krass. Oh, fies. Ja, Motorschein, was ich sagen, irgendwie. Holt die Ruder raus. Ah, Gott. Zahn Snickers, wenn es mal länger dauert. So, ich denke, in der Helmstunde sind wir da hinten angekommen. Schon dafür solltest du noch mehr Motoren einbauen. Dann fällt nicht alles auf einmal aus. Naja, ich weiß tatsächlich nicht. Es kann ja auch sein, dass der so einen Treffer gerade gelandet hat. Das waren jetzt mehrere Treffer, die er hatte. Grundsätzlich hast du natürlich recht, aber aber ich will es langsam. Ja, danke schön. Wollte doch gerade schon irgendwas bei mir in die Fracht rumhüpfen. Ich spreche aus Erfahrung. Okay. Ach, ja. Boah, der war wirklich mit letzter Kraft hier reingeschleppt, ey. So, total witzig, dass ich halt dabei immer noch die Shift-Taste drücke, was total sinnlos in diesem Spiel ist. Weil ich halt denke, dass ich dadurch schneller bin. Ja, das ist halt so Shift und und wie ASD ist dann immer so Rennen normalerweise in Spielen. So. Hallo, Faschisbauerin. Einmal für 90 Takke reparieren. Ich glaube, ich spinne, ey. Oh Gott. Gott. So, Trogedock. Trogedock. Ne, hier habe ich schon. Stoff. Stoff. Ja, so ein Bugs, Alter. Jetzt hängen wir einfach hier in der Ecke. Er dreht uns schon wieder ab. Ach nee. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Dann holt mir erstmal hier vorne die großen Fische. Hey, Kitt. Das ist ja auch mein nächstes. Ja, der Klaff-Hachen-Hai wieder. Ja, der Gute. Das sind die Besten. Shifters zu drücken für Springen. Typische Gamer-Krankheit. Ja, absolut. Absolut. Ich tu es schon wieder gerade. Was ist denn? Das ist winzig. Den ersten verklicke ich immer hier. 499, das ist aber, das lohnt sich. Das ist schön. Leute, ich weiß, ich greife gerade ein bisschen nach der Sterne. Aber ich finde, wir haben gerade fast alle Sachen, die wir tatsächlich so ein bisschen so für die nächste große Upgrade bräuchten. Wir brauchen eigentlich nur noch ein paar Bretter, gerade derzeit und ein paar Metallteile. Oh, warte mal, was ist denn hier los? Mutierter Hai ist natürlich immer hier angesehen. Hallo, meine Schönheit. So, machen wir mal anders. Das brauchen wir natürlich auch. Ein paar heißen Teile. Ja, ich bin jetzt gerade ein bisschen zwieschreiten. Ich würde eigentlich jetzt... Ich weiß nicht. Irgendwie, das mit dem Vulkan, das kommt mir gerade noch ein bisschen heavy vor, noch irgendwie. Ich weiß noch nicht, ob ich dafür bereit bin. Ob unser Boot dafür bereit ist. Deswegen würde ich vielleicht doch eher... Was ist denn das schon für den Sound hier um uns herum? Den hatten wir schon hier, ne? Ja, den hatten wir schon. So, okay, okay, okay. Ja, 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 ja. Ab in die Magroven. Da kannst du noch so viele Mimimimimis abfeuern. Also Teufelsriss kommt mir jetzt gerade noch ein bisschen heavy, wie gesagt, vor. Und das, was wir da erringen können, ist tatsächlich erstmal noch nicht so, dass ich jetzt sage, wir zum Fanatiker folgen. Müsste ich eigentlich noch nicht. 2174. Mann, wir sind reiche Leute. Wir sind echt reiche Leute. Außerdem müssen wir auch... Genau. Außerdem müssen wir auch erstmal unserem ursprünglichen Handwerk nochmal nachheben. Ja, wir sind Fischer. So, oh, warte mal, was haben wir hier? Ach nee, wir sind... Der Mann, Scheiße. Ich muss erstmal hier mal ein paar kleine Fische rausholen hier aus dem Wasser. So, Händler. Verkaufen. Verkauf, verkauft. Haben wir hier noch irgendwas? Nö. Die anderen haben ursprünglich zu sagen. Okay. So, hier vorne war Glück nachts immer noch so eine Stelle mit Brettern, ne? Wow. Genau, hier. Hier ist es. Die holen wir uns noch schnell. Die holen wir uns noch schnell. Denn Bretter sind immer gut. Auch wenn es nur eins ist. Okay, das wird auch der Pusse sein. Okay, ich muss also hier hin. Ich muss da hin. Turn around. QuickTime Steve ist bei dem Spiel richtig hart am Start. Nö, das geht eigentlich. Tatsächlich. Gut. Falsche Richtung. Und das du kannst halt am Anfang kannst du mal sehr schnell drücken, irgendwie. Und dann liegst du halt einfach falsch. Oder halt wenn die Teile halt immer ein bisschen kleiner werden, liegst du halt auch mal dazwischen. Das ist passiert. Du hast halt doch nicht wirklich einen signifikanten Nachteil dadurch oder einen Vorteil. Irgendwie solltest du die Dinger schaffen oder eben nicht. Also klar, beim Dredgen dauert es halt, fängt es immer wieder von vorne an, wenn du irgendwas rausziehen musst. Oh. Holy, holy, lalalalalalalala. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Und da haben wir noch eine Händlerin. Da wollen wir nicht gleich mit leeren Händen kommen. Oh, was ist das denn? Wiebernfisch. Na, der sieht ja erstmal... You ugly son of the bitch. Jetzt mal, Schmuckstück. Wunderbar. Gut. Jetzt haben wir hier. Schwarzflossen tun. Okay. Nehmen wir. Zack. Ja, Schmuckstück. Ja, Schmuckstück. Ja, okay. Oh, ist ja unheilsschwangere Musik. Schmuckstück. Großkopf, Meer-Esche. Mann, Mann, Mann. Alle Fische, die sind noch nicht die ersten Arbe. So, 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 so. Wir wollen ja halt nicht mit leeren Händen kommen. Oh, oh, die sieht aber schön aus. Vielleicht mehr, der Escher. Wisst ihr was? Ich habe einen Plan. Heieieieieiei. So, ich wähle es nämlich von einem Punkt hier. Das ist nämlich auch so eine, so eine, wo du Fische reinlegen kannst. Du brauchst genau diesen Fisch dafür. Exakt diesen. Einen davon. Wie ein Klang-Tipp bekommen. Sozusagen. So. Dann müssen wir nur ein bisschen weiter rum um die Insel. Und dann bekommen wir etwas sehr, sehr Cooles. Das würde ich mir tatsächlich nicht entgehen lassen. Dadurch, dass man nämlich das Ding sehr, 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 äh, sehr, sehr selten findet. Okay, hier ist es nicht. Warten wir mal. Das ist jetzt gerade übersehen. Irgendwo, hier ist dieser Stein. Zu dem wollen wir hin. Ja, ein umförmiger Felsblock mit einer kleinen Plattform an der Basis. Die eingemeisterte Gestalt informierter Fische sind nur schwer zu erkennen. Genau, und hier sehen wir die nämlich. Die Wellen schnappen bis auf die Plattform, auf der du die Anomalie abgelegt hast. Als das Wasser damit in Kontakt kommt, ertönt ein summendes Geräusch. Das zuvor so stille Wasser beginnt zu brodeln und überspürt den Fisch. Und wir haben eine Seenangelroute bekommen. Mutale Mechanismen. Drei aussöhnen, oh Gott, das will ihn, Alter. Ozeanisch, Mangroven und Flachwasser. Fanggeschwindigkeit plus 28%. Nice. Und ich bleibe mal komplett voll, oder was hier? So, okay. Okay, schön. Das musste ich jetzt leider mal ganz kurz Feuer machen. Mehr über die Mangroven wies ich jetzt auch nicht. Aber das war das, was ich wusste. Tarpum. Hm, okay. Dann würde ich jetzt mal zur Händlerin. Das haben wir hier. Okay, mal schauen. Vielleicht finden wir hier auch so eine lange Makrele. Das wäre auch cool. So, wir haben eine Mutation. Schauen wir mal. Glänzt eine Mäheresche. Schön. Schön hässlich. Und wir sind Fuhl. Hallo, Frau Händlerin. Wo sind Sie? Ich habe hier eine Menge Fisch. Da ist er. Wunderbar. So, wunderbar auf den Fischmarkt. Mal schauen, wie viel kriegen wir jetzt. 248 nur? Das ist echt nicht viel, ey. Das ist echt nicht viel. Das ist nicht viel, Freunde. Schwimm-Dock. Ein Brett fehlt uns noch. Sehr schade. Sehr schade. Wie es hier wieder aussieht. Ja, du kannst ja drehen, du kannst ja wenden. Irgendwie sieht einfach alles irgendwie murksig aus hier. Okay. So. Können wir noch irgendwas machen? Ah, Moment. Wir können allerdings noch mal schauen. Oh. Ja. Komm. Die gönnen wir uns. Zwei Stück. Und damit dürften wir auch tatsächlich den Motor uns kaufen können. Yay. Nice. Forschung abgeschlossen. Strahlantrieb. Ab jetzt im Handel. Ah, hättlich. Für 72. Für 72. Alter. Taufig. Wie, ihn hat er davon, oder was? Ich habe nur einen davon? Oh Mann. Schade. Aber jetzt auch wieder knapp 10, 10 Knoten schneller. Na, das ist schon geil. So, lohnt es sich denn, diese Angel zu tauschen? Eigentlich nicht, ma? Mit der? Äh, nee. Küste, Flach, Mangrove und vulkanisch. Ozeanisch, Mangrove, Flachwasser. Nee, das ist einfach, lohnt sich nicht. Nee. Schade, aber schön. Schade, aber schön, das Ding. Folgendes, wie sie, oh, nicht. Kann man nicht eigentlich, sollte man nicht verkaufen? Sollte man nicht wegschmeißen? Sieht so sinnlos hier in meinem Inventar aus. Dieser Mutz. So, wird nehmen wir jetzt hier alles mal mit. Dynamit braucht man immer. Wurf, die vollen ist überbaut. Ja? Okay, okay. Nee, nicht keine Hütung. Hier ist es ja. Wusste man nicht so, ob das für irgendwas nur Hütung sein soll. Vor allem ist der Teller, Alter. Dieser scheiß Teller. Also, der ist nicht schön. So. Ablegen. So, lass uns doch mal jemanden mal gerufen, mal ankegen hier. Uiuiui. Ui, ist doch nicht. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das denn? Was haben wir da? Ist er weg? Wir haben uns noch eine Flaschenpost. Okay, wir müssen hier nur. Uiuiui. Moment, hallo. Ein Schatz, den es zu holen gilt. Zu heben. Da ist einfach die Gier zu groß bei mir. Ein Monokel. Noch ein kaputtet. Na, du tust ja richtig. Das wird ja richtig Kohle bringen, halt Angst. Ah, auch noch mal eine Flaschenpost. Meine Güte. So, was haben wir da? Das ist ja schlimm, wie ihr. Nun war es mal in. Hab ich schon zu dem Flugzeug, ist ja geil. Fieserwicht, grüß dich. Hi. Ein großer Mann beobachtet dich durch die aufsteigenden Rauch eines Lagerfeuers. Er schnitzt beiläufig an einem Stück Holz. Und steht auf, als du am Land kommst. Fremder, nach deinem Gesichtsausdruck zu urteilen hast du schon Bekanntschaft mit den hiesigen Brüsewichten gemacht. Setz dich doch. Du setzt dich zu jemandem Feuer. Ich versuche, sie aus diesem verdammten Dschungel zu vertreiben. Seit wir hier abgestürzt sind. Die Jungs haben diese Geistfresser genannt, weil sie einen den Verstand rauben. Sie ließen uns Dinge sehen. Und Dinge tun. Ich möchte dich bitten, mich von hier wegzubringen. Allerdings erst, wenn ich meinen Geschwader gerecht habe. Ja, was ist mit ihm passiert? Einige von uns stürzten am Nebel ab. Krachten an die Baumkrone oder fielen ins Wasser. Jene, die überlebten, sammelten sich hier unter der Krone dieses großen Baums. Doch er bot uns nur dürftigen Schutz. Auch auf hohe Hilfe kommen konnte, verschwand unsere Zahl. Dizimiert durch Feind und durch den Wald selbst. Ich habe in all den Jahren schon jede Menge Möchtegern-Hellen kennengelernt. Doch keiner wollte mir helfen. Bist du etwa anders? Ich kann helfen! Toll. Ich dachte mir schon, dass du der Richtige bist. Du hast... Was gewisse? Etwas. Hör mir zu. Zuerst müssen wir die verstreuten Teile der Mörser meiner Geschwaders finden. Damit können wir den Westen dann ordentlich einheizen. Nördlich und östlich von hier sind noch andere Flutze hier abgestürzt. Ich markiere die Abschlussstellen auf der Karte. Dann kannst du nachsehen, was da zu holen ist. Hm. Was soll ich nochmal tun? So, wie willst du deine Kamera ernähren? Die haben ein paar Erkennungsmarken hinter mir im Baum aufgehängt. Das erschien mir recht passend. Aber ich habe nur die Erkennungsmarken derer, die ich... Ich habe nicht alle Leichen gefunden. Solltest du zufällig über die noch fehlenden Erkennungsmarken stolpern, würde ich sie gerne zu den anderen Kameran hängen. Ich habe hier eine Reihe von technischen Spielereien, die du vielleicht nützlich findest. Hier, nenn das. Auf Treu und Glauben. Oh, nein. Ich habe weggeklickt. Scheiße. Äh, okay. Äh, wozu brauchst du die Erkennungsmarken nochmal nehmen? Wissen wir jetzt auch? Gibt es hier in der Gegend Schiffswachs? Schiffswachs? Nein. Alles, was hier endet, wird schnell vom Schlamm verschluckt. Na gut. Okay, erzähl mir mehr über diese Geistfresser. Teuflische Kreaturen, da richte ich dir durch und durch. Sie verfolgen einen entlang der Wasserwege, um dann plötzlich aufzutauchen, um ihr grässiges Lied anzustammen. Beim ersten Mal erschien mir die Schatten meiner Kameran. Sie griff nach mir. Es war wie ein Fiebertraum. Als ich endlich wieder zu mir kam, war ich mit blutigen Kratzern übersät. Sie müssen mir das Unterholz gejagt haben. Seitdem versuche ich, dem Feind, wenn möglich, aus dem Weg zu gehen. Sie scheinen vor allem auf Bewegung zu reagieren. Also sei vorsichtig. Alles klar. Okay. So, dann legen wir mal ab. So, weil das Vieh, was da aus dem Wasser gekriegt hat, mit dem gebrüchtenen Kopf, war das ein Geistfresser? So, jetzt einfach bloß. Das ist einfach nur eine Fackel. Na, hallo. So, Sprengladung benutzen. Auf geht's. Badabum. Und hier ist eine Flaschenpost. So, und wir müssen tatsächlich noch mal kurz in die Kahüte gehen, weil wir haben schon mal eine Flaschenpost gefunden. Und jetzt haben wir zwei gefunden. Mein Liebling. Endlich habe ich dich gefunden. Als du gingst, war ich am Boden zerstört. Aber nun fühle ich mich beinahe wieder heil und ganz. Und jetzt gibt es nur noch eins zu tun. Ich werfe mich zurück. Was? Zerfledderte Quittung. Goldstein und Sohn. Nummer 27 in Kleinmarkt, 22. Dezember 1926. Die Summe von 50 Dollar und 0 Cent für eine silberne Halskette mit Smaragden in silberner Fassung erhalten. Bemerkung. Weitere drei Dollar für eine Gravur auf der Rückseite der Fassung veranschlagt. Kunde, wir morgen wiederkommen. 23. Dezember und um das Schmunkstück abholen. Der Text in der Gravur lautet für Jay. An den leuchtenden Stern. Ja, die Flaschenpost ist ausschließlich von einem Pärchen. Wie wir es bisher so gefunden haben. Okay. Die Punkte müssen wir also abfahren. Was es mit denen auf sich hat, wissen wir tatsächlich noch nicht so wirklich. Habe ich denn mit einem Frachtraum? Ach, na, habe ich schön. Müssen wir rausschmeißen, wie schön. Was? 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 Okay. Die Magroven sind also lebendig oder was? Was haben wir hier? Nee, will ich nicht. Okay. Also die Magrovenwurzeln machen uns anscheinend den Weg frei. Oder versperren ihn uns mal. Oh, und hier ist ein Flugzeug. Mal schauen. Hier sind ein paar Mörser-Teile. Die holen wir natürlich sofort raus. Cool, jo. So, was ist das hier noch? Stahlteile. So, wir werden jetzt wahrscheinlich halt komplett durch die Magroven schippern müssen. Um hier alle Teile zu finden. Die Frage ist, ob wir auch an alle Wege jetzt, oh cool, an alle Wege so rankommen. Oder ob wir jetzt wirklich noch mehr. Oder ob wir jetzt noch mehr Mangroven aufsprengen müssen. Weil wenn hoffe ich, dass ich genug Sprengstoff bei ihr habe. Also, ansonsten wird es eng. So, kipp mal, eins ist an dieser Bucht hier vorne drin. Schokolade-Dandy. Kann ich den, kann ich den fischen? So, aber das ist doch der Typ. Hier ist doch, in der Bucht ist doch der Typ drin. Oh, da muss ich jetzt jede Teil einzeln abgeben. Das wäre ja nervig. Oh, was ist das? Ein Wels. Sehr schön. Propheten fangen. Gut, den lüse ich mal schnell zu ihm. Weil, Lord Carter, wir haben uns um zu ihm. Das kann halt wirklich sein, dass wir jetzt die Mörser-Teile einzeln abgeben müssen. Läuft so. Na, ich habe ja einen Teil des Mörsers gefunden. Du hast eine Komponente gefunden. Aber ein Teil fehlt noch. Wir haben es fast geschafft. Such weiter. Okay. Gut. Also sind es nur zwei Teile, die uns fähren, nicht drei. So, dann lass mich doch mal schauen. Der nächste ist tatsächlich hier vorne in der Nähe. Aber nach vorne sehe ich schön, wenn sowas leuchten wird. Ah, wunderbar. So, das war ja doch alle drei relativ naheinander. Na, schön. So, Dreieinheit. Nehmen wir mit. Was finden wir hier nebenan noch? Stahlteile. Ne, 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 ne. Holz wäre mir jetzt tatsächlich ein bisschen lieber gewesen. Aber, was soll's. Ja. Ja. Okay. Hallo? Wow, Junge. Und, irgendetwas antwortet mir. Ah, okay. Alles klar zu sehen. Also mit der Zeit kommen wir wieder weg. So, hier haben wir noch eine Post. Oh, jetzt haben wir aber Schwein gehabt, Alter. Dazu schon, dass man jetzt hier was in den, in den, in den, in den, in den Fisch, den ich hier habe, gesprungen ist. Bei dem würde ich sehr gerne verkaufen. Er wird wahrscheinlich Jute-Held bringen. So. Randa. Lass mal Randa, denn sie will ja. 92. Na ja, mein. 92. So, aber. Motoren haben wir alle. Angeln haben wir bis auf die alle. Wir können Körbe kurven. Oder Netze. Netze wäre eigentlich auch geil. Küstennähe ozeanisch. Küstennähe flach Wasser. Vulkanisch Küstennähe. Mangroven flach Wasser. Scheiße. Ja, man denkt irgendwie, dass das so das Beste ist. Irgendwie, was das Letzte ist. Ich werde wahrscheinlich die ganze Zeit jetzt hier noch irgendwelche Forschungsteile bekommen und ich schalte einfach alle frei. Ich schalte einfach alle frei. Was solltet ihr das zu halbern? So, dann lasst uns mal ganz kurz zu dem alten Hauding. Oh, seltsamer. Ist das, ist doch der Mindflare da drüben oder was? So, nicht bewegen. Das ist jetzt. Okay. Getaucht. So, gut. Dann habe ich jetzt alle Teile, mein Freund. Ah, Flieger. Wie läuft's auch? Ich habe Teile des Mörsers gefunden. Das ist alles. Während ich die Mörser zusammensetze, kannst du bereits mit deinem nächsten Vater des Plans beginnen. Wahrscheinlich sind dir die Lagunen und die Vorrichtung aufgefallen. Es sind Fallen, die ich dort für die Geistfester aufgestellt habe. Wir müssen sie jetzt nur noch dahin locken. Haben wir sie festgesetzt, kann ich ihn mit den neuen Mörsern den Chaos machen. Und das war's dann. Keine Halbträume mehr. Ich markiere die Standpunkte der Fallen auf deiner Karte. Verstanden? Wie locken wir die Geistfester an die Fallen? Sie werden von ganz speziellen Ködern angelockt. Einmal mehr wird uns deine Expertise als Fischer von Nutzen sein. Hast du alles? Ist das sicher? Natürlich, ich glaube nicht, dass das sicher ist. Ich verstehe. Äh... Wie hast du diese Fallen gebaut? Mit Geduld. Diese Kreaturen steigen auf Bewegung und so reagieren. Also starre ich, wenn ich immer eines dieser in meine Nähe kam. Äh... Ich verstehe. Wir müssen drei spezielle Köder auf verschiedenen Fischkombinationen herstellen. Lass uns den Köder für den ersten besprechen. Für... Ah, okay. Alles klar. Ich brauche jetzt Fische. Hm, okay. War ja eigentlich fast schon freier Seba. Für diesen Köder benötte ich drei Fische aus der Gegend. Wenigstens aus der Gegend. Immerhin. No! Okay. Alles klar. Ich habe noch nicht genug Fische für diese Köder bekommen. Alles klar. Äh... Wir können uns tatsächlich die anderen auch nochmal anschauen. Ah, okay. Okay, okay. die sind hier direkt bei uns in der Nähe. Und... der Letzte... Das sind die Ahle. Die sind direkt vor uns hier. Wenn's Nacht noch ist. Wo soll ich die Köder platzieren? Einer der Fallen, die ich in den Lagunen aufgebaut habe. Sie sind auf deiner Karte markiert. Ja, klar. Okay, alles klar. Gut. Dankeschön. Denn, äh... Das wäre vorerst alles. Wozu brauchst du die Erkennungsmarken? Was soll ich jetzt tun? Lass uns über die Bestockten der Fallen sprechen. Nee, kann ich ja nicht, weil wir haben keine Fische. So, ablegen. Und dann hier vorne nochmal schnell ran. Hier wartet der Aul. So, Nummer 1. Nummer 2. Er wollte ja jetzt nur 2 haben, ne? Das waren jetzt keine 3. Das ist mir gelohnt. Na. So, dann können wir ja schon mal den ersten Köder quasi herstellen. So, der dritte war's. Super. Das sollte klappen. Ich möchte ja einfach hier drin bestückt damit die Fallen und suche da an der Seite. Wenn die Fallen zuschnappen, dann fordere ich mit dem Mörser drauf und bringe mir auf jeden Fall einen Beweis dafür, dass das Ding wirklich tot ist. Klar? Lüff in der Köder. Übel riecht eine Mixtur aus Fisch und, äh, noch etwas anderem. Der Flieger sagt, das soll die Biester in Windstreng anlocken. Ich muss vorsichtig sein. Alles klar? Okay. Äh, das war vorerst alles. Oh, das ist jetzt aber tricky. Sag mal, also von dem ersten Köder habe ich tatsächlich das eh ne Vieh noch nicht gesehen. Schau mal hier um die Ecke war, glaube ich, hier dieser, dieser fette Barsch. Hier. Der genau jetzt weg ist. Danke. Mich, äh. Hey, hey, hey. Ah! Na bitte, läuft doch. Okay, dafür brauchen wir einen. Schönes Ding. Wunderbar. Vielleicht, ich komme mir mal lieber einen zweiten. Wer weiß, wer weiß, was mir hier an Bord hüpft. Dann kann ich den Scheiß nicht nehmen. Also die Mangroven sind sehr aktiv hier zur Höhe. So, dann schauen wir mal hier außen nochmal. So, den brauchten wir. So, sehr schön. Nehmen wir mal auch zu ihm mit. Ja, das mit dem Barsch ist jetzt natürlich ärgerlich. Vielleicht ist hier noch. Ach, gib mal hier so ein. Bisher haben wir das selben so ein Hecht oder was? So, die bringen wir mal erstmal zu ihm. Was war, haben wir? Hier vorne schauen wir nochmal kurz. Oh, große Fische. Der war auch mit bei, ne? So, da hinten ist noch. Ja, der wird zu klein sein. Ja. So, das ist der Hechter. Okay. Dann zurück zu dem alten. Vielleicht kriegen wir schon den zweiten Köder zusammen. Dumbidum. Dumbidum. So, lasst uns mal über den ersten sprechen. Ja. Ah, das sollte klappen. Ich möchte ja einfach... Okay, bestücke die Feiermütze haben wir schon. Okay. Okay, wir haben Bord durch Nummer 1 und Bord durch Nummer 3. Lass uns über den zweiten sprechen. Ah, nee. Brauchen wir auch nur so eine kleine so ein Popelfisch und dann nochmal so ein Barsch. Der Barsch ist halt scheiße, dass der nicht da ist. Ärgerlich. Aber ziehen wir trotzdem hin. Bussi, sind Barsche nachtaktive Tiere? Also, kennen wir so mit Angel kennen wir ja gar nicht aus. Nur als kleiner, als kleiner Bub. Ja, da hat man da so eine Stüppe ins Wasser gehalten und hat man mal gefreut, wenn er irgendwann die Bissen hat, aber so wie andere dann irgendwie total exzessiv unterwegs waren und sagten, ey, jetzt hier, du musst doch mal jetzt hier die Rolle, die Route brauchst du mit dem Sehensatz und fahrt wie ist ich alle zusammen. Ach, jetzt bin ich wieder vorne mit mir. Nee, jetzt hat sich nicht ein anderes Wort. Interessant. Auch nicht. Ich bin jetzt hier mal einfach mal ganz doof. Ja, der große Käfig hängt über dem Wasser, darunter schwimmt ein kleines Behältnis. Bestücke die Falle mit einem Köder. Haben wir? Bestücke die Falle mit einem Köder, du solltest dich jetzt in Sicherheit bringen. Ah! Ja, denn verpisst... Ah! So, dann gönn dir, Alter! Jawoll! Yummy! Feier an der Hohle! Boom! Nice! Das war Falle Nummer 1. So, und jetzt gibt es hier einen Beweis oder was? Im Endeffekt befindet sich der Kadaver eines Geistfressers. Alter! Sechs... Sechs Felder? Der Flieger wird einen Beweis dafür erwarten, dass du Erfolg hat. Boah, Sechse? Sechs ist doch unverhältnismäßig. Aber gut, was solltet. Der Rest des Kadavers versinkt. Bleh. Eckelig. Eckelig. Einfach mal schön beim Autoscooter verkackt hier, Alter. Und das war unser Abisalangel. Das ist ja wunderbar, Alter. Das ist ja richtig geil. Gut, vielleicht sollte ich mal ganz kurz raus irgendwie und kurz mal zur fahrenden Händlerin. Nö. Nö. Geht nicht. Aber den will ich nicht haben. Ich will den Mutanten haben. Den will ich haben. Den will ich haben. Oh. So, warte mal. Jetzt ist doch hier... Jetzt ist doch wieder Nacht. Jetzt sind doch eigentlich wieder die Barche wie aktiv, oder? Nee, warte mal. Ich mach jetzt erstmal nochmal zurück. Ich repariere erstmal kurz die Karre. Also schnell ist er. Bleibs mal nix, Alter. Schnell ist er. So, da ist der Händler. Spüre den Witter in deinem Haar, ja. 2,29. Das ist nicht viel. Der ist nicht viel. Der ist nicht viel. So, 0 Uhr 33 haben wir. Und einmal bitte verkaufen. Äh, Quatsch. Reparieren, bitte. Ja, ansonsten können wir jetzt erstmal nicht viel alldummig bei ihr machen, ne? Können wir nochmal schauen. Na, komm. Können wir uns. Das Gute ist, dass man bei ihr wenigstens auch noch irgendwie einen Sprengsatz kaufen kann. So, wir haben das Netz. Große Schleppnetz. Und dann machen wir das. So. Okay. Okay. So, davon brauche ich tatsächlich welche. Aber nicht so schön notierten. Ey, die Geräusche hier im Umfeld, die sind wirklich nicht schön. Nicht schön. So, ich nehme mal lieber noch einen zweiten mit. Man weiß ja. So, und dann warte mal. Dann muss er kehren. Ja, die Sicht ist auch schon wieder komplett im Arsch bei ihm hier. Und dann hier vorne müsste er sein. Hooray. Okay. So, ist natürlich ungünstig, wenn ihr so ein schnelles Boot hast und hier durch die man gerufen und manövrierst, denn bist du schnell mal irgendwie am Arsch. So, ich habe da den Kandaver einer Kreatur, die ich dir zeigen will. Den sollten wir mal sehen. Den wollen wir mal sehen. Du reißt den Flieger in den zerfetzten Fleischklumpen. Er ist nahezu formlos. Doch wir wissen beide sehr gut, zu wem er nun gehört haben kann. Er stochert mit seinem Messer in den gummiartigen Fleisch herum. Er scheint zufrieden zu sein. Ja, das war mal einer dieser Bieste. Wir machen Fortschritte. Aber es gibt noch viel zu tun. So, Bestückung der Fallen, bitte. Und auf geht's. Sollte klappen. Und hiermit habe ich Kotze einmal Nummer 3. Wunderbar. Jetzt kann ich alle Fallen bestücken. Und tatsächlich könnte ich die Mission damit fast schon beenden, ne? Hier. Eins ist da. Eins ist, ja genau. Eins war hier vorne. Würde tatsächlich erstmal schnell beide Geist oder Mindflayers hier irgendwie töten wollen. Muss man nicht so viel hin und her immer. Bestücke die Falle mit dem Köder und jetzt Verpissung. Er muss weg. So, da ist er. Hat so ein bisschen was, zweimal Schnecke. Alter. Ah, so sorry. Kurz mal einen Schluck trinken. Nein, wie ekelhaft. Im Inneren befindet sich der Kadaver eines Geistfressers. Wunderbar. Nehmen wir mit. Der Rest versinkt. Was war das denn gerade? So, okay. Wo müssen wir hin? Wir müssen quasi nach links. So, wunderbar. Was sind für komische Pilze hier. Okay. Wahrscheinlich sollten wir da nicht rankommen. So stehe. Okay. Hier vorne in der Bucht. Das ist fette Grollen immer hier. Das ist wirklich echt sehr unantenehm. Spiel sieht ultra süß aus, ne? Aber hat's in sich. Hat's in sich. Echt jetzt? Boom. Und das war Nummer drei. Damit haben wir alle drei Geistfresser getötet. So, her, das Stück Schmutz. Was sind hier eigentlich? Oh, Schatz. Oh. Rasante Fahrt hier mit der Dredge. So, ein paar Ohrringe. Okay, alles klar. Nehmen wir. Also hier, ah, Bretter. Endlich mal ein paar Bretter. Ich wollte gerade sagen, in den Magroben findest da kommen Bretter. So, hoffentlich jetzt ein paar mehr. zwei Stück. Ach, komm. So, knauserig hier. Der Wald ist knauserig zu mir. da vorne können wir eventuell weg sprengen, Leute. Ja, da werden wir, ah, bestimmt wieder mit der Metall teilen. Dort lassen wir natürlich nicht hingehen. Benutzen Sprengladung. Let's do it. Sehr schön. Yes. Ah, das sieht hier einfach alles nicht aus. Sieht hier einfach alles nicht aus. So, komm, wenn wir hier vorne sind, hauen wir das Ohne weg. Boom. Hier kommt der Boom. Ready or not. So, was haben wir denn hier? Ah, auf jeden Fall die Kleen. Wo sind wir überhaupt? Oh, oh, hallo, was ist denn hier los? Ich will mal auf, was? Das ist normaler. Die Frage ist auch, ob ich jetzt wenn jetzt einer kommt, hier überhaupt so mutierten irgendwo unterbringen kann. Boah, das ist doch auch groß. Ja, guck mal. Wunderbar, schön. Na dann. Was? Das sind die Geräusche, die Geräusche. So, was gibt das hier? Oh, Mann. Oh, Scheiße. Ich kann ihn nicht nehmen. Na, egal. Hier würde ich noch ein Bausch heben, aber bin ich jetzt geknischt. So, okay, alles klar. Dann umdrehen vorsichtig und in diese Richtung hier irgendwie. Okay, hier, okay. So. Ah, nein, dann will der Typ ja mitkommen, wa? Der will ja mitkommen jetzt. Ich habe ja keinen Platz. Den muss ich hinlegen wieder. Den muss ich wieder hinlegen. Läuft's denn so? So, ich habe einen Kadaver. So, ich lasse es falsch fallen. Er sprochert wieder mit sehr besser drin rum. Bleibt nur noch einer, aber irgendwie bis zu Ende. Und vier. Er brückt sich hinunter und sticht mit dem Messer an das weiche Fleisch. Er teilt sich unter der Klinge und gibt den Blick auf einen metallisch glänzenden Gegenstand frei. Er reißt den Gegenstand aus dem Fleisch der Kreatur und hebt ihn hoch. Du erkennst ihn, du erkennst, dass er eine Halskette ist und überzogen mit blutigem Schleim. Nun, Fischers Mann, Glück für dich. Dafür wirst du von einem Sammler ein hübsches Sümmchen bekommen. Hier. Warum nimmst du es dir nicht? Geil! Und das ist das Arterfakt, was wir gesucht haben. Das Relikt. Er tritt von dem Kadaver zurück. Sein Gesichtsausdruck wird melancholisch. Tja, das war's dann wohl, schätze ich. Was willst du jetzt tun? Ich weiß es nicht. Ich dachte, ich würde dich bitten, mich von hier wegzubringen, aber es ist mir doch irgendwie eine harte Heimat geworden. Es fühlt sich nicht richtig an, meine Brüder hier zurückzulassen. In der Zwischenzeit könnte ich spezielle Köder für dich entwickeln. Das würde deiner Träger erhöhen. Der Fischer fragt, wie bitte? Kannst du mich ein paar Köder herstellen? Ja, das ist von den anderen Ködern übrig geblieben, die wir gemacht haben. Ah, guck mal, Fähigkeiten freischaltet. Köder, wirf einen Köder ans Wasser, um lokale Arten anzulocken. Ich brauche zuerst etwas Fisch. Jeder Art kommt in Frage, aber je mehr du mir bringst, desto mehr Köder kann ich machen. Okay. Ja, die kriegst du jetzt natürlich nicht. Ja, 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 ja. Ja, geil, cool. Also können wir jetzt quasi, wozu, wozu sind die Köder jetzt im Speziellen da? Ein paar Portionen Köder, damit kann man alle möglichen Arten anlocken. Die werfe ich jetzt hier einfach ins Wasser und dann kommt so da wird. Das ist cool. Dash, dash cool. Dash, einfach cool. So, auf zur Händlerin. Wir haben hier nur noch nicht eine Erkennungsmarke gebracht, oder? Ich muss doch sagen, wir haben noch lange kein Buch mehr bekommen. Warst du denn die Marken noch nicht gebracht? da ist es gerade hoch. So, bumm, verkaufen und 81. Gut. Okay, vielen Dank. Ab in das Schwimmdeck. so, Verbesserung eins gekauft. Haben wir hier noch irgendwas? Oh, das ist so, können wir mal noch unterbringen. Sehr schön. Ja, es ist Holz, was fehlt. Es ist einfach Holz, was fehlt. Das ist blöd. So. Hmm. 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 Frage ist jetzt nur für mich, wo finde ich überhaupt die Erkennungsmarken? Oh, wir haben ja noch eine Flasche, eine Message in the Bottle gefunden. Es fühlt sich an, als wäre es schon Jahre her, dass mir zum letzten Mal warm war. Ich erwarte nicht, dass er schreibt. Ich will nur das Gefühl haben, dass er hin und wieder an mich denkt. Die nächsten Zeilen sind verschmiert. Er muss zurückkommen. Ein sehr wütendes Geschmiere. Ich habe ihm noch einen Brief geschrieben. Es wird der letzte sein. Oha. Okay. Suche nach Relikten haben wir. Entzünde die Statuen, sammle alle Proben, gestalten blau und Sovalität finden. Ähm. Sind die jetzt immer noch freigeschaltet, die Erkennungsmarken? Ja, ne? Die sind jetzt nicht einfach, weil jetzt, äh, ich sag mal, die, seine Hauptquests weg ist. Oh, was haben wir da? Okay. Ein Schatz. An einem Flugzeug. Ist das vielleicht so eine Erkennungsmarke? Es ist so eine Erkennungsmarke. Okay, cool. Yeah, bretter. Er ist ein bretter. Der nächste Ausbau wartet doch auf uns. Jetzt weiß ich aber schon, was mich hier bei der nächsten Nummer halt auf jeden Fall stören wird, irgendwie, und zwar, dass wir hier halt diese beiden Motorenteile haben, ne? Das ist natürlich alles so Sachen oder alles, alles auf Platz, dass der uns nachher so irgendwie im Frachtraum blockiert ist. Aber das ist ja auch keine Wahl, ne? Das ist ja... So, drei Bretter, das durfte ich eigentlich übergesehen, Eins, nee, eins braucht noch. So, schauen wir mal weiter um, äh, was wir hier vielleicht noch finden auf der Insel. Döp, 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 döp. Oh, ein Boot. Ein Boot. Ein Boot. Oh, ist kaputt! Oh, ey, Mimik, ey. Wat für Penner. Wat für Penner. Oh, Forschungsteil, schön. Nimm ich auch. Sehr schön. Kann man die eigentlich irgendwie besiegen? Ja, du hast die Wahl, mit zehn Knoten rumzuschippern oder alle anderen Motoren auszubauen. Naja, naja, das ist ja kein, eigentlich ist das ja keine Alternative, ne? Ach, nicht schon wieder das Scheißding. Ich meine, ich finde es schon wirklich geil, jetzt hier mal ein bisschen Ja sehen zu können, ne? Also, das ist ja schon ordentlich. Und für 200 bitte. Dankeschön. Ah, cool, jetzt reicht. Sehr schön. Und der neue Rumpf. Der neue Rumpf kann gebaut werden. Aber wir haben natürlich noch nichts. Es geht natürlich an Holz und an Stoff. Woran es uns mal tatsächlich mal nicht fehlt, ist an Metallteile. Aber an allen anderen. So, vier Bretter, drei Stoff und ein Metallteil noch. Ein Metallteil hat sie ja so, ja? Könnte man doch tatsächlich jetzt hier käuflich erwärmen bei der jungen Dame. Yes. Wunderbar. Nehmen wir. So, wir haben kein, ich würde mal für 36 nochmal hier eine Sprengladung kaufen. Schade. Das Krieg kann man nicht. Kuchen wir noch Forschungsteile für 3,15? Ne, gucken wir nicht, weil wir haben nur noch 4,90. und dann kann man hier jetzt nochmal das Teilteil erinnern. Dann haben wir schon mal die wichtigsten Sachen. So, okay. Da gibt es mich ja Frage, was kriegen wir denn schön für so eine Erkennungsmarke? Und jetzt mal zu ihm bolzen. Ein Buch wäre ja geil. Wir haben noch lange kein Buch mehr bekommen. So, und zwar Erkennungsmarke. Ich möchte hier Erkennungsmarke. Oh, Männer, hier fallen ein Kameran, der den Baum hinter mir hängt. Für die Erkennungsmarke, die du mir bist, bekommst du eine Komplimente. Ich wäre bereit. Was ist denn das jetzt hier? Mich verscheißern? Macht er das jetzt nicht mehr, oder was? Er hat doch gerade, ich habe doch ihn da. Nein, ich habe sie nicht da. Ich habe sie, warte mal, steck mal. Moment mal, Moment mal, mein Lager. Hier ist er. So, weil ich es ja wahrscheinlich im Lager hatte, dann macht das nicht. So, hier, Erkennungsmarke. Lass mich mal sehen. Lass mich mal sehen. Ich, danke dir. Ich werde sie an einen Baum hängen. Hier ist eine Belohnung. Oh, okay, wir kriegen Forschungsteile dafür. Cool. Okay, es gibt Forschungsteile dafür. So, Blick auf die Karte. Okay, hier in den Mangroven haben wir jetzt keinen weiteren Missionspunkt. Finden wir da noch weitere Erkennungsmarken in den Mangroven, oder müssen wir tatsächlich die umliegenden Inseln beschiffen? Beschiff an. Hey, Junge. Vielleicht brauchen wir so viel Holz. So, jetzt habe ich hier auch relativ wenig Bauteile gefunden. Ne, Mangroven. Also, eigentlich gut. Müssten wir uns hier mal umsehen. Sind doch insgesamt drei, glaube ich. Dann schauen wir mal. Dankeschön, liebe Mangrove. So. Ja, also, mit den Pilzen ist ja hier eine heikle Sache. Da haben wir auf jeden Fall schon mal Stoff. Das ist schon mal sehr cool. Den brauchen wir. Gucken wir mal, wie wir rauskriegen. Zwei. Zwei. Ne. Müssen wir mal hier noch ein paar Arsch raus. Mann, 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 Mann. Knapp, knapp, knapp. Das sind wir außerhalb der Mangroven, ne? Genau. Das ist schon der Nacht jetzt, ne? Das haben wir hier vorne. Können wir hier anlegen. Ja, was haben wir denn hier schöne Träume? Ein Lager. Du siehst ein Lager. Ein paar alte Fische hängen an dem Spieß über dem Feuer, das nie entzündet wurde. Am Fuß eines Baumes in der Nähe liegt ein Haufen Stoff. Betrachte den Fisch am Spieß genauer. Verrottete Fische hängen an dem Spieß. Das Feuer darunter war schon vorbereitet. Das sieht nach einem überstürzten Ausbruch aus. Was möchtest du tun? Schau dir das Stoffbündel an. Am Boden eines Baumes liegt ein Stoffbündel. Jemand hat hier geschlafen. Der Stoff ist überseht mit Baumrindenstückchen. Im Stamm darüber wurden Symbole geritzt. Es gibt drei unterschiedliche Symbole. Gruppen. Zieh dir die erste Gruppe an. Unter einer Welle siehst du ein Buchsymbol und eine nach oben weisende Pfeil. Aber über alle anderen hängt eine Wolke. Es gibt dort drei unterschiedliche Gruppen und eine zweite Gruppe. Fünf merkwürdige Symbole ziehen die Ecken eines Pentagramms. In der Mitte liegt eine menschliche Gestalt. Hä? Auf einer Welle sitzt ein Buchsymbol. Das Buch vom Buch aus weist ein Pfeil nach unten durch die Welle hindurch. Was? Ist der Code für irgendwas was wir später noch brauchen? Okay wir können nichts anderes machen jetzt hier. Ich weiß. Ja. Schön. Okay. Würde ja fast sagen gut aber wirklich nicht. so dann wir erinnern in die Magroves hier haben wir noch einen Aal hier haben wir noch Metallteile ach wenn wir was haben dann sind Metallteile lieber Bretter wir brauchen Bretter Okay bin fort da ist die Magrove hier sieht es so aus wie ja das Wack eines alten Kampflugzeuges tief im Sand vergraben so ziehst du es näher ran sieh hinein sehr schön abgetragener Goldring nehmen wir auch und ein Forschungsteil supergeil Mann Alter ach hier sind Bretter äh das kannste gar nix machen in hier okay tatsächlich brauche ich aber die Bretter mehr als alle das andere. Nee. Tja, auf was verzichte ich jetzt hier? Hm, ach man. Hauen wir immer Stahl weg, was soll's. Oh, 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 oh. So, ja, so ein blöder Scheißhai jetzt hier drin, der ist jetzt natürlich nicht so der Hammer, ey. So, schnell reparieren und dann... Was? Nein. Och, hier. Was? Nein, doch. Sachte schon, bin falsch, aber... Nee, nicht falsch. So, die Scheißbarsch einfach mal rausholen können. Ja, naja, was sollt. So, das kommt alles weg. Könnte ich eigentlich auch mal erstmal wegpacken kurz. Sehr schön. Und wir können uns jetzt ein Großanitz kaufen. Küsten, Nähe und Ozeane. Schild drei Tage. Na, die anderen machen wir halt auch, ne, und dann schauen wir mal, wie weit wir damit kommen. Schwimm-Dock. Lager. Na, immerhin. So, einmal Stoff, zweimal Holz. Das ist halt heller. Dieser hässliche Schmuck-Teller. Mann. So, okay. Wo waren wir denn schon? Hier waren wir auf jeden Fall drinne. Hier waren wir drinne. Hier in dem Bereich waren wir drinne. Und eigentlich hier auch. Den Bereich haben wir uns noch nicht angeguckt. mit denen hier. Okay, könnten wir auch mal reinschauen. Voraussetzt hier liegt noch irgendwo ein Flugzeug. Oh, wird leuchtet. Der Stein erzählt er vor dir im Inneren. Leuchtet unbekannte Symbole auf. Lege deine Hand auf den Stein. Plötzlich durchfertig ein Frösteln, das hier bis ins Markt dringt. Eine verstörende Vision drängt sich dir auf. Ein Parasit bohrt sich in einem riesigen, schlangenartigen Kadaver. Er frisst es, wird fett und vermehrt sich. Tentakel sprießen aus seinem Kopf und tasten ihn durch das umgebende Wasser. Der Körper des Wirtes erschaudert widerwillig. Mit einem Schrei, der in den Wäldern wiederhalt, erhebt es sich einmal mehr. Okay. Das ist ja mal eine tolle Vision. Das ist ja schau. Wunderbar. So, dann können wir uns wegsprengen. Oh, was ist denn das da? Was schwimmt denn da? Das schöne Drum. Bitte. Alter, hallo. Wie bist du denn? Riesentier... Ah, schau mal an. Schau mal an. Wunderbar. Ja, dich haben wir doch gesucht. Dich haben wir doch gesucht. Den Riesentier-Salmler. Ja, hallo, 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 hallo. Eins mal Rackdring. Ja, geil. Denn, würde ich mal sagen, wir machen zur... zur Händerin raus, bevor mir hier irgendwas darin hüpft. Man weiß ja nie hier. Das ist ein Schmuddel in den Wald. Mangroven. Irgendwanns Bummens. So, wird's... Ich hab mich jetzt gerade total verfahren. Ja, hab ich. Wunderbar. Schön. Ja, Bräter. Und da ist noch ein Flugzeug. Und wahrscheinlich... ...die letzte Erkennungsmarke. Drei gibt es, ja? Hey, wir mal. Nice! Oh, mit nur Stoff. Na, ist ja... Bomme, ey. Was ist denn das, Alter? Ah, Kaube-Stiefel. Ist ja der Hammer. Warum ist denn das schon wieder am Arsch? Wovon denn? Hab ich das ja nicht repariert? Nein, hab ich das nicht repariert? Ich blöde Arsch. Das gibt's doch gar nicht. So, okay. Sehr cool. Wir haben alles. Wir sind sowieso so halbwegs voll. Ich denke mal, wir fahren jetzt erstmal einfach zur Händlerin zurück. Für den Aufbau haben wir alles. Aber, was wir halt noch nicht haben, ist natürlich leider... Äh, schade, 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 schade. Äh, die 1500 Teat kostet. Aber egal. Das ist nicht so schlimm. Das ist ja vorhin bei der Händlerin gewesen. Habe ich es nicht repariert, Alter. Das ist... Ich bin ja mal ein Knaller, ey. Mann. So. Okay. Zack. Ran, Fischmarkt. Nein, 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 nein. Nicht verkaufen. Nicht verkaufen. Nicht verkaufen. Bitte erstmal quatschen. Hallo. Willst du ein bisschen plaudern? Wegen der seltenen Fische. Was willst du denn? Ich habe den Riesenteam-Salmler. Das sind gute Nachrichten. Das ist woher neuer Eintrag fällig. Hier. Für dich. Es sollte dir von Nutzen sein. Yay. Dankeschön. Dankeschön. Was ist mit den anderen Fischen? Ich habe noch keine anderen Fische, Moistin. Helikan-Ahle habe ich noch nicht. Und die Quastenflossler habe ich noch nicht. Ja, Krieger. Fischmarkt. Ah, der war wahrscheinlich schon leicht vergammelt jetzt. So, wir können die Stadt in die Werft reparieren. Als allererste erstmal. So, das kommt in den Laderaum. Die Stiefel, Alter. Die Stiefel sind der Arme. So, okay. Ne, war es da noch mit der Kohle tatsächlich? Schwimm-Dock. So, ihr kommt rein. 1500 Schälen. Tisch, ärgerlich. Tisch, ärgerlich. Aber kriegen wir zusammen. Kriegen wir zusammen. So, wir machen jetzt erstmal nochmal zu dem alten Mann. Und geben die Beenerkennungsmarken ab. Dann kriegen wir wahrscheinlich nochmal zwei Forschungsteile dafür. Was jetzt hier in den Kohlen nicht so mega fett macht. Aber egal. So. Auf zum Flieger. Lass mich mal sehen. Das sind sehr schöne Stücke. Ich werde da den Baum hängen. Okay. Also, da kommen auch immer nur Forschungsteile dafür. Schade. Das ist ein Buch ja geiler gewesen. Das sind alle, an die ich mich erinnern kann. Jedenfalls. Ihre Gesichter beginnen zu verblassen. Kannst du mal ein paar Köder herstellen. Achso, der braucht ja den Fisch dafür. Okay. Schön. Dann haben wir hier also die Sidequest ebenfalls erledigt. Wunderbar. 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 Ich würde sagen, ich gehe hier nochmal kurz angeln. Und... Mann. Nochmal zur... Klang jetzt aber gerade hier. Magisch. Zur Fischerin. Zur Händlerin. Und dann könnten wir eigentlich auch wieder zum Händler sprechen. Sprengen. Naja, was wird. Ich glaube, ich mache mal wieder ein hohes Wasser oder ein tiefes Wasser. Oh, hell ey. Das ist immer so richtig geil. Wie nirgends so ein Scheiß da rinnspringt. So. Okay. Nein. 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 Verdammte Axt. Naja, wenigstens kann mir jetzt erstmal keiner was. So. Was war das hier für einer? Haben wir den schon mal gefangen? Ja, ne? Ja. Schwarzflossen tun. Kann man schon mal. So. So. Was ist hier vorne? Das ist ein Boot. Ist das in der Falle? Oh, aber hier gibt es... Hier gibt es... Oh, schöner Loot-Place hier. Mal gucken. Ein Schatz. Schon wieder so ein Monokel. Eine Fresse. Eine Menge Monokel unterwegs hier. So. Was haben wir noch? Das Boot gucken wir ja zum Schluss an. Der Ws. Das ist ein Trap. Noch ein Schatz. Alte Eisenkette. Oh, das ist ja was feines. Eine schöne alte Eisenkette. Eine schöne Roste. Mhh. Da kriege ich richtig Fischmotte für. Wunderbar. Und noch ein Schatz. Mal gucken. Vielleicht ist das jetzt was wertvoller. Ach. Was soll ich sagen? Ist wahrscheinlich irgendwie ein Boot von vier Mann gewesen. So. Na, was bist du jetzt hier? Na, du hältst neben einem ankernden Boot. Dort gibt es Lebenszeichen. Ach, niemand hofft auf, um dich zu begrüßen. Rufe. Beinahe augenblicklich öffnet sich die Tür. Einen schmalen Spaltbreit. Ein paar verzweifelte Augen starren dich an. Wer hat da? Ein Monster? Niemand rüscht. Ein Fischer. Was willst du? Ich wollte nur sehen, ob es dir gut geht. Sieht etwas aus, als würde es mir gut gehen. Nein, es geht mir keinesfalls gut. Ich sollte dieses Paket noch klein mal bringen. Aber ich werde verfolgt. Ein riesiges Seerumgeheuer lauert in den Tiefen. In den Gewässern. Okay, in diesen Gewässern. Ich habe es selbst gesehen. Es treibt unter mir im Wasser. Das riesige Maut direkt unter dem Boot. Es hat mein Boot verschlungen. Hätte ich mich nicht aufs Flachwasser gerettet. In der Nähe dieses verfluchten Inselkettchen bringt mich keine Tiefere mehr. Ich könnte das Paket für dich nach Kleinmarkt bringen. Was würdest du tun? Das würde wohl gehen. Ah, weiß ich nicht, Alter. An den Dockarbeiter. Der kriegt immer so die krassesten Pakete, der Typ, Alter. Der Kurier schiebt ein zerfleddertes, braunes Päckchen durch die Türöffnung. Es fühlt sich durchgeweicht in den Händen an. An einer Stelle tropft dunkle Flüssigkeit heraus. Yikes. Danke, Fremder. Das Paket ist für den Dockarbeiter in den Kleinmarkt bestimmt. Ich bin mir nicht sicher, was da drin ist. Aber manchmal glaube ich, ein leises Flüstern zu hören. Was herausdringt. Und für neben Transporte bin ich nicht zuständig. Dafür fehlt mir schlicht die Ausrüstung. Also sei vorsichtig mit dem Ding. Was immer so sein mag. Hier. Warum nimmst du dich das auch noch? Oh, ein Buch. Ein weiteres Objekt wird durch die Türöffnung erreicht. Diesmal ist es ein Buch. Das mit einem dumpfen Geräusch aufs Deck landet. Du hebst es auf. Ich mach mich auf den Weg, sobald die Küste sicher ist. Gut reisen. Yay. Lass uns was lesen. Transzendenz. Körper und Geist. Na, das war doch eine schöne Insel hier. Das war doch eine schöne Insel, Freunde. Guck mal hier vorne nochmal in den Klippen. Nö. Wunderbar. Welche war das? Okay, das war ein lieber Stahlspitz. Ja, da drüben ist ja auch das Haus der Architektin. Wunderbar. So, warte mal. Moment mal. Ne, die sind es nicht. Aber die bilden vielleicht doch nochmal gut Kohle ein. Wenn wir jetzt eh gerade in die Richtung unterwegs sind. Ja. Die ist so nicht real, die Insel da, oder? So ein Druckbild. Die Erfahrung ist schon wieder dicht aus. So, genau. Hier würde ich nämlich nur den Mutanten eigentlich mitnehmen. Dankeschön. Ich doch. Vorsichtig, vorsichtig. Scheiße, bis der Großmarkt wird ja eigentlich erstmal einer kleinen Markt. Um das Paket abzuheben. So. Dockarbeiter. Wie läuft dein Tag so? Ich habe hier ein Paket für dich. Ah, Riefung. Oh, das ist ein großes Paket. Lass mal sehen. Er nimmt das große Paket und betestet es vorsichtig. Er hält es in sein Ohr und lauscht eine Weile. Er wirkt zufrieden. Für noch, mein Freund. Wenn du mich jetzt entschuldigen würdest. Und wünschst mir Glück. He. Er dreht sich um und alt die Docks hinunter. Ohne noch etwas zu sagen oder dich zu bezahlen. Toll. Schön. Du sagst doch Danke. Händler. 35, Alter. So, der tolle Dingteller. Oh, 66 Dinger. Schau mal an. So, Sunglasers. Zurück zur Stadt. Oh. So, schnell die Fische verkaufen und dann gehen wir das Relikt ab. Mal schauen, was wir diesmal für eine Fehlertigkeit bekommen. Noch nicht ganz. Ein bisschen fehlt uns noch. So ein großes Glück. So. Und jetzt haben wir, haben wir, haben wir. Ich kann ja die anderen auch noch kaufen. Vier Stück haben wir. Gönnung. So, okay. Schlammfilter. So, könnt ihr jetzt auch mit dem Sprung rüber, aber... So selbst fahren macht ja auch mal Spaß. So. Na denn. Mal schauen, was der Händler zu bieten hat. Der Sammler. Was willst du? Äh. Moment. Ah. Wir haben doch das Relikt. Jetzt haben wir das Relikt. Du betrittst das Haus. Du hast die prächtige Halskette bei dir. Der Sammler bemerkt sie beinahe sofort. Eine herausragende Fund. So etwas verlangt nach einem Gernplatz in meiner Sammlung. Er witscht mit der Hand über einen zugerümpelten, staubigen Tisch, in dessen Ecken sich Kerzenwachsreste sammeln. Er platziert die Halskette vor sich auf dem Tisch. Und ich nehme an, du erwartest jetzt ein Belohnung dafür. Ja. Einmal mehr eröffnet er das Buch, staubwurgelt auf, als er daraus vorliest. Du fühlst dich plötzlich schwach, aber du stehst da wie angewurzelt. Deine Knie drohen nachzugeben. Fertigkeit, Antro... Äh, Antrophie freigeschaltet. Fange sofort einen ganzen Fischschwarm. Uh. Als er zum Ende gelesen hat, spürst du, wie das Blut langsam zurückkehrt und zurück in deine Beine fließt und deine Brust von einem Gefühl der Stärke durchströmt wird. Wir sind so nah dran. Es fehlt nur noch eins. Ich schlage das ja nur ungern vor. Aber die Abisal-Ebene vor dem Teufelsgrad ist eine vielversprechende Kandidat. Dort würde ich mein Glück versuchen. Ich markiere die Stelle auf deiner Karte, wo du mit dem Suchen beginnen kannst. Noch etwas. So, was war das für ein Wort, mein Freund? Antrophie. Dieser Spruch tötet instantan schon wieder. Instantan? Gibt das wirklich das Wort instantan? Instantan den Fischschwarm, der dir am nächsten ist. Er ist auch aus großer Entfernung zu hören. Das muss sich also nicht in der Nähe der Opfer befinden. Okay. Doch die Population wird sich von diesem Trauma nicht mehr erholen. Oh. Setz ihn also sparsam ein. Das ist aber zweischneidiges Schwert. Heißt also, wenn ich den irgendwo benutze, ist da nie wieder diese Art von Fisch? Oder ist immer nur gering da? Oh, das ist ja nicht so geil. Das ist ja nicht so geil. Ei, 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 ei. So, also quasi so wie jetzt, ne? So buff, eh mal ran gehangen und dann fertig oder was? So, hier vorne war da auch noch welche. Erst über auf jeden Fall. Stahlteile, die lasse ich mir erstmal mal drinnen. Ich brauche Holz. Ich mach mal kurz rüber hier zum Stahlkrippen. Aber da ist auf jeden Fall Holz. Und hoffentlich nochmal ein Hai hier vorne. Weiß nicht, ohne. Der Merlin irgendwo? Der würde doch auch viel Kohle bringen, aber. Na egal. So, Stoff nehmen wir mit. Stoff ist immer wichtig. So, weil ich denke, wir kriegen jetzt die 1500 zusammen. Ich bin mir ziemlich sicher. So, dass wir nämlich schon quasi wieder die nächsten Sachen brauchen, um die letzten Fertigkeiten frei zu basteln. Nur die letzten Erweiterungen, besser gesagt. Holz. Das gute Holz. Jetzt frisch gewässert. Wunderbar. Ja, man ist schon so ein bisschen überrascht, wenn man plötzlich so ein Forschungsteil kriegt. So irgendwie. Oder zwei. So, okay. Den Rest lasse ich jetzt mal drinnen, weil tatsächlich der Hai wirkt nur so ein Schlecht. Baff, Alter. Jetzt haben wir auch hart drin gescheppert hier in den Hafen. Heiß hier laufen. Okay. Ah, der hat ja nicht erreicht. Schade, schade, schade. Schade, 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 schade. So, die Netze haben wir alle. Jetzt schauen wir mal bis an die Körbe quasi, die wir freischalten müssen. Und dann können wir uns da mal irgendwie die Beste aussuchen. Ist ja auch nicht verkehrt. Im Lager. Bums, 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 bums. Ach, geht mal. Die Leuchtturmwärterin kommt jetzt ja nicht. Interessant. Was willst du? Was weißt du über den alten Bürgermeister von Kleinmark? Das, äh, das ist, ich versuche nicht daran zu denken. Das ist schmerzvoll für uns alle. In manchen Nächten glaube ich, das Geräusch seiner Motoren in der Bucht zu hören. Doch ich weiß, dass er tot ist. Und ich will nicht mehr darüber sprechen. Das würde gehen. Aber komisch, ne? Jetzt kommt es halt nicht und sagt, hey, Moment mal. Was habt ihr denn hier? Überlegt doch mal, was du tust. Scheiße, die Kalamaris, die bringen halt echt nicht viel Kohle ein, leider. Ja, auch mal was Großes. Mal gucken. Oh, schön. Elektrischer Zackenbarsch, wunderbar. Schön. War eigentlich eher so auf so einen kleinen Hai spekuliert oder so, aber naja. Man kann hier alles haben. Wollen wir mal hin. Schön. Wunderbar. Hoffentlich reicht's. Hoffentlich reicht's. Hoffentlich reicht's. Hoffentlich reicht's für die Erweiterung jetzt. So. Ja, tut's. Wunderbar. Yeah, Trockendock. Neuer Rumpf. 15 neue Frachtplätze, Alter. Das ist ja mal Hammer, Alter. Woo. Neuf. Schönes Ding. So, okay. Hier haben wir gleich drin. 3,50 haben wir leider nicht. Das ist schade. 4 neue Plätze. Oh. Junge, Junge, Junge. Aber schön, wie es sich so leert, aber so ein Lager findet man sehr angenehm. So. Okay. Hier brauchen wir tatsächlich sehr viel. Aber hallo, hallihallo. Na, hier lässt sich doch jetzt aber schön was machen. Schönes Ding. So. Und da werden wir jetzt hier nochmal ganz kurz an. Gute Dame. Nein, 270. Mir fehlen 20. Das darf doch nicht wahr sein. Ach. Na gut. 20 Mücken. 20 Mücken. Leer. So. Die hier vorne holen wir mal nicht. Die sind mir einfach ein bisschen zu... zu groß und nicht wirklich profitabel. Hier ist doch was fein. Wunderbar. Wunderbar. Zwei Haie. Das kommt immer gut. Hier. Ja. Oh, wir warten mal. Leichte grünter Forellenfisch. Die ist doch auch einfeinert. Sehr gut. Mit Trophie fangen. So. Zurück damit. Und dann... Tja. Können wir uns so langsam Richtung... Teufelkrater oder Teufelsriff aufmachen. Oh. Warte mal hier vorne. Ne. Ne. Warte mal mit. Mäh. So, jetzt bin ich aber gespannt. Also, das dürfte jetzt eigentlich... eine relativ gute Ausbeute werden. Muss natürlich mal frisch reinkommen, der Fisch. Ansonsten ist scheiße. So. Zack. Frischhändler. 500. Na ja, wir hören mal hin. 500, ne? Schönes Ding. So. Heißt also, wir können uns quasi... den neuen Motor kaufen. Für eine Stunde einbauen, das Ding. So. Netze. Netze ist halt so eine Sache, ne? Abisal. Hadal. Ozeanisch. Na, ich werde mich auch langsam verabschieden. Alles klar, Junge. Vielen Dank. Schön, dass du da warst. Irgendwie bis Montag denn. Schönes Samstagabend noch. Und mach dir einen schönen Sonntag. Bis denn. Tschüss. So. Zurück in die Stadt. Das dürfte jetzt gut abgehen. So. Teufelsgrad. Oh, Mann. So. Wollen wir mal ratieren los? Ne. Oh, ich muss mal raus. Aber bei Gott, er ist schön schnell. Er ist schön schnell. So. Gehen wir hier um den Stahlspitz rum. Nehmen wir natürlich gerne hier nochmal ein bisschen Metall mit, was wir jetzt ja brauchen. Und was ich halt wirklich krass finde, am Teufelsgrad, dass halt wirklich diese kleinen Piranien, die dieses große Vieh anlocken, die machen mir tatsächlich irgendwie so ein bisschen Kopfzerbrechen. Ich dachte vorhin schon, da bin ich sicher, wo ich bin, in dieser kleinen Einbuchtung. Aber selbst da ist der natürlich rein gekommen. Und ich bin natürlich dann nicht mehr rausgekommen. Ist ja klar. Ne? Schon schön am Arsch bist du dann gleich. Oh, das Holz, wunderbar. Lassen wir uns natürlich nicht hingehen. Holz ist gut. Holz ist wichtig. Und schnell alle. Das ist richtig. So, okay. Ja, da hinten ist unser Ziel wahrscheinlich. Ne. Das war völlig falsch. Der hat ja gewiesen. Ja, muss sein. Oha, okay. Ich hoffe, ich habe jetzt noch keine Motorschalen gerade gehabt. Also sagen wir als erstes, steuern wir mal die Händlerin an. Das war mal erst mal wieder ein bisschen freizumachen. Wir haben jetzt ein Stahlzeug, was wir jetzt gesammelt haben. Und dann gucken wir mal, wo wir hier das Relikt finden. Das letzte, quasi. Oha. Ähm. Achso, warte mal. No, machen wir mal alles. Fertig. Wo hat ihn jetzt angefangen? Hier wird angefangen. Das ist jetzt... Können wir machen. Wunderbar. Hier machen wir weiter. Zack. 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 Und zack. Jetzt gehen wir mal breiter noch. Uh, jetzt hat den Motor zerschossen. Verstehe. Meine warkhalse Aktion. Ha, 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 ha. Okay. Ein Blick auf die Karte. Sagt, wir müssen hier an den alten Tempel ran. Und hier wird das Relikt sein. Können wir aber auch erstmal versuchen, mal die Statuen zu finden. Um erstmal die kleine Sidequests zu machen. Ja, ist doch direkt auf der anderen Seite hier. Ist doch beschissen. Okay. Oh, das ist jetzt mal so richtig morx, ey. Oh Gott. Okay, ist das jetzt hier? Das scheint die Klammer zu sein. Ein steinerner Schrein. Eine aufrecht stehende Felsplatte mit Ritzzeichnung. Ach der Scheiße. Zweier schwer gepanzerter Kreaturen im Kampf ineinander verkeilt. Darunter eine Platte mit zwei flachen Räumen. Okay. Ich brauche, ich brauche Körbe. Ohne die kriegt diese Viecher glaube ich nicht. So und. Okay. Damit kriegen wir erst. Wahrscheinlich denn diese Flamme oder irgendwas. Was wir den Fanatiker dann nehmen müssen. Ei, ei, ei. Der Sehnschutz. Ein Kelch. Ein wunderschöner Kelch. So, wir nehmen eine Sonne. Alter, Mann. Es war doch jetzt nicht doll. Wieso? Spenden nicht mal hier alle den Arsch. So kommt man hier umgezumischt. Mist. Das ist so ein Scheiß. So, ablegen. Ach ne, warte mal. Ich brauche die Körbe. Nichts ablegen. Körbe. So, was kosten die? 135 kosten die. Jetzt haben wir noch immer die billigsten Körbe. Ah. Okay, heißt jetzt erstmal so ein Standardfisch jetzt erstmal wieder fangen. Um hier vorwärts zu kommen. Ach, der sieht aber Panzergrunde. Schön. Das sieht sehr urzeitlich aus. So. Und einmal der Eiferscht. Ach, da sind die Mistviecher noch drin. So, was haben wir hier vorne? Ah, guckt mal. Guckt mal. Ist das hier so eine... Die Schlangenmakrele. Wunderbar. Genau, die brauchten wir. Und mit Trophäen fangen. Wunderbar. Für die Schlangentrophäe müssten wir eigentlich jetzt so den Typen mit dem blauen Mantel zurück. Nehmen wir jetzt extra mal ein paar mehr mit und würde jetzt nochmal ganz kurz die Trophäe auf jeden Fall verkaufen. Dafür kriegen wir sehr viel Geld, wahrscheinlich. Oder auch nicht. Nein, warum hat der denn jetzt alle verkauft? Ah. Oh nein. War das jetzt abgefischt? Oh, bitte nicht, ey. Ach, scheiße. Das ist jetzt ärgerlich. Ech, Mann. Egal. Okay, Transzendenz haben wir durchgelesen. Okay, gut. Dann machen wir jetzt hier einfach mal erstmal ein bisschen Kohle. Fangplatz ist erschöpft. Und hier vorne, jetzt wird's nachts. Ach, hier ist noch was. Es sind doch wirklich ein Haufen grotesker, grotesker, bischer, bister. Mann, Alter. Quatschen ist heute gar nicht mehr drin. Ein Haufen grotesker, grotesker, bister. Okay. Ich dann sogar kriege ich keine Sätze mehr zusammen. Die wir hier aus dem Meer holen. Leute, bitte seht's mir nach. Meine Stammel. Es ist zwar anstrengend, die Woche. Oh, krass. Der Vulkan ist so hochheftig. So, verkaufen wir schnell. Okay, das hat sich auf jeden Fall gerechnet. So, hält sechs Tage. Vier mal vier. Vier mal vier. Drei mal drei. Fünf mal vier. Fünf mal vier ist natürlich auch schön. So, und die schmeißen wir hier raus. So, hier gibt's viele. Raus damit. So. Plumps und plumps. Ach, ist so ehrlich, ey. Okay. Noch mal einen großen Bogen hier erstmal, um diese kleinen Häschen Piranhas. Was das doch immer sehen soll. Und schauen wir uns mal an. Hier vorne brauchen wir einen Sprengsatz. Den haben wir so ja, glaube ich, da, ne? Wunderbar. Sprengladung benutzt. Wir haben keine, wa? Wir haben keine. Wir haben keine. Aber ich glaube, bei der Händelung gibt's eine zu kaufen. So, dass wir jetzt auf jeden Fall nicht da wieder irgendwie zu dem Wallfänger zurück müssen. Der Weg wäre ziemlich heftig. So, Fischmarkt. Ne, nicht Fischmarkt. Ähm, derft. Ähm, da, 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 da. Ja. Hat sie? Eine. Okay. Mal mal hin. Mal schauen, vielleicht reicht die ja. So, benutzer Sprengladung. Und gezündet das Ding. Oh, was ist denn das? Was ist denn das? Ich glaube, das ist der Quastenflosser. Sehr schön. Sehr, sehr geil. Noch etwas, was die Händlerin gesucht hat. Sehr cool. Ist das denn nur noch scheiße? So. Schnell weg. Einfach nur mal schnell weg. So, junge Lady. Ich habe den Quastenflosser gefahren. Das sind gute Nachrichten. Das ist wohl ein neuer Eintrag fällig. Hier, für dich. Das könnt ihr davon nutzen sein. Zack. Und zack. Und jetzt ist nur noch der Pedikanal da. Okay. Sehr schön. Schön. 268 Dinger für das Ding. Das ist ordentlich. So, schon was gefangen? Nee, natürlich nicht. So schnell geht es wahrscheinlich nicht. So, ich würde mal ganz kurz da in diesen Vorsprung rein schippern, wo wir irgendwie gerade was freigesprengt haben. So, wir haben zwar da eine Art Geysir, aber gucken wir mal noch, wenn kommt. Ach, noch eine Spiegel. Oh, nee. Da muss ich jetzt hier mal weg. Wenn die jetzt hier eingeschüssen kommen, muss ich weg. Okay. Hier haben wir noch eine Flasche. Eine Flaschenpost. Nee, es ist keine Flaschenpost. Was ist das? Wo ist das? Das ist ein Schatten in der Tiefe. Eine Steintafel. Ah, okay, okay. Cool. Okay, das müssen wir auf... Wir brauchen eine Menge Sprengladung, wie ich so sehe. Ah, Mistficher. Geisterheil. Oh, das sieht ja auch schön aus. Und erschöpft. Oh, da ist der Dicke. Ach, du Schande. Ich muss weg. Oh, den würde ich auf jeden Fall nicht anlocken. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Ach, das ist nicht fair, ey. Der schöne Hai. So, da kommen wir... Oh, ist das ein Brocken, ey. So. Hier vielleicht noch einen mitnehmen. So, okay, dann wollen wir weiter. Das sieht so relativ groß aus. So, Geister. Gleich, gleich war sie dran. Gleich war sie dran, Alter. Okay, das ist ein Metall. Kann ich jetzt nicht mitnehmen. Okay. Da ist anscheinend noch eine Steintafel, oder so. So, schnell weg. Alter, das ist wirklich nervig mit diesen kleinen Scheißern, ey. Und die kommen immer schön hinterher. Wunderbar. Oh, cool, cool, cool. So, den müssen wir mal tatsächlich... Jawohl, jetzt sind es ja beide. Sehr cool, sehr cool. So, wir können jetzt von dem einen Spot fahren. So, in der ganz großen Hoffnung, dass jetzt hier nicht diese hessische fette Fisch hinterher schissen kommt. So, okay. Die haben wir. Die haben wir. Der Fels versplittert mit einem lauten Knacken, bröckelt weg und gibt seinen Kern frei. Die unergründliche Flamme. Sehr schön. Stück Holz. Ach, Gott sei Dank ist wie ein Teller mit bei. Da freut mich aber. Und ein Kelch. Schön. Okay, wir haben die erste von drei Flammen. Komplettzer trümmertes Boot. Okay. So, anlegen. Fischmalz. Die kaufen wir. Ach, 900. Okay. Okay, okay, okay. Okay. Mh, 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 mh. Schön Bock. Immerhin. Immerhin. So, jetzt können wir nochmal schauen, wo wir hier noch ein paar Punkte vergeben. Wir haben ja bloß noch die Körbe. Drei Stück. Ich würde jetzt einfach, wir kaufen ganz stumpf erstmal alle. Und dann, wie gesagt, wir müssen nachher mal rausselektieren, irgendwie, welches wirklich gut ist. Und was wir dauerhaft benutzen können und was nicht. Ähm, so. Okay, warte mal. Abwech. Werft. Reparieren müssen wir noch machen. So, ein Teller kommt weg. Das kommt weg. Das kommt weg. Unergründliche Flamme. Das machen wir hier. So. Okay, 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 okay. So. Achso, warte mal. Hat sie jetzt noch eine Sprengladung? Weil die bereue ich dich tatsächlich, um da hinzukommen in diesen Kreis. Für die nächste Klamme. Ja, wunderbar. Gott sei Dank. Refresh sichtet sehr schnell immer bei ihr. Sind sie ja dankbar für. So, große Frage ist jetzt natürlich auch, was die dafür haben wollen. Ich glaube, das ist so vorbei. Und drin war alles voll mit diesen Mistviechern. Alles voll. Und dann sind sie doch schon wieder alle rumschwimmen. Hä? Kann der doch viel weit doch dann? Ist sie jetzt über Bortiang bei einer, bei einem Zusammenstoß? Kann natürlich sein, irgendwie, ne? Ansonsten, ich hab doch vorhin, ne, gefunden. Geht gar nicht. Sprengladung benutzen. Auf geht's. Ah, so, warte mal. Das ist, glaube ich, das eh eine Ding, wo ich, wo ich schon ein Loch hingesprengt habe. Wäre natürlich für nachher eine coole Abkürzung. Aber jetzt ist es natürlich erstmal ein bisschen zu kostspielig. So, schnell den Schatz hochgedredged. Ein Ring. Wie schön. So, jetzt hätten wir vier Schmuckstücke hier. Ah, die wieder abgehört. Alles klar. Ah, okay. Alles klar. Ich hätte auch jetzt von hier vorne rauskommen können. Oder rinnen kommen können, besser gesagt. Oh, das weiß man halt nicht vorher noch. Oh. Schuppenfußschnecke. Die sieht ja ganz bezaubernd aus. Sorry, nur noch eine Krabbe. Oh, Mann. Viel bringt. Für Schmerz. Okay. Bringt ein wenig etwas. So, werft. Vielleicht Sprengsatz. Ja, hat sie. Tatsächlich müsste ich mal gucken, wenn ich jetzt ran hier, ob sie jetzt wieder ein aktualisiertes hat, angeboten hat. Nee, leider nicht. Man muss scheinbar doch ein bisschen weiter weg sein. Okay, 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 okay. So, dann muss ich mal kurz hier nochmal schauen. Hier oben ist noch mal ein Anliegepunkt. Da sollten wir mal vielleicht mal hin. Also mit dem Schlangenmakrillen ärgert mich jetzt noch drüber, ey. Das ist ja nur wirklich. So ein Käse. So, Trophäe. Oh, schön. Ein paar Bretter kommen immer gut. Brauchen wir immer. Nur mit Kurshand. So. Okay. Forschungsteil. Also man muss sich die Sache halt nochmal jetzt nochmal eins bewusst machen. Wir haben ja echt den Stress, weil wir halt nicht schlafen, ne. Wir sind jetzt 50 Tage hier am Stück, am Start unterwegs, ohne zu schlafen. Das heißt, wir sind ständig mit irgendwelchen Halluzinationen irgendwie konfrontiert. Und es wird halt einfach auch nicht besser. Es wird nicht besser. Zum Beispiel diese Raen, die uns halt überfallen. Ja, und uns quasi den Fisch stehlen irgendwie. Da können wir uns auch gar nicht mehr mit Hupen, auch ja, nicht mehr wegen wehren. Ja. Ist halt, ist halt chancenlos. Eine Brille. Eine wunderschöne Brille. Wie immer. Merkt mal, so Brillen und Monokel sind hier echt der letzte Schrei. Fliehenroh gewesen. So. Zack, zack. Und ich find das letzte. Da vorne scheint's noch eine Flaschenpost zu geben. Haben wir. Und hier vorne, um die Klippen rum, muss es noch einen anderen Anlegepunkt geben. Bin mal gespannt. Oh. Okay, hier können wir mal die Felsen berühren. Oh, okay. Hier haben wir einen weiteren... Nee, doch nicht. Was ist das? Ein Typ? Ja, einen blauen Mantel? Nee, eine Höhle. Alter Leuchthof. What? Und hier haben wir noch eine Höhle. Im drüben Licht der Höhle erkennst du das an beiden Bänden Malereien. Das erkennst du an beiden Bänden Malereien. Sieh dir die linke Wand näher an. Die Wandgemälde erzählen von der Geburt einer Zivilisation. Man sieht ein großes Leuchtfeuer, das einer auf dem See aufsteigenden Stalt mit Tentakem bekämpft. Im drüben Licht der Höhle erkennst du an beiden Bänden Malereien. Seh dir die rechte Wand genauer an. Dieses Wandgemälde erzählt vom Untergang einer Zivilisation. Ein Vulkanausbruch zerstört einen großen Leuchtturm. Monströse gestalten, verschlingen Menschen und legen Gebäude in Schutt und Asche. Schön hier. Okay, alter Leuchtturm. Du gehst die vielen Stufen hinauf zum alten Leuchtturm. Von seinem Fuß triffst du auf eine steinerne Tür. Du siehst keine Klinke. Doch in der Tür wurde eine große Höhlung gemeißelt. Okay. Okay. Können wir leider nur später etwas machen. Die Tür bleibt verschlossen. Interessant. Ein paar Bretter. Okay. Und ich lebe. So. Okay, jetzt einfach wieder an dem Endpunkt, wo wir vorhin schon mal kurz waren. Ein Ring. Ein Smaragd besetzter Ring. Der Stein erzittert vor dir. Im Inneren leuchtet unbekannte Symbole auf. Legt deine Hand auf den Stein. Plötzlich durchfährt dich ein Frösteln. Das dir bis ins Markt dringt. Eine verstörende Vision dringt sich dir auf. Schwärze. Ein proponer Riss öffnet sich in nichts. Schreckliche Schatten treiben durch einen Aufzug aus Zähnen und Tentakeln. Nachdem die letzten grotesken Gestalten erschienen ist, schließt sich eine Membran über den Riss. Aus dem Raum dahinter dringt ein fernstes Stöhnen. Yay. Alter, hier sind wirklich en masse irgendwelche Schätze hier diesmal am Start. Die man rausholen kann. Ich meine, letztendlich zwar alles auch bloß irgendwie so Tant. Ne, der so ein bisschen Kohle bringt. Aber eben, der halt ein bisschen Kohle bringt. Ui. Okay, ich bin weg. Oh, da ist der dicke Fisch. Oh, den Metall kann ich jetzt leider nicht mitnehmen. Wenn die Mama nach vorne ist. Oh, da ist das jetzt schon wieder aus meinem Brot schon am Arsch. Ne. Oh, aber gleich. Bild muss weg. Bild muss weg. Der Kragenhai ist überbaut ja. Ist ja wunderbar. So, lass mich mal gucken. Ne, Steintafel ist noch da. So, schnell ran hier. Es ist wirklich ärgerlich mit diesen kleinen Viechern. Geht überhaupt noch was da? Mit Fisch? Wunderbar. 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 Okay. Dann reparieren wir mal alles. Und wir würden jetzt mal nach Kleinmarkt machen. Weil tatsächlich mich das mit dieser kleinen Steintafel sehr interessiert. So, schön. Achso, wir sind schon vollständig. So, 600 Dinger. Oder ist am Kaufen? Können wir das jetzt? Wom geht's nicht? Wom geht das nicht? Hä? Hä? Wir haben noch das Geld und alles ist da. Warum geht das nicht? Warum wird das nicht freigeschaltet? Ich bin irritiert. Was ist da los? Wieso? Warum? Hä? Okay, wir machen es mal ganz einfach. Wir machen jetzt mal einen Sprung nach Schwarzfels. Wir müssen natürlich hier noch ein paar kleine Krabben. So viel Zeit muss sein. So, Manifestation. Zack. Und wir sind in Schwarzfels und können rüber. Wir werden erstmal schnell die Krabben los. Musik ist etwas unheimlich. Oh, die bringen echt Kohle gut. Nice. Und ablegen. So. Den sprechen wir dann an. Wir gehen erstmal zum Händler. Oh, zeige ich Ihnen die Steintafel. Das machen wir. Der Händler nimmt die Steintafel, äh, nimmt sie dir ab und mustert sie eingehend, während er sie in den Händen umdreht. Bemerkenswert. Ja, ich glaube, das ist ein Teil einer Gruppe. Er greift an eine hohe Regalbrette und holt einen ähnlich aussehenden Stein herunter. Allerdings mit einer dickeren Staubschicht. Vor einigen Jahren habe ich dieses Stück erworben. Du hast das in der Nähe der Ruinen von Teufelsgrad gefunden, nicht wahr? Ja. Ja, nun, ich nehme an, da draußen gibt es davon noch mehr. Ich bewahre das vorläufig auf, während du nach anderen Fragmenten suchst. Hast du ein paar Schmuckstücke für mich? Ja, hab ich. Kannste, oh, 173, sehr schön. Kannste alles haben. Auch diesen wunderschönen Becher. Und diesen Kelch. Und das war es dann erstmal, mein Freund. Mir hebt es nicht. So, ja, wir müssen wir freuen. So, rumsehen, rumsehen, diese komische Karte. Das ist leider auch noch nicht vollständig. Sehr ärgerlich. So, der Dockarbeiter ist wieder da. Oh, der sieht nicht gut aus, Alter. Der Dockarbeiter sieht mit ausdrucksloser Miene am Rande des Docks. Steht mit ausdrucksloser Miene am Rande des Docks und starrt ins Wasser. Er wirkt wie gelähmt von dem, was er dort sieht. Was ist mit dir los? Starrt weiter schweigend vor sich hin. Du bleibst eine Weile beim Stehen. Von Zeit zu Zeit durchläuft ein Schauer seinen Körper und sein Atem wird schwer. Alles in Ordnung. Er scheint unfähig zu antworten. Er spannt sich an. Die Hände sind zu Fäusten geballt. Er presst die Augen zu. Meine Träne rollt über seine Wange. Was ist passiert? Du bemerkst, dass sein Nacken und sein Ohr wohl von einer dunklen Flüssigkeit bedeckt sind. Derselben dunkle Flüssigkeit, die zuvor aus dem Paket sickerte. Sein Körper entspannt sich plötzlich und er reißt die Augen auf. Sie sind verschleiert und ausdruckslos. Flüssigkeit rasselt in seinen Lungen. Etwas dunkler Schleim tropft aus seinem Ohr und landet auf dem Dock. Er schlupft zwischen den Brettern hindurch und gleitet ins Wasser. Was war das? Ein zitternder Kopf wendet sich dir unendlich langsam zu. Dein Atem wird schwer verwut. Du weißt zurück und lässt ihn dort am Dock stehen. Wow. Okay. Okay. Ei, ei, ei. Ne, 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 ne. Wir holen hier noch die Bretter raus. So, ich glaube, ich würde mich jetzt hier erstmal so ein bisschen noch, ich sag mal ein bisschen finanziell sanieren. Weil tatsächlich ich extrem viele Sprengladungen kaufen muss, wie ich merke. Und befolgt nachher da wieder nach Teufelsgrat zurückkehre. Und deswegen werden wir jetzt hier mal ein bisschen in Ruhe fischen. Und so entspannt. Easy peasy. So, ein paar Haie hier vorne eventuell. Ne. Keine Haie da. Oh, der ploppt gerade weg, das wird gerade Nacht. Schade. So, dürfte ein Kalamari sein, ne? Ja. Nehmen wir davon ein paar mit. Oder halt einen. So. Auch leer. Schön. Oh, das war auf jeden Fall, das war eine sehr gute Stelle. Und leer. So. 368, das ist ganz gut. Achso, hier könnte ich jetzt nochmal ganz kurz probieren, ob das jetzt hier geht. Mit dem Update. Nicht, dass ich mich das irgendwie verschluckt habe oder sowas ja manchmal bei Spänen. So, Treppenblock. Ne. Warum? Also, verstehe ich tatsächlich nicht. Wieso? Was ist der Grund? Da fehlt eins. Oh, ne. War da die ganze Zeit da, ne? Äh? Okay. Okay. Kann man machen. Es hat eins gefehlt. Es war überlappend anscheinend. Wer weiß. So, zwei Stahl, zwei Holz. Und dann brauche ich eigentlich keine anderen Sachen mehr sammeln, ne? So, wie ich das jetzt sehe. So, schauen wir mal hier vorne, ob wir hier eventuell vorne an der Spitze können wir Glück auf ein paar Haie haben. Sogar mutiert er das sehr schön. Ich hoffe bloß, dass das blöde Boot jetzt hier nicht rankommt. Ich habe mich aber weiter so doof beim Angeln anstelle. Muss weg. So, bisschen Abstand zwischen uns. Das sind echt mehrere, ey. Das ist echt scheiß gefährlich hier. Verdammte Axt. So, okay. Zwei Stahl brauchen wir noch. Und zwei Holz. Schade. Okay, hier ist noch nichts respawnt. Und der neue Tag bricht an. Und den normalen. Sehr schön. Ach du Scheiße. Was war das denn? Was war denn das bitte? Okay. Die hole ich mir jetzt nicht mehr. Dann mache ich mal zurück. Ich habe es jetzt glaube ich, ich habe es jetzt zumindest gar nicht aufgefallen. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendwie Fracht verloren. Das wäre jetzt bei dem Fangen echt ärgerlich. Hier sind noch Bretter. Zurück nochmal erstmal. Zum Hafen. Nicht, dass mir der Fisch gar nicht wird. Zwölf Stunden hat man. Dann switcht quasi die Qualität des Fisches um. Also. Quasi die ingeben zwölf Stunden. Dann glaube ich weitere fünf Stunden. äh, äh, weitere zwölf Stunden ist er halt verrottert. Dann kriegst halt nichts mehr. Okay. Ein Brett. Sehr schön. Ach ja. Ich bin total vergessen zu reparieren. Ach, gerade tranig. Ich merke, ich werde jetzt auch halt ein bisschen ruhiger irgendwie, weil, wie gesagt, es ist halt schon ziemlich spät. Äh. Aber ich habe immer noch wirklich echt Bock auf dieses Spiel. Und das ist halt sehr entspannt für mich. Kann dabei halt super runterkommen. Allerdings ist natürlich so manchmal ein bisschen ein Problem, dass man halt ein bisschen weniger redet jetzt. Aber man kann ja halt einfach sagen, hey komm, wir fischen jetzt hier einfach eine Runde. Chillen dabei ein bisschen. Schön entspannte Musik dazu. Also, es gibt schon noch eine Runde, okay. Okay. Ja, okay, wir haben den Stahl haben wir verloren. Okay. Den Stahl haben wir verloren. Das macht nichts. Okay. Was ich gerne nochmal sehen wollen würde. Und zwar, hier hinten am Archipel. Haben wir ja immer noch die Aufgabe der Wissenschaftlerinnen. Nicht einmal. Oh, da ist dieses Mistfisch wieder. Wie so ein Teufelsfisch oder irgendwas. Ist immer noch da. Dann sagen wir, das darf ja nicht wohl nicht wahr sein. Ist weg. Okay. Ist weg. Und zwar immer noch die Aufgabe der Wissenschaftlerinnen. Fischsorten zu finden. Dann werden wir mal kurz nochmal vorbei, weil ich weiß jetzt nämlich auch nicht mehr welche. Ich weiß nur, dass sie, glaube ich, Hadal waren. Und wir sie deshalb vorhin, oder beim letzten Mal, halt nicht abfischen konnten. Und dann dementsprechend halt nicht beenden konnten, leider, die Aufgabe. Und wir schauen mal kurz. So, die Wissenschaftlerin befindet sich hier in der Festung. Wir schauen mal. So. Oh, du bist das. Das kann ich für dich tun. Wegen der Proben. Okay. Ah, alles klar. Die beiden sind es. Der Riesenfluglebs. Und. Schiebenbauch. Scheibenbauch. Okay. Gut, dann, das kriegen wir doch hin. Das kriegen wir doch hin. Die Frage ist nur. Es kann, glaube ich, sein, dass der Scheibenbauch nachtaktiv ist. Oh, mein Gott, das ist das Fenster, ey. So, schauen wir mal. Was haben wir da? Ne, den haben wir schon. Den haben wir schon. Okay, hier vorne sind die Oktopusse. Oktopoden, besser glaube ich gesagt. Ah, den haben wir schon. Die Krebs sind auf jeden Fall in der Mitte. Ich glaube, es wird auch hinauslaufen, dass ich die Maschine aktiviere und dann mal kurz in die Mitte gehe. Wo es schon hell wird. Jawohl. Halb zwei. Durchdämmlich noch nicht. So, die Abschreckungsmaschine schnell anschmeißen. Ja. Okay. Und ablegen. So, und jetzt ist der große Oktopus weg hier in der Mitte. Also, was auch immer für ein Vieh war, sondern nur so. So, den brauchen wir. Nehmen wir mal ein bisschen gleich mehrere mit. Nicht, dass hier entweder krähen oder auf welches die Vieh wieder in meinen Frachtraum schlüpft. Sehr schön. So, was haben wir hier noch? Nehmen wir jetzt den Geruch. Was ist das gleiche in Ruhe? Ja, hallo. Nicht brauchen wir. Sehr gut. Sehr schön. Damit haben wir auch die Fische, die die Forscherin braucht. Sehr gut. Vielleicht mal ein paar mehr mitnehmen. Perfekt. So. Wunderbar. So, mein Schatz. Ein paar O-Ringe. Genau. Nehmen wir. Sehr gut. Gut. Okay. So, Tag ist auch wieder angebrochen. Und es ist etwas in unser Frachtraum geschlüpft. Ich hasse es. Diese Viecher, ey. Mann, 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 Mann. So. Ah, Forscherin. Okay, wegen der Proben. Und du kriegst von mir jetzt hier erstmal diese wunderschönen Tierchen. Nummer 1. Nummer 2. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Welche willst du zuerst hören? Äh, die schlechte. Die schlechte Nachricht ist, dass die Proben, die du aus dem Becken geborgen hast, eine bedinglich hohe Anzahl an Zellmutationen aufweisen. Die gute Nachricht ist, dass ich herausgefunden habe, was die Anomalie im Ökosystem verursacht. Dies deutet alles darauf hin, dass das Ding im Becken gefährlich für alle Organismen auf zellulärer Basis ist. Es beschädigt alles in seiner Umgebung. Entweder passiv oder mit Vorsatz. Ich muss einen Bericht aufsetzen und meine Ergebnisse zusammenfassen. Verzeihung unserer Ergebnisse. Unsere Ergebnisse. Vielleicht wird man mich ja jetzt ernst nehmen. Oh, wie unhöblich von mir. Nach allem, was du für mich getan hast und ich besitze kaum etwas, womit ich dich belohnen kann. Nimm noch das hier. Der Plan für die Zukunft. Ein Buch. Wunderbar. Du ziehst, sie zieht eine Schublade auf und holt ein Buch heraus. Schüchtern reißt sie es dir. Etwas, das ich während meiner Studien aufgeschrieben habe. Ich denke, ich... Das könnt ihr dir nutzen. Danke nochmal für deine Hilfe. Ich würde dir raten, das Gebiet zu meiden. In der Nähe des Beckens scheint es nicht sicher zu sein. Sehr schön. Und damit haben wir auch alles von der Forscherin fertig. Das ist natürlich sehr cool. Sehr cool. Sehr, sehr cool. So, wir haben ein Buch, was wir lesen können. Ein Plan für die Zukunft. So, dann bringen wir mal schnell den Fisch, den wir bei uns haben, zurück. Jetzt müssen wir ein bisschen Cash für holen. Oh, hier warten wir noch ein paar Mutationen auf uns. Hm. Oh, hier können wir noch. Schön. Eine Mutation. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. So, verkaufen, verkaufen, verkaufen. Waschbär, hey. Na, grüß dich. Schön, dass du mal rinschaust. Ja, wir spielen ein bisschen Dredge. Ist auf jeden Fall ein sehr angenehmes Spiel. Sehr, sehr angenehm. So, okay. Laderaum. Und den Rest lassen wir drin. So, wir können nochmal kurz ein paar Punkte vergeben. Netze haben wir alle. Körbe brauchen wir. Haben wir. Haben wir. Achso. Zwei brauchen wir noch. Wusste aber auch nicht, dass es ein Horrorgame ist. Ja, tatsächlich ist kein richtiges Horrorgame, aber es ist mit viel Lovecraft, also HP Lovecraft verbunden. Und du triggerst hier so ein bisschen den Horror in dem Spiel, in dem du hier nicht schläfst. Und wir sind jetzt, lass mich gucken, 53 Tage ohne Schlaf in diesem Spiel unterwegs. Dementsprechend werden wir ständig, sobald sie dunkel ist, angegriffen und es ist auch wirklich, stellenweise ist es doch gruselig, muss ich sagen. Aber du hast schon recht, ist jetzt nicht so das Klassische, was wir sonst hier spielen. Aber es ist auf jeden Fall chillig und entspannt. Und ich stay for a while und unspanne ein bisschen mit. So, Moment, was haben wir hier? Ach nee, schade. Der bringt mir nichts. Das ist nicht der Verstehenssuche. Okay, dann lass mich doch mal hier ums Archipel rum erstmal nochmal ein bisschen mehr schauen. So, hier war der Mimik, ne? Ja, genau. Ist das Monster drin? So, was haben wir sonst hier noch um die Inseln rum? Ah, ja, genau. Hier vorne. Ja, also wir können es uns holen, ne? Das ist jetzt kein Problem. Da drin ist quasi ein bisschen Edelmetall. Kostet mich halt eine Sprengung. Aber wir brauchen auch kein Edelmetall mehr. Das ist so ein bisschen ein Problem an der Sache. Deswegen... Ah, ja, komm. Der... Der Vollständigkeitshalber machen wir das mal. Wir nutzen die Sprenglade. So. Eieiei. Hoppala. Jetzt ist es verseiert. Aber es ist wirklich interessant, dass... A, natürlich immer bloß ein Stück da ist von Edelmetall. Und B, dass das innerhinter zu sprengenden Grenzen steht. Also das ist meistens nicht irgendwo frei stehend. So, hier vorne sind auch zum Beispiel ein paar Inseln. Da waren wir auch noch nicht. Diese kleinen hier vorne. So, wir müssen mal einen Boostern machen hier. Ein bisschen Gas geben hier. Ein weiterer Schatz. Der geborgen werden will. Eine Dublone. Sehr schön. Oh. Ah, Mist, ey. Dachte, ich werde... Komm rumrum. So, eine Felsplatte ragt aus den Wellen. Vier große, starke Fische sind auf der Vorderseite eingemeistert. Vier große Risse ziehen sich durch die Basis. Okay. Das sind Haie, oder? Scheiße. Okay. Das ist ja toll. So, wie sehr ist jetzt mein Boot beschädigt? Oh, das geht. Ach, herrje. So. Krass. Walhai. Ja, ähm. Fieser Wicht. Und jetzt, was ich meine, ne. Jetzt gehen halt nachts die Halluzinationen los. Und du hast zum Beispiel hier so Schiffe, die rumfahren, ja. Das sind quasi Fallen von, von, äh. Ja, wie sag ich's denn? Von, von Anglerfischen. Ja, also das ist schon wirklich ein bisschen gruselig, ne. Weil da zum Beispiel, was war das? Oh, scheiße. Fuck. Viel Zwecke einruhtes im Arsch. So, da hinten ist zum Beispiel so ein Boot, ne. Das ist eigentlich kein Boot. Das ist so ein Anglerfisch. So ein riesengroßer, der dich jagt. So, genau wie das alles da hinten. Das ist alles, das ist alles eine Halluzination, oder? Ne, das ist Kleinmarkt. Da immer mal schnell hin. So. Wir können halt unser Boot keine gewisse Anzahl an Treffern ab. Danach sind wir tot. Ist halt, dann ist es halt platt, ne. Du kannst den Romfeld ein bisschen besser ausbauen, verstärken. Aber ansonsten hast du ja keine Chance. So. Okay. Jetzt mal erstmal den Hafen ansteuern. Großmarkt ansteuern. Und hier mal schnell erstmal unser... Schiff reparieren. Für 90 Dinger, Alter. Wahnsinn. Okay, wir haben 2000. Das geht eigentlich irgendwie. So. Fischern, aber die Fisch verkaufen. Das ist übrigens die einzige Art, wie wir die Kohle kriegen. So, Trockendork. Trockendork. Wir brauchen einmal Holz und einmal Metall. Und dann haben wir alles aufgebaut. Wir dürfen uns halt hier irgendwie nicht treffen lassen. Das ist irgendwie der Scheiß. So, ihr sagt, großer Fisch. Hier vorne war... Wo sind jetzt meine Haie schon wieder hin, Alter? Wann ist jetzt nachtaktive Haie oder was? Irre. Nichts klappt hier. Da vorne. Ah, schon wieder dieser Teufelsrochen. Mann, Alter. Ich will doch hier vorne einfach bloß an hoher Haie angeln, Alter. Alter, jetzt... Na gut, du zwingst mich. So, jetzt habe ich meine mächtigste Wache abgefeuert. So, was haben wir hier? Okay. Den werden wir brauchen. Und es zerschöpft. Okay. Ah, Stoff brauchen wir nicht. Stoff brauchen wir nicht. So, wir den Boostern machen. So, ich habe jetzt einen Hai gefangen. Beziehungsweise zwei Haie. Ich würde jetzt mal... die zu dieser Insel bringen. Zu diesem... Schiffs... zu dieser Schiffstafel. Und mal gucken, wie viele Haie wir da einsetzen können. So, ich muss mal überlegen. Waren wir hier schon? Oh, was haben wir hier? Oh, der sieht aber krass aus. Der sieht aber krass aus. So, was haben wir denn hier? Waren wir hier schon? Du legst neben einem alten Ruderboot an. Niemand das Tier. Er kauert über seinem Lagerfeuer und murmelt vor sich hin. Du näherst dich vorsichtig. Der alte Bürgermeister. Hast du es zurückgeworfen? Was? Das Buch! Ich glaube, du verwechselst mich mit jemandem. Ich nehme mir das nicht ein. Du bist es wirklich, oder? Für wen hältst du mich? Alles in Ordnung? Alles in Ordnung? Er wendet sich händeringend ab. Er spricht mit dem Feuer. Er war es. Er und sind jetzt eine verdammte Frau. Sie haben dieses alte Buch zutage gefördert. Aber etwas, etwas, das sich im Nebel verbarg, folgte ihm das Boot hindurch. Boom. Der Mann ahmt Explosionsgeräusche nach und gestirkuliert mit den Händen. Er starrt immer noch ins Feuer. Es sieht aus, als würde er ein Kind eine Geschichte erzählen. Er hat zu uns gesprochen. Er sagte, er sei wegen eines Atems gekommen. Wegen unseres Atems gekommen. Dass wir ihn bald nicht mehr brauchen würden. Und dann brach die Dunkelheit herein. Eine Ewigkeit später wurden einige von uns an der Hand gespült. Er auch. Er umklammerte immer noch das Buch. Wirf es zurück, brüllte er. Während der Nebel das Ufer erreichte. Wir dachten, man könnte es noch drückgängig machen. Was für ein Buch. Silber. Das Buch. Bedeckt von ihrem Blut. Ha. Das ist das Buch des Sammlers. Du redest würdres Zeug. Dreh dich um und geh. Du redest würdres Zeug. Wirf es zurück. Der Mann presst die Augen zusammen. Er kämpft mit den Tränen. Seine Stimme wird zu einem Flüstern. Bitte. Die Leuchtturmwächterin. Sie hat es gesehen. Sie weiß, woher es kam. Wohin. Erzähl mir mehr über dieses Buch. Was weißt du über den Nebel? Und was hat die alte Leuchtturmwärterin damit zu tun? Seber und Popor. Seber und Popor. Er wiegt sich vor uns zurück. Während er in die Flammen starrt. Und was weißt du über den Nebel? Er verbirgt dieses unheilvolle Ding. Es ist böse. Hast du es nicht gespürt? Was hat die Leuchtturmwärterin damit zu tun? Sie hat alles gesehen an diesen katastrophalen Tag. Bitte sie, ich wette sie an. Sag ihr, dass ich... Er bricht ab. Sein Gesicht verzerrt vor Graben. Oh, Gottes Willen. Okay, also... Ist etwa... Jetzt muss ich mal ganz kurz eine These steil in den Raum werfen. Ist eventuell der Kollektor, der Sammler, der Mann von der Flaschenpost? Also er hat auf jeden Fall dieses purpurne silberne Buch. Und er ist auch magisch... Begabt, sagt man so. Also er hat auf jeden Fall was mit Magie zu tun. Ich würde sagen, er ist halt. Ich würde sagen, er ist halt. Krass. So, okay, aber ich muss jetzt hier erstmal kurz zu dem schreien. Aber ich wollte erstmal kurz zu dem schreien. Ist der da vorne? Ja. Wunderbar, aber ich habe jetzt hier zwei Haie. Einmal den, 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 den Geist-Hai. Und ein Raktor-Hai. Okay, ich nehme mich mal hier hin. So. Und passt denn irgendwie nicht so geil. Das muss komplett ausgefüllt sein. Es gibt noch andere Haie tatsächlich. Ich muss ja die finden. Okay, ich mache erstmal weiter. Der Collector lebt in Nowhere. Ja, ja. In einem gigantischen Schädel. Wie heißen die, wie heißen die nochmal? Die Severin? Ne, die, 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 also diese Schädel. Diese gottähnlichen Wesen. Jetzt nochmal kurz Waschbär. Oh, gelber Punkt. Sehr schön. Spensterfisch. Oh Gott, so niedlich. So, ein Schatz. Eine, du Glone. Noch eine. Tja, na dann würde ich mal sagen, machen wir mal irgendwie auf zu, äh, zu Großmark. So, oje, oje. Uns, äh, konfrontieren nochmal die Leuchtturmwärterin. Ach, diese tollen Kücher. Die sehen auch voll hässlich aus, Alter. Mein Gott. Ah, geht denn eben wieder. Ich zerfalle Navib an Fisch. Ekelhaft. Einfach nur eklig. Also diese Mutationen sehen richtig krass aus. Das ist zum Beispiel auch, das ist auch ne Illusion, ne. Wahrscheinlich ne Falle. Und drunter irgendwo kommt irgendwie was hochgeschossen oder aufwärts. So, several Köpfe sind das hier noch. Guckt ihr mal jetzt hier vorne das Boot an. Zack, das ist wie so ein Fisch, so ein Anglerfisch. Echt mieses Vieh, ey. Ho, ho, ho. Ui, 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 okay. So, hier finden wir die Leuchtturmwärterin. So, erstmal verkaufen wir unser Gammelfisch. So, der dürfte schon verdorben sein, leider. Scheiße. Na, egal. Wir kriegen halt ein bisschen Kohle noch dafür. So, Leuchtturmwärterin. Was willst du? Was weißt du über das Buch auch in Puppe und Silber? Sie schaut ab bei der Erwähnung des Buches. Du fragst mich ernsthaft. Nach all der Zeit du weißt, es muss zurückgegeben werden. Sie sieht dich voller Mitleid an. Du musst nach vorn blicken. Um ihres Willen. Aber auch für dich. Übernimm die Kontrolle. und werde dieses Ding ein für allemal los. Warte mal, holy moly, sind wir vielleicht der Typ? Sind wir der Typ aus der Flaschenpost? Und wenn, wer ist dann der Kollektor, der die ganzen Relikte von uns sammelt? ist der vielleicht der große Böse in dem Game? Huh. Tricky, Alter. Tricky. So, ich reise. Fast hat sich auf ploppen. Ne, leider nicht da. Schade. Schade. So, haben wir hier jetzt genau den High-Mind-Tick. Genau den High-Mind-Tick. Also, wir machen mal einen kurzen Abstecher hier beim Sammeln. Aber er wird wahrscheinlich nichts zu sagen haben. Könnte ich meine Faust, äh, meine Faust, können wir die Hand für ins Feuer legen? Erzähl mir über dein Buch. Welches Buch ist es hier? Mit einem verschlagenen Grinsen zieht er ein verstaubtes Buch von einem Regalbrett und wirft einen Blick auf den Einband. Über Geschichte der Grauen Insel gibt es nicht viel zu sagen. Eine anstrengende Lektüre. Stell dich nicht dumm, du weißt welches Buch ich meine. Mich dumm stellen? Deine Heuchlerei, deine Heuchelei ist ermüdend. Also müssen wir dieses Spielchen noch einmal spielen. Das Buch der Tiefe scheint in seiner Hand. In seinem schmutzigen purpuren Einband. Los doch, frag schon. warst du's her. In der Luft zwischen euch glitzern Storpartikel. Erinnerst du dich nicht? Du warst da. Die Luft um euch herum beginnt zu posieren, wie einen sich beschleunigenden Herzschlag. Und sie ebenfalls. Rhea du wolltest vergessen hast mich angefläht. Der Raum knistert. Das ist es worum du gebeten hast. Gib mir das Buch. Deine Worte hängen im Raum zwischen euch. Du kannst nichts ändern. Das Buch gehört uns. Komm näher. Du kommst durch den knisternden Raum einen Schritt näher. Der Sammler taumelt daraufhin nach vorn. Du hoffst was hoffst du zu erreichen. Nimm das Buch. Du schlägst mit der rechten Faust zu. Du triffst den Sammler hart am Kiefer. Sein Gesicht zerspringt und fällt zu Boden. Du bist erbärmlich. Das Buch der Tiefe liegt in deinen Händen. Du musst eines verstehen bevor du uns in Verzweiflung stürzt. Ich weiß wie man sie zurück bringt. Es steht alles auf diesen Seiten und du hast seine Macht nun mit eigenen Augen bezeugt. Wir haben die Macht sie aus ihrem Schlummer zu erlösen. Finde ihr letztes Relikt und wir können alles ungeschehen machen. Alles was du getan hast. Holy moly Alter. Holy moly. Ja, wir haben ihnen tatsächlich das allerletzte Relikt noch nicht gebracht. Ah. Nein, mach vorsichtig Mann. So, schön. Weil krass er war halt auf dem Spiegelbild. Sind wir der Typ? Also man hat uns jetzt tatsächlich nicht besonders häufig in dem Spiel gesehen, muss man halt sagen. Am Anfang tatsächlich und jetzt nochmal. Und wir sehen ihn halt schon ein bisschen ähnlich. Also man hat uns bis jetzt nur von der Seite gesehen und ihn immer nur von vorne. Und es war ja gerade Spiegel den er zertrummert hat. Scheiß. Ach je. So, ich bring schnell den Hai hier. So, okay. Fällt gut, ragt auf. Ja, der würde rin passen. Und in die Mitte kommt hunder pro ein Hammerhai. Hier. Könnte ich wetten. Ich frage, ich kriege jetzt den Hammer her. Wo war denn das? Eben hatte ich schon mal ihn gefunden, aber frag mich mal wo das jetzt war. Okay, 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 okay. hallo, hallo, hammerhai. Wo steckste? Nee, überall nur kleine Fische Oh, was haben wir denn hier? Okay, wir tun jetzt kurz noch mal was abfrühstücken erstmal, können wir nochmal einen Schatz rausholen Ach Sorry Schön, ein Zitrinenring Was auch immer ein Zitrinenring ist Oh, warte mal hier vorne Das ist kein Hammerhai Schade, aber kein Hammerhai Natürlich trotzdem Ich muss ja nicht verkommen lassen hier So, sehr schön Hier finde ich anscheinend noch ein Brett Und dann hoffentlich auch das letzte Metallteil Und dann können wir unser letztes Upgrade machen So, sehr schön Auch nur eins Und hier vorne Oh, ein Forschungsteil Und da haben wir es Wunderbar Wir sind komplett Hau ab Gott, das will Warte, warum? Durch was ist jetzt mein Rumpf beschädigt worden? Boah Überall diese Klippen Ei, ei, ei So Schnell verkaufen Bums, bums Haben wir So, Schussbaron Schnell reparieren Und dann kaufen wir uns jetzt Das allerletzte Upgrade Für 300 Dinge Und damit haben wir unser Schiff Komplett aufgebaut Das ist schon mal Das ist schon mal geil Das ist schon mal Auf jeden Fall Hammer So, heißt Wir müssen jetzt aber auch Keine Keine Baustoffe mehr Raus Angeln Irgendwie Das ist auch cool So, hier können wir Tatsächlich noch Einen hab ich noch Und Das wär auch das letzte Na wohl Bei der Angel Könnte ich die noch freischalten Aber Uff Ja Tatsächlich Hab ich bei der Angel Nicht so wirklich Bock drauf Aber die ist eigentlich Nicht so gut Also wahrscheinlich nicht so gut Aber Die Angel die ich jetzt habe Empfinde ich als effektiver Im Im Gesandten Bild Den ich hier gerade Auf dem Boot habe So Hier verkaufen wir nochmal schnell Schoptiwopp Einen Schmuck Ah Wunderbar Haben wir hier noch was So, das kann auch weg Zurückwerfen Jawohl Verkaufen wir lieber So, das verkaufen wir Schön Wunderbar Wunderbar So, was macht der Dogarbeiter Redet der schon mit uns Ja, steht immer noch mit Ausdrucksloser Mina am Rand Der Dogs Und redet nicht mit uns Okay Kann ich das hier entfernen Äh Markieren Und fern So, okay Machen wir Schön So, dann dürften wir jetzt eigentlich Naja, wir haben noch nicht Hier alles Ab wie Frühstück Definitiv Wir haben hier das Relikt Geborgen Wir haben hier das Relikt Geborgen Hier sind wir auch komplett Bis auf das große Monster In der Mitte Sind wir eigentlich fertig Ich weiß nicht Ob das nochmal Irgendwie Thema wird Ob wir dagegen ankämpfen müssen Hier haben wir alles gefunden Und hier ist das letzte Relikt Was wir natürlich noch haben Wir haben hier auf einer Insel Haben wir noch So einen Typen im Mantel Der will halt noch Fisch von uns haben Aber ansonsten Denk ich mal Sind wir jetzt hier schon Fast im Endgame Also kurz davor The next day Ich hab gestern das Schiff Komplett ausgebaut Und Lass mich mal ganz kurz Schauen In die Kahüte In die Missionen Den seltenen Fisch Den Pelikan-Aal Haben wir noch nicht gefangen Tatsächlich Das ist der Einzige Der uns noch fehlt Wir haben eine Flamme Von den Statuen gefunden Und eine Tafel Und es fehlen noch Wahrscheinlich Ist ja hier drei Die große Zahl Zwei weitere Würde ich jetzt mal sagen Und Ich würde sagen Wir machen uns auf Wir machen uns auf Dahin Die Karte habe ich hier Auch noch nicht Tatsächlich vollständig Guck mal Nicht die hier Oh wie Das Natürlich total cool Wenn Das sieht richtig aus So Schon besser Ja da fehlt uns Anscheinend noch ein Teil Wir konnten gestern Noch zur Wissenschaftlerin Da haben wir alles beendet Szene Wie immer Wie immer Sorry Ja Und Ich würde mal sagen Kohle technisch Sieht es glaube ich Ganz gut bei uns Eigentlich aus Wenn ich mal kurz schaue Naja wir haben 2.1 Müssen jetzt aber Auf nichts weiter mehr Aufbauen Naja wir müssen Letztendlich jetzt Nur noch reparieren Dafür brauchen wir Das Geld Und eventuell Noch für weiteren Stuff Den wir uns kaufen wollen Wobei ich jetzt nicht Gerade so wirklich weiß Was wir uns Wir können uns noch Ein besseres Netz kaufen Ansonsten Geht glaube ich Jetzt erstmal Nicht mehr so viel Kohle raus Denke ich Okay gut Wir steuern mal Erstmal nochmal Teufelsgrad an Ich hätte mich auch Wirklich gestern Noch sehr ärgern können Weil ich Den Schlangenei gefangen habe Den der Typ Mit der blauen Kutte will Und den habe ich verkauft Bin irgendwie Auf alles verkaufen gegangen Und Und weg war es alles So richtig ärgerlich So richtig ärgerlich Bessere Scheinwerfer Gibt es denn Bessere Scheinwerfer Moment Es gibt bessere Scheinwerfer Moment Wir müssen noch ganz kurz Hier mal Ein kleines Stück Visite machen Also Speed haben wir Jetzt schon echt gut drauf Was ich sehr schmerzhaft In den Mangroven gespürt habe Und jetzt auch Teufelsgrad Das ist eigentlich Genau das gleiche Irgendwie Du rammelst ständig Überlegen Ständig Schussbauerin Lampen Oh Also was ist das denn Glühlampen Feld Na holy moly 3000 Lumen 40 Meter Das Ding macht 25 Meter Mit 1,8 Das macht 2 1100 Lumen 30 Meter Ja geil Kauf ich Haben wir Alle die Nacht Sonst können wir uns Noch eine zusätzliche Lampe kaufen Hier unten Wir haben jetzt keine Weiteren Felder Mehr bekommen Weil wir sind Komplett Ausgebaut Dann holen wir uns Jetzt hier noch So eine Lampe Und dann sind wir auch Relativ hell Unterwegs Yes So So Ja ozeanisch Weil wir sind Wir sind jetzt Vulkanisch Unterwegs Und küsten Das ist eigentlich Ganz gut Wieso kann ich Okay hier kann ich So ein Mox Das ist blöd Das ist blöd Das sowieso nicht Aber ich brauche doch Ich brauche das Ding Für ozeanisch Auf jeden fall Ach Scheibenkleister Ja Musst ein bisschen Umschieben Das andere Das nur Flachwasser So Was Was Ja Okay Mangroven Okay Auf Mangroven Kann ich Zur Not Verzichten Irgendwie Das würde gehen Wenn ich Hier Jetzt Die Angel Nehme Habe ich Ozeanisch Dann könnte ich Auf die Auf die Rolle Verzichten Obwohl Abizalen Tadal Fehlt mir denn Ach Das ist alles Oh Mann Das ist aber Ärgerlich Das ist Aber Ärgerlich Weil ich denke mal Auch wenn ich Jetzt Damit kann ich Auch Natürlich Nichts Ozeanisches Fangen Sondern halt Nur vulkanische Küstennähe Das ist blöd Das ist jetzt blöd So und hier Können wir nur sagen Verbau die mal Dann können wir halt Ein bisschen schneller Angeln Irgendwie Küsten und Flachwasser Wir brauchen das Dafür nicht wirklich Aber Was haben Haben wir Schade ey Warum sind denn Das Angelplätze Warum sind denn Das nicht Auch Netzplätze Das wäre doch Zu schön Dann könnte ich Mich richtig Vollwappen Also Moment Kann ich jetzt Das Ah ok 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 gut Ich dachte jetzt Tatsächlich nicht Dass ich damit Auf den Netzplatz Gehen kann Aber ey Cool Sorry Ja Zu kompliziert Gedacht Yeay Schön Alles klar Wir haben jetzt Also noch zusätzlich Zu unseren ganzen Kladatsch Können wir jetzt Mit einem Fischernetz Arbeiten Ich freue mich Yeay Das wird toll Ok Und es ist wieder Nacht So jetzt müsste aber Die Butze ordentlich hell sein Hier mein lieber Herr So Netz Fahr ich Hier Und Yeay Haha Cool Ok Dann machen wir mal Bin ich richtig Nein Wir müssen da lang Ok Auf geht's Bin ich auch tatsächlich Sehr gespannt Ob ich Na ja Hier wäre ich jetzt Wieso nicht fangen Sondern es ist ja nur Flachwasser Yeay Auf geht's So Merlin Hallo Merlin Den nehmen wir mit Noch in Ruhe Schön Wunderbar So weiter Geht's Es wäre ja wirklich cool Wenn ich jetzt mal Den Schlangenall Auch relativ schnell Bekommen würde Und Was ist das hier eigentlich Waren wir hier Hier waren wir auch noch nicht Ne Oh Gott Wir waren an Gefühlt waren wir An so vielen Stellen Was ist das hier noch nicht Entstellter rochen Ist uns ins netz Young Okay Cool Der war So ein Plan für die zukunft Buch wurde fertig gelesen So Hier kann ich an Land gehen Würde ich jetzt Würde ich jetzt aber gerade mal kurz Ich will ja nicht alleine zu Ende spielen Ich will ja wenn mit euch zusammen spielen So Deshalb Ein stream Ein weiterer Überraschungsstream Wie will streamen denn Wochenende hier durch So Okay Jut Hier müssen wir natürlich Wieder auf diese blöden Piranhas aufpassen Und den dritten Haben wir Sehr schön Körbe sind auch wieder voll Perfekt So Oh schön Die Merlinge bringen immer richtig gut Geld So Netz haben wir Ja Netz haben wir ein Spiel Darf ich denn jetzt nicht einfahren Netz sind Achso Die sind jetzt Achso Weil der Netz drin war Wurde auch automatisch gleich mitverkauft Ah Verstehe Ja Oh jetzt kommt es Okay Jut Hier sind wir jetzt gerade noch auf dem Weg Uns Wahrscheinlich Ein bis zwei Benötigt eine Reparatur Das sind aber auch wirklich ein paar widerliche Biester Also die sehen echt fies aus Einsammeln Oh Da ist der Mutterfisch Alles Einsammeln So Weil ich denke Wir werden die Körbe noch brauchen Also wir werden sie definitiv noch brauchen Weil für die Flammen brauchen wir Fischerfahren Mutti Hey Hi Willkommen beim Dretchen So Verrufen wir mal schnell Wadda bumm Wadda bumm Und Wir reparieren schnell Oh das geht ja wirklich So Okay Lass mich kurz mal auf die Karte schauen Hier finden wir weitere Flammen Die Frage ist jetzt Wo finden wir weitere Tafeln So Hier wird wahrscheinlich das Relikt versteckt sein Und Okay Wir können mal erstmal probieren Warte mal Ich brauche Noch erstmal schnell Wahrscheinlich wieder Dynamit Okay Und los geht's Dann schauen wir doch mal So Hier würde ich aber natürlich gerne mal Das ist so Weit wie möglich von diesem kleinen Häschen Mistpiranjas wegnehmen So Und dann sind hier überall diese kleinen Viecher Das ist ärgerlich Dann war Rochen Muss mich jetzt mal Ach Gott da sind sie ja schon alle Das sind echt krasse Umwege Die ich jetzt hier gerade irgendwie mit meinem Boot mache Aber Kann man jetzt irgendwie Oh warte mal Hier können wir Ja das sieht gut aus Das sieht gut aus Was haben wir denn da Ich glaube das könnte eine weitere Tafel vielleicht sein Benutzen wir die Sprengladung Und Bin da mit uns Ja das ist eine weitere Sprengladung Schön 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 Wunderbar Yes Schön die müssen wir zum Also nicht zum Sammler bringen Sondern zu dem anderen Knich So und die locken halt Diesen fetten Mutterfisch her Warte mal mehr hier So Warte mal hier hinten glänzt Oh 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 da ist er Oh Kommt weg Oh Oh Wer bist denn du Na schade So Kritty 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 wie ich bin Musste ich Also kann ich ihn nicht annehmen lassen Mal kurz einen Blick auf die Karte So Wo könnten die anderen sein Also es ist ja ganz gut Irgendwie wir merken ja jedes Mal anhand Nochmal Das ist ein großer Hai Anhand dieser goldenen Ja wie soll ich sagen Irgendwie Sparkles die da über dem Wasser sind So funken Wo eventuell eine Steintafel sein könnte Na ist aber nicht schön gepackt hier Ist aber nicht schön gemacht So Du mal weiter Hallo Hallo So hier komme ich aber Nicht bis schlecht rein Was ist denn jetzt los Ich wollte gerade sagen Ich konnte mich gerade nicht bewegen Warum Ah Mist Okay Hier müssen wir uns reinsprengen Warte mal Wo sind wir überhaupt Hier sind wir Okay Alles klar Gut Dann lass uns mal schnell Ich Warum komme ich hier nicht weg Die halten mich Kann das sein Natürlich Schlüpft jetzt wieder etwas In meinen Rumpf Und fort So Aber wenn wir über diese Wunderbaren Blubberbläschen Rüberfahren Sind wir diese kleinen Mistpiranias los Das ist geil Das müssen wir uns Zunutze machen Weil die verlangsamen uns Wirklich drastisch Oh Gott Was ist das hier Sie sehen ja nichts mehr Was ist meine Sonnenbrille Da geht es zum Fisch Netz wieder ausfahren Ja Okay So ist tatsächlich Die Sache mit dem Fischernetz ist jetzt noch neu Für mich Irgendwie dass ich das ständig Passiv bei habe Oder beziehungsweise rausfahre Muss ich mir noch mal Erstmal ein bisschen So Haben wir Haben wir Und Zeig mir bitte Hoffentlich hast du Sprengstoff Immer in Immer nur in Wenn ich jetzt aber Umschalte Ist das Netz immer noch draußen Sehr schön Und wenn ich schneller fahre Fangen ich dann schneller Fische Theoretisch ja So Okay Also diese Piranha mögen Diese heißen Quellen nicht Zerfledderte Makrele Boah Und sprengen an und benutzen Auf gehts So Ich würde aber Ganz gerne nochmal schnell Erstmal den kleinen Scheißer hier loswerden Hallo Heiße Quelle Wo bist du Aber ist echt cool Mit dem Netz Ach hier So Kurz den Piranha verarscht Mal im Kreis Gefahren Rumpf Rumpf beschädigt Man muss echt so Vorsichtig sein Mit diesem Boot So Da haben wir Und ich denke Es werden Drei sein So Vorsichtig Raus Wir holen uns hier nochmal So ein Häschen Vieh Na Ne Fischt Tja und dann Könnten wir mal ganz kurz Zum Zum Antiquitätenhändler Zurück Ding Ach zack mal Oh 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 Moment mal Moment mal Ja Das sind sie Schlangenmakrele Super geil Kommt gleich noch Inne Oh Noch so ne Hüte Auf hier Wir holen uns noch Inne Wer weiß Was uns wieder Hier in den Rumpf Reinklettert So Und jetzt müssen wir Zu dem Typen Mit der blauen Kutte Wo zur Hölle Auch immer der war Jetzt So Wir waren dann mal los Ich glaube das Netz hat Von der Größe her Auch ne Bis der Kapazität Ne Wir können jetzt auch nicht Alles irgendwie Das Wir können jetzt da nicht Unendlich Fische drin Fangen Ne Nicht der Meinung So Hier im Sparspilz Ander Fisch Hoppala So knapp Die Rindpulle hat Hey Hi Schön dass du da Anlüft So Wo war der Der saß doch hier Oder was Der saß doch da Irgendwo Der Schelm Und warum ist Wirklich aus Was müssen wir Den Flutscheinwerfer anmachen Uiuiuiui Ah nicht Irgendwo liegen bitte Das brauchen wir Jetzt nicht Sechs Fischer Ey das ist nicht geil Wo guckt ihr jetzt Diese Insel hier Passt schon wieder So eine Phantominsel An Der Wegegang ist Ganz schön hoch So War das Hier War doch hier Ne Oh no Oh schade Naja war Zeit Okay Und fort Haben wir ein Hai So lustiger Mann Mit der Kapuze Wo bist du Hier ist er Beinahe Gesticht Sie zeigt auf das Bild Eines Fisches Auf einer dritten Schriftrolle Es ist die Schlangen Makrele Und hier hast du sie Mein großer Lass dir dir schmecken Kaum hat der Fisch Die Hände verlassen Bohren sich bereits Schlitterige Nägel Durch sein Fleisch Das Herz wird herausgerissen Und verzerrt Die Gestalt hebt den Kopf Um dich anzusehen Sie zieht ein Buch aus Im Inneren ihres Gewandes Und gibt es dir Hunger Gestalt Nun Warte ich Sie kreuzt die Arme vor der Brust Und scheint in einen tiefen Schlaf zu fallen Yeah Und wir haben ein Buch bekommen Yay Falschen und tauschen Der Leitfahn Wurde lesen Gibt uns wieder einen weiteren tollen Buff So weiter geht's Ja Netz bringt wirklich Echt ne Menge Aber tatsächlich Weiß ich jetzt nicht Ob ich es jetzt schon Oh Da ist Der Hai Nein Eine Steintafel ist über Bord hier Oh no Nein Nein Oh das ist doch scheiße Das ist nicht cool Ach man ich wollte jetzt gerade wieder abziehen Hier Blöder Geist Hi Händler Oh hallo Zeige mir die Steintafel Der Händler nimmt die Steintafel ab Und legt sie neben die anderen Auf den Tisch Wenn man das Alter des Steins Und die Form der Symbole berücksichtigt Könnte man meinen Dass die Stücke Zusammen gehören Ich bewahre sie auf Bis du noch weitere Teile findest Sieht so aus Als würden sie ein Viereck bilden Wenn das stimmt Dann fehlt nur noch ein Teil Es ist mir gerade über Bord hier an Wofür will ich das jetzt Ist das jetzt Respawned an dem Punkt Oder was Oh Mann Warte mal Könnte ich ja noch was verkaufen Warte Schmuckstücke verkaufen Ach da ist noch Dublone Das ist Ärger Das ist richtig ärgerlich Verdammt Ach Mist Wird da gerade jemand Ins Fresskummer gefallen Als Typchen mit Kapuze Ja wahrscheinlich Wahrscheinlich So Neun Fische im Netz Super geil Das ist Jetzt bin ich gespannt So Der Hai ist weg Ist ja wunderbar So Wir gucken mal kurz Im Netz haben wir neun Fische Oh Sehr cool Sehr sehr cool Fracht Verkaufen Bada 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 boom Das ist Das ist richtig cool Mit dem Netz Das ziehen wir jetzt weiter so durch So Wir lassen natürlich noch Ne kleine Reparatur kommen Für 124 Und dann Müsste ich mal wieder Quasi Gucken Ob ich Jetzt da irgendwo Die Steintafel finde Ey das ist echt ärgerlich Mit dieser Steintafel Aber Wisst ihr was Was wir jetzt so vormachen Ekomi Hier hinten Dynamit Ähm Sag mal Junge Sind hier eigentlich Noch weitere Typen Mit Oh Drei Köpfe Kabeljau Seid wie bei Simpsons Der Teufelsfisch Ähm Sind hier noch weitere Leute mit Kutter Unter 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 Ekom Oder es sind ja eins hier Yay Und Da kommt der Pottweil Und holt sich den Polypen Vier Ich hab noch vier weitere Also ich hab noch drei weitere Ach so Schande ey Wo sind die denn So Mit mir allen den Sprengstoffen Mein Freund Walfangstation Haben wir den Sprengstoff Ja So Fette Shoppingtour Jedem alles Alles Bei jeder großen Inselgruppe Ein So ungefähr Uh Okay Also die müssen wir natürlich noch finden Die müssen wir noch finden Also die Intention ist natürlich Alles Alles zu schaffen Hier in diesem Spiel Und alles zu machen Ja So Die obligatorischen 100% Nicht mehr Nicht weniger So Heißt also Hier eventuell Könnten wir was finden Könnten wir was finden Ist doch so Standalone Da hinten Was Das Das muss die schon wieder So Ich hab ja auch noch einen Steg gesehen Was ist das Mit dem Boot Können wir Waren wir hier schon Okay Anliegen Fotografen Ähm Verzeihung Aber kannst du mal kurz aus dem Weg gehen Du stehst mir im Bild Du trittst zur Seite Ein paar Sekunden später Säufst die Fotografen frustriert auf Und moment leise vor sich hin Nein Das klappt einfach nicht Was denn los Der Winkel des Objektives Passt einfach nicht Damit gelingt mir niemals Eine gute Nahaufnahme Und die anderen Ich fürchte Die sind über Bord gegangen Sie seufzt erneut auf Und blickt dann nach Westen Ich bin vom Sternbecken aus Losgesegelt Und wollte mich dann Durch eine Engstelle Zwischen zwei Inseln Manövrieren Und dabei rannte ich Irgendein Riff Ich dachte ich hätte Hinter mir Im Wasser etwas gehört Und traute mich also nicht Anker zu werfen Wenn du mir dieses Objektiv Wieder beschaffen würdest Dann Sie wühlt Ihre wenigen Verbleibenden Haptigkeiten Ich habe hier noch Eine Kamera Die ich nicht brauche Du kannst sie haben Vorausgesetzt du findest Dieses Objektiv Ich werde auf der Karte markieren Wo ich sie wahrscheinlich Verloren habe Okay Dann bekommen wir eine Kamera Wofür können wir denn Eine Kamera benutzen Wofür ist denn jetzt So So drei Sekunden vor Ende Wofür ist eine Kamera jetzt hier Das ist ja geil So Hier haben wir noch einen Schatz Ja wir haben tatsächlich Auch immer nur jetzt so Die ganzen großen Inselgruppen Irgendwie angesteuert Und die ganzen kleinen Die haben wir so ein bisschen Vernachlässigt Wie die hier zum Beispiel Die Mal gucken ob wir hier jetzt Ebenfalls nochmal so ein So ein Akkolyten finden Da vorne ist man Ha Ha Ja Ne wenn man von Selvien spricht Hallo Du näherst dich Einer gestalten Kapuze Sie ist fast völlig Von einem schmutzigen Goldfarbenen Gewand verhüllt Nur die welken Geschwärzten Hände Sind zu sehen Fischersmann Tiefe Rufe Antworten Ihre Stimme klingt Als hätte sie Wasser in der Lunge Die Gestalt mit der Kapuze Hält eine Schriftrolle hoch Sie tippt auf ein Bild Und es ist der Stachel Glückling Der rote Schnapper Den hatten wir auch schon mal Ein paar Mal Wann haben wir vielleicht In dem Netz Schade Wie schön gewesen Aber nein Okay Wir haben auch noch Eine Nachricht Die wir lesen können Okay Er will also Den roten Schnapper haben Und Wir sind Hier in dieser In dieser Gruppe So Roter Schnapper Oh Jetzt ist es schon Beim Sternbecken Okay Also irgendeine Enge Am Sternbecken Ich muss mal kurz Schauen Tja Vielleicht hier Hier ist ja so eine Enge Vielleicht hat sie hier Ihr Boot versemmelt Ah hier Ne Da wo eine rote Kreuz ist Wahrscheinlich Er Okay Dann lassen wir mal Dahin düsen Ru 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 Jobote Wat haben wir hier Das habe ich auch noch nicht gesehen Irgendwie Ein Steg Wo so ein Wirbel drumrum ist Ein Lager Neben dem Dock liegt ein verlassener Lagerplatz. Jemand hat dort seltsame Symbole in den Sand gekratzt. Was möchtest du tun? Suche das Lager ab. Ein sehr raus und ausgewichtetes Stück Stoff. Zusammengesackt über einem hölzernen Stützen. Daran ist nichts bemerkenswertes. Tja, was möchtest du tun? Untersuche das Symbol im Sand genauer. Die Symbole ziehen sich gewunden über den Boden des ganzen Zeltplatzes. Manche scheinen sich zu Wörtern zu kopieren. Um jedes Wort finden sich frische Fußabdrücke. Das letzte Symbol scheint unverändert. Sieh dir das letzte Symbol genauer an. Aus dem Sand blitzt ein metallischer Gegendengestand. Ein metallisches Glitzern hervor. Du nimmst das Objekt auf. Es war ein Ring mit einem Smaragd. So, und dann inspizieren wir natürlich noch die Fußabdrücke. Wer immer diese Fußabdrücke hinterlassen hat. Die Person war barfuß. Die Abdrücke sind groß und breit. Was darauf hindeutet, dass es sich um einen Mann handelte. Allerdings verstehst du nicht viel von Fußabdrücken. Ja, nee. Das könnte also auch einfach ein umgekippter Stock gewesen sein. Wer weiß schon. Das wissen wir von Fußabdrücken. Okay. Schön. So, hier war das. Ja, voll. Perfekt. Oh, das sieht nach mir kentert ein Boot aus. Dann lass uns mal hier kurz nach dem Objektiv schauen. Okay, hier waren wir schon. In dem Ding waren wir schon dran. Ah, vielleicht wird es hier sein, ne? Oder da vorne. Und ein Kelch. Also, der war auf jeden Fall nicht. Aber wir nehmen uns. So, hier wahrscheinlich bei den Kisten finden wir jetzt Objektiv. Eine Ansammlung von Koffern, die an den Strand gespült wurden. Einiges sind aufgesprungen. Der Inhalt ist im Meer verschwunden. Suche nach Wertsachen. Oder Ausrüstung. Das sieht gut aus. Yay. Okay. So. Lass mich mal kurz gucken. Jetzt. Oh, ne Quatsch. Wir haben aber immer noch keinen roten Schnapper. Was Schlimmes ist. Lass mal, wir könnten hier hier eigentlich mal kurz gucken. Kajüte. Enzyklüte. Die. Flachwasser? Oder sind die ozeanisch? Wo findet man die? Gott, wie viel wir noch nicht gefunden haben. Das ist ja Wahnsinn. Okay, sind die jetzt Mutationen. Da habe ich vielleicht. Da war der Mangroven. Achso, das ist natürlich auch cool. Jetzt kannst du hier die ganze Zeit durchschauen. Ja, haben wir aber schon. Mh, Küstennähe. Machen wir mal alle dann. Achso, sowas, sowas. Okay, alles klar. Jetzt haben wir's. So, jetzt haben wir 69 Seiten durchblättern hier. Der rote Schnapper. Wo ist er? Kleiner roter Schnapper. Also, wir haben ihn auf jeden Fall schon mal gefangen. Da ist er. Küstennähe. Beim Sternbecken. Hey, hey, hey. Wir sind ja direkt da. Das wäre ja, das würde ja passen. Das wäre egal. Sternbecken. Das wäre egal. Teil noch wo. So. Und das fiese ist, man ist so schnell abgelenkt in diesem Spiel. Man wollte eigentlich was völlig anderes machen und plötzlich... Oh, kacke. Oh, warte mal. Den haben wir noch nicht gefangen. Gottes Lachs, Alter. Der Gottes Lachs. Also, epischer... Ja, an dem ist nicht so viel dran. Aber epischer ist er kaum noch. Der Gottes Lachs. Gute Sache. Können wir das auch mal? Achso, wir sind schon ja nicht mehr. Wir düsen schon ja nicht mehr Richtung Becken. Becken ist da. Oh, süß. Auf zum Archipelien. Echt jetzt? Habe ich es echt geschafft, den gerade zu überhitzen? Warum? Wieso denn? Ja, sieht aus. Verdammt, Angst. Hat er doch jetzt gerade ja nicht so viel Gas hier eben. Steht gar nicht. Wie konnte das passieren? Ist natürlich aber auch total blöd, ne? Wenn du jetzt hier irgendwie voll den Mega-Fang an Bord hast. Und du kommst dann einfach nicht rechtzeitig an. Oder ist das jetzt wegen dem Netz irgendwie, dass er noch schneller überhitzt? Dadurch, dass er ja quasi so eine Art zusätzlich Gewicht ziehen muss. Oh, ist der lit? Also mit dem Netz ist es aber wirklich geil. Gefällt mir echt irgendwie. Der zieht sich so viele Fische nebenbei. Einfach nur durchs Rumgrundeln. Nicht super. So, da hinten ist die Händerin. Da kann ich mich schnell reparieren. So, warte mal. Hier haben wir noch eine Vision, die wir uns mal schnell geben können. Dadurch, dass wir anscheinend jetzt hier wieder rotäugig sind. So, der Stein erzittert vor dir. Und wir legen die Hand auf. Plötzlich durchfertig ein Frösteln, das hier bis ins Mark dringt. Eine verstörende Vision dringt sich dir auf. Der grüne Schimmer einer Aura. Aurora erhält den Nachthimmel über dem Resort. Ein ferner Donner lässt die schindelgedeckten Dächer erzittern. Und schreckt die Trauma aus dem Schlaf. Das Wasser zieht sich zurück. Und die Korallen sind der warmen Luft preisgegeben. Verwirrte Kreaturen suchen nach einem Unterschlupf. Momente später kehrt das Wasser zurück. Krachend. Brodelnd. Die Seelen aufs Meer hinaustreibend. Ja, einfach mal Happy News. Einfach Happy News. Drei Tage später. Aber, er fängt über einen anderen Fisch. Schön. Okay, gerne, jetzt stehe ich mal hier kurz mal einen Schluck Kaffee in ihm, du. Ah, ist verdammt guter Kaffee, du. So, und dann sind wir hier vorhin schon da. Muss ich jetzt irgendwas aufpassen beim Verkaufen? Blutschnapper. Kann ich auch Mutationen abgeben? Bei ihm? Weil ansonsten müsste ich jetzt hier nämlich... Ah, wir haben da ja schon rote Schnapper. So, ich will nicht alle Fische verkaufen, ich will nur gewisse Fische verkaufen. So, wenn ich jetzt... Wenn ich jetzt einmal F drücke. Okay, ich mach das einzig. So, die roten Schnapper lassen wir an Bord. Und das ist es. Super cool. Okay. Einmal reparieren, bitte. Kinii. So, der Rest ist eigentlich... Ich mach mal kurz ein bisschen hier weg. Na, da wüsste ich jetzt nachher nicht irgendwie auf da rankommen. Okay. So, vielen Dank. Nein, falsche Richtung. So, dann krachen wir mal los hier. Yeah. Hier bei dieser alten Krabbe hier, da wüsste ich auch gerne mal, ob wir die irgendwie besiegen können. Mit irgendwas. Los, los. Okay, los. Halten sich eigentlich im Netz die Fische länger als an Bord? Müssten wir eigentlich, wa? Wäre nur fair, find' ich. Fühlt schon. Schön. Das ist gut. So, dann erstmal auf zur Fotografin, die uns jetzt scheinbar erstmal... ... filmiert. Äh, quatsch, ne Kamera. Warte, hier? Mann, dieser blöde Teufelsfisch. Das ist Teufelsfisch. Wird nicht her. Nee, hier, wenn ich Fußabdrucken... ... sind sie hier? Ja. Ah. Du hast das Objektiv. Oh, ich hoffe, sie wurden durch das Salzwasser nicht beschädigt. Sie nimmt dir den Koffer ab und untersucht dir das Objektiv sorgefältig. Hm. Es scheint alles in Ordnung zu sein. Jedenfalls nichts, äh, was mit einer gründlichen Reinigung nicht behoben werden kann. Fertigkeit freigeschaltet Kamera. Nimm dir einen Moment Zeit, um dich zu sammeln. Haha, okay. Also wir können jetzt einfach irgendwo anhalten und ein Foto machen. Hm. Wenn du ein paar Tipps brauchst, äh, wie man gute Wildtiere sichten kann, dann sag einfach Bescheid. Erzähl mir etwas über große Fische. Sieht so aus, als würdest du dich auf diesem Gebiet besser auskennen als ich. In der Gegend gibt es einige wenige Arten von Haien. Besonders bekannt ist der riesige Walhai. Sie bevorzugen die warmen Gewässer rund um das Sternenbecken. Sie sind harmlos, das weiß ich sicher. Aber verhalte dich in ihrer Gegenwart dennoch vorsichtig, damit sie nicht mit den Boots schrauben, dass du sie nicht mit den Boots schrauben verletzt. Noch etwas? Äh, zieh mir etwas über Säugetiere. Also, in den tierischen Gewässern gibt es hier auch einige Wale- und Delfinarten, obwohl es sich nur um relativ wenige Individuen handelt. Vielleicht hast du Glück und sich das ist eine Schule von großen Tümmern oder Orcas. Haben wir schon. Sie schwimmen gerne neben Booten her. Was die größeren Walarten angeht, sollten hier schon Buckelwale, Pottwale und sogar seltene Blauwale gesichtet worden sein. Also, Pottwale haben wir gesehen, Blauwale haben wir gesehen. Buckelwalen noch nicht. Es überrascht mich nicht, dass ihre Zahl schrumpft, da man in Unfil gnadenlos Jagd auf Wale macht. Ich hoffe, dass sich die Populationen bald wiederholen. Noch etwas? Zieh mir etwas über Vögel. Ah, vor den Inseln hört man viele verschiedene Vogelstimmen, aber diese Arten sind alle zu klein, um sie vom Boot aus beobachten zu können. Es gibt auch größere Arten wie Möwen und Rabenvögel, die an den belebten Häfen und Doxen nach Futter suchen. In den Ruinen des von Teufels Grate brüten einige Fischadlerpaare. Ihre Rufe sind weithin hörbar. Die Vögel selbst sind scheu, aber nur schwer zu sichten. Erzähl mir etwas über Reptilien. Ich freue mich über deine Frage. Die meisten vergessen die Reptilien, wenn sie an Meerestiere denken. Karettschülkröten tummeln sich zahlreiche in warmen Gewässern rund um die Marktstädte und die Stromklippen, obwohl man sie im Wasser nur schwer entdeckt. Die größten lokalen Reptilienart ist das Salzwasserkokodell. Die Mangroven von Wildstrangen bieten diesen Tieren den perfekten Lebensraum. Noch etwas? Nein. Ich würde Orcas sehen. Ja, tatsächlich haben wir sogar schon Orcas gesehen hier. Okay, gut. Dann lass uns mal... Moment. Hier nochmal rum und zwar zu den Typen mit der gelben Kute. Der gelb Kutling. Schauen wir, was der noch für uns hat. Den wollen. Achso, jetzt im Real Life. Ja, das ist tatsächlich... Also... Es ist schwierig. Vielleicht in so einem... In so einem... Aqua-Parks irgendwie bluten einem echt nur das Herz, wenn man da Orcas sieht. In so einer freien Wildbahn wird es halt schwierig und wie glücklich. Eine Antwort. Die gestaltende Kapuze hält eine Schriftrolle hoch und tippt auf das Bild. Ein roter Schnapper, den sollst du haben, mein Freund. Bitte schön. Sie reißt den Fisch den Hals auf und greift sich das Herz. Es verschwindet in ihrem Mund, bevor du begreifst, was du besiehst. Noch eins. Ein Opfer. Und sie weist auf ein weiteres Bild auf einer Schriftrolle. Oh nein, den haben wir gehabt gerade. Ah, ein Fangzahnfisch. Schade. Okay, haben wir leider nicht da, Kumpel. Kriegst du später. Ähm... Hier vorne mal in der Wallfangstation, ihr habt's doch welche. Bin ich der Meinung. Hier so, da. Hier bei Unfällen. Bei Unfällen habe ich welche gesehen. Da bin ich mir sehr sicher, ja. So. Ja, tatsächlich. Der Motor erhützt sehr schnell, glaube ich. Also entweder nachts oder durch der Atmosphäre. Ich weiß es nicht. Also gefühlt würde ich sagen, er läuft jetzt schneller heiß. So. Aber jetzt ist natürlich nachts. Was? Nee. So. Hier hinten waren die doch immer hier. Die klingen scheiße. Die klingen scheiße. Die klingen scheiße hier. Jetzt lass. Tja, muss ich glaube ich mal ganz kurz warten, bis das Tag ist. Gut. Die sind auch hier mal schnell ran. Tsch. 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 So. Verkaufen wir mal alles. Wir mal alles verkaufen, ne? Ja. So. Gut. In der Zwischenzeit würde ich mal sagen, schauen wir uns mal eine noch gefundene Nachricht an. Gestern wurde das Testament meiner Mutter verlesen. Ein Großteil des Vermögens ging natürlich automatisch an ihn über. Aber zu meiner Überraschung hat sie mir eine Taschenuhr vermacht. Seltsam. Das Ding gefällt mir nicht, aber ich weiß, wie viel es ihnen bedeutet, dass ich es annehme. Ich werde das Gefühl nicht los, dass sie mir damit noch aus dem Grab heraus eins auswischen wollte. Das würde zu ihr passen. Hab ich mich vielleicht irgendwann einmal verspätet? Ich kann mich nicht erinnern. Okay. Kryptisch. 9 von 12 haben wir. 9 von 12. Haben wir eigentlich... Ausbautechnisch haben wir alles. Netze haben wir alles. Körbe brauchen wir da hin. Und eigentlich müssten wir noch... Der Komplett halber eigentlich die Angeln noch kaufen. Also... Wir wollen ja alles komplett haben. So, aber erst mal die Körbe. 9 Tage. Das ist aber ordentlich, Alter. 30. Das ist geil. Schön. So. Dann machen wir hier noch einen hin. Und dann müssen wir, die nächsten 4 kommen da rein. Und dann haben wir auch quasi alles gekauft. Mit Forschungsteilen, was es zu kaufen und freizuschalten gibt. So, jetzt könnte ich einfach nur sehen, muss ich rumgundeln. Ne. Weil hier in dem Becken gab es definitiv welche. So, jetzt weiß ich ganz genau. Aber es war halt tagsüber. Oh, warte mal. Ich gucke mal hier rein. Nein, 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 nein. Ich gucke mal hier raus. Bevor jetzt plötzlich... Wie alles jetzt alles sehen wir uns an die Schüssen kommt. Da, 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 da. So, irgendwelche größere Tidönser. Ich brauche noch einen Hammerhai, fällt mir ein. Irgendwie für diese Ene-Steintafel. Da fehlt mir noch ein Hammerhai. Ah, nicht doch. Wow. Da haben wir Schweine ab, gerade. Gut, schwingst mich doch dazu. Expectum Patronum! So, verschwinde. Oh, warte mal hier vorne, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ja! Yay! Ich glaube, ich habe es schon erwähnt. Ich glaube, am Anfang dachte ich, dass das ein Piranha ist. Wie soll ich es sehen haben. Rotbarsch! So, gut. Das reicht. Nichts. Ach, das ist der und. So, mit dem muss man jetzt auch noch mal rechnen, ne? Irgendwie hast du gerade mal eben so ein Kreppchen Fisch gefangen und irgendwie kommen die und mobsen eben. So. Und sie weiß kommt auf einmal ins Bild und hier hast du deine Makrele oder dein Barsch beispielsweise. Hallo? Oh, wir haben die Haltbarkeit verloren. Ah, wir müssen es reparieren, okay. Nein. Ah, das ist es nicht. Ne, das ist er ja nicht. Oh, scheiße. Das ist ein Fangzahnfisch. Boah, ey, wo ist denn jetzt der zu finden? Oh, no. So. Ne, 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 ne. Okay. Okay, warte mal, ein Netz ist jetzt, wir müssen die Kleider einziehen, weil, kaputt. Muss ich mal reparieren demnächst. Ein Fangzahnfisch. Ein Fangzahnfisch. Ein Fangzahnfisch. Ne, 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 ne Wir sind schon wieder raus hier aus dem Sternbecken Okay Haben wir den vielleicht noch gar nicht gefangen, kann das sein Okay, also wenn du dir sicher bist, dann du sieg da jetzt hin Du bist ja immer, du bist ja quasi meine Enzyklopädie Mein Navigationsgerät, alles an einem Wenn du sagst, das ist da, glaube ich dir, Düsekind Achso, ich bin jetzt wieder rausgefahren So Habe geklappt Und Habe auch Das Gute ist natürlich, dass es alles so halbwegs hier auf der gleichen Ecke ist Aber wie gesagt, ein Hammerhai wäre nochmal Hammer Also die meisten Sachen, die Abyssal und Tadal sind Also quasi diese Tiefsee-Geschichten Die sind ja auch hier am Sternbecken Lass uns mal hier alle mal die Daumen drücken hier Dass wir hier alles finden, was wir brauchen So, aber erstmal schnell mal das Netz reparieren Ach, schön So friedlich aus Und einmal alles reparieren 93 Dinge Also die Kohle, die geht raus Muss man ja wirklich aufpassen hier So, und jetzt haben wir Schmund 61, 60, weg damit Okay, na dann Lass uns doch mal schauen hier Schwups Rindert Netz Wirklich jetzt so eine Uh Entschuldigung Das wollte ich nicht So, was haben wir denn hier Ja, nee Jetzt sind diese Anglerfische Hammerhai Sehr geil Jaaay Okay Okay, gleich jetzt Oh Ah, hier und Qualle Das Ding So, wer seid ihr? Kleine Oktopodin Und ich muss hier vorne jetzt nochmal schnell zu dem Schreien Sag mal die Fangzahnen Fische, sind nachtaktive Fische oder sind der tagsüber agierende, agierende Fische? Also tagsaktive tagesaktive Fischevielung Sehr schön, die Felsspate ragt aus den Felsen. Jawoll, du lässt die vier Haie in die Spalte gleiten und verschwinden in der Tiefe. Wenige Augenblicken später steigt etwas an die Wasseroberfläche. Der Eingeweidekran. Oh Gott, um Gottes Willen, der Eingeweidekran. Was stimmt denn nun mit den Leuten hier? Der Eingeweidekran. Großartig. So, okay. So, dann war ich hier. Oh, Angenerfisch. Tag und Nacht, da Abisal. Okay. Nee, sind es aber nicht. Oh. Abszonder. Da bin ich schon weit rein müssen hier. So. So, was mit dem hier vorne? Was haben wir hier? Nee. Da sind doch diese Häschen. Quallen sehen schon schön aus. Okay. Ah, noch einen Hammerhai. Den holen wir uns. Verkaufen wir jetzt gleich beide. Kohle können wir anscheinend auch hier brauchen. Die Schmutter. Die Schmutter. Die Schmutter. Die 400 Dinger. Sehr gut. Schon seit waren wir am 2000er Club. Hervorragend. So. Dann wollen wir hier mal weiter suchen. Das ist der kleine Sack, ey. So. Die sind es glaube ich nicht, ne? Nein, sind es nicht. So. Und tatsächlich mal, ich glaube, beim Eingang des Sternbeckens war auch nochmal ein recht guter Punkt für Avisal. Schau mal nach. Habe ich mal diese Krake hier mal getriggert? Oh. Ich bin ein riesiges Vieh, ey. So. Wollen wir lieber nicht stinkern? Wer weiß, was dann passiert. Ich denke, es wird mit unserem Tod enden. Ah. Jetzt dürfen wir so einen Lampenfischen hier. Ja. Na sag mal. Da vorne hoch. Das ist schnell gut. Das ist schnell gut. Na. Da gibt es die Schnapper. Da bringen uns jetzt aber nichts. Die wollen wir jetzt nicht. Ne. Die machen wir zurück. Fetter Megalodon. Megalodon. Kord und Tape. Ne. Insel nicht. So ein Hai. Haben wir Glück auch noch nicht gesehen. So. Wir schauen uns mal kurz diese Insel an. Hier haben wir noch einen kleinen Schatz. Den holen wir uns. Der zweite Stiefel. Wunderbar. Den ersten haben wir schon abgehoben. Im Sammler. Herzliche Freund. Ja. Ansonsten scheint es eine etwas unspektakuläre Insel zu sein. Ok. Tolle. So. Wo finden wir jetzt diesen kleinen süßen Fisch. Hammerhai. Okay. Ach. Der will jetzt Gott. Nein. Frachtraum hüpfen. Ich brauche die sehen. Dann kann man die blauen abchecken. Aber ich glaube die blauen waren es halt auch nicht. Aber das ist nicht das was wir brauchen. So. Schön dass uns hier die ganze Zeit irgendwann mal irgendwas ins Netz hüpft. Aber das ist nicht das was wir brauchen. Ja. Hallo. Was höre ich hier? Warum wird hier irgendwas lauter? Oh Gott. Was war das? Was war das gerade? Ich will gar nicht wissen. Ah. Okay. Alter. Na super. Oh fuck. Wir wurden mal gerade kurz gefressen. Schön. Ganz ganz toll. Das ist ja ein Mist. Äh. Ja. Okay. Okay. Warte mal. Lass mich mal gucken. Irgendwie haben wir jetzt. Haben wir die Angel? Okay. Okay. Alles klar. Also den Hammerhai haben wir abgegeben. Denn würde ich sagen war tatsächlich hier vorne das Vieh. Ohne? Das war noch hier vorne um die Ecke. Ja. Ja. Ach jetzt habe ich diese wunderschöne Cowboy Stiefel nicht. Ach man. Längelig. So. Coolio. So dann auf zu den verrückten in der Gamequote. Ja, na klar, hier kommt jetzt wieder ein, logisch. Du kannst nichts dagegen machen. Das ist doch scheiße. Blütencreme. Oh Gott. Zieht euch das rein. Ich hatte fünf Stück, jetzt habe ich nur noch einen. Ich habe nur noch einen. Also wirklich. So, lustiger Kapuzenmann, bitteschön. Kippen Ego ist da. Noch ein Opfer, so sieht es aus. Und hier hast du deinen Fangzahnfisch. Sie führt ihn kein Fisch zum Mund und beißt an der Stelle zu, in der er das Herz setzt zwischen ihren trockenen Lippen und löst die scharfe Zähne. Das ist eine Sie, ja? Ich spüre eine Hoffnung. Sie entrollt das letzte Stück und sie will eine Blaukrabbe haben. Eine Blaukrabbe. Okay. 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 Cool. Kannst du? Haben? ich weiß noch nicht woher. Okay. Ganz kurz mal einen Blick geworfen. Blaukrabbe. Mal schauen mal weiter. Habe ich noch nicht gefangen, ne? Mh. 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 Meine drittes. Wo kommen jetzt Blaukrabben vor? Sternbecken. Ahhhh. Immer wenn du denkst, du bist schon fertig mit so einem Areal. Das Areal ist noch nicht mit dir fertig. Auf zum Sternbecken. Wir brauchen Blaukrabben. So, was haben wir hier? Wir haben auch einen kleinen Hai oder was? Jawoll. Geist heilen immer mit. Fum. Wtam, weg ist er. Was? Waren hier vorne jetzt auch so ne Mistviecher? Ne. Jetzt mich jetzt aber noch ein bisschen zum Schmunzeln gebracht. So, und dem Ding waren wir dran. Ja, genau. Nein! Leider nicht. Okay, Körbe habe ich sogar noch, glaube ich, an Bord, ne? Ja. Wunderbar, die kann ich auch gleich am besten denn da vorne irgendwie auswerfen. Am besten Richtung Fischer, also fahrender Händler. Aber sollten nicht diese Blaukrabben drin sein, kann man relativ schnell irgendwie den Schmunz, der da drin ist, verkaufen. Für ein bisschen Geld und dann passt das auch ganz gut. Und was haben wir hier? Ein paar kleine Kalmare, ein paar besondere Kalmare. Fischer. So. Ah. Verschmacht. Kaufen. Werft. Zwei Stück. Ich will doch tatsächlich die letzten nicht mehr, also, ich glaube ich noch, oder zwei, die fehlen. Die würden wir uns nicht kaufen. Ich denke, die werden wir wahrscheinlich noch so durch irgendwelche Belohnungen bekommen. Das wäre schade sonst. So, okay. Dann würde ich mal sagen, droppe ich mal hier vorne. So einen kleinen Krabbenkorb. Und den anderen ein bisschen hier vorne. Weil die Blaukrabben waren hier, glaube ich, auch, wie sie nur gesagt haben, bis fünf Meter, ne? Und die Marlene am besten wieder zurück, wa? Die ist ein bisschen zu tief, eigentlich. Einsammeln. Und wenn hier vorne. Klopp. Ah, Lampe kaputt. So. Was haben wir hier vorne? Bei den Anglerfischen. So ein bisschen. Rotationen. Boah. Wie geht, Alter? So ein Ehenfisch, Alter. Ihhh. Der ist ja toll. Ist nicht, ist nicht, ist nicht, ist nicht, ist nicht. Okay. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Muss jetzt leider ein bisschen Zeit schütten irgendwie, bis die Körbe gefüllt sind. Und hoffentlich sind Blaukrabben drin. Die sind aber auch geil. Die haben wir jetzt, glaube ich, ausgeworfen, beide. Zum großen. Der wäre schon, der wäre schon Hammer. Also damit kriegst du auf jeden Fall. Krammkopf vom Sternbecken auswerfen und gibt ihm mehr Tiefe. Ich glaube, wir kaufen uns das Ding mal. Und den hauen wir auch raus. So. Okay. Uh. So. 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 Also wir werden auf jeden Fall mehr Geld für den Hai als für die beiden Anglerfische bekommen, deswegen machen wir das mal lieber so. Die verkaufen wir schnell und dann schauen wir mal an die Körbe. Da vorne tummelt sich auf jeden Fall schon was auf den Raum. 377, sehr gut. Und mal ein bisschen was reparieren und zack, perfekt. So, nun heißt es Daumendrücken. Daumenkronen, Seestern. Ja, nee, nicht das, was wir eigentlich haben wollten, aber okay. Wow. Boah. Shit. Hallo, Blaukrabbe. Du kleines Schmuckstück. Dich wollt mal haben. Dich wollt mal nicht haben. Ich lass erstmal drin haben. Was kriegen wir denn überhaupt hier für den, für den ollen Pocken Seestern hier? 11 Dollar? Das ist nicht viel. Das ist nicht viel. Das ist nicht viel. Ich würde einfach mal zur Sicherheit hier nochmal lieber zwei Fische fangen. Bevor mir hier wieder was in die Kombüse rutscht. Ich lass die vielleicht eher auf den Fisch hin, anstatt auf meine kleine Blaukrabbe. So. Okay, let's go. Auf zum Kutemann. 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 Wie sich dann rauslöchern. Sie anscheinend. Auf zur gelben Kuttenlady. Aber die Insel hier! Es sitzen die einfach so auf so'n Stein rum. Ah, ich spür eine... Eine Öffnung! Sie zerbricht die Schale der Krabbe, reißt sie die Beine aus und frisst ihr Fleisch. Ja, die Lippen noch besudelt vom Krabbenfleisch. Holst sie ein Buch unter ihrem Gewand hervor und gibt es dir. Antwort gegeben. Wir erwarten. Spüren. Sie kreuzt die Arme vor der Brust und scheint in einen tiefen Schlaf zu fallen. Na denn, nachtin, nachtin. Und wir haben ein neues Buch. Wunderbar. Fischerei für Fortgeschrittene. Okay. Nehmen wir. So, und ich wollte mal sagen, wir holen uns jetzt erstmal die Steintafel. In der Hoffnung, dass wir die Steintafel nochmal irgendwo herbekommen. Forschungsteil, Forschungsteil, Forschungsteil. Hurra. Sehr schön. Wunderbar. Da geht's. Ich bin echt so dermaßen dankbar für diesen Leuchtturm. Ohne den. Weg am Arsch. Ja, so. Hier auf 11 Uhr sehen wir gerade nochmal so eine Halluzination. Bin schon mal einmal drauf reingepallen. Und wollte da anliegen. Oh, schön. Das ist ja mal die Pfanne. Nichtsauge. Cool. Nichtsauge. Irgendwann ist das Unbefall in die gerade. Bei dem Zimmer. Äh, 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 was, was, vielleicht hat das zu viel Schaden gemacht? Ich glaube, ich kriege jetzt hier im Kontext nicht mehr ganz hin. Okay, alles verkaufen. Wunderbar. Das brauchen wir nicht. 64 Tage ohne Schlaf. Wurde, wurde tatsächlich ja nie irgendwie. Also als Mensch würdest du schon tot umfallen. Das ist schon tot. 11 Tage, sagt man, ne? Und dann... Knobst du einfach. So, jetzt können wir natürlich bloß schauen, welcher... Oh, jetzt sind wir jetzt wie Marlin. Das ist mir natürlich entgegen. Was ist nicht dein Ernst? Mann. Und ne, der Marlin ist doch gleich instant weg. Ne, das hat's ja voll gerissen jetzt hier. Hallo? Blöder Strudel. Ja, ich, äh, muss jetzt einfach mal gucken, äh, wo... Du musst jetzt die Benenpunkte wieder abfahren, irgendwie, in der Hoffnung, dass da was da ist. Ansonsten wüsste ich nicht. Also die werden es ja hoffentlich nicht so gemacht haben, irgendwie, dass du jetzt halt die... die Quest nicht mehr beenden kannst. Irgendwie, weil du jetzt keine Tafel mehr findest. Das wäre, das wäre, das wäre ziemlich blöd. Gut, würde ich Käse finden. Hoffen wir das Beste. So. Wupp. Schmeiß. Da, verknüpfen wir erst mal. Und wir reparieren schnell unser Boot. Und dann geht die Lust zur Suche los. Der Stenz. So, Gott sei Dank ist es tags. Also, es ist Tag. So sieht man auf jeden Fall. Da finde ich allein. Und hier hinten war das da. Noch nicht. Noch nicht. Moment. Oh. 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 Okay. Hier kann ich einfach nur ein paar Sachen freisprengen. Ich glaube wir haben so viel, wir haben jetzt ein bisschen Dynamit bei. Ich glaube ich würde es einfach mal machen. Einfach um vielleicht auch mal ein paar Abkürzungen oder irgendwas zu haben. Falls ich jetzt hier wirklich irgendwie von Mama Big Fish irgendwie angegriffen werde. So wie ich sehe kann man jetzt kein lustiges goldenes Glänzen. Also hier war es dann wahrscheinlich nicht. So hier müssen wir auf jeden Fall ran, aber... Oh Scheiße. Ist doch gleich instant die Mutter mit dabei gewesen. So dann kommt mal mit. Uiuiuiuiui. Wenn Mama hier so eine blöde heiße Quelle braucht. Den findet man hier keine. Sag mal. Wo ist denn das Zeug hier? Oh. Wunderschön. Wunder wunderschön. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ach man. Ah nein mein schöner Kröder ist immer Worte gegangen. Verdammt. Ach, nicht doch. Das ist schade. Black Mirror, Mahlzeit! Na, grüß dich. Ja, Scheibengleichsai. Mein guter, ein mischter Köder. 3000 Tacken. Da geht auf jeden Fall mit. So, was mich aber vielmehr irritiert, ist, dass ich hier ein Mischtapp-Golden-Glänzen sehen. Was darauf hinweisen könnte, dass irgendwo eine Steintafel versteckt ist. Noch. Zoom. Das ist natürlich ganz cool. Hier werden wir auf jeden Fall mal was freispringen. Weil hier ist die nächste Fackel. Baderin, baderum. Dankeschön. So, ein Silberner Schrein, ein Steinerner Schrein. Eine Felsplatte mit Ritzzeichnungen. Gerade ihr habt das Ding. Und so ein Rochen. Okay, alles klar. Ähm, gut. Die brauchen wir. Wir haben noch einen Schatz. Und? So ein Stiefel hätte ich mal Bock. Ja, nee, leider nur ein paar Ohren. Naja, man kann nicht alle da. So, hier ist noch was. Das ist wirklich eine Menge Schätze hier. Den Ring. Hast du die Fische vielleicht in deinem Netz? Ah, ich glaube, die sind zu... Nee, die sind, glaube ich, auch zu groß für das Netz. Ich weiß nicht, ob man mit... Mann! Wieso? Und es ist natürlich noch der Motor, natürlich. Guck mal, da haben wir schon Nummer 1. Ich weiß nicht, ob ich jetzt... Ach... Motorrad. Ich weiß nicht, ob ich jetzt... Ach... Wir haben jetzt nicht direkt einen Kontakt mit diesen Mistviechern. Ja, das ist natürlich der große Nachteil. Wenn du nur einen Motor hast, irgendwie, wirst du getroffen, dann bist du sofort am Arsch. Ja, das ist quasi die Schattenseite der Geschwindigkeit. Ja, Mist. Ich glaube, hier gibt es auch ja keine Rochen in der Ecke. Können wir tatsächlich bei uns in... In dem einen, ähm... Mittel... In der mittleren Ecke. Nur mal schauen. Komm mal mit. Komm mal mit. Oh, oh. Sehr schön. So, Motorrad, wir brauchen die zweite. Fische verkaufen. So, aber ist... Ich habe keine Steintafel gefunden. Ich sehe nirgendwo etwas Goldenes glänzen. Das ist unruhigend. Weil ich ansonsten nicht weiß, wie ich diese Quest fertig bekomme. Wann mal, wie kommt er richtig? Von hier vorne war das. Ach, jetzt hört's schon auf. Aha. Ach, Mann. Dankeschön. Vielen Dank. Hier wurde ich eigentlich hin. Das war ein Viecher. Ich bin jetzt hier tatsächlich nur noch irgendwie dabei, mein Boot zu reparieren. Das kann doch jetzt auch nicht im Sinne sein. So, jedenfalls in meinem Sinne. So, wir brauchen wir nach vorne. Ja, da ist es. Hier ist die Steintafel wieder. Alles klar, super. Mitte. Einfach mal in die Mitte packen. So. Okay. Schnell reparieren. Schnell reparieren. Zack. Und dann schnell auf Richtung Heimat. Man könnte jetzt natürlich auch immer irgendwie diese, diese Schnellsprünge nehmen. Aber, ich weiß nicht, so Schnellreise, ich bin nicht so der große Freund von Schnellreisen. Ja, also klar, irgendwann so in Skyrim oder so hat man natürlich damit angefangen. Oder Fallout oder so, wenn's halt einfach mal zum nächsten Mal der gleiche Weg ist, so. Aber irgendwie, wüsste ich mich, irgendwie macht mir das mit dem Boot hin- und herfahren noch zu sehr Spaß irgendwie. Anstatt ich hier jetzt irgendwie Schnellreise mache. Das war wirklich cool, wenn man irgendwie die Möglichkeit hat. Schon geil. Möchtet auch nicht missen im absoluten Worst Case. Aber, so sag ich erstmal noch, nein, das schaffe ich so. Ich kann noch fahren. 2,5,7. Hey, hi. Schon durchgespielt. Nee, aber ich würd's heute gerne durchspielen, tatsächlich. Ich würd's heute gerne durchspielen, weil ich morgen mit euch denn gerne was frischend anfangen will. Wieder was ein bisschen mehr in Richtung Horror geht. Was ja im Weg so geil auf dieses Spiel. Um nämlich ehrlich zu sein. Warte mal, die sind Rochen? Aber das sind nicht die Rochen, ne? Die wir brauchen. Das sind nicht die Rochen, die wir suchen. Achso, warte mal zu jetzt, im Weg, naja. Zeig ihm die Steintafel. Der Händler nimmt hier die Steintafel ab und legt sie zu den anderen auf den Tisch. Er dreht sie und arrangiert sie zu einem Viereck. Auf der Unterseite der Tafeln beginnen sich neue Symbole zu bilden. Sie verströben ein unheimliches Licht, das die niedliche Decke erhält. Hm. Ja. Weiter. Er beginnt die Symbole auf ein Stück Pargament zu übertragen. Jeder Strich scheint im äußersten Konzentration abzufordern. Nach einigen Minuten legt er den Stift weg und liest laut vor. Wenn der Himmel die Sterne verfehlt und die Luft schwer von Nacht schwärzt ist, wird die Tiefe ihre Narben öffnen. Beschütze uns, o Leitlicht. Ich kenne nur ein Leitlicht, aber diese Steintafeln sind um Jahrhunderte älter als der Leuchtturm von Großmark. Die Fragmente sind nur vereint. Warum nimmst du sie nicht mit? Uh. Theoretisch müssen sie irgendwo in eine Tür öffnen. Oder aber wo? Hm. Ich hab ne Ahnung wo. Und zwar der Leuchtturm der Alte. Oh, du hast keinen Platz. Was? Komm zurück. Was? Ich warte für dich auf. Nein. Ich hab Platz. Ich mach Platz. Wöh. Hallo, gib es mir. Nehmen. Äh, Mitte. Faszinierend. Lass es mich wissen, wenn du Fortschritte machst. Sehr geil. Okay. Ja, wir haben ja nämlich die alten, bei Teufelsgrad gibt es ja diesen alten Leuchtturm. Da müssen wir sowas einsetzen, um da hinzukommen. Sehr schön, sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. So, mal schnell was verkaufen hier. Frage ist jetzt, was war das jetzt für Rochen? Was waren das für Rochen? Ich muss mich verabschieden für heute, wünsche euch noch viel Spaß beim Angeln. Alles klar, Herr Junge. Viel Spaß, mach dir noch einen schönen Sonntagabend. Bis morgen. So, was, wo, welcher, welcher Rochen könnte es sein und wo finden wir ihn? Das sind vier abgedrehte Fische hier, ey. So. Okay, haben wir schon, haben wir schon, haben wir schon. Mal zurückblättern. So, wir müssten ja irgendwo im Anfangsgebiet sein. Das war aber keine Scholle, oder? Ne, das war ein Rochen, oder? Ne, das war ein Rochen, oder? Ne, das war ein Rochen, oder? Ne, das war schon was Rochen-ähnliches. Manta. Uh. Hm. Da ist er, vulkanisch. Dieser Rochen siedelt besonders tief im Ozean. Man glaubt, dass hypothermale Quellen als Brutanlagen für seine Gelege nutzt. Teufelsgrad. Wunderbar, ist auch der. Oh, tagsüber ist er unterwegs. Mit der Angel ist er zu kriegen. Alles klar. Aber perfekt, weil es ist ein Weg. Das ist ganz gut. Und wir haben ihn auch schon gefunden. Das lässt hoffen. Das lässt einfach hoffen. So, okay. Okay. Klotzbaumenkabel, yo. Ach, schön. Sehr, sehr schön. Wir können jetzt aber vorher noch mal ganz kurz, äh, hier an diese Insel ran. Mit diesem Tempel da drauf. Bevor wir denn da rüber hin, wieder mit uns unser Boot zerballern. Mist. Okay, okay. So, und hier war nämlich irgendwo ein Anlegepunkt. Hier vorne nämlich. Oma. Hi. Grüß dich. Erstmal schön mit dem Kinderlachen hierin geballert hier. So, ein Lager haben wir gefunden. Auf der Insel befindet sich ein kleines Gebäude. Und in der Nähe befindet sich ein verstandelverlassenes Lager. Was möchtest du tun? Untersuche... Ja, inspiziere das Lager erstmal. Am Lager selbst ist wenig bemerkenswertes. Doch du fragst dich, wer auf die Idee kommt, auf einer solchen Insel sein Lager aufzuschlagen. Freut mich so oft hier. Verblichene Notiz. Schön. In einem nahen Busch entdeckst du ein Fetzen Papier. Darauf hat jemand etwas notiert. Du steckst den Zettel in die Tasche. Untersuche die Gebäude. Oder das Gebäude. Das alte Stein an dem Gebäude wurde rund um eine Statue erbaut. Die Statue erregt ihre Arme gen Himmel. Im Norden des Leuchtturms von Teufelsgrad. Was eine Geste der Angst oder der Verehrung ist, kannst du nicht erkennen. Was möchtest du tun? Ich möchte gehen! So, lass mich kurz gucken. Wir haben... ...ein Stück Papier gefunden. Macht die Nachricht wahrscheinlich hier. Nah dran. Niemand weiß etwas. Was, er es? Habe den Tempel entweiht. Vergib mir. Nur so wird es vielleicht... Wird er es vielleicht verstehen. Muss ihm helfen. Muss ihn aufhalten. Ja. Toll. Okay. Dann schauen wir uns hier mal ganz kurz... Aber das ist ganz geil, weil man hört tatsächlich diese Seeadler, ne? Von dem wir vorhin gelesen haben. Oder ihr hört haben bei der Fotografin. Man hört sie und sieht sie noch nicht. So. Hier vorne haben wir... Was? Möchten dort drinnen. Da findet man noch Stoff. Den braucht man nicht mehr, Gott sei Dank. Okay. Na dann, auf... Ach, Teufelsgrad. In der Hoffnung, dass wir jetzt hier irgendwo eventuell ein paar Wochen finden. Tagsüber. Na, das sind Haie. Vorne. Lassen wir natürlich auch nicht entgehen. Was denkt denn mal, das sind Haie? Das sind Spiegelhafte Ahle. Kragenhai. Ach, das ist... Das ist doch kein Hai. Oh, hallo. Das sieht dann rochen aus, Freunde. Jawoll. Sehr schön. Oh, wir haben nur einen. Das... Uh, ha. Wir haben nur einen. Der Schnee gut? Oha. 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 Aber wir düsen jetzt erstmal nach vorne ran. Und... Können uns wahrscheinlich eine weitere Fackel haben. Oha. 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 Nicht ganz ruhig. Na, hier waren wir schon dran. Oh nein. Ich hasse es. Der Kragenhais überbaut hier an. Na schön. Schön. Es war auch nicht hier. Es war auf der anderen Seite. Ach so Mist. Oha. Oha. Scheiße. Noch mal ein bisschen weiter. Ich glaube hier vorne war das Ding. Ja genau. Okay. Okay. Wir haben ein Buch fertig gelesen. Oh nein. Jetzt ist hier was... Oh Gott. Das hat jetzt den... Oh nein. Kann ich den jetzt noch abgeben? Oh bitte. Oh. 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 Der Fels versplittert mit einem lauten Krachen. Er bröckelt weg und gibt seinen Kern frei. Wunderbar. Wir haben die nächste Fackel gefunden. Eine dritte fehlt uns noch. Wir haben Metall. Veredelt wird Metall. Wir könnten es verkaufen. Wir brauchen tun wir es nicht mehr. Ich würde einfach sagen wir lassen es hier. Können es auch einfach hier lassen. So und wo finden wir jetzt eigentlich die dritte Fackel? Wahrscheinlich hier. Aus setzt. Wir finden... Das sind was wir dafür Fische brauchen. Und wir können auch die Steinplatte einsetzen. Also... Oh. Schnell, 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 schnell. Okay. Hier hat man schon... Das lass ich jetzt mal kurz aus dem VOR. Da ist der alte Leuchtturm. Hier würden wir mit der... Oh. Hier haben wir auch glaube ich den nächsten Punkt. Ne sind's nicht. Äh. Wow. Schnell weg. Genau, hier ist der Anlegepunkt von dem alten Leuchtturm, wo wir die Fackel, äh Quatsch, die Fackel, das ist klar bescheuert, äh, wo wir die Platte einsetzen können. Du gehst die vielen Stufen hinauf zum alten Leuchtturm und seinem Fuß trittst du auf einer steinern Tür. Du siehst keine Klinke, doch in der Tür wurde eine größere Höhnung freigemeißelt. Die vereinte Tafel rastet geräuschlos ein und die Tür öffnet sich mit einem Grollen hinein. Du gehst durch die Tür des alten Leuchtturms. Die Treppe, die bis zur Spitze führt, ist eingestürzt. Weiter kommst du nicht. Echt jetzt? Echt jetzt? Um dich herum siehst du diverse staubige Objekte. Was ist denn das? Flamme des Himmels? Oh, hallo Flamme des Himmels. Du bist ja geil. Eine neue Lampe. Rubin-Ring, ja, das, ach so Schatz, das ist mir total latte, ey. Okay, wir haben, wir haben jetzt eine neue Lampe gefunden. Naja, immerhin. Du nimmst alles aus dem Raum mit. So, Höhle waren wir schon. Können wir gar nichts mehr machen. Alles klar. Und dann legen wir mal ab. Warum wurden wir das jetzt hier so angezeigt? Ach so, weil wir das letzte Stück, weil wir das Metall noch nicht mitgenommen haben. Okay. Verstehe. Deswegen denkt er wahrscheinlich, ah, alles klar, du hast das ganze Ding noch nicht gelootet. Und die Fakke wäre ja noch drin. Los, hier vorne heiße Quelle. Binder. Oh, da kam schon Mama-Fisch. Da war schon Mama da. So, hier vorne muss ich mich leider durchziehen. Das ist nicht besonders cool, wenn der da vorne rumeiert. Ach Gott. Kann ja nicht so sein, dass ich mit diesem Boot überall anecke, aber so wirklich überall. Ich meine, ich bin halt scheiße, ja. Was hier mit, äh, was mein Gameplay aneckt. Ja, ich gebe es ja nicht zu. Steuerung, Aim ist nicht das Beste. Aber ganz so, ganz so schrottig bin ich jetzt eigentlich auch nicht. Irgendwie. Das sind hier ständig Ovo-Ingen-Hämmer. So, halt was zu verkaufen. Ja, ich hab da den. Nice high. Wunderbar. Und bitte reparieren. 200 Buletten. Das sieht mir krass aus. Uh. So, wir haben jetzt diese Lampe. Flamme des Himmels. 25 Meter. Das macht 45 Meter. Ah, schwierig. Ist schwierig. So, hier können wir noch... So, letztes Forschungsteil haben wir reingesetzt. Jetzt haben wir tatsächlich... Wir haben alles gekauft. Wir haben alles freigeschaltet. Und könnten jetzt alles kaufen. Brauchen wir aber nicht. Weil wir haben eigentlich schon ein relativ gutes Setup jetzt. Irgendwie ein gutes Bild bei uns am Boot. So, und das wäre jetzt echt einfach schön, wenn dieser hessische fette Fürstlein verschwindet. Dass er diesen Weg freispringen kann. Ob man grad war. Hier vorne. Hä? So, ein Stein an den Stein. Zwei deformierte Fische, die sich unter einer Sonne winden. Ach du Scheiße. Zwei deformierte Fische. Ich muss zwei Specials finden. Oh nein. Na toll. Das wurde ja mal überhaupt nicht schwer. Okay. Gucken wir mal, wie ich... So, könnte jetzt... Achso, könnte ja eigentlich schon mal die Behnfackeln in die Kabel. Könnte ich ja schon mal einsetzen eigentlich. Wir müssen quasi drei Fackeln finden für drei Statuen. Die machen wir zu den Steinsäulen. Und die waren es nicht. Wir fingen jetzt mit den Statuen. So, okay. Wir fangen mal hier an. Bumm. Flamme an. In der Hand der Statue faucht eine kalte Flamme. Welche Statue willst du als nächstes ansehen? Bitte. Bummsi-bums. Raucht eine kalte Flamme. So, und die letzte braucht natürlich noch. So, wo finde ich jetzt behinderte Fische? Die mutierte. Zum Einsetzen. Kann ich jetzt auf blauen Dunst, kann ich jetzt hier einfach anfangen zu angeln? Was ist denn das hier überhaupt? Schatz. 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 Ein Sextant. Hm, na wie schön. Den nehmen wir mit. Man kann uns hier natürlich auf gut mögen. Und wir haben hier sogar schon eben. Wunderbar. Klasse. Das war natürlich cool. Okay. Mal gucken. Vielleicht können wir hier noch. Nee. Und es ist sowieso vorbei. So, den packen ich da mal rein in der Hoffnung, dass du den noch hültig findest. Also, die heißen Quellen sind echt geil für die Piranhas. Hm, okay. Jetzt muss ich bloß noch einen zweiten. Und irgendwas. Ich weiß nicht, ob man irgendwelche nehmen kann, einfach. Ich weiß nicht, ob man irgendwelche nehmen kann, einfach. Ich weiß nicht, ob man irgendwelche nehmen kann, einfach. Ich weiß nicht, ob man irgendwelche nehmen kann. Sonst, die anderen würde ich jetzt erst mal schnell verkaufen. Naja, geht natürlich. Wir sind Fischer, wir müssen halt öfters mal fischen und erst mal öfters mal ein bisschen verkaufen. So ist es halt einfach. That's it. That's our life. So. Jetzt noch mal kurz reparieren. Wunderbar. Wo sind denn jetzt hier bitte die kleinen Funken? Wenn man einfach mal mutierte Fische findet. Du bist leider kein mutierter Fisch. Nächster Punkt, bitte. Fische. Fische. Tatsächlich so ja ein Rochen und Pflänze gegangen. Wer hätte es dir gedacht? Der Junge hat ja vorhin schon gesagt, eventuell so ja übernetzt Fischbar. Da haben wir den Beweis. Tatsächlich so ja ein Rochen und Pflänze gegangen. Sorry. Sorry, Fische. Aber wir sehen uns in der Hölle. Dann kriegen wir hier vielleicht noch was raus. Der Fisch. Oh Mann, 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 Mann. Wir brauchen noch einen eingeschränkten Fisch. Das bringt alles nichts. Ja, grundsätzlich ein guter Fang, ne? Aber nicht das, was ich eigentlich will. Mann, Mann, Mann. Und dann ist ja auch die... Ah, jetzt kommen immer die Bühnen und Krähen, ey. Oh, schön. Die kurze Vertreibung. Das ist cool. Also, wo bin ich denn so doll Hunger? So. So, noch down drücken. Schön, aber nicht das, was wir brauchen, ey. Mann. Groß, die Mutation. Jawohl, da haben wir sie. Sehr schön. Noch mal zwei von diesen Fischen. Ich hoffe, ich hoffe, das bringt's. Daumen drücken wir heute. So. Wo ist jetzt noch mal besackter Schrein? Moment, bitte, bitte, bitte. Der Felserspieler hat die... Jawohl, cool. Er bröckelt weg und wir haben... Was ist das denn, Fieset? Wir haben A, die dritte Flamme und wir haben verkrusteten Talisman. Okay, der ist zum Angeln, oder was? Der gibt uns 365% Fanggeschwindigkeit. Das ist aber ordentlich, Alter. Krass. Krasse Ding. Das ist Mutti-Fisch. Das ist ober Mutti-Piranha. So, aber wir machen jetzt hier mal direkt gleich rüber. Und setzen die dritte Fackel ein. Mal sehen, was passiert. So, wir wollen zur rechten Statue und... Flamme an. So. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Der Fanatiker wartet. Auf zum Fanatiker. Was ist das? Die Flammen sind entzündet. Ah, ich kann es spüren. Die Kälte der Tiefe berührt uns jetzt. Es ist Zeit. Es ist Zeit. Komm! Du folgst ihm die Stufen des Tempels hinauf. Ganz oben steht ein schwarzer Steinalter. Darauf gestapelt liegt ein Haufen feuchter, schwarzes Holz. Er zieht eine antike Taschnur aus seinem Ohmann. Das heißt, doch mit der Zeit lernte ich, ihre seltsame Nahrung zu schätzen. Sie gehört fast dir. Möge sie den Beginn deiner Reise markieren. Und das Ende. Mit der Taschenuhr in der Hand erklimmt er den Scheiterhaufen und hebt die Schriftrolle. Er beginnt zu singen. Was tust du da? Er ignoriert dich. Der Wind frischt auf. Aufgewirbelte Geschicht spritzt über den Altar. Bis dem durchweichtes Holz zu seinen Füßen schlägt. Eine kalte, blaue Flamme. Hör auf damit! Sein Gesang wird lauter. Die eisige Lohe kriecht seine Bein in ihn auf. Sein Gesicht hält an. Seine Stimme ist kein Schmerz anzuhören. Sein Gesang hält an. Er hebt die Arme gen Himmel. Sekunden später verschluckt ihn des Entfernen. Es tobt einen Moment lang. Dann ebbt es plötzlich ab. Ein kalter Nebel biebt sich kurz auf den Boden des Tempels, bevor der Wind ihn auf die See hinausträgt. Dem Fanatiker, von dem bleibt keine Spur. Der Scheiterhaufen ist kalt und feucht. Inspiziere den Scheiterhaufen. Wir haben das letzte Relikt, Freunde. Du nimmst die Taschenuhr. Sie ist eiskalt. Sie vibriert in deiner Handfläche. Der Zeiger dreht sich unter dem gesprungenen Glas wie verrückt. Uh, Leute. Wir haben jetzt das letzte Relikt. Wir haben das letzte Relikt. Wir könnten jetzt zum Sammler und dann mal schauen, was passiert. So, Chatec, überlasst es euch mal. Irgendwie, wir könnten jetzt, glaube ich, ich weiß ja nicht hundertprozentig, aber ich glaube, wir könnten jetzt das Spiel eventuell sogar schon beenden. Und zwar werden wir einfach das fünfte Relikt abgeben. Sollen wir aber stattdessen noch irgendwie... Wir müssen noch den seltenen Fisch fangen. Zum Beispiel. Der Pedikanal. Kneipe. Genau, Blackboard. Sollen wir das noch zu Ende machen? Sollen wir den noch versuchen zu finden? Oder sollen wir das Spiel... Sollen wir jetzt einfach... Das letzte Relikt abgeben? Was sagt ihr? Schneiderei? Kneipe? Viecher sammeln? Okay. Ich habe nur gar keine Ahnung, wo dieser komische Aal ist. Das ist echt... Das ist ein bisschen strange. Okay, ich würde mal sagen... Wo ist eigentlich der Leuchtturm? Das soll wahrscheinlich irgendwo diese Ecke sein. Es gibt laut Herrn Junge auch noch... Drei weitere... Oder zwei weitere Leute mit Gucken, Profi, die uns Bücher geben können. Die Frage ist nur... Wo sind die? So, wir können mal erstmal kurz Richtung Heimathafen. Und das Geile ist natürlich halt, dass wir halt durch dieses Netz die ganze Zeit fischen müssen. Ich finde das echt genial. Naja. Diese Insel lockt mich nicht mehr. So. Die Kanal. So. Schwuppdiwupp. Wow, Alter. Wir müssen mal da drüben ran. Oh, der ist ja nervig. Und? Kommt da mit drin? Der driftet ab. Nice, nice, nice. Schön. Verschhändler. So, die verkaufen wir. Ah, wir können natürlich auch noch die ganzen anderen Sachen verkaufen. Das werden wir natürlich auch machen. So, Schiffsbauerin. Reparieren, bitte. Dankeschön. Ja, die Sache ist halt die. Ich hab keine Ahnung, wo dieser Pelikan-Aal ist. Das ist also... Können überall sein. Das ist der eine seltene Fisch, den es zu finden gilt. Wahrscheinlich wäre der so eher oben irgendwie am Teufelsgrad irgendwie, weil da haben wir nämlich noch keinen seltenen Fisch gefunden. Der Quastenflossler, der war in den Mangroven. So, du erzählst dem Händler, dass du für die vereinte Tafel am alten Leuchtturm eine Verwendung gefunden hast. Du könntest damit die Tür am verfeinenden Leuchtturm öffnen? Ja, das ergibt Sinn. Hoffentlich hast du ein paar interessante Objekte für mich gefunden. Ja, hab ich hier. Gönn dir. So, das verkaufen wir noch. Das noch. Den Sack mit Goldstücken auch noch. Und der Rest nicht. Den Rest nicht. Ja, haben wir auch noch den tätschischen Karten, haben wir noch nie gefunden. So. Okay. Hm. So, good question. So. Ja, wo müssen wir jetzt hin? Where do we go? Hier ist zum Beispiel noch so eine, hier ist eine Ecke, da sind wir noch gar nicht gewesen, oder? Nee, wir waren hier in der Ecke. Nee, da düsen wir mal hoch. Da düsen wir noch mal hin. Ich glaube auch, dass bis jetzt die ganzen seltenen Fische, die waren immer in irgendwelchen Regionen. Immer, also quasi in allen verschiedenen Regionen. Und Teufelsgrad haben wir noch gar nichts zu finden. Wenn du einen Tipp möchtest, ich ahne da was. Na dann, hör mal raus, Oma. Nee. Nee. Nein. Den hab ich mir nicht auf ihn gepasst. Ach, Mann. Ich hör dir, warte, ich kill meinen scheiß Motorschrotte. Südwesten ist der La Besson. Okay. Da finden wir den, äh, den Pelikanal. Noch nicht du jetzt. Meine Güte, kann man sich nicht mal halbtot in den Hafen schleppen, ohne dass hier schlägt nicht einer auf den Pinsel geht, ey. Herrschaftszeiten, das wird aber drin sein. Hab ich nie von ihm, okay. Dann machen wir das. Oma. Vielen Dank für den Tipp. So. Reparieren wir die Klitsche hier. 5200 Dinger. Das brauchen wir nicht. Ui. Äh. So, wo sind wir eigentlich da unten jetzt noch den Motor ein Stück frei? Ich hab jetzt gerade richtig gesehen. Zwei so, ja. Da könnten wir doch mal. Der macht 14 mehr. Ja, ein totaler Speedbook. Ne, ja, unterm Arsch. Oder ich hol mir, dann hab ich 19 mehr. Die sind natürlich auch cool. Ich glaube, ich denke, ich meine, das ist, glaube ich, das, was ich will. Machen möchte. So, zack. Alles klar. Wir holen uns hier noch zwiesameschön. Motoren. Das da. Geht aber bloß eh nach, ja? Mann. Alter, hab ich nur diesen einen Motor fertig. So, warte mal, wo sitzt der da besser? Äh. Hier? Im Sternbecken, ja? Wo soll er denn da sein? Sind wir hier mal interessant? Wo, 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 wo könnte denn der hier überhaupt sein? Ich bin doch die ganze Zeit hier mal rumgeballert, irgendwie. Und so viele Sachen zu verstecken gibt's hier eigentlich nicht, Oma. Kannst du da bitte mit deinem Tipp etwas konkreter noch werden? Ja, mittig, oben rechts, glaube ich. Okay. Okay. Mittig, oben rechts, rechts, ne? Dann düsen wir doch mal hin. Natürlich. Natürlich. Ach, Abklingzeit. Ne, dann müssen wir ein bisschen Gas geben und so. Und es dünn machen. So, Mitte, oben rechts, also hier, ja? Oder letztendlich da, wo wir jetzt sind. Hier so. Das Einzige, was man natürlich mal machen kann. Man nennt sich jetzt hier mal so ein geiles Fernrohr. Anglerfisch. Ja, aber ich weiß nicht, ob der überall gleich ist. Oder genau, da hatte ich den. Echt, ja? Oh Mann. Und dann schauen wir uns mal um hier. Letztendlich müsste es ja, wenn auch ein einziger großer Fisch sein. So wie bei den anderen Malen. Oder ist der wirklich auf einer See? Wäre ja heftig. Nicht über die Kante. Okay. War der tagsaktiv oder nachtsaktiv? Also kann ja sein, dass wir den halt nur... Schön machen. So. Moment, hier muss ich gehen. Da, hier muss ich mal ein Foto machen. Das sieht so schön aus. Ja, sorry. Musste mal kurz sein. Das ist nicht mehr. Okay, hier können wir noch rein. Das, was wir hier drin noch gefunden haben, war tatsächlich veredeltes Metall. So, und nun wird es nachts. Vielleicht kommt er nachts raus. Kann er auch sein? Okay. 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 Am Strand liegen einige Holzkisten verstreut. Sieh, nein. Ah, guck mal. Das letzte Stück von der Karte. So, okay. Das brauchen wir eigentlich nicht. Wir nehmen es aber mal mit, damit es leer ist. Yay. Das letzte Stück von der Karte. Okay. 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 Das ist der Aal. Oh, krass. Der Walhai. Sehr, sehr schön. Das war's für heute. Schade, ich düse mal eins kurz rüber, damit ich mal kurz die Karte vervollständigen kann. So, mein Lager. Ich habe den Schatz da bereits gefunden, ich kann ihn also wegwerfen. Das ist ja scheiße, na toll, das ist bestimmt diese Truhe, die an der Kette war, ja super, das ist ja geil, findest du eine Schatzkarte und dann hast du den Schatz davon schon gefunden. Ich sag mal so, das ist nicht fair, das ist nicht fair. Oh, der glubschkabel hier auch. Gucken wir uns hier noch. Oh ja, ein kleiner Mutant. Mit. Oh, ekelhaft, alle haben Neuland, alle Tentakel, das ist ja mal ekelhaft. Boah, ein ekelhafter Oktobus. Gucken wir mal, meine Körbe. Ne, 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 die ist auch voll. So, der große Seestern, der bringt tatsächlich einfach mal südvianisch, deswegen lass ich ihn mal drin. So, was gibt die hier? Vielleicht bringen ja die Krabben ein bisschen mehr. Also nicht, dass jetzt hier irgendwie mega wichtig jetzt gerade wäre noch, aber... So. Quatsch. Und hier drüben ist noch ein Körbchen. So, machen wir es so. Warum sie denn? Oh, 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 oh. Keiner strahlenden Antrieb deaktiviert. Mann, so aus dem Nichts immer kommt dieses... ...mistviel. So, alles verkaufen, alles verkaufen, alles verkaufen, wunderbar. Werft... Alles reparieren, bitte. Grazie bene. So, fahr zum nordöstlichen Ende des Tiefseegrabens in der Mitte der Inselgruppe. Das ist... hier direkt westlich der Forschungsplattform. Warte mal. Da müssen wir kurz mal auf die Karte schauen. Also hier ist die Forschungsstation. Nordöstliche Ende wäre hier. In der Mitte der Inselgruppe. Das ist direkt westlich. Nordöstliches Ende des Tiefelarms. Also entweder ist er hier oder tatsächlich hier. Das sagt gut. Na okay, wir probieren es einfach mal. Düsen wir da hin. Das kann man so verlieren. So, dann wären wir quasi westlich. Der Forschungs... Nein, wir gehen ein Foto machen jetzt hier. Möchtest du fliegen bitte? Von diesem schrecklichen Vogelsturm. Nein, das ist das nicht. So, der jagt uns nämlich. Ja, misst ihn. So, mal schauen wir uns kurz. Hier vorne durch das Schiff. Mal schauen. Okay, er ist weg. Mal schauen mal. So. Oh. Oh nein, nein, nein. So, hier ist jetzt quasi das absolute... ...mordöstliche Ende dieses Grabens. Wenn wir jetzt noch weiter westlich sein wollen. Also westlich der Forschungsstation, die ist da. Dann sind wir hier irgendwo. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwo was finden. Nee, auch nicht. So, okay, gut. Hier lag die Fotoausrüstung. Nee, auch nicht. Aber es steht ja auch in der Mitte der Inselgruppen. Was? Nee? Meinst du an dem Punkt hier oder was? Das quasi, also dass die Forschungsstation westlich von uns ist. Okay, gut. Probieren wir es aus. Das Einzige, was wir machen müssen, wir müssen mal ganz kurz schauen, ob... ...der Oktopus denn weg ist. Müssen wir mal kurz mal vertreiben. Also halt, Topus ist gut. Und ein fetter Monster in der Mitte. So, Generator. Einmal anschmeißen, bitte. Abschreckungsmaschine aktivieren. Gut, los geht's. So, und ablegen. Oh! Da ist er. Da ist er, Oma. Der Pedikanal. Ein wunderbar hässliches Ding. Fantastisch. Vielen Dank, liebe Oma. Wir haben's geschafft. Yippie! So, auf zur Händlerin hier hinten. Und damit haben wir dann auch... ...den letzten Auftrag erledigt. Ähm, vor allem Händlerin. Hallo! Willst du ein bisschen plaudern? Ähm... Wegen der Säden in Fische. Äh, ich habe ein Pedikanal. Das ist eine gute Nachricht. Das sind gute Nachrichten. Äh, das ist wohl... ...ein einziger Eintrag... Da ist wohl ein neuer Eintrag fällig. Hier, für dich. Es könnte dir von Nutzen sein. Ja, nee, eigentlich nicht mehr. Eigentlich nicht mehr. Aber, äh... Nehmt trotzdem. Danke. Das... Das sind wirklich alle. Wow! Das... Ja. Dass ich meine Aufzeichnung mal abschließen würde. Gibt es noch etwas, worüber du sprechen willst? Ne? Was denkst du über das Sternbecken? Das... Ja, was für ein schönes, glasklares Wasser. Schade, dass ich mit dem Boot hier nicht weiterkomme. Ich bin an den Korallen schon einmal auf Grund gelaufen. Hm. Hast du dir das verlassene Resort im Osten schon angesehen? Das ist ziemlich beeindruckend. Wahrscheinlich gibt es dort auch viel zu finden. Unglaublich, wie schnell das verfällt, wenn kein Mensch sich darum kümmert. In ein paar Jahren sind die Pontons wahrscheinlich auch weg. Aber das ist eben der Lauf der Dinge. Gibt es noch was? Ich brech mal rauf. So. Und damit... Haben wir alle... Also wir haben tatsächlich zwei Sachen noch nicht gefunden, so wie es hier aussieht. Und wir haben jetzt nur noch der Zeit, das Relikt abzugeben. Ich würde sagen, wir machen es. Wir tun es. Wir geben es ab. Aber bevor wir das tun, pümmen wir unser Boot nochmal bis unter Dach. So. Zack. Jetzt mal, ich will noch den letzten Strahlenantrieb haben. Hm. Yes. So. Verkaufen, verkaufen. Weil, brauchen wir nicht mehr. Verkaufen, verkaufen. Achso, den müssen wir auch mal verkaufen. Jetzt hätte ich noch mal zum hessischen Fisch unterwegs. So. 393. Wunderbar. Im Lager haben wir noch die Karte. Ach, da brauchen wir alles nicht mehr. So. Und damit können wir jetzt schön zum Kollektor sammeln. Äh, zum Kollektor sammeln. Ja, genau. Zum Kollektor ballern. Man, ne, geht jetzt aber gut ab, ey. Wenn wir überlegen, wie dieses Boot am Anfang rumgeklippert ist, ey. So. Ein bisschen aufpassen. Ich werde gleich wieder an die Motorschauern verursachen. Achso, du hast doch noch die Abschreckmaschine, die da läuft. Oh, wie der ballert, Alter. Ist ja eine reine Freude. Junge, Junge. Chat, einfach mal, einfach mal, nur mal kurz, äh, nur mal, nur mal aus Spaß. Was wäre denn jetzt, was wären das noch für zwei Missionen eigentlich gewesen? Ugh. Wenn wir jetzt hier mal schauen. Kajüte, Mission. Bei den Missionen. Erste von der zweiten Reihe und von der vierten Reihe der zweite. Was wäre denn das für Missionen gewesen? Wisst ihr das? Ah, so ein wunderschöner Fisch. Ach, ey. Ich sag mal, wie das ist, ich denke, der ist einfach ähmlich. Dieser scheiß Fisch ist einfach ähmlich. Nein, ich bin nicht, ich bin nicht, ich bin nicht, ich bin nicht, ich bin nicht. So, also, wir verkaufen noch schnell letztes Mal jetzt den Fisch. Reparieren noch mal schnell alles. Und dann machen wir auf zum Kollektor. Naja, hier geht das Spiel noch komplett weiter hier. Wirst du denken, wo das fertig ist? So schön. So, zack. Mit Ölchen, mein großer. Und Schussbauerin einmal noch mal bitte reparieren. Danke sehr. Nö. Okay. Ja, hätte das sein können, irgendwie, wenn ihr das halt selber auch schon mal gespielt habt. Voll schönes Spiel, absolut. Also, ich bin, ich konnte jetzt auch ehrlich gesagt nicht warten, irgendwie mit dem Spiel in der Woche. Deswegen hatte ich gestern auch schon mal einen Stream gemacht und selbst heute nochmal, war alles nicht geplant. Aber dieses Spiel hat es mir einfach angetan. So, auf zum Sammler. Du steigst die kaputten Stufen zum alten Anwesen hoch. Die Wellen türmen sich auf und brechen gegen die dich umgebenden Basalt-Säulen. Du zögerst kurz, bevor du die Schwelle übertrittst. Überreiche das Relikt oder verbirg das Relikt. Ach, hei. Jetzt können wir es so entscheiden, oder was? Tja, und ich würde sagen, wir übergeben es. Wir sollten, wir haben sie alle gesammelt, warum sollten wir in Zetze verstecken? Er kommt. Und während er näher kommt, höre ich ein unablässiges Ticken. Du hast die Taschenuhr. Du holst die Uhr heraus. Die zuvor gefrorenen Zeiger winden sich nun in einem rhythmischen Kampf. Sie wollen sich weiterdrehen, doch es gelingt ihnen nicht. Du legst die Uhr dem Sammler vor. Obwohl es schon Jahrzehnte her ist, dass ich diese Uhr zum letzten Mal sah, ist das Geräusch des Uhrwerks nicht eben angenehmer geworden. Und damit wären unsere Sammlungen komplett. Ich muss zugeben, ich bin überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass du die nötigen Entschlossenheit für diesen Job besitzt. Nun, da diese fünf Relikte endlich in unserem Besitz sind, bleibt nur noch eins. Wir werden sie bald wiedersehen. Dann zahlt sich all die Mühe aus. Das weißt du. Was soll ich wissen? Ich weiß noch nicht, Strenge. Aber ich... Tut mir leid, ich muss doof fragen. Was soll ich wissen? Es wird schon bald offensichtlich sein. Wir müssen eine letzte Reise unternehmen. Diesmal begleite ich dich. Uh, Point of No Return, Freunde. Point of No Return. Ich brauche noch etwas Zeit, um mich vorzubereiten. Oder ich bin bereit. Ah, Chats, sind wir bereit? Ich muss noch mal einen Schluck Kaffee nehmen. Ah, holy moly. Aufi. Aufi. Du sagst das. Achtung, du trittst in die letzte Phase des Spiels ein. Dein Fortschritt wird ab jetzt nicht mehr gespeichert. Möchtest du fortfahren? Nein. Ja, wir wollen. Achtung, letzte Warnung. Oh, der will nochmal. Oh, scheiße. Ja, ich möchte. Die Relikte nehmen wir mit. Wir müssen warten, bis der Nebel dichter wird. Mit ein bisschen Glück bemerkt das Meer nicht, dass wir, was wir vorhaben. Auf den richtigen Zeitpunkt warten. Oh, scheiße. Jetzt. Unsere Zeit ist die weite... Was? Was? Unser Ziel ist die weite Öffnung im Westen von Großmark. Es ist auf der Karte markiert. Wir dürfen uns mit einer so wertvollen Fracht nicht lang auf offener See aufhalten. Beeil dich. Seine Gestalt verschwindet aus dem Spiegel. Es läuft dir kalt den Rücken herunter, als du dich umdrehst, um zu gehen. Der Sammler ist bei dir. Okay. Da müssen wir hin. Ich denke, das Netz kann ich jetzt auch einholen. Ich glaube, das werde ich jetzt nur nicht mehr brauchen. Wir werden mal so machen. Okay, Leute. Das ist der Punkt. Da müssen wir hin. Da müssen wir hin. Dank unserer Strahlenantriebs sind wir auch sehr schnell dort. Und wir sind da. Hier war es. Hier wurde sie uns genommen. Hier können wir sie endlich zurückholen. Nur hier und nur, weil wir so viel erreichen konnten. Und du öffnest das Buch. Die Seiten sind von einer dünnen Eisschicht überzogen. Und um deine Hände wabert ein feiner, kalter Nebel. Du beginnst laut vorzulesen. Um eine Verlorene zu erlösen. Erstarrt in der Zeit. Du wirfst die Taschnur über Bord. Und mit Ketten in der Tiefe gefesselt. Du wirfst die Halskette über Bord. Binde sie einmal mehr an diese Erde. Du wirfst den Ring über Bord. Öffne das Tor zum Sternenhimmel. Du steckst den Schlüssel in das Schloss der Musiktruhe. Und wette die müde Welt zur Ruhe. Du wirfst die Musiktruhe über Bord. Ohne den Schlüssel umgedreht zu haben. Du wefst die Halskette über Bord. Ohnein. Was ist das? Ohnein. Oh nein, Großmark. Großmark brennt. Der Leuchtturm ist im Arsch, Alter. Alles ist im Arsch. Oh nein. Jetzt werden wir alle sterben. Oh, Käse. Nee. Oh, das ist aber doof. Scheiße, okay. Ja, Leute, wir haben das Bad Ending anscheinend freigeschaltet. Oder ich weiß nicht, ob es noch ein anderes Ende gibt. Aber es kommt mir jetzt nicht wie ein Happy Ending vor. Aber das war Dredge bei uns hier auf Benni und Steve. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Oder mir kommt ein Haken, je nachdem, was ihr an der Hand habt. Oder am Stumpf. Wir würden uns natürlich gerne in einem Kommentar freuen. Und unterstützt den Kanal mit einem Abo, falls ihr es noch nicht habt. Und wir sehen uns dann zur nächsten Angel-Tour wieder. Bis dann, Petri Heil. Was willst du? Ich habe das Buch. Du hattest es die ganze Zeit über, nicht wahr? Oh, man. Entschuldigung, bitte. Die Zeit, die Zeit zu handeln, ist gekommen. Weißt du noch, wo es passiert ist? In der Dunkelheit hinter der Bucht. Wenn du bereit bist, weise ich den Weg. Baby, ich bin sowas von bereit. Achtung, du trittst in der letzte Phase des Spiels ein. Dein Fortschritt. Jawohl. Alles klar. Und nochmal, wir haben es gerade schon gelesen. Wir müssen warten, bis die Nacht am dunkelsten ist. Bis das Meer so ist, wie es damals war. Vor all den Jahren. Wer ist die Leuchtturmwärterin? Ist die Leuchtturmwärterin? Vielleicht. Die Frau? Aber wer wird da wiedergeholt? Oder ist die einfach nur random? Ich weiß ja nicht. Es wird Zeit. Ich weise dir den Weg. Folge meinem Licht. Geh und tu das Richtige für sie. Wirf es zurück. Alles klar. Oh, und sie ist jetzt mal bei? So, ist der Punkt der gleiche? Der Punkt ist der gleiche. Alles klar. Denn bin da. So, mal schauen, wie jetzt das Ende wird. Und was passieren wird. Folge meinem Licht. Cool macht's. Okay. Also. Wirf mein Licht. So, wir sind da. Hier ist es. Du wirfst es zurück. Das Buch windet sich in deinen Händen. Es wehrt sich nach Kräften. Die silbernen Bänder zappeln um deine Finger. Wirf es zurück. Du hältst es hoch über deinen Kopf. Aus dem Buch ertönt ein tiefes Stöhnen. Es ist ein tiefer Widerhalt. Wirf es zurück. Du wirfst es in die schäumenden Wellen. Und wirfst es zurück. Das Buch ist ein tiefer Widerhalt. Untertitelung. BR 2018